Abschnitt 1 von Das Alte Haus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Hokus Pokus und Karlsson Das Alte Haus von Friedrich Gerstecke Kapitel 1 In einer der Hauptstraßen von Hellburg stand vor noch gar nicht so langen Jahren ein steinernes, uraltes Gebäude aus früherer Zeit, wie viele sogar behaupteten, das älteste Gebäude der Stadt, mit wunderlich geschnitzten Giebeln und Gewänden, künstlich gespannten Fenster und Türbogen und großen, eisernen, Drachen- und Lindwurmköpfigen Dachrinnen, die derzeit, wie allen die Straßen auf- oder abwehenden Stürmen die langen, grimmig ausgeschnittenen Zähne gezeigt hatten und bei heftigen Regengüssen, zum Ärger der Vorübergehenden, ganze Ströme Wassers in die Mitte der Straße sprudelten. Über der Tür waren zwei besondere Gestalten in Stein ausgehauen, die einen Türken und einen Christen vorstellten, und auch zwischen den Fenstern hatte der Baumeister, dessen Urenkel mit zu den Ahnen der jetzigen Generation gehörten, manche behelmte und bewährte Gestalt angebracht. Nirgends aber fand sich ein heiligen Bild, nirgends ein Engelsköpfchen, das sonst mit seinen dicken Bäckchen trostbringend aus manchen Verzierungen anderer, fast ebenso alter Gebäude herausbläst. Kein frommer Märtyrer mit zerrissenen Gliedern und rundem Heiligenscheine war in der ganzen Masse von Schnitzwerk zu finden, kein frommes Sprüchlein, kein Vers, kein Kreuz angebracht, selbst nicht auf dem Schilde des Ritters über der Tür. Wie die Dachinnen Untiere darstellten, die nur hinten an den Schwänzen von irgendeiner wohltätigen Macht zurückgehalten und verhindert wurden, sich auf die ruhig vorübergehende Niederzustürzen und all ihren zähnefletschenden Grimm an ihnen auszulassen, so trugen kleine, boshafte Faun- und Teufelslarven die Fenstersimse und hier und da angebrachte Nischenkonsole und ungeschlachte Halbtier-Halbmenschenbilder stützten, die Krallenfinger in die dürren Seiten stemmend, Erker und Balkon. Jedenfalls hatte ein wunderlicher Geschmack das Haus erbaut. Seit langen, langen Jahren nicht bewohnt, war es nach dem Tode des letzten, schon lange verstorbenen Besitzers und infolge des darob entstandenen Rechtsstreites zwischen den außer Landes wohnenden Erben verschlossen und versiegelt worden. Darüber verging die Zeit, und wie das so mit Prozessen geht, erinnerten sich jetzt ganz alte Leute aus ihrer Jugendzeit noch der großen, der Tür angedrückten Siegel, zu denen sie damals mit stummer Ehrfurcht aufgeschaut. Nichtsnutzige Menschen hatten diese später einmal beschädigt, vielleicht um einen hochweisen Rat zu kränken oder den Nachtwächter zu ärgern, und jetzt waren Streifen Blech über die Neuaufgedrückten genagelt worden, sie zu schützen, denn der Prozess dauerte ruhig fort. Andere Nachtschwärmer klopften auch früher einmal in frechem Mutwillen mit dem alten, eisernen Türhammer an die versiegelte Pforte, daß der Ton hohl und markerschütternd durch die öden Räume schallte. Als aber bald darauf dumpfe Gerüchte die Stadt durchliefen, daß in der nächsten Nacht bleiche, entsetzliche Gestalten an das Lager jener Ruhestörer getreten wären, sie zu fragen, was sie an dem alten Hause gewollt, gingen von der Zeit an Kinder wie Erwachsene in stiller, unheimlicher Scheu an der verschlossenen Tür vorüber. Niemand belästigte das alte Gebäude weiter, und die Volkssage füllte gar bald jene düsteren, durch gelbe, schwerseidene Gardinen dicht verhängten Räume mit unheimlichen, spukhaften Gestalten und Wesen an. Jahre vergingen indes, von dem alten Hause wurde fast nicht weiter gesprochen, bis es der Nachtwächter wieder einmal ins Gerede bringen wollte. Er behauptete nämlich, und beschwur es hoch und heilig, mehrere Male nachts zu unbestimmten Stunden Licht in einem der Fenster hinter den düstern Gardinen gesehen zu haben. Aber trotz allem Wachen und Aufpassen konnte niemand weiter etwas Ähnliches entdecken. Der Schimmer, den der Nachtwächter bemerkt haben wollte, war jedenfalls der Mond oder vielleicht auch der Widerschein eines Lichtes aus der gegenüberliegenden Häuserreihe gewesen, und wer wußte überhaupt, was der außerdem halb blinde Mann da gesehen zu haben glaubte. Das Gerücht verlor sich, wie es gekommen. Auf der rechten Seite des Alten Hauses, das dort hinaus gar keine Fenster zeigte, lag ein dazugehörendes kleines Grundstück, von dem Rate der Stadt benutzt, Bauholz abzulagern. Große Haufen aufgeschichteter Bretter und Balken türmten sich hier empor und waren von der Straße selbst nur durch eine hohe, weiß angestrichene Planke geschieden. Nach links zu schlossen sich dagegen die anderen Gebäude der Straße dicht daran an, und das nur durch die starke Brandmauer davon geschiedene Nachbarhaus gehörte dem Regierungs- und Stadtrate Hechner. Dieser hatte allerdings schon seit mehreren Jahren versucht, die an sein Grundstück stoßenden, unbenutzt liegenden Räumlichkeiten vergleichsweise und käuflich an sich zu bringen, aber ohne Erfolg. Beide Parteien schienen den geerbten Prozess, den sie wohl verlieren, aber nicht verkaufen dürften, als eine Art Ehrensache zu betrachten. Das Haus des Regierungsrats Hechner musste übrigens mit dem sogenannten Alten Hause in früherer Zeit, wenn nicht gerade dazugehörig, doch in unmittelbarer Verbindung gestanden haben. Auf der halben Treppe unter der ersten Etage befand sich nämlich noch eine alte, eiserne, niedrig gewölbte und von innen verriegelte Tür. Dieser frühere Kommunikationsweg zeigte jedoch nach außen weder Schloss noch Drücker, nicht einmal ein Schlüsselloch, sondern nur eine glatte, mit starken Barren verwahrte Fläche, die, wenn überhaupt, nur hätte von der inneren Seite geöffnet werden können. Aus Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit war aber diese Tür damals nicht mitversiegelt worden, oder man hatte sie auch als mit der Wand identisch angesehen und eine gerichtliche Verwahrung derselben nicht für nötig befunden. Beim Malen der Treppe ließ dann später der Regierungsrat die Haspen und Querbarren so viel als möglich mit Kalk bewerfen, um deren Erhabenheit weniger auffallend zu machen und die Tür mit der anderen Wand gleichmäßig anstreichen. Wer nicht wußte, daß sich dort eine Tür befand, konnte es nicht leicht erkennen. Für Fremde wäre das nun auch vollkommen ausreichend gewesen. Für die Leute im Hause dagegen schien dieses Verheimlichen der Tür eher etwas Unbehagliches zu haben, dem sie allerdings keinen bestimmten Namen geben konnten, daß sie aber nichtsdestoweniger störte und beunruhigte. Ein paar der Dienstboten kündigten auch ihrer wirklich vortrefflichen Herrschaft aus dem einzigen Grunde, weil sie sich fürchteten, abends spät an dem versteckten Eingange vorüber zu gehen. Hinter der Tür sei es, wie sie sich nicht ausreden ließen, unter keiner Bedingung geheuer, und wenn sie abends spät mit Wasser oder Holz da vorbei müßten, könnte die alte, eiserne Pforte auch recht gut einmal von selber aufliegen und ihnen den Tod vor Schrecken bringen. Die eine behauptete dabei, sie hätte es einmal abends dahinter klopfen, die andere sogar, jemanden schwer atmen hören, bis der Regierungsrat des Geschwätzes müde sie fortjagte und andere Leute ins Haus nahm. Er ärgerte sich aber doch über das dumme, abergläubische Volk, wie er es nannte, das sich nur immer die größte Mühe gab, einen Haken zu finden, um seine albernen Ideen daran zu hängen. Regierungsrat Hechner war verheiratet, hatte aber nur eine einzige Tochter, ein elfjähriges Mädchen von überdies zarter, schwächlicher Gesundheit, und lebte in seiner kleinen Familie still und zurückgezogen. Kinder sind übrigens für das Übernatürliche oder Außergewöhnliche empfänglich und geben sich demselben leichter und Unbefangener hin als Erwachsene. Ihr Geist ist noch nicht imstande, die Grenzlinie zwischen dem Wahrscheinlichen und Unwahrscheinlichen, wir dürfen kaum sagen, dem Möglichen und Unmöglichen, für sich selber abzustecken und zu befestigen. So hatte sich auch Marie durch ihren erregten und kränklichen Zustand noch empfänglicher dafür gemacht, viel und lebhaft mit dem alten Nachbarhause beschäftigt und, wenn die Eltern abwesend waren, das besonders mit Begierde aufgefangen, was die Mädchen im Hause darüber zu sagen wussten. Dass in dem alten, unbewohnten Gebäude dann und wann ein Licht umging, stellte sich ihr gegenüber auch bald als feste Tatsache heraus. Ebenso bezweifelte sie zuletzt mit den Zeugnissen dreier hintereinander abgehenden Dienstleute keinen Augenblick mehr die Existenz irgendeines unglücklichen, verbannten Wesens, das hinter der übermalten Tür an ihrer eigenen Treppe sitze und mit Ungeduld schon viele Jahre lang seine Befreiung entgegenharre. Mit kindisch-schauerlichem Behagen malte sie sich dabei die stillen Stuben selber aus, wie hinter den dichten und verblichenen, seidenen Gardinen die alten, prächtigen Möbel standen und schwere Teppiche lagen, die dicker Staub wohl lange schon bedeckte. Und an den Wänden hingen gewiß alte, düstere, lebensgroße Bilder der frühern, jetzt still in ihren Gräbern schlummernden Bewohner des alten Hauses, Männer mit unbequem steifen Halskrausen und langen Degen und Frauen mit großblumigen, herrlichen Kleidern und hohem wunderlichen Kopfputz, die erstaunt und finster auf die zu ihnen eintretenden niederblickten und den Fremden, wohin sie gingen, misstrauisch und unheimlich mit den Augen folgten. Marie hätte Gott weiß was darum gegeben, das alte Haus einmal allein betreten zu dürfen. Das war wenigstens, wenn sie sich oben in ihrem sichern Stübchen befand, oft und oft ihr Wunsch gewesen. Kam sie aber abends einmal von einem Besuche der in der nämlichen Straße wohnenden Tante zurück und mußte sie an der geheimnisvollen Tür vorüber, dann schlug ihr das kleine Herz doch laut und ängstlich in der Brust und sie drückte sich scheu und mit zurückgehaltenem Atem an der anderen Seite der Treppe vorüber. Sie hätte auch darauf schwören wollen, schon selber zu verschiedenen Malen ein leises Seufzen und Klopfen hinter der Tür gehört zu haben und einmal, sie vergaß den Schrecken in ihrem Leben nicht, war ein Stück Kalk, gerade als sie vorüber glitt, vom Anwurf über der Tür losgebröckelt und dicht neben ihr niedergefallen, als ob jemand von innen dagegen gepresst und dadurch den Kalk von der Wand abgedrückt hätte. Marie war auch dieselbe Nacht noch wieder krank geworden und das alte Haus spielte in der Zeit eine Rolle in allen ihren Träumen. Wenn sie aber aufwachte, wußte sie immer, dass es eben nur ein Traum gewesen, da drüben sah es doch ganz gewiss ganz anders aus, als sie es in ihren Fantasien gesehen und sich ausgemahnt. Wunderbarerweise scheute sie sich dabei aus irgendeinem, ihr selber nicht klaren Grunde, der Mutter, der sie sonst nichts verheimlichte, von dem sonderbaren Einfluss zu sagen, den die alte Tür auf sie ausübe. Vielleicht war es die Furcht vor dem Vater, der so böse über den Aberglauben der Dienstmädchen wurde, aber unwillkürlich kam ihr dabei auch das Gefühl, als ob sie es irgendjemandem recht heilig versprochen hätte, mit niemandem, wer es auch sei, darüber zu reden, und doch wußte sie, daß ihr noch keine Seele auf der weiten Welt ein solches Versprechen abgenommen haben konnte. Hing das auch etwa mit ihren Träumen zusammen? So wagte sie auch nicht, ihre Mutter nach dem Hause und der Bewandtnis zu fragen, die es mit der Tür haben könnte, obgleich es gerade oft zwischen Vater und Mutter verhandelt worden, bis das Gespräch einmal zufällig in ihrer Gegenwart wieder darauf kam. Wieder hatte ihnen nämlich ein Mädchen der alten Tür wegen gekündigt. Die Köchin, ein braves, arbeitsames und sonst auch resolutes Frauenzimmer, war vor einigen Abenden ziemlich spät mit Geschirrscheuern beschäftigt gewesen und hatte noch vor Schlafengehen, um nicht gleich am frühen Morgen danach laufen zu müssen, eine Tracht Wasser aus dem im Hofe befindlichen Brunnen heraufholen wollen. Mit ihren beiden gefüllten Kannen, so wörtlich erzählte sie es am nächsten Morgen ihrer Herrschaft, kam sie dennoch langsam die Treppe herauf und blieb auf dem ersten Absatz gerade der Tür gegenüber, an die sie in diesem Augenblicke nicht einmal dachte, zum Ausruhen stehen. Da plötzlich das heilige Abendmahl wollte sie darauf nehmen, daß sie die Wahrheit rede, hörte sie jemanden dicht neben sich, so recht aus tiefster Brust aufseufzen oder stöhnen. Sie sah sich rasch und erschreckt um, obgleich aber die Laterne, die gerade über ihr auf der Treppe hing, ein ziemlich helles Licht verbreitete, konnte sie weder nach oben noch nach unten etwas erkennen. Da fiel ihr die Tür ein. Während ihr ein kalter Schauder den Rücken herunterlief, griff sie ihre Wasserkannen auf, um so rasch als möglich die sichere Küche wieder zu erreichen. Da klopfte es auf einmal stark und wie ärgerlich inwendig gegen die Tür an, und eine leise Stimme rief ihren Namen, noch dazu ihren richtigen Namen, Susanna, denn mit dem Dienst im Hause hatte sie auch den für Köchinnen dort erblichen Rieke überkommen. Mehr wußte sie aber nicht zu sagen, denn die Kannen fallen lassen, daß sich das freigegebene Wasser in rascher Fluttrepp ab ergoss, die Stufen hinaufstürzen und die Küchentür hinter sich ins Schloss drücken und verriegeln, war das Werk eines Augenblicks gewesen. Selbst die oben an der Treppe vergessene Lampe wagte sie nicht wiederzuholen, sie mußte ausbrennen, wo sie stand, und erst im Bette, unter der bis über den Kopf heraufgezogenen Decke, hatte sie es sich überlegt, ob sie um Höfe schreien und die Hausbewohner wecken, oder es riskieren sollte, da auszuharren, wo sie sich gerade befand. Unter dem Überlegen war sie eingeschlafen. Am nächsten Morgen erklärte die Köchin aber ihre Herrschaft auf das Bestimmteste, nachts oder überhaupt nach Dunkelwerden die Spuktreppe nicht wieder betreten zu wollen, und da sich das mit ihrer Arbeit natürlich nicht vereinigen ließ, kündigte ihr der überdies gereizte Regierungsrat ohne weiteres den Dienst. Solche stockdumme Dienstleute wollte er, wie er sich ausdrückte, überhaupt nicht in seinem Hause dulden. Rieke, oder jetzt vielmehr wieder Susanna, war denn auch noch an demselben Nachmittage vor Dunkelwerden abgezogen. Und der Regierungsrat schien selber in einer Sache um Rat verlegen zu sein, die ihm schon zu viel Ärger und Verdruss gemacht hatte und noch zu machen drohte. Er konnte sie nicht gleichgültig vorübergehen lassen. »Ich weiß bei Gott nicht, was ich am Ende tun soll«, sagte er, indem er, die Hände auf dem Rücken zusammengefasst, mit schnellen, ungeduldigen Schritten im Zimmer auf- und abging und endlich vor seiner, an ihrem Nähtische, stickenden Frau, stehen blieb. Marie lehnte, noch etwas leidend, in der einen Ecke des Sofas und blätterte in einem Bilderbuche. Wenn ich nicht noch immer die Hoffnung hätte, das alte Gebäude käuflich an mich zu bringen und dadurch meinen Platz hier um das Doppelte zu verwerten, verkaufte ich wahrhaftig mein eigenes Haus und Zöge in eine andere Straße, um nur nicht mehr den Wahnsinn mit anhören zu müssen. »Wenn man die Tür nur könnte fest und dick vermauern lassen«, erwiderte die Frau, »dann wäre dem ganzen Aberglauben gleich der Boden unter den Füßen fortgezogen.« »Ich kann ja den Rat nicht dazu bringen«, rief der Regierungsrat in bitterem Unmute, »und habe ich nicht einmal selbst schon einen halben Verweis bekommen, als ich es nur auf eigene Hand versuchen wollte, die alte, verwünschte Tür aufzubrechen? Weil man in früherer Zeit übersehen hatte, diesen unglückseligen Aus oder Eingang ebenfalls zu versiegeln, mögen sie jetzt nicht daran rühren, um unangenehme Erörterungen zu vermeiden und wünschen, das Eisenblech als identisch mit der Mauer zu betrachten.« »Dann bleibt uns doch am Ende nichts anderes übrig, als auswendig eine Mauer dagegen zu setzen«, sagte die Frau. »Und was wird dann mit der Treppe?« brummte ihr Gatte. »Du weißt, dass wir unser Instrument kaum jetzt heraufgebracht haben, und stellen wir noch eine einzige Ziegeldicke dazwischen, so sind wir ganz fertig. Das einzig Mögliche wäre, diesen Teil der Treppe vollkommen zu verbauen und von der anderen Seite des Vorsaales bis zu dem zweiten Absatze andere Stufen hinaufzuführen. Baulich ließe sich das machen, aber ich muß ja nachher wahrhaftig fürchten, daß ich der ganzen Stadt zum Gespötte werde und mein Haus den Namen eines Spukhauses bekommt. Es fehlt schon jetzt nicht viel daran. Wenn der alte Major oben in der zweiten Etage nicht lauter männliche Bedienung hätte, wär er auch schon lange ausgezogen. »Hast du dich schon nach einer anderen Köchin umgesehen?« »Die Schwester will mir noch heute ein gutes, gerade freies Mädchen herüberschicken,« sagte die Frau seufzend. »Lieber Gott, wenn es einem nicht wirklich so schwer ankäme, die alten, liebgewonnenen Räume zu verlassen, ich wollte gleich sagen, laß uns das Haus lieber heute als morgen verkaufen. Diese kleinlichen Unannehmlichkeiten reiben zuletzt den stärksten Menschen auf und dabei immer wieder dieselben Albernheiten. Es ist ordentlich, als ob es eine der anderen sagte. Ein Glück nur, daß Rieke abgezogen ist, ehe das neue Mädchen eintrifft. Wenn es die auch nachher erfährt, bekommt sie die unsinnige Geschichte doch nicht von dem albernen Geschöpfe selbst erzählt. Es wäre doch am Ende besser, Hechner, du ließ es die andere Treppe einrichten. Die Leute reden allerdings kurze Zeit darüber, das ist wahr, aber bekommen es auch zuletzt satt und wenn das mit dem Weglaufen der Dienstboten so fortgeht, macht es noch weit mehr Aufsehen als eine bloße Veränderung der Baulichkeit. Nein, sagte der Regierungsrat plötzlich stehenbleibend und seinen auf dem Instrumente liegenden Hut aufgreifend. Nein, ich weiß, was ich tue. Der Rat darf mir meine Bitte, die Tür vermauern zu lassen, nicht länger abschlagen. Wenn er es aber doch tut, wenn er mich rücksichtslos dieser Unbequemlichkeit aussetzen will, nur um den einmal früher gemachten Fehler nicht einzugestehen, dann bin ich ihm auch keine weitere Rücksichten schuldig. Dann erkläre ich ihm gerade heraus, dass diese unversiegelte, eiserne Tür nun einmal keine Wand ist, sie mögen's drehen, wie sie wollen und dass ich mich nicht länger dem Gerüchte aussetzen mag, von meinem Hause aus einen möglichen Eingang in das versiegelte Nachbargebäude zu haben. Ich bin mir das auch selber schuldig, seufzte er, sich mehr und mehr in den Gedanken hineinarbeitend hinzu. Denn wenn nachher da drüben vielleicht gar das Inventarium nicht richtig befunden würde, käme natürlich auf mein Haus der Verdacht eines Missbrauchs zuerst. Die Leute glauben von ihren Nebenmenschen ja doch immer am liebsten das Schlechteste. Der Rat mag mir einen Ratsdiener mitherschicken oder selber eine Deputation wählen und in deren Beisein soll der Eingang unter jeder Bedingung vermauert werden. Ich habe das Gerede satt und endlich muß einmal mit dem Treppenskandal Ruhe werden. Er verließ rasch das Zimmer und Marie lehnte sich auf ihr Kissen zurück und schloß die Augen, um das Gehörte ungestört von äußeren Eindrücken überdenken zu können. Die Mutter blieb noch eine lange Zeit schweigend und ihren Gedanken nachhängend bei ihrer Arbeit sitzen. Endlich sah sie nach dem auf dem Sofa lehnenden Kinde hinüber und sagte leise, Schläfst du, Marie? Nein, Mama, ich dachte an das alte Haus, sagte Marie fast unwillkürlich und erschrak ordentlich, als sie das Wort gesprochen. Die Mutter schüttelte mit dem Kopf und sagte halb lachend, halb verdrießlich, Was hast du mit dem alten Hause zu tun? Du fürchtest dich doch nicht etwa auch davor? Nein, Mama, es entstand eine Pause. Die Mutter nahm ihre Nadel wieder auf und stickte weiter. Endlich murmelte sie halblaut vor sich hin und mehr mit sich selber als zu der Tochter redend. Der alte Quetzlinberger hätte auch etwas Gescheiteres tun können, als ohne ordentliches Testament zu sterben. Zeit hatte er doch wahrhaftig genug gehabt sein Leben lang. Wer ist der Herr Quetzlinberger, Mama? fragte Marie. Der Herr Quetzlinberger? Nun, der letzte Besitzer des Hauses, nach dessen Tode es eben verschlossen und versiegelt wurde. Jetzt können sich die Erben noch, wer weiß wie lange, darum streiten und ihr Geld darauf verprozessieren. Hast du ihn gekannt, Mama? Den Herrn Quetzlinberger? Nein, mein Kind, lachte die Mutter. Der ist gestorben, ehe ich geboren wurde. Aber deine Großmama hat ihn noch gekannt. Wir wohnten damals gerade gegenüber in dem gelben Hause mit den hohen Fenstern, wo Postrat Meiers jetzt wohnen. Mutter hat uns oft und viel von ihm erzählt. Ich möchte auch so gern etwas von ihm hören, Mama. Lieber Himmel, das ist jetzt so lange her, sagte die Mutter, daß ich mich nur noch auf sehr wenig zu erinnern weiß. Nur das schwebt mir noch vor, daß Herr Quetzlinberger ein kleines, wunderliches, vertrocknetes Männchen gewesen sein soll, das ganze Tagelang in einem gelbseidenen Schlafrocke mit grellroten Ausschlägen in seinem Erker da drüben gesessen und in einem großen Buche mit gelben Beschlägen gelesen habe. Dann und wann, erzählte Mutter, hätte er aber auch aus dem Fenster gesehen und den unten vorübergehenden zur Kurzweil Gesichter geschnitten. Und hat der Quetzlinberger ganz allein in dem alten Hause gewohnt? fragte Marie leise. Ist niemand weiter bei ihm gewesen, der ihn pflegte, als er krank wurde und bei ihm blieb, als er starb? Oh, doch wohl, sagte die Mutter. Eine Haushälterin besorgte alles, was er brauchte, kochte sein Essen und wusch und scheuerte und soll das alte Haus inwendig sehr blank und reinlich gehalten haben. Wie aber der Besitzer starb, war die alte Frau auch spurlos verschwunden, und obgleich man sie im Verdacht hatte, daß sie mit Geld und Geldeswert durchgegangen sei, konnte sie doch nirgends mehr aufgefunden werden. Und war niemand weiter bei den beiden Leuten? fragte Marie nach einer längeren Pause, in der sie sich ordentlich Mut sammelte zu der neuen Frage. Darüber gingen ebenfalls wunderliche Gerüchte, sagte die Mutter. Es war ein Knabe in der Wohnung des alten Herrn Quetzlinberger gesehen worden, sollte aber einen Tag vor dessen Tode mit der Wirtschafterin davon gefahren sein. Überhaupt erzählten damals die Leute wohl eine Menge Geschichten, denn wo sich irgendjemand von ihnen zurückzieht und gar etwas geheim hält, sind sie gleich mit eigener Auslegung und Erklärung da. So viel war gewiß, die alte Wirtschafterin blieb verschwunden und man weiß wohl bis auf den heutigen Tag noch nicht, was aus ihr geworden. Marie hatte bei Erwähnung des Knaben leise und langsam mit dem Köpfchen genickt, als ob sie das auch wisse und alles ganz in der Ordnung sei. Sie erwiderte aber kein Wort und schloss nur wie vorher die Augen. Die Mutter arbeitete indessen weiter und glaubte, daß die Tochter eingeschlafen sei. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Drei Wochen mochten nach den oben beschriebenen Vorfällen verflossen sein und der Regierungsrat Hechner hatte es indessen wirklich durchgesetzt, daß die in das alte Haus führende eiserne Tür im Beisein von zwei Ratsmitgliedern erbrochen und der innere Raum, ohne weiter zu untersuchen, wohin der Gang führe, mit einer starken Mauer geschlossen werden sollte. Damit war denn jede weitere Verbindung abgebrochen und der Aberglaube der Dienstleute hatte seinen Halt verloren. Die Veränderung selbst sollte in den nächsten Tagen vorgenommen werden. Marie war in dieser Zeit auch wieder vollkommen wohl und gesund geworden, aber ein anderer Feind hatte sich bei ihr eingestellt, ein heftiger Zahnschmerz, der, allerdings nur von hohlen Zähnen herrührend, die kaum gesammelten Kräfte doch wieder zu erschöpfen, die Nerven zu überreizen drohten. Alle dagegen angewandten Mittel blieben gänzlich erfolglos und der Arzt bestand endlich darauf, die beiden schmerzhaften Zähne durch Herausnehmen zu entfernen und dadurch dem Körper die ihm so nötige Ruhe zurückzugeben. Marie hatte aber eine unsagbare Angst vor der Operation und so ungern der Arzt sich dazu verstand, gestattete er doch endlich für das schwächliche Kind den Gebrauch des damals gerade eingeführten Chloroforms, weniger nachteilige Folgen von der Wirkung des Äthers als von der übergroßen Angst der armen Kleinen befürchtend. Selbst hiergegen wollte sich freilich Marie noch sträuben, da aber die Schmerzen immer mehr zunahmen und der herbeigerufene Zahnarzt sogar eine Fistel befürchtete, blieb ihr endlich selber keine Wahl mehr und sie verstand sich dazu, die Operation am Nachmittag vornehmen zu lassen. Der Nachmittag kam und der Schmerz war eher heftiger geworden. Der Zahnarzt wurde deshalb, ohne Marie weiter ein Wort davon zu sagen, mit seinen Apparaten herüber bestellt. Als er mit dem Kästchen unter dem Arm in die Tür trat, erschrak das arme Kind wohl und fing an zu zittern, wagte aber doch keine Widerrede mehr. Nur um einen kleinen Aufschub bat sie, sich erst zu sammeln, nur um ein kleines Viertel Stündchen, und als das verflossen war, um noch und um noch eines. Die Mutter, die sich fast ebenso vor der doch ganz gefahrlosen Operation fürchtete, war zu schwach, ernsthaft auf rascher Beendigung derselben zu bestehen, so daß sich die Zeit mehr und mehr verzögerte und in der Tat schon langsam die Dämmerung hereinbrach. Der Zahnarzt hatte sich indessen mit wirklich grenzenloser Geduld der Angst des Kindes gefügt, erklärte aber doch endlich, daß er entweder jetzt die Operation beenden oder heute ganz davon abstehen müsse. Die Dunkelheit brach mehr und mehr herein und er wünschte den Vorteil des Lichtes nicht zu verlieren. Da bezwang sich die Leidende. Sie fing an, sich ihrer Schwäche zu schämen und suchte in diesem Gefühl die Furcht zu überwinden, die sie vor dem bleichen Manne mit dem schwarzen Frack und mit dem entsetzlichen blank polierten Kästchen unter dem Arm gefasst hatte. Der Mutter arm nehmend, die rasch aufsprang, sie zu unterstützen, erhob sie sich vom Sofa und ging selber zu dem schon stundenlang bereit geschobenen Lehnstuhl, setzte sich hinein und lehnte ihr Köpfchen in die eine Ecke. Beide Händchen presste sie dabei gegen den jetzt wieder wie rasend beginnenden Zahn und sah nun mit klopfendem Herzen wie der entsetzliche Mann mit der eisernen Ruhe und den weißen beringten Fingern das Kästchen öffnete. Dort klirrte er ein paar Sekunden lang mit seinen Instrumenten, goss dann eine helle Flüssigkeit auf einen Schwamm und kam auf sie zu. Es ist ja nur ein Augenblick mein liebes süßes Kind bat die Mutter halte dich nur wenige Sekunden still und alles ist vorüber und überstanden wenn nur der Vater zu Hause geblieben wäre Der bleiche Zahnarzt lächelte sagte jedoch kein Wort und Marie schaute fest und entschlossen zu ihm auf aber die rechte Hand hielt er etwas zurück schon hob er den linken Arm mit dem Schwamm da fiel ihr Blick auf das blitzende Instrument das er halb versteckt in der zurückgebogenen Rechten zu verdecken suchte in dem einen Moment kehrte bei ihr die alte Furcht und hellenden Schrei ehe selbst die Mutter sie daran hindern konnte sprang sie wieder vom Stuhle auf und der Tür zu Marie rief die Mutter erschreckt und bittend Marie wo um Gottes Willen läufst du hin aber Marie ließ sich durch den Ruf nicht halten denn zur gleichen Zeit hörte sie auch wie der entsetzliche Doktor hinter ihr drein sprang sie einzuholen in der jetzt noch vermehrten Angst von dem fürchterlichen Manne mit dem blitzenden Instrument gar mit Gewalt gefasst und gezwungen zu werden floh sie die Treppe nieder Schutz drüben bei der Tante zu suchen die so gut und freundlich mit ihr war aber die verfolger waren dicht hinter ihr schon konnte sie die Schritte fast neben sich hören und die weiße Hand des Arztes an der die funkelnden Ringe staken streckten sich nach ihr aus sie zu fassen mit einem wahren Angstschrei floh sie den ersten Treppenabsatz nieder als sie unten an den Stufen zu ihrem Entsetzen eine ebensolche Gestalt mit ebensolchem Kästchen unter dem Arm wie der Doktor oben zu erblicken glaubte in Todesangst auf der nur von einem kleinen Fenster erhellten und schon fast dunklen Treppen nach Hülfe umherschauend fiel in diesem entsetzlichen Moment ihr Blick auf die bemalte geheimnisvolle Tür des alten Hauses neben der sie sich befand und die ein eisiger Schauer zog ihr rief dabei eine leise stimme und ein bleicher schlanker knabe von zwölf oder dreizehn jahren vielleicht stand auf der Schwelle und winkte ihr rasch und ängstlich zu ihm herein zu flüchten um gottes willen stammelte marie aber hinter ihr sprang jemand die stufen herunter und als sie den kopf scheu dorthin wandte sah sie die gierig nach ihr ausgestreckte hand des arztes marie flüsterte dabei das liebe fremde kind dicht neben ihr und selber kaum wissend was sie tat halb besinnungslos in angst und aufregung schlüpfte sie durch die eben weit genug geöffnete tür die sich augenblicklich wieder hinter ihr schloss noch immer aber sich nicht sicher glaubend wollte sie weiter den gang hinunter fliehen um nur fort nur aus der nähe des mehr als alles andere gefürchteten arztes zu kommen als der knabe sie am arm festhielt und lächelnd flüsterte bleib ruhig stehen marie hier können sie nicht her wenn wir sie nicht herein lassen wollen horch wie sie hin und her laufen und sich den kopf zerbrechen wo du auf einmal hingekommen bist ich kenne sie und habe sie oft und oft behorcht wenn sie auf der alten hohl klingenden treppe auf und nieder liefen aber du hast schmerzen armes Kind warte davon helfe ich dir gleich dabei strich er ihr nur ein einziges mal mit der hand über das fieberglühende antlitz und marien war es als ob er mit dem einen eiskalten finger den zahn berühre im nu verschwand da der schmerz und sie fühlte sich leicht und wohl so marie sagte der fremde knabe freundlich jetzt komm mit mir denn da du doch nun einmal bei mir bist so zeige ich dir auch jetzt die eigene heimat wie lange habe ich mich darauf gefreut marie meine marie rief in diesem augenblick der mutterstimme in todesangst draußen auf der treppe und marie zögerte ängstlich der laut klang gar so wehmütig zu ihr herein wir bleiben nicht lange fort flüsterte ihr aber der knabe zu nur bis der doktor fort ist der doktor schauderte marie und draußen hörte sie sein feines höfliches lachen und es kam ihr fast vor als ob sie das klirren der instrumente die wie stahl klingen zusammen stießen unterscheiden konnte fort fort stöhnte sie und floh so rasch den dunklen schmalen gang entlang dass ihr der fremde knabe kaum zu folgen vermochte bis sie eine verschlossene tür erreichte und dort stehen bleiben mußte siehst du lachte der knabe hinter ihr drein so ist wenn man hinter verschlossenen türen sitzt und warten muß und nicht hindurch kann aber nur vorsichtig marie hier sind stufen tritt leise auf setzte er mit unterdrückter stimme hinzu und sprich kein wort bis ich dir selber es sage wir dürfen den alten mann nicht böse machen welchen alten mann flüsterte marie mit kaum hörbarer stimme furchtsam zurück nun den herrn quetzlinberger wen denn sonst dem gehört ja das haus ja dem herrn quetzlinberger hauchte marie mehr als sie sprach der knabe drückte ihr aber wieder leise den finger auf die lippen und öffnete auch in demselben augenblick eine hohe und wie sie beim öffnen sah wunderlich geschnitzte tür dann aber wollte ihr das blut fast in den adern stocken denn vor ihr lag sie deckte die augen einen moment mit der hand das konnte und musste ja nur ein traum sein nein vor ihr lag in voller unverkennbarer Wirklichkeit das Hauptzimmer des alten Hauses mit seinen gelbseidenen niedergelassenen Gardinen mit dem schweren Teppich den alten aus dunklem Eichenholze gar sonderlich geschnitzten und vergoldeten aber auch weich gepolsterten Möbeln und den polierten ebenfalls zierlich geschnittenen Nussbaumwänden an denen alte kaum noch erkennbare mächtige Bilder hingen eines von diesen fesselte ihre Aufmerksamkeit vor allen anderen Es stellte einen jungen Mann in Lebensgröße dar mit hoch gepudertem Haar und reich bordiertem hellgelbem Seidenrock das Gesicht sehr rot und weiß und die ganze helle Figur aus dem fast schwarz gedunkelten Hintergrund des Zimmers herausspringend Herr Quetzlinberger flüsterte da der Knabe leise der dem auf das Bild gehefteten Blick seines jungen Gastes mit den Augen gefolgt war er deutete dabei vorsichtig mit der Hand nach dem schon fast düsteren Ärger hinüber wo Marie jetzt zu ihrem Entsetzen die Gestalt des kleinen Mannes erkannte gerade wie ihn die Großmama in dem gelbseidenen Schlafrocke mit den grellroten Aufschlägen beschrieben haben sollte und der jetzt zwischen den fest zusammengezogenen Gardinen vorsichtig nach der Straße hinunter blitzte Wie das aber so eigentümlich ist dass wir den eigenen Namen der in unserem Umkreise oft selbst außer Hörweite gesprochen wird fast mehr fühlen als verstehen und uns unwillkürlich manchmal sogar unbewusst danach umdrehen so wand auch die Gestalt im Ärger die den leisen Ton unmöglich gehört haben konnte den Kopf halb zur Seite und ihr Blick fiel in diesem Moment auf das kleine Mädchen das zitternd in der Mitte der Stube stand Herr Quetzlinberger sah sie ein paar Sekunden still und forschend an hob dann langsam die Hand auf und drohte ein klein wenig mit dem Finger aber er sah nicht böse dabei aus und es war mehr als ob er Ruhe gebieten wolle er kommt heute nicht sprach er dabei leise vor sich hin und schüttelte traurig mit dem Kopf es ist schon fast dunkel und er läßt sich noch nicht sehen Marie sah fragend zu ihrem Führer auf der aber legte warnend den Finger auf seine Lippen und zog Marien mit sich auf die gegenüberliegende Seite der Stube wo gerade unter dem großen Bilde ein breit mächtiges weich gepolstertes und mit schwerem Seidenzeuge überzogenes Kanapé stand in dessen eine Ecke drückte er sich hinein und winkte dem Mädchen neben ihm Platz zu nehmen in dem großen Zimmer war es indessen ganz dunkel geworden dunkel und still von gegenüber aber und wie es Marien so vorkam von einer breiten hochbeinigen Kommode nieder schaute ein anderes fast weiß leuchtendes Gesicht aus dem vollkommen unerkennbaren Hintergrund heraus es war dies das Gesicht eines jungen bildschönen Mannes auch natürlich in der Tracht damaliger Zeit doch mit edlen offenen Zügen aus denen nur ein trüber gar so schwermütiger Ernst sprach Marien kam es aber fast vor als ob das gar kein Bild sein könne und die Gestalt mit den lebhaft klugen Augen und den halb geöffneten wie sprechenden Lippen dort oben in Wirklichkeit stehen müsse und jeden Augenblick herunterspringen könne links von dem Erker wo an der schmalen Wand des starken Vorbaus ein schmaler hoher Spiegel in goldgeschnitztem Rahmen angebracht war stand unter diesem ein kleiner Pfeilertisch mit Marmorplatte und eingebogenen vergoldeten Beinen Auf diesem lag ein großes aufgeschlagenes Buch voll schwarzer und roter Buchstaben mit großen gelben Beschlägen wie es die Großmutter beschrieben Die Brille zwischen den Blättern verriet auch dass der alte Herr erst ganz kürzlich darin gelesen und den Band vielleicht erst weggelegt hatte als es anfing dunkel zu werden Auf der Kommode stand eine Uhr wie ihr Vater eine ganz ähnliche ein Erbstück aus alter Zeit in seinem Studierzimmer hatte Der Perpendickel ging auch in regelmäßigen Schwingungen herüber und hinüber aber vollkommen geräuschlos Nicht das geringste Schnarren oder Klappern konnte sie hören Lautlos schwang er hin und her und ebenso rückten die Zeiger nach das unerbittliche Schreiten der Zeit verkündend Keines sprach von da an mehr ein Wort und Marie schloss die Augen Es war ihr dabei fast als ob sie nun wieder daheim in der eigenen Stube in dem bekannten Lehnstuhl sitzen müsse und nur um sich schauen brauchte um gleich zu wissen daß irgendein toller wunderlicher Traum sie geneckt und doch fühlte sie daß es kein Traum sei selbst noch ehe sie die Augen öffnete die ganze Luft um sie her war anderer Art das Sofa ob sie mehr darauf schwebe als Ruhe und das fremde wunderbare Wesen selbst dort drüben im Erker deutlich hörte sie es seufzen und als sie darüber erschreckt die Augen aufschlug hatte es sich von seinem Sitze erhoben und ging langsam mit den Pantoffeln eben hörbar auf dem weichen Teppich schleppend durch das Zimmer durch dessen andere Tür es verschwand Marie sah das alles und unheimlichen grauenhaften um sie her so ruhig blieb und sich so gar nicht fürchtete aber der freundliche Knabe an ihrer Seite hatte seine Hand wieder auf ihren Arm gelegt und mit der Berührung war es ihr fast als ob ihr nun gar nichts böses von irgendjemandem geschehen könne nun muss ich aber wieder hinüber gehen sagte sie endlich als der junge Bursche aufgestanden war und eine Weile hinter dem alten Herrn her gehorcht hatte die Mutter ängstigt sich doch sonst um mich jetzt lachte aber der knabe jetzt essen wir ja erst zu nacht und da musst du doch unser gast sein hörst du nicht die alte margaret draußen mit den schüsseln klimpern das ist stets ihr zeichen heute hat es über die so lange gedauert die alte margaret nun ja unsere haushälterin von der hat mir aber ja mama neulich erzählt sagte marie ganz erstaunt daß sie spurlos verschwunden wäre und kein mensch wieder etwas von ihr gehört hätte ist das nicht wahr der knabe lachte leise vor sich hin und sagte kopfschüttelnd da draußen mögen sie sich wunderliche dinge erzählen ihre spannet zeit durch und sie kommen und gehen einer hört vom anderen und jeder tut das seine noch dazu laß dich das nicht kümmern marie siehst du da kommt sie schon nun gib mir deine hand und ich führe dich hinüber in den speisesaal marie sprang von ihrem und eine alte frau mit einer das gelbe gesicht dicht umschließenden spitzen hohen weißen mütze den kopf ins zimmer steckte und ein freundliches es ist angerichtet herein rief da nahm der knabe die hand des mädchens und führte sie über den samten weichen dicken teppich der nebenstube zu diese öffnete es und ein heller blendender lichtstrahl schoss ihnen daraus entgegen aber mein gott da hat der alte nachtwächter ja doch recht gehabt rief marie fast unwillkürlich aus ja sieh nur nach den gardinen margaret lachte der knabe der ihr aber jetzt schon viel größer und älter vorkam als vorher daß der alte narr nicht wieder die ganze straße in aufruhr bringt wie neulich einmal nun komm mariechen setz dich zu uns und tu als ob du bei dir zu hause wärst du bist gern gesehen bei uns und wir haben uns lange darauf gefreut dich einmal hier zu bewirten hätten aber noch lange darauf warten müssen wenn der Doktor heute nicht gekommen wäre marie konnte nichts erwidern denn zu viel des neuen unbegreiflichen umgab sie hier der kopf wirbelte ihr ordentlich das speisezimmer stieß dicht an das wohnzimmer musste auch in früherer zeit gab prachtvoll mit gelber seide tapeziert gewesen sein wie denn überhaupt gelb die lieblingsfarbe des hauses schien die helle beleuchtung verriet hier aber doch daß die jahre den wänden arg mitgespielt die seide hing an sehr vielen stellen in streifen herunter und war verschossen und abgebleicht die spiegel sahen blind und fleckig aus und nur die mächtigen stühle und schränke standen noch in alter stattlichkeit sie hatten dem zahn der zeit trotzig die stirn geboten und das einzige was er vermochte war vielleicht ihrem holzer einen dunkleren glanz zu geben und das zimmer dadurch allerdings noch düsterer zu machen nun gefällt es dir nicht bei sagte schnell marie ich hatte mir das alles hier nur ganz anders gedacht setzte sie dann langsam und schüchtern hinzu ich glaubte früher der staub müsse auf den alten möbeln hand hoch liegen da kämst du bei margaret schön an lachte der knabe siehst du die geht nicht einmal von einer ecke des zimmers in die andere ohne das wischtuch in der Hand zu haben die alte wirtschafterin hatte sich bis dahin eifrig damit beschäftigt die gardinen und vorhänge nach zu sehen ob sie auch alle vollständig und doppelt verhängt waren und drehte sich jetzt zum licht als marie erstaunt ausrief aber die kenne ich ja auch das ist ja die frau bause aus der scharren straße die den kleinen laden hat und den leuten schmerzen bespricht und aus karten und kaffeesatz künftige schicksale prophezeit die alte frau schmunzelte still und selbstzufrieden vor sich hin und sagte ich weiß wohl mariechen du bist ein braves kind und du sollst den schönsten bonbon haben den ich im laden finde wenn du einmal wieder zu mir kommst aber prophezeien tue ich dir nichts und warum nicht frau bause ja kinder ich habe jetzt keine zeit zum plaudern sagte die alte geschäftig der herr quetzlinberger werden gleich da sein und dann muss auch das essen auf dem tisch stehen ihre schüssel aufgreifend warf sie dabei einen blick nach rechts und links im zimmer umher ob auch alles in ordnung sei und mit ihrem tuche noch im vorbeigehen über eine kommode fahrend möglicherweise aufgeflogenen staub sorgfältig mit fortnehmend verschwand sie rasch durch die hintere tür der knabe blieb mit marie im zimmer stehen ohne an dem runden tische auf dem für vier personen gedeckt war platz zu nehmen marie sah aber fragend und auch ein wenig neugierig zu ihm auf denn in dem dunklen zimmer war sie bis jetzt noch gar nicht im stande gewesen sein Gesicht deutlich und ordentlich erkennen zu können der junge zart und selbst schön zu nennen die dunklen kastanienbraunen locken kräuselten sich ihm leicht und weich um die hohe stirn und die feingeschnittenen lippen zeigten ein paar reihen blendend weißer zähne auch die augen waren lebhaft und feurig dennoch lag etwas in ihnen das sie schüchtern von ihm zurücktreten machte wenn sie sich auch keinen grund dafür anzugeben wußte und doch lächelte er so freundlich zu ihr nieder wunderbarerweise zog sich ihm eine feine Narbe quer über die ganze Stirn oben von der rechten Seite bis hinunter und über den linken schlaf laufend und doch war es kaum eine Narbe zu nennen sondern glich mehr einem scharf darüber hingezogenen Schnitte der gerade nur die Haut verletzt haben konnte weil er sonst hätte den ganzen Kopf voneinander furchtsam zu der Narbe aufsah und der Knabe sie anlächelte ging plötzlich die andere Tür auf und Herr Quetzlinberger jetzt nicht mehr im Schlafrock sondern in einem hochgelben seidenen Frack mit reicher Stickerei trat herein er trug dabei die Haare schön und sorgfältig gepudert und das zierlich gedrehte schlanke Zöpflein ein wenig nach der linken Schulter hinüber neigend im Keck und etwas nach oben gebogen hinten aus stand dabei ein kleines dreieckiges Hütlein in der Hand das er aber augenblicklich wieder ablegte und kurze ebenfalls gelbseidene Hosen Strümpfe und Schnallern Schuhe mit einer freundlichen aber etwas formellen Verbeugung gegen das Kind die dieses in die größte Verlegenheit setzte ging er jetzt auf den nächsten Stuhl zu auf den er sich niederließ und Margarete die hinter ihm eingetreten war legte ihm eine große weiße Servierte vorn über die gelbseidene Weste und band sie hinten in einem groß mächtigen Knoten zusammen daß die beiden Zipfel nach rechts und links hinaus standen aber Gundelrebe sagte der alte Herr da plötzlich als er sich die Servierte gerückt eine große Tabaksdose aus der Tasche genommen und neben sich niedergestellt und den Hals ein Paarmal hin und her gedreht hatte weil ihm die Margarete wahrscheinlich den Knoten etwas zu fest gebunden warum führst du denn deinen kleinen Gast nicht zu Tisch das Essen wird kalt und die Margarete nachher wieder böse heißt du Gundelrebe fragte Marie den Knaben leise nicht wahr das ist ein wunderlicher name lächelte dieser aber onkel nennt mich immer so doch nun komm setz dich hierher und lange zu und iß und trink wenn du satt bist führe ich dich wieder hinüber auf die Treppe und darf ich dort alles erzählen was ich hier gesehen fragte die kleine schüchtern warum nicht mein Kind lachte da der alte Herr der indessen schon tüchtig zugelangt hatte und mit beiden Backen kaute warum nicht mein Herzchen sie werden dir es nur nicht glauben ich habe noch nie gelogen sagte Marie der alte Herr Quetzlinberger lachte wie er das hörte dermaßen daß ihm der Bissen den er gerade im Munde hielt vor die Luft röhre kam und er furchtbar zu husten anfing nachher fing er noch einmal von neuem an zu lachen drehte sich dann nach der hinter ihm stehenden margaret um und blinzelte sie mit den kleinen verschmitzten augen gar so komisch an die margaret aber schüttelte den kopf und die haube darauf wurde immer größer und weißer und zuckte wie in strahlen nach der decke hinauf das flüsterndes knaben an ihrer seite klang marien dabei wie das knistern eines lustigen feuers im ofen und in aller verlegenheit hob sie den schon eine ganze weile auf der gabel gehaltenen bissen an den mund so delikat duftete ihr aber die fremdartige speise entgegen dass sie bald alles andere darüber vergaß oh wie herrlich das riecht rief sie erstaunt aus wie nach vanille und zucker und rosen so etwas habe ich ja in meinem ganzen leben noch nicht gekostet spucken sie aus mariechen spucken sie aus rief ihr aber die frau pause in dem augenblick über den herrn quetzlinberger hinweg zu sonst bleiben sie hier drüben bei uns und können nie wieder hinüber zu ihrer frau mama und wie sie das sagte und mariechen den Bissen im Munde vor schrecken festhielt drehte sich der quetzlinberger ärgerlich nach der frau pause um legte sein messer hin und faßte seine große dose als ob er sie ihr an den kopf werfen wollte iss nur mariechen und lass dir schmecken flüsterte jetzt gundelrebe an ihrer seite die frau pause hat nur spaß gemacht und der onkel wird ihr gleich den kopf mit der dose herunter werfen aber mariechen sah nur die servierten zipfel und die große spitze haube die in weißem lichte nach der decke hinauf auszuckte und blitzte zwischen den funkelnden strahlen heraus unbekümmert um diese wie um die nach ihr zielende tabaks dose rief dabei die frau pause immer noch spucken sie aus spucken sie aus und jetzt war es mariechen plötzlich als ob ihr die stimme so bekannt vorkomme und die frau pause ja eigentlich gar nicht gerufen hätte die warnung kam ja von jemandem der dicht hinter ihr oder neben ihr stand und den sie bis jetzt noch gar nicht gesehen hatte war das der für das vierte kuvert erwartete gast kaum hob sie aber das köpfchen so blickte sie in das toten bleich lächelnde Gesicht des zahnarztes der ihr anfing und die regenbogen farbigen streifen der servierten zipfel und hauben bänder zu vielfarbigen kreisen wurden schloß sie die augen und lehnte sich in den stuhl zurück spucken sie nur gefälligst aus sagte da die stimme wieder dicht neben ihr und eine andere rief gott sei tausend mal gelobt sie kommt wieder zu sich mutter rief Marie halb erschreckt halb erfreut die augen zu der geliebten stimme aufschlagend wie bist du hier hereingekommen sie fühlte dabei wie sie in dem arm der mutter lag die sie vorn über gebeugt hielt vor ihr aber kniete der entsetzliche mann mit den stahl instrumenten und hielt ein waschbecken in der hand in dem blut war als sie jedoch davor zurückschrecken wollte rief die mutter wieder mit zitternder stimme sei ruhig mein kind sei ruhig es ist ja alles glücklich vorüber ach ich habe es ja gleich gefürchtet dass es sie zu sehr angreifen würde aber wie bin ich denn wieder herüber gekommen sagte marie erstaunt und überrascht dabei um sich schauend sie lag wieder in dem selben lehnstuhl aus dem sie vor dem schrecklichen manne geflohen und weder von herrn quetzlinberger noch gundelrebe war das mindeste zu sehen wo ist denn wo ist denn die frau pause die frau pause sagte die mutter erschreckt der arzt winkte ihr aber heimlich zu der eben erwachten nicht gleich zu widersprechen und sagte leise und beruhigend sie ist eben fort gegangen liebes kind sehen sie nun haben sie sich vor dem schmerz gefürchtet und doch nicht das mindeste davon gefühlt nicht wahr da da liegen jetzt die beiden bösen zähne die ihnen so heftiges weh verursacht haben es sind aber auch recht häßliche knochen der eine hat wirklich eine starke schon fast reife fistel die ihnen noch hätte viel zu schaffen machen können es war die höchste zeit dass sie heraus kamen nun ist aber alles überstanden und sie werden in ein paar tagen wieder so gesund und munter herumspringen wie nur je und der her quetzlinberger sagte marie leise aber mariechen bat die mutter ihre stirn streichelnd lassen sie nur lassen sie nur beste frau regierungs rätin beschwichtigte sie der arzt das gibt sich alles von selbst wieder ich habe ihr neulich von dem alten man erzählt sagte die mutter noch immer mit ängstlicher besorgnis in den zügen und das hat sich ihr jetzt am ende in den kopf gesetzt sie hat das nur geträumt lächelte der arzt wir haben davon manchmal die wunderlichsten beispiele und bei den gefährlichsten operationen singen die kranken nicht selten oder träumen die schönsten angenehmsten sachen lassen sie die kleine eine stunde schlafen dann ist alles vorüber und das ganze wie ein rausch verflogen mit dem es auch in seinen wirkungen eine ähnlichkeit hat marie blickte in zweifel und schwanken zu dem sprechenden auf aber der einfluss des äthers lag noch zu lähmend auf ihrem geiste um sie schon irgendeinen gedanken klar fassen zu lassen nur ein traum nur ein traum hauchte sie leise und sank dann die augen schließend in den Stuhl zurück wo sie bald darauf in einen leisen wohltätigen schlummer fiel der arzt verließ von seinem erfolge vollkommen befriedigt leise das zimmer und die mutter saß neben dem kranken kinde und bewachte mit liebender sorgfalt aber auch schon mit halb getröstetem herzen die ruhigen regelmäßigen atemzüge der schlafenden Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 3 Marie schlief die ganze Nacht ununterbrochen aber nicht so sanft und ruhig fort wie nach der ersten erschlaffenden Wirkung des Äthers sie träumte lebhaft sprach oft einzelne unzusammenhängende Worte lachte einige mal und faßte auch wohl krampfhaft und wie ängstlich der Mutter Hand die nicht von ihrer Seite wich nichts desto weniger stand die Sonne schon am Himmel als sie endlich erwachte oder vielmehr die Augen öffnete und halb träumend noch umherschaute kurz vorher hatte der Hausarzt das Zimmer wieder betreten und hielt jetzt ihre linke Hand den Gang des Pulses zu fühlen während ihre rechte in der der Mutter ruhte Mutter flüsterte das Kind endlich leise liebe Mutter ja mein Kind ich bin bei dir sagte diese sehr an sich drückend und küssend ich gehe nicht fort von dir halte dich nur ruhig und du wirst bald wieder vollkommen wohl sein und darf ich dann auch wieder einmal zu Herrn Quetzlinberger und zu Gundelrebe hinüber liebe Mutter fragte Marie die arme Frau seufzte recht tief auf denn was das Kind aus seinem Traume sprach klang ihr gar zu unheimlich besinne dich doch nur Mariechen bat sie endlich mit zärtlicher Stimme du hast ja das alles nur von dem äther betäubt geträumt und bist ja die ganze Zeit nicht hier aus der Stube nicht aus deinem Lehnstuhl hinaus gekommen nicht sagte Marie rasch und erstaunt zu ihr aufschauend und ich wäre nicht nebenan in dem alten Hause gewesen mit keinem Fuße Kind aber die Tür stand doch offen welche Tür nun die an der Treppe an der Gundelrebe schon so oft geklopft hat wenn ich oder jemand anderes vorüber ging Gundelrebe wer um Gottes Willen ist Gundelrebe fragte die Mutter der die Tränen in die Augen traten Gundelrebe ei das ist ja der Neffe des alten Herrn Quetzlinberger der die feine schmale Narbe über der Stirn hat der Arzt hatte indessen noch immer ihre Hand gehalten den Puls aber vollkommen frei von Fieber fühlend sagte er freundlich du bist gestern nicht aus der Stube gekommen liebes Kind und wie dir deine Mutter sagt ist sie nicht von deiner Seite gewichen das darfst du glauben wenn du also wirklich fort gewesen wärst müßte sie dich doch gleich vermisst haben nicht wahr überdies möchte es dir auch schwer geworden sein in das alte Haus hinein zu kommen aber ich bin doch nun einmal drüben gewesen und habe es mit meinen eigenen Augen gesehen sagte tief errötend das Kind es fiel ihm jetzt wieder ein was ihr der alte herr quetzlinberger gesagt hatte daß es ihr niemand glauben würde und wie er dann fast erstickt war von heftigem husten sie deckte dabei ihre bleiche Stirn mit beiden fast durchsichtig dünnen Händchen und hielt eine ganze Zeit lang die Augen geschlossen unten von der Treppe schallte indessen Hämmern und Pochen herauf und nachdem Marie kurze Zeit dem fremdartigen Geräusch auf das sie erst nach und nach aufmerksam wurde gelauscht hatte fragte sie leise was ist das Mama das ist die häßliche Tür erwiderte die Mutter indem sie liebkosend das Haar von der Stirn der Kranken Strich die häßliche Tür die uns schon so viel Ärger Not und Sorge gemacht hat und die der Rat der Stadt endlich auf deines Vaters ernste und entschiedene Vorstellungen zumauern lässt Die Tür ist offen rief aber Marie schnell siehst du Mama dass ich recht gehabt und nicht gelogen habe aber du hörst ja dass sie erst heute morgen geöffnet wurde rief die Mutter die Leute haben Gott bewahre rief da rasch der Arzt wir müssen jede solche unnötige und törichte Aufregung streng vermeiden und man soll um Gottes Willen nicht mit solch albernen Geschichten spielen und Missbrauch treiben in die alte unnütze Tür kommt jetzt wie mir die Leute unten sagten eine vier fuß dicke Mauer und das wird dem verrückten Mädchenschnack hier im Hause endlich einmal ein Ziel setzen der Herr Regierungsrat hätte das schon lange betreiben sollen eine vier fuß dicke Mauer seufzte Marie leise vor sich hin aber du lieber Gott dann kann ja sie hielt plötzlich ein und blickte still und errötend vor sich nieder als ob sie sich scheue das auszusprechen was sie gerade überdacht was mein liebes Kind was kann was meinst du fragte sie die Mutter Marie bag das Köpfchen an ihrer Brust schüttelte es aber dabei und sagte leise nichts nichts liebe Mutter der Traum will mir noch immer nicht aus dem Sinn er war gar zu lebhaft und und das Hämmern und Klopfen da unten tut mir weh müssen sie denn solch eine dicke Mauer in die Tür setzen gewiß Marie beruhigte sie die Mutter es ist der Leute wegen damit das tolle Gerede endlich einmal aufhört ein eigener Gedanke schien aus des Kindes Augen zu blitzen und zu dem Doktor rasch und misstrauisch aufschauend sagte sie aber weshalb vier Fuß dick Doktor wenn wirklich niemand dahinter klopft und hindurch will wäre doch die eiserne Tür allein genug gewesen und wenn und wenn Marie fragte die Mutter dem Doktor dabei einen ängstlichen Blick zuwerfend und wenn nun doch Gundelrebe fuhr das Mädchen sich ein Herz fassend fort wenn nun doch Gundelrebe in dem dunklen Gange säße wäre es da nicht traurig ihm jede Hoffnung abzuschneiden je herauszukommen und müßte er dann nicht in Jammer und Einsamkeit da drin und vergehen pappalapapp lachte der Doktor quäle dich nur jetzt nicht mit solch albernen Ideen die dicke Mauer wird nicht aus Furcht vorgesetzt daß irgendjemand von innen herausbrechen könnte sondern nur um das Gesinde zu beruhigen und die Tür selber zu entfernen wenn die erst einmal fort ist und solch ein Haufen Backsteine dasteht werden auch die furchtsamsten Mut bekommen und nicht mehr an Geister denken säße aber wirklich dein Gundelrebe dahinter so könnte er zu irgendeinem Fenster oder Kellerloch oder oben zum Dach deshalb noch immer mit Bequemlichkeit herauskommen die Fenster sind ja doch nicht zugemauert und selbst ein gewöhnlicher Mensch könnte von innen herauskommen wie viel mehr dann ein Geist mach dir also darüber ja keine unnützen Sorgen Marie schlafe jetzt hübsch und halte dich ein paar Tage ruhig bis sich die Schmerzen im Zahnfleisch und die Folgen des Äthers verloren haben sobald du dann neue Kräfte gesammelt hast werden dir auch die traurigen und überspannten Gedanken vergehen und du wirst wieder unser munteres braves Mariechen sein wie in früherer Zeit Marie war seinen Worten mit der gespanntesten Aufmerksamkeit gefolgt und als er die Fenster und Kellerlöcher erwähnte nickte sie ihm leise und lächelnd zu dann sank sie wieder die Augen schließend auf ihr Kissen zurück die Kranke schien übrigens mit diesem Gespräch eine Art von Krises überstanden zu haben sie schlief fast den ganzen Tag vollkommen ruhig wachte gegen Abend auf und genoss etwas und verbrachte dann eine ebenso ruhige Nacht ohne ein einziges Mal mehr das alte Haus den Herrn Quetzlinberger oder Gundelriebe zu erwähnen die Mutter kam übrigens in der Zeit gar nicht von ihrem Bette und schlief selbst die Nacht auf dem Sofa neben ihr Die nächsten Tage fühlte sich Marie viel kräftiger und wieder ziemlich wohl und da sich die Eltern jede Mühe gaben sie zu zerstreuen und aufzuheitern so wurden die Bilder jenes Abends die ihr mit so merkwürdiger Schärfe vor der Seele gestanden schwächer und schwächer ihre Umrisse verloren erst an Klarheit und mit anderen Träumen die sie später geträumt verschwamm das Ganze endlich zu einem wohl immer noch wunderlichen aber doch wirren Bilde dessen einzelne Gestalten sie schon nicht mehr so genau abzuscheiden vermochte und die deshalb auch bald ihre Macht über sie verloren Die Tür war indessen ohne den Gang weiter zu untersuchen unter Aufsicht der Behörde fest vermauert worden Der Regierungsrat ließ dann die Stelle mit Kalk bewerfen und die ganze Treppe frisch mahlen so daß auch die letzte Spur des hier früher befindlich gewesenen Einganges verschwand Nach einigen Wochen sprach auch im ganzen Hause kein Mensch mehr davon Nur Marie ging im Anfang noch mit einiger Angst mit einem eigenen schwer zu beschreibenden Gefühle daran vorüber Aber auch das verlor sich bald und der Arzt empfahl ihren Eltern jetzt Luftveränderung und Szenenwechsel für die Tochter um die rasch vorwärts schreitende Genesung zu beschleunigen und zu sichern Dem Regierungsrate war das selbst erwünscht Urlaub zu einer kleinen Reise zu bekommen und er benutzte den erhaltenen mit seiner Familie auf kurze Zeit ein Seebad zu besuchen Auf Norderney von dem kühlen Salzwasser gekräftigt gesundete das junge Mädchen auch von Tag zu Tag und als sie Ende August wieder nach Hellburg zurückkehrten war die letzte Spur der Krankheit verschwunden Selbst ein früheres Leiden oder vielmehr eine Schwäche die ihren Grund vielleicht ebenfalls mit in der zu großen Reizbarkeit ihrer Nerven fand hatte sich fast ganz dabei verloren ihre Träume hatten nämlich in der letzten Zeit einen so hohen Grad von Lebendigkeit erreicht gehabt dass sie im Schlafe sogar ohne es zu wissen aufstand und in der Stube umher ging es war wenn auch keine wirkliche Mondzucht doch ein geringerer Grad derselben und hatte die Mutter schon mehrmals sehr geängstigt das war durch das stärkende Seebad die unbekräftigte Natur des Kindes jetzt ebenfalls überwunden worden und die fixen Ideen aus der früheren Zeit mit dem Einfluss den der Traum auf sie gehabt schienen sich ganz verloren zu haben wie sie bei der Rückkehr die Treppe im Hause wieder hinaufstieg blieb sie sogar an der vermauerten Tür lachend stehen klopfte daran und rief Gundel Rebe beim Namen die Mutter die noch immer und bat sie die alten Träume nicht mutwillig wieder zu erwecken Marie schüttelte aber lächelnd den Kopf und meinte Mütterchen dürfe sich nicht mehr davor fürchten sie sei jetzt wieder gesund und doch auch verständiger geworden und habe die alten törichten Träume lange vergessen und das war wirklich der Fall Jahr nach Jahr verging und das alte Nachbarhaus wäre kaum mehr erwähnt worden hätte gewaltsam darauf festgehalten alles in der Welt nimmt jedoch zuletzt einmal ein Ende und selbst dieser Prozess schien sich dem seinigen zu nähern die verschiedenen Parteien der jetzt noch liebenden Erben hatten es nämlich endlich doch satt bekommen mit dem was ihnen Nutzen bringen konnte wenn sie sich darüber einigten eine Anzahl von Advokaten und Beamten zu ernähren und zeigten sich einer Übereinkunft geneigt Verwickelt genug war die Geschichte der alte selige Herr Quitzlinberger hatte einen einzigen Sohn gehabt der also auch nach seinem Tode Universal Erbe geworden wäre wunderbarerweise wie die alten Akten sagten war dieser aber mehrere Jahre vor des alten Herrn Tode eines morgens spurlos verschwunden gewesen und man hatte trotz aller Nachforschung der Gerichte nie herausbekommen können was aus ihm geworden Der alte Mann schien sich das aber entsetzlich zu Herzen genommen zu haben und schloß sich vollkommen von der Welt ab Nur eine Haushälterin von gesetztem Alter besorgte ihm die Wirtschaft und hielt das Haus in Ordnung das von da an kein fremder Fuß mehr betreten durfte Wenn dann noch böse Zungen nicht müßig waren gehässige Gerüchte darüber zu verbreiten gelangte das entweder diese Gerüchte fanden allerdings neue Nahrung als die Nachbarn des alten Herrn einen Knaben bei ihm am Fenster sahen von dem es bald hieß daß er ein Neffe bald daß er ein Adoptivsohn sei Die guten Frauen von Hellburg gaben sich damals die größte Mühe Näheres über die Abstammung des Knaben zu erfahren doch umsonst Nicht einmal auf die Straße herunter durfte der Kleine Ja so selten zeigte er sich selbst am Fenster daß nur erst wenige ihn dort gesehen hatten und viele sogar noch seine Existenz bezweifelten Da fuhr eines Tages eine Kutsche vor in welche die Haushälterin mit dem Knaben stieg und zum Tore hinaus rasselte Niemand wußte wohin Der alte Herr Quitzlin Berger lag damals wie mündliche Übertragung in Hellburg lautete im Fenster und sah ihnen nach bis sie um die Ecke der nächsten Straße verschwunden waren Dann machte er das Fenster zu zog die Gardinen vor wie sie noch bis auf den heutigen Tag hingen und ließ sich nicht mehr sehen Drei Tage blieb das Haus verschlossen und die Nachbarn vergingen fast vor Neugierde ob die alte Haushälterin zurückkäme oder sich der Doktor eine neue nähme Der alte Herr schien aber weder das eine noch das andere zu beabsichtigen Türen und Fenster blieben verschlossen Aus den Schornsteinen stieg kein Rauch auf Alles Klopfen an der Tür als man doch ernstlich besorgt wurde blieb unbeantwortet und wie die Gerichte endlich Kraft ihres Amtes sich gewaltsamen Eintritt in das dunkle Heiligtum erzwangen lag der alte Herr Quitzlinberger in seinem gelbseidenen Schlafrock im Bette und war tot Einen halben Tag waren hierauf die Gerichte damit beschäftigt ein Testament unter den vorhandenen Papieren des Dahingeschiedenen zu entdecken Sie fanden nichts derartiges und nur im Schreibtische einen Zettel nachdem sein Neffe Konrad G. Schierling im Falle sein verschwundener Sohn nicht wieder aufgefunden würde zu seinem Universalerben eingesetzt werden solle Der alte Herr wurde hierauf begraben das Haus versiegelt und der Prozess um die Hinterlassenschaft da sich die übrigen Erben einem so unvollständigen Testamente nicht fügen wollten und für die Ansprüche des verschollenen Sohnes ein fremder Auftrat begann Advokaten und Erben starben der Prozess lebte fort ja schien mit den Jahren je schwieriger es wurde ihn zu sichten nur immer neue Kraft zu gewinnen Zu dem alten Hause gehörte dabei noch ein sehr bedeutendes Areal von Bauplätzen und Ackerland in der unmittelbaren Nähe der Stadt Einem alten Übereinkommen nach war dieses durch das Gericht selber alljährlich verpachtet worden um um aus dessen Ertrag ebenso regelmäßig die fortlaufenden Prozesskosten zu bezahlen diese hatten dadurch vollständige Sicherheit erhalten und mehrere Geschlechter von Juristen lebenslängliche Renten daraus bezogen bis eine vernünftigere Generation von Erben sich einem Vergleiche geneigt zeigte Außer dem bestrittenen Universalerben dem jungen Schierling erhob die Hauptansprüche ein Dr. Hetzelhofer der eine von dem jungen Quetzlinberger selbst ausgestellte Verschreibung besaß worin ihm oder vielmehr seinem Vorfahren sämtliche Ansprüche desselben übertragen wurden woher er sie erhalten blieb ziemlich ungewiß Dr. Hetzelhofer aber behauptete sein Großvater habe dem damals noch jungen Manne wichtige Dienste geleistet der junge Quetzlinberger selber sei aber später auf einer heimlich unternommenen Seereise verunglückt in sein Interesse hatte er dabei einen anderen weitläufigen Verwandten des alten Herrn Quetzlinberger der auch dessen Namen trug und ein sehr geschickter Advokat war gezogen vielleicht hauptsächlich mit des Namens wegen so so bildeten so bildeten die herren hetzelhofer und quetzlinberger gegen schierling oder dessen erben mit einem größeren anhang weitläufiger verwandter die beiden hauptparteien des prozesses um aber die sache an ort und stelle besser betreiben zu können war doktor hetzelhofer der enkel des doktor hetzelhofer welcher die ersten ansprüche erhoben hatte nach hellburg selbst und zwar dem alten hause gerade gegenüber in die nämliche wohnung gezogen in der mariens großeltern in früheren jahren gewohnt hatten durch briefe die er mitbrachte war er dabei ebenfalls an regierungsrat hechner empfohlen und mit diesem bekannt geworden und wenn auch der regierungsrat selber keine große freude an dem etwas abstoßenden verschlossenen manne fand lernte doch die indes herangewachsene marie die ihr an jahren allerdings überlegene schwester des doktors kennen und lieb gewinnen und war von da an oft in des doktors hause helene wie des doktors schwester hieß mochte zwei oder dreihunddreißig jahre alt sein und führte von einer alten dienstmarkt unterstützt welche die gröberen arbeiten verrichtete ihrem bruder die wirtschaft sie war dabei ernst und häuslich und vielleicht von einem mehr schwärmerischen als prosaischen charakter gegen dessen übertreibung sie aber schon ihre jahre wie ihre ruhe schützten dennoch war es das vielleicht gewesen was marien besonders zu ihr hingezogen hatte marie die indessen ihr siebzehntes jahr erreicht schien ihren körper in der raschen entwicklung eher gekräftigt und die frühere reizbarkeit und erregtheit der nerven fast ganz abgeschüttelt zu haben nichtsdestoweniger war ihr noch immer eine gewisse vorliebe für das übernatürliche ein hang zu einer leisen schwärmerei geblieben der jedoch mit ihren früheren träumen und ideen in keiner verbindung mehr stand das alte haus und was es enthielt hatte keinen anteil mehr an jenem unbekannten etwas das ihre brust manchmal erfüllte und die bilder jener zeit waren teils vergessen teils so in den hintergrund gedrängt um mehr als einen gelegentlichen gedanken daran zu beanspruchen die stille sinnige helene war ihr mit diesem gefühl diesem halb unbewussten drang im herzen deshalb auch vor allen anderen eine liebe gesellschafterin geworden in der jugend schließt sich hat das herz so gern an ein gleich fühlendes an und noch nicht getäuscht sucht und findet es leicht was ihm fehlt in dem nachbar herzen die welt liegt da noch im rosigen licht der aufgehenden sonne frei und offen vor uns und kein falsch in der eigenen brust keinen gedanken der das licht zu scheuen brauchte suchen und finden wir auch nichts anders in denen die Schicksal oder Zufall in unseren Pfad geworfen so glücklich wie wir dabei selbst uns fühlen so glücklich scheint uns alles um uns her im Wieder Glanz unseres eigenen reinen Herzens aber die Zeit gießt Gift in den kristallenen Becher Tropfen nach Tropfen lässt sie langsam hineinfallen in die demantene Flut Tropfen nach Tropfen die sich erst halten und zusammendrängen in sich selbst und nur die einzelnen trüben strahlen wenn auch im Anfange noch so fein und kaum erkennbar hinübersenden über die Oberfläche mehr und mehr aber breiten sie sich aus finsterer und trüber füllen sie den Raum und so rein und treu die klare Flut sonst auch jedes Bild zurückgab das sich mit liebendem Auge darüber bog so finster und abgeschlossen ward es dann den eigenen schmerzlichen Schatz das trübe Gift von Misstrauen und getäuschter Hoffnung wohl drängt und treibt es uns noch immer mit der gleichen Kraft das gleiche Herz zu suchen das uns fehlt und dem wir uns wenn wir es fänden vielleicht mit noch größerer innigerer Liebe anschließen würden als früher weil wir ja eben den Wert eines solchen Glückes erst in späteren Jahren recht eingesehen und kennengelernt haben aber wir können uns nicht mehr entschließen die eigene Brust zu öffnen wir trauen selbst der Offenheit des anderen nicht scheu und trübe schleichen wir vorüber das Schicksal scheltend das uns allein und freundlos in die Welt stieß und vergessen doch ganz dabei daß wir alleine sind die wie der Drachen das unterirdische Gold neidisch unser eigenes Herz bewachen und jeden mit giftigem Hauche zurückweisen dessen treue Hand den Schatz für uns heben möchte Marie freilich hatte noch keinen Tropfen jenes trüben Giftes eingesogen und der blaue Himmel der über ihrer Jugend lachte spiegelte sich treu und friedlich in dem stillen reinen Herzen der Jungfrau vor der älteren Freundin hatte sie dabei kein Geheimnis und ihr schon lange all ihre kleinen unbedeutenden Sorgen und Erlebnisse mitgeteilt wie Pläne gebaut für die Zukunft Pläne bunt und leicht wie Kartenschlösser mit anscheinend breitem mächtigen Grund und doch eingeworfen durch einen Hauch so wußte Helene auch schon alles von dem alten Hause was sie damals geträumt und mit sich herumgetragen und wie das eine gar so schwere entsetzliche Zeit für sie gewesen damals hatte sie ja geglaubt sie gehöre gar nicht mehr dieser Erde an sondern hinüber in die dunklen verschlossenen Räume zu den fremden unheimlichen Leuten ihr Kindesherz hatte sich mit der Sorge gequält daß denen da drüben nur wieder wohl werden könne wenn sie bei ihnen sei ihnen die tödliche Einsamkeit tragen zu helfen und nur nach und nach habe sich das verloren und es sei ihr besser Traum noch eine Person darf ich hier nicht unerwähnt lassen die zu dem Haus stande ja eigentlich fast zur Familie des Doktors gehörte wenn dieser auch den Mann mehr als Diener wie Freund und manchmal gütig meist aber hart und abstoßend ja fast despotisch behandelte es war dies der Famulus des Doktor Hitzelhofer der hier jedenfalls eine nähere Beschreibung verdient Schwibus wie er kurzweg im Hause genannt wurde war eine lange magere Gestalt mit vorstehenden Backenknochen und tiefliegenden aber lebendigen grauen Augen die dünnen etwas rötlichen Haare hielt er sorgfältig von beiden Schläfen nach der Stirn hinauf gekämmt den dort eben nicht mehr zu verdeckenden Mangel so viel als möglich wenigstens zu beschönigen und sein Gesicht war in eine solche Unzahl kleiner die Kreuz und quer laufender Falten gelegt daß man wirklich nicht daraus klug wurde ob das Alter oder vielleicht eine blatter ähnliche Krankheit solche Spuren in seine Haut gegraben je länger man ihn darauf ansah desto verwirrter wurde man während daher die einen den langen wunderlichen Burschen mit dem unbeholfenen Namen für einen noch jungen vielleicht durch zu eifrige Studien aufgeriebenen Mann hielten der unter des berühmten Doktors Leitung seine Kenntnisse vermehren wolle schworen die anderen daß Glatze und Falten wirklich dem Alter angehörten diese hielten den Eigner derselben dann für einen hohen Fünfziger ja vielleicht Sechziger der von dem leichtfertigen Götterkind Fortuna übersehen ein Menschenalter umsonst hinter ihrem Wagen hergekeucht war und es jetzt endlich aufgegeben hatte sie einzuholen Seine Hautfarbe das fahle Gelb seiner Züge schien diese letztere Ansicht auch besonders zu bestätigen und das Urteil der Hellburger zu rechtfertigen die bald darüber einig waren daß er gerade so aussähe als ob er schon einmal im Grabe gelegen hätte So böse er selber aber wurde und so sehr der Dr. Hetzelhofer darüber lachte wenn in seiner Gegenwart eine solche Bemerkung laut wurde ließ sich der Gedanke wenn einmal gefasst doch nicht wieder los werden wer nur dem dürren hageren menschen ins antlitt sah dessen augen dann nicht selten eine ordentlich grüne gläserne Färbung annahmen fühlte ein eigenes unbestimmtes Grauen über das er sich keine Rechenschaft geben konnte und verschiedene alte würdige Damen hätten ebenso gern in der Gesellschaft des anerkannten Gott sei bei uns als in der seinigen eine Stunde allein zubringen mögen bei einer solchen Persönlichkeit ist die böse Welt aber auch rasch mit einem Spitznamen fertig und Schwibus hieß bald in der ganzen Stadt der tote Famulus wunderlicherweise war Schwibus dabei in jeder anderen Beziehung der freundlichste gemütlichste und gefälligste Mensch von der Welt der besonders gern mit Kindern umging mit ihnen spielte wo er sich nur eine Viertelstunde Zeit abgewinnen konnte und diese bald an sich fesselte dabei besaß er ein merkwürdiges Talent Geschichten vorzüglich Gespenstergeschichten zu erzählen der Doktor hatte ihm das freilich streng untersagt denn er machte die Kleinen oft so furchtsam daß sie nicht mehr allein über die Straße gehen wollten aber es gehörte nun einmal mit zu seinen Leidenschaften denen er wo das irgend anging den Zügel schießen ließ die Kinder rissen sich deshalb auch bald um seine Gesellschaft trotz seinem sonst nichts weniger als einnehmenden äußeren und wo es nur irgend anging wurden Gespenster und Geister Geschichten unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit von dem einen Teile so gern erzählt wie von dem anderen gierig angehört auch in der Tat fast jede Nacht hindurch Licht und die Nachbarn die von ihren Fenstern aus das seinige beobachten konnten zerbrachen sich die Köpfe darüber in welcher Zeit der tote Famulus eigentlich schlafe waren sie auch um zwei oder drei Uhr erst zu Bett gegangen wo sie noch Licht in seinem Zimmer und den Schatten an den niedergelassenen Gardinen konnten herüber und hinüber gehen sehen so war Schwibus doch jedenfalls am nächsten Morgen schon vor ihnen wieder munter wenn sie gleich mit Tagesgrauen aufstanden lag er sicher schon im geöffneten Fenster und rauchte seine Zigarre oder unterhielt sich mit einem aber offenen Bauer hatte anschlafen dachte er gar nicht auch der rabe gehörte mit zu der person des toten famulus und die leute im hause versicherten daß er das kluge tier fast wie einen menschen behandle und sich oft halbe stunden lang mit ihm ordentlich unterhalte solch ein wesen war der famulus schwibus und es läßt sich denken daß er dem kleinen hellburg auf lange Zeit höchst interessanten Stoff zur Unterhaltung gab Bier wie Kaffeegesellschaften beschäftigten sich im Anfange wirklich nur mit ihm und dem Doktor der durch einige fabelhafte Kuren ebenfalls einen großen Ruf erlangt hatte es gab auch in der Tat bald nichts Natürliches wie Übernatürliches mehr daß man den beiden Menschen nicht zugeschrieben hätte und eine Zeit lang machten sogar ein paar haarsträubende Geschichten die Runde in welche die Fremden auf das Engste verwickelt waren nur erst als beide Charaktere so still und spießbürgerlich wie sie selber in ihrer Mitte fortlebten und sich keines von all den ausgesprengten Gerüchten bestätigte erkaltete nach und nach die Neugierde der Nachbarn der Reiz der Neuheit war dem Ganzen überhaupt schon genommen und noch ehe das erste Jahr ganz verflossen war ließ man die beiden still und ungehindert ihre Wege gehen man hatte sich an sie gewöhnt und sie gehörten mit zu Hellburg Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 4 Teil 1 Helene kam selten zu Hechners hinüber, da während des Doktors öfterer Abwesenheit doch jemand zu Hause bleiben musste, anfragenden Kranken Auskunft zu geben und man sich auf den Dienstboten nicht verlassen mochte. Marie ging dafür desto häufiger hinüber und hatte auch heute wieder einmal von der Mutter Erlaubnis erhalten, ihrer älteren Freundin Gesellschaft zu leisten, während der Doktor Hetzelhofer nach einem schweren Kranken über Land gerufen war und erst spät in der Nacht zurückerwartet wurde. Heute war übrigens in Hellburg der Tag bestimmt worden, an welchem der Prozess wegen der quetzlinbergerschen Erbschaft durch friedliches und freundliches Zusammenkommen der präsumtiven Erben in Güte und nach gemeinschaftlichem Übereinkommen entschieden werden sollte. Marie hatte das von ihrem Ohrheim, dem Advokaten Hechner gehört, und der erste März des laufenden Jahres war dazu gewählt worden. Natürlich kam aber dadurch das Gespräch auch wieder, was seit langer Zeit nicht der Fall gewesen, auf das alte Haus und die Folgen, die der Entscheid auf das Geheimnis desselben ausüben müsse. Dann wurden ja auch die Siegel von der Tür gelöst, und die öden Zimmer, die den größten Teil eines Jahrhunderts, das Stadtgespräch in Hellburg, gebildet, wurden den Blicken einer fremden Generation erschlossen. »Ich gäbe was drum«, sagte Marie endlich, nachdem die beiden Mädchen eine Weile schweigend ihren Gedanken nachgehangen hatten. »Ich gäbe was drum, wenn ich die alten Räume betreten dürfte, ehe noch ein anderer Fuß den Zauber jenes unserer Zeit gar nicht mehr angehörenden Gebäudes gebrochen.« »Es muss gar so wunderlich sein, die dumpfige Luft da drinnen zu atmen und den Klang der eigenen Schritte zu hören, den die Wände so lange, lange Jahre nicht zurückgegeben haben.« »Und du vor allen anderen würdest Bescheid dann wissen«, lächelte Helene, »denn soviel ich mich erinnere, bist du die Einzige, die jene Ruine betreten, seit damals die Gerichte die dicken Siegel auf den Eingang drückten.« »Aber nur im Traum«, lachte Marie, »was tut's, wenn der Traum nur getreu war, fändest du dich überall zurecht.« »Es ist und bleibt doch immer eine merkwürdige Sache mit solchen Träumen«, sagte Marie, wieder nach einer längeren Pause, indem sie den Kopf schüttelte und sinnend dabei vor sich niedersah. »Und damals hätte ich meiner Seele heil daran setzen wollen, daß es Wahrheit gewesen. Die Personen standen ja noch wochenlang nachher so deutlich vor mir, als ob sie wirklich lebten.« »Eigentlich ist es schade«, lächelte Helene, »daß solche Sachen nicht geschehen und die prosaische Welt uns nur immer platte, nüchterne Wirklichkeit in allem bietet, was uns selbst betrifft.« »Es mag kindisch sein, aber wie oft habe ich mir schon gewünscht, einmal einen Geist zu sehen, und doch will es nie geschehen. Und können trotzdem die Vernünftigsten von uns jeden Bezug mit einer geistigen, von uns unbegriffenen Welt ableugnen? Glauben sie nicht, sie mögen sich dagegen sträuben, so viel sie wollen, an Ahnungen, an Magnetismus, an Somnambulismus und wie jene geheimen Bindemittel zwischen Luft und Erde alle heißen?« »Ganz kann ich mich auch der Gedanken noch nicht entschlagen«, lächelte Marie, »und manchmal kommen Zeiten, wie zum Beispiel heute wieder, wo ich von dem alten Hause so plötzlich reden höre, wo es mir wieder vorkommt, als ob es doch am Ende kein Traum gewesen, und ich den wunderlichen Menschen wirklich einmal begegnet sei.« »Ähnlichkeiten mit ihnen habe ich auch in der Tat schon mehrere Male gefunden, und das Herz hat mir dann ordentlich ängstlich geklopft, daß mir der Traum nun plötzlich ins Leben treten solle, bis ich mich selber besann und mich meiner kindischen Furcht meines Aberglaubens wegen schämte.« »Aber du hast mir dabei immer von einer Frau Bause erzählt, Marie«, sagte Helene, »sie soll ja hier in der Stadt wohnen. Bist du nie hingegangen, sie aufzusuchen?« Marie schwieg eine Zeit lang. Es war fast, als ob sie sich der Antwort schämte. Endlich sagte sie leise und verlegen lächelnd, »ich will es dir nur aufrichtig gestehen. Ich, ich habe mich davor gefürchtet. Gefürchtet, durch irgendein zufälliges Wort irgend etwas aus jener fremden, geheimnisvollen Welt bestätigt zu hören. Wozu auch? Die Zeit ist vorbei, und weshalb die alten Träume und Torheiten wieder aufrühren.« »Von der Frau habe ich übrigens in Hellburg auch schon gehört,« sagte Helene, »Schwibus hat mir von ihr erzählt.« »Der Famulus?«, fragte Marie erstaunt. »Aber woher kennt sie der?« »Oh, der kennt alle Menschen,« lächelte Helene. »Nicht wahr? Sie legt Karten und prophezeit den Leuten ihr Schicksal aus Kaffeesatz und Bleiguss?« »Allerdings, wenigstens behauptet die böse Welt, das von ihr,« sagte Marie. »Und wenn sie's täte, was wäre so übles dran?«, entschuldigte sie Helene. »Es ist gewiß eine arme Frau, und findet sie Menschen, die töricht genug sind, sie um etwas zu fragen, was nur Gott wissen kann, und die ihr für solche Antworten sogar Geld bezahlen, so wird sie klug genug sein, ihren Nutzen daraus zu ziehen.« »Doch fort mit Frau Bause und all dem unheimlichen Spuk. Ich bin auch überhaupt froh, daß es mit dem alten Haus da drüben nun endlich einmal zu einer Entscheidung kommt. Mag es sein, wie es will, aber es war mir schon manchmal ein unheimliches Gefühl, die dicht verhängten Fenster da drüben so Jahr nach Jahr zu sehen und die leeren, öden Räume dahinter zu wissen.« »In kurzer Zeit werden ja nun die Siegel geöffnet und die Zimmer wieder gelüftet und bewohnt werden.« »Wer weiß, ob sich das der alte Herr Quedlinberger gefallen lässt,« lachte Marie, »oder ob er nicht nachher aus Ärger und Missmut Ketten über die Gänge schleift und in den Schlafkammern spukt. So viel weiß ich, so sehr ich mich danach sehne, das alte Haus im Innern zu sehen, wohnen und schlafen möchte ich doch um keinen Preis darin.« Marie war dabei von ihrem Stuhl aufgestanden, hatte sich an das Klavier gesetzt und mit leisen Fingern ein paar Akkorde angeschlagen, während Helene zum Tisch trat, die Lampe anzustecken. Es war schon fast dunkel im Zimmer geworden. Da tönten plötzlich die wilden, schrillen Töne einer Geige zu ihnen herüber, und Marie fuhr fast erschreckt empor, den wunderlichen Lauten zu horchen. »Es ist nichts,« lächelte aber Helene, indem sie die Glocke auf die noch düster brennende Lampe setzte. »Schwibus hat einmal seinen guten Abend und musiziert.« »Das habe ich aber noch nie gehört,« rief Marie erstaunt. »Es kommt auch nicht oft vor,« sagte Helene, »denn meistens sitzt er auf seinem Zimmer bei fest verschlossener Tür und lässt niemanden zu sich hinein, selbst meinen Bruder nicht.« »Und was für wunderliche eigentümliche Melodien das sind, die er spielt.« »Ja«, sagte Helene, »er fantasiert auch nur und kennt keine Noten, haßt sogar die Notenblätter, denn er sagt, die schwarzen Dinger lägen darauf herum wie Knochen auf einem Kirchhofe. Wenn er einmal zu mir hereinkommt und ein Heft zufällig offen auf dem Instrumente liegt, macht er es jedes Mal zu. Heute sollten wir übrigens zu ihm hinübergehen, denn heute gibt er, wie es der Bruder nennt, Audienz, und wenn wir ihn da bitten, erzählt er manchmal Geschichten zum Todlachen oder Todfürchten, wie es ihm gerade durch den Sinn fährt.« »Ich glaube, ich würde mich Tod fürchten«, sagte Marie leise. »Der Mann, so freundlich und gutmütig er sich mir immer zeigt, hat für mich etwas kaum sagbar Unheimliches.« »Das macht sein Name, der tote Famulus«, lächelte Helene. »Es gibt wirklich keinen besseren und gefälligeren Menschen auf der Welt als ihn, und was er mir oder irgendjemandem, den er gern hat, an den Augen absehen kann, tut er gewiß.« »Aber es spielt nicht mehr«, sagte sie, plötzlich hinüberhorchend. »Und da knarrt seine Tür. Er kommt wahrhaftig herüber. Nun, da hat er einmal seinen geselligsten Tag, und den müssen wir nutzen.« Ehe Marie etwas darauf erwidern konnte, lag eine Hand auf der Türklinke, und als sich die Tür öffnete, trat Schwibus, bleicher als je aussehend und allem Anschein nach die beiden Damen gar nicht bemerkend, ins Zimmer. Er trug seine Violine mit dem Bogen unter dem linken Arm und ging langsam, ohne den Kopf nach rechts oder links zu wenden, zum Fenster. Marie sah erstaunt Helenen an, diese aber ergriff ihren Arm und drückte ihn leise, zum Zeichen, sich ruhig zu verhalten. Die Lampe brannte noch ziemlich düster, und das Zimmer war deshalb nur matt erleuchtet. Der Famulus schien aber gar nicht an die Anwesenheit anderer Personen auch nur zu denken, denn er drehte den Kopf nicht ein einziges Mal dem Lichte zu. Langsam öffnete er das Fenster, in das die kalte Luft frostig hereinschlug, schaute ein paar Sekunden nach den Sternen hinauf und dann nach dem gegenüberliegenden alten Hause, und den beiden Mädchen kam es so vor, als ob er leise dort hinüberwinkte. Dann schloss er die Fenster wieder sorgfältig mit beiden Wirbeln, nahm sein Instrument vor und begann mit leisem Bogenstrich eine sanfte, unendlich weiche Melodie zu spielen. Die beiden Jungfrauen horchten der wunderlichen, nie gehörten, aber tiefergreifenden Weise in atemlosem Schweigen. Hatten sie aber vorher in Scherz und Mutwillen den ernsten Mann zu belauschen gedacht, so waren sie jetzt kaum imstande, ihn zu unterbrechen, und hätten mit keinem Laut die rührenden Klänge stören mögen. Die weiche Stimmung des Famulus verlor sich jedoch bald. Scharfe, schrille Töne zuckten wie grelle Blitze über den blauen Himmel seines Liedes, und bald klangen einzelne dazwischen geworfene Takte wie ein Selbstspott über den Weichen sang, der sich aber doch immer und immer wieder die Bahn freirang. Endlich, wie von seinen Gefühlen überwältigt, sank der Mann auf einen am Fenster stehenden Stuhl nieder und barg sein Andlitz in der linken Hand. Es schien fast, als ob der ganze Körper des Armen in irgendeinem schweren inneren Weh zuckte und zitterte, und als ob das, was in ihm tobte, nur gewaltsam zurückgehalten werden könne, hinaus ins Freie zu dringen. Da stand Helene geräuschlos von ihrem Sitze auf, und über den weichen Teppich mit unhörbarem Fuß schreitend, glitt sie an seine Seite, blieb wenige Sekunden, wie scheu und furchtsam neben ihm stehen, und legte dann leise und schüchtern die Hand auf seine Schulter. »Schwiebus«, sagte sie dabei, mit sanfter, bittender, kaum hörbarer Stimme. »Schwiebus, armer Schwiebus, fehlt Ihnen etwas? Kann ich Ihnen helfen?« Der Famulus rührte sich nicht, nur das Zittern seines Körpers wurde heftiger. »Sind Sie krank, Schwiebus«, bat Helene dringender, »sagen Sie mir, was Ihnen fehlt, ich meine es gut mit Ihnen.« »Der verwünschte Katar«, brummte da plötzlich der Famulus mit seiner gewöhnlichen, trockenen, etwas knarrenden Stimme, indem er sich aufrichtete und das Haar langsam mit den langen, hageren Fingern aus der bleichen Stirn strich. »Der verwünschte Katar«, wiederholte er dann, ohne die geringste Überraschung über die Anwesenheit der beiden Damen zu zeigen. Rasch, aber ruhig glitt sein Blick über sie hin, und er fuhr, halblaut dabei vor sich hin hüstelnd fort, »Lässt mir nicht einmal Ruhe in meinem Zimmer, und ich kam eigentlich nur herüber, nach dem Nordstern zu sehen. Wenn der auf dem Kopfe steht, geht es immer besser.« »Guten Abend, meine Damen«, setzte er dann mit wieder freundlicher, ganz unbefangener Stimme hinzu, »hätte gar nicht geglaubt, dass Sie im Zimmer säßen.« Der Famulus legte dabei sein Instrument und seinen Bogen neben sich auf das Spiegelschränkchen und rieb sich die langen, knochigen Hände, als ob er sie in Feuer setzen wolle. Helene und Marie sahen sich erstaunt an. Noch vor wenigen Minuten hatten sie den wunderlichen Menschen in quälendem Seelenschmerz fast aufgelöst geglaubt, und jetzt saß er wieder mit seinem alten, trockenen Humor in den Zügen, so unverändert vor ihnen, als ob er weder kurz vorher seine herzzerreißenden Melodien gespielt, noch wie ineinandergebrochen, gestöhnt und gezittert hätte. »Aber was meinen Sie damit, Schwibus?« sagte Helene endlich, »wirklich verlegen, wie das Gespräch wieder zu beginnen. Wenn der Nordstern auf dem Kopfe steht, wie kann denn ein Stern auf dem Kopfe stehen? Und wenn er's täte, wie wären wir imstande, das zu erkennen?« »Der Nordstern ist ein komischer Gesell,« lachte der Famulus leise vor sich hin, indem er die Hände stärker zusammenrieb, daß sich die bleichen Wangen ordentlich anzufärben fingen. »Komischer Gesell und macht komische Streiche, aber ich hab ihn gern. Ganz allein am Himmel steht er da droben, hat den kleinen Bären am Schwanz und schlenkert ihn sich um den Kopf nächtelang. Ist er doch auch der Stern der Toten und schützt ihre stillen Stätten über Nacht, wenn sie der Mond oft und oft im Stiche gelassen?« »Was Sie da wieder für tolles Zeug reden, Schwibus«, sagte Helene kopfschüttelnd. »Wenn man nicht wüßte, daß sie Spaß machten, könnte man sich ordentlich fürchten.« »Spaß?« »Ja, Spaß«, lachte der Famulus. Aber es war kein wirkliches Lachen, sondern fast nur ein krampfhaftes Verziehen der Mundwinkel. Diese zogen sich in tausend und tausend kleine Fällchen zusammen, bis der Mund mit den schmalen, dünnen Lippen ordentlich darin verschwand und dem bleichen Gesicht mit den sparsamen, rotblonden Haaren etwas entsetzlich Unheimliches gab. Es ist unendlich spaßhaft, wenn der Nordstern da drüben so kalt und still auf ein frisches Grab niederfunkelt und wir uns dann den Toten da drinnen denken, wie er, die Hände auf der Brust gefaltet, die Glieder ausgestreckt und starr in seinem engen Hause da unten liegt, und wir nicht hinunterkönnen zu ihm, er nicht herauf zu uns.« »Schwibus hat heute Abend einmal wieder seine geisterhafte Laune«, lächelte Helene zu Marien hinüber. »Oh, wenn du ihn doch da einmal könntest erzählen hören! Er weiß gar so prächtige Märchen, und ich bin da wie ein kleines Kind und wäre imstande, ihm nächtelang zuzuhören.« »Märchen!« »Ja, das ist wohl der Name, den die Menschen für derlei haben«, sagte der Famulus, langsam dazu mit dem Kopfe nickend. »Märchen, ein ungemein bequemes Wort, und damit sind Sie fertig. Märchen, das erklärt Ihnen alles, und Sie zerbrechen sich den Kopf nicht weiter über Dinge, die Ihnen sonst am Ende das Hirn auseinander treiben könnten. Aber Sie haben auch recht. Wozu sich das Herz schwer machen und den Kopf mit Dingen füllen, die nichts anderes neben sich dulden und die ruhigen, friedfertigen Gedanken hinauswerfen, ihrem eigenen tollen Sein den Spielplatz freizuhalten.« »Märchen« ist auch ein höchst charmantes Wort dafür. Im Ofen knistert und knattert das Feuer, daß die Fensterscheiben ordentlich an zu schwitzen fangen. Die Kinder und Erwachsenen rücken dicht um den Tisch, auf dem die Lampe düster brennt. Draußen heult womöglich ein Schneesturm über das Land und kost mit den Trauerweiden, bis sie verlangend und zitternd die nackten Arme hinter ihm dreinstrecken, pfeift in die Kamine hinunter und fegt sich die Straßen rein zum Tanz, während droben am Himmel die Wolken an der dünnen Mondsichel vorbeijagen, als ob sie zu spät zu einem neuen Tage kämen. Das ist die Zeit, ein Märchen zu erzählen. Und weshalb? Weil es draußen gleich mitspielt in Lebensgröße, an die Läden klopft und durch die gefrorenen Fenster schaut und seine wilden, weisen Summen zu den drinnen gesprochenen Worten. Die Menschen rücken dann dicht zusammen im warmen Zimmer, horchen mit der gespanntesten Aufmerksamkeit auf das Erzählte und freuen sich wie die Kinder über den Nervenkitzel, der ihnen eben nur leicht hin über das Leben streift. Es ist ja nur ein Märchen. »Aber wie ich noch Kind war, rief Marie lächelnd, habe ich wahrhaftig geglaubt, dass das alles auch wirklich passiert.« »So«, sagte der Famulus und fing wieder an, sich die knochigen Hände zusammenzureiben. »So? Wirklich passiert? Es ist doch toll, was sich die Menschen manchmal für wunderlichen Gedanken hingeben. Wirklich passiert?« »Wie ich ein Kind war, Schwibus, habe ich gesagt, entschuldigte sich die Jungfrau dem Lachenden gegenüber, der sie ja sonst für noch immer so kindisch halten konnte. Jetzt weiß ich wohl, dass es nur Torheit war.« »Und doch hören wir die Märchen noch gern, wenn wir auch erwachsen sind«, sagte Helene. »Es ist ordentlich wie eine Erinnerung aus der Kinderzeit, von der sich das Herz ja doch nur ungern und schwer trennt, und was früher so viel mehr den Reiz des Schauerlichen hatte, das ersetzt jetzt reichlich die Erinnerung an die vergangenen Tage.« »Ja, es ist entsetzlich, wie gescheit und klug wir werden mit der Zeit«, sagte der Famulus und griff wieder seine Geige auf, über deren Seiten er leise und wie herausfordernd mit dem Bogenstrich. »Und wir haben nachher eine Erklärung für alles, auch für das Unerklärliche, mit dem wir eigentlich am allerleichtesten fertig werden.« »Das Unerklärliche«, sagte Raschelene, »allerdings gibt es dessen genug für uns arme Sterbliche hier, und ich gehöre gewiß nicht zu denen, Schwibus, die alles nur einfach fortleugnen, weil sie eben nicht gleich in das geheime Schaffen und Walten der Natur den Blick tun können oder dürfen, der ihnen die Rätsel derselben enthüllen würde. Ich glaube zum Beispiel an eine geheime Verbindung unserer Seelen mit einer anderen Welt, in die wir oft hineinragen, ohne es mit unseren gröberen Sinnen zu verstehen und die uns wieder zu Zeiten berührt und mit Ahnungsschauern jenes unerforschten Reiches durchzittert, das unser Fuß nie betreten soll, bis eins der Körper im stillen Grabe schlummert.« »Helene«, lächelte Marie, »du darfst mich nicht mehr mit meinem Äthertraume necken und mit dem alten Herrn Quetzlinberger und der Frau Bause.« Der Famulus zuckte bei Nennung der Namen zusammen und hörte mit Spielen auf. Endlich sagte er langsam, »die Frau Bause? Kennen Sie die denn auch?« »Warum sollten wir sie nicht kennen?«, sagte Helene. »Wohnt sie denn nicht hier in der Stadt und prophezeit sie den Leuten nicht, die zu ihr kommen?« Ende von Abschnitt Vier Abschnitt Fünf von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel Vier, Teil Zwei Schwibus sah wohl ein paar Minuten lang still und schweigend vor sich nieder, ohne irgendetwas darauf zu erwidern. Dann griff er sein Instrument wieder auf, und die Worte mit den leisen Tönen begleitend fuhr er langsam fort, »Die Frau Bause ist eine gar würdige alte Dame, die schon etwas durchgemacht hat in der Welt, mehr als sich manche Menschen vielleicht träumen lassen. Wenn die erzählen wollte, müsste es gar interessant sein, zuzuhören. Aber« Und wieder sprangen die Töne in die frühere, schrille und schroffe Weise über, und er lachte dabei still und unheimlich vor sich hin, »Sie darf nur nicht.« »Und das ist auch nicht mehr als recht«, rief Marie, »Mutter hat noch neulich davon gesprochen, dass die Polizei das Prophezeien und Kartenlegen eigentlich gar nicht dulden sollte. Einzelne zufällig eingetroffene Sachen machen die Leute nur verwirrt. Viele setzen sich tolle Ideen ins Hirn, lassen sich ihren Todestag sagen und sterben zur Prophezeitenstunde, nur weil sie sich so entsetzlich davor fürchten. Andere treiben anderen Unsinn, der ihr Vermögen oder ihre Gesundheit ruiniert, um einem geweissagten Unglück auszuweichen oder ein versprochenes Glück zu erjagen. Der liebe Gott hat es gar unendlich weise eingerichtet, daß uns nicht allein die ferne Zukunft, nein, schon die nächste Stunde ein verschlossenes, unberührbares Buch bleibt. Ich würde nie die Hand danach ausstrecken, es zu öffnen.« Schwibus hatte das junge Mädchen indessen mit hoch aufgezogenen Brauen, weit ausgespitzten Lippen und einem unendlich komischen Ausdruck in den wunderlichen Zügen, stiehe angesehen. Die Violine stützte er dabei, um besser hören zu können, auf sein linkes Knie, während die rechte Hand mit dem Bogen auf dem anderen ruhte. »Die Polizei«, sagte er, als sie geendet hatte, und über die immer dunkler werdenden Züge zuckte und blitzte es in einigen wunderlichen Lichtern, »die, die Polizei«, und er schüttelte sich plötzlich, ohne aber einen weiteren Laut von sich zu geben, so vor innerem Lachen, daß es ordentlich aussah, als ob ihm die Glieder locker würden. »Nun ja, was ist denn darin so komisches, Herr Schwibus«, sagte Marie erstaunt, »hat denn die Polizei nicht das Recht, Leuten, die ein ordentliches Gewerbe daraus machen, leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu locken, das Prophezeien zu verbieten?« Schwibus nickte wieder und wieder rasch mit dem Kopf, als ob ihm das innere Lachen fast die Stimme erstickte, und nur endlich sagte er heiser und von öfterem Husten unterbrochen, »Ja, verbieten kann sie's, verbieten kann sie's, die Polizei. Schwibus kann auch dem Laubfrosch verbieten, daß er bei schlechtem Wetter ins Wasser geht.« »Aber Schwibus«, lachte Helene, »sie wollen doch nicht alte Frauen, die einen Erwerb daraus machen, andere Leute anzuführen, mit etwas vergleichen, dem die Natur schon den Instinkt für das Wetter wenigstens gegeben hat.« »Ja, wenn die Frau Bause so gut prophezeien könnte wie ein Laubfrosch.« »Hm, würde ihr sehr angenehm sein, das zu hören,« lachte der Famulus wieder auf seine stille Weise, »würde ihr ungemein angenehm sein.« Er blinzelte dabei mit dem linken Auge, den Kopf halb dem Fenster zugewandt, immer nach dort hinüber, als ob da draußen jemand säße, mit dem er sich unendlich über den Spaß freue und dabei ganz einverstanden mit ihm wäre. »Sie sind ein komischer Kauz«, lächelte Helene, und schraubte die Lampe etwas höher, damit sie heller brannte. »Ob übrigens die Frau Bause prophezeien kann oder nicht, soll mich wenig kümmern, ich werde ihre Künste doch nicht in Anspruch nehmen. Man soll mit solchen Dingen keinen Scherz treiben.« »Scherz«, sagte der Famulus, und wurde auf einmal ganz ernsthaft. »Scherz? Wer hat von Scherz gesprochen? Wer sich einen Spaß zu machen wünscht, soll um Gottes Willen andere Sachen wählen, als die Geister einer anderen Welt zu inkommodieren. Es tut nicht gut, und wir kommen mit Ihnen schon weit mehr als ratsam in unseren Träumen zusammen.« »In unseren Träumen?« rief Marie rasch, die in den Worten eine Art Bestätigung für manches zu finden glaubte, dem sie sich selber, sie mochte sich dagegen sträuben, so viel sie wollte, hinzuneigen begann. »Also halten Sie unsere Träume auch für etwas Wirkliches?« »Unsinn«, rief Helene lachend, »wenn die etwas Wirkliches sind, so bin ich vor vierzehn Tagen vom Turm der Dorotheenkirche über die ganze Stadt fortgeflogen und nachher in den Schwanenweiher gefallen, und wie ich aufwachte, lag ich doch warm und weich in meinem Bette.« »Ihr Körper«, erwiderte Schwibus trocken, »ihr Körper lag im Bette, Fräulein Helene, und der hat mit der Sache auch weiter nichts zu tun. Der Körper kann, wie sich von selbst versteht, nicht träumen, und was der Geist unter der Zeit treibt, wo er den Körper verlassen hat, davon sagt er ihm gewöhnlich nichts. Nur die Seele, die indessen natürlich zu Hause bleibt, verrät es ihm manchmal.« »Die Seele«, riefen Helene und Marie fast zur gleichen Zeit aus, »so machen sie einen Unterschied zwischen den beiden, die sie für zwei ganz verschiedene Wesen zu halten scheinen.« »Und sind sie es nicht?« lächelte der Famulus. »Eine Seele dürfen wir selbst dem Tiere nicht absprechen, dem wir keinen Geist gestatten. Der Geist mag den Körper im Schlafe verlassen, und den Beweis haben wir, wie er in der Zeit durch ferne Räume schweift. Die Seele dagegen muß den allgemeinen Naturgesetzen nach im Körper bleiben, ob er schläft oder wacht. Sobald sie ihn verlässt, ist er tot, bis sie zu ihm zurückkehrt,« fügte er mit leiser, kaum hörbarer Stimme hinzu. »Aber sobald sie ihn einmal verlassen hat, kann sie nie mehr zurück,« rief Marie. »Tote müßten ja sonst wieder zum Leben erstehen.« »Und geschieht das nicht bisweilen?« sagte der Famulus. »Scheintote, ja.« »Gut nennen wir sie Scheintote,« rief der Famulus kopfschüttelnd. »Der Name tut nichts zur Sache, und sind noch keine solchen Scheintoten beerdigt worden?« »O Gott, ja,« rief Philene schaudernd, »selbst in unserer Familie haben wir ein derartiges, furchtbares Beispiel.« »In deiner Familie?« fragte Marie überrascht. »Davon hast du mir ja noch nie erzählt.« »Wer spricht gern von so Entsetzlichem?« Der Famulus stemmte die Geige wieder an die Schulter, und eine neue, aber leise Melodie beginnend, um das Gespräch nicht zu stören, sagte er langsam. »Auch das Entsetzliche wird interessant, sobald es mit dazu dient, die Kenntnisse zu vermehren, an deren Schwelle wir doch stehen, die Kenntnisse von jener Welt, von der die wenigen, die wirklich etwas davon wissen, eben nichts oder doch so gut wie nichts verlauten dürfen.« »Also glauben Sie in vollem Ernst, Schwebus«, fragte ihn Helene, »dass hier wirklich Leute auf unserer Erde, in unserer Mitte leben, die etwas von jener anderen, geheimnisvollen Welt sagen könnten, wenn sie nur eben dürften?« Der Famulus erwiderte nichts darauf, aber die Töne seiner Geige schnitten wie ein Weheruf in das Ohr der Mädchen. »Sie wollten uns ja die Geschichte des Scheintoten erzählen,« sagte er dann plötzlich, zu Helenen gewandt. »War es Mann oder Frau?« »Eine Tante von mir«, lautete die Antwort. Erst wenige Jahre verheiratet, fiel sie bald nach ihrer ersten Entbindung in eine schwere Krankheit. Mein Ohrheim wich nicht von ihrem Lager und berief die geschicktesten Ärzte aus der Residenz, das flüchtige Leben der Sterbenden aufzuhalten. Umsonst. Das Kind starb zuerst, und an dem nämlichen Tag folgte ihm die Mutter. Ihr Gatte war außer sich. Er raste förmlich, warf sich über den Leichnam und schwur, dass er nicht ohne die dahingeschiedene Leben könne und wolle. Er widersetzte sich sogar den Leuten, nach denen geschickt war, die Leiche für das Begräbnis vorzubereiten, und die Ärzte, die für seinen Verstand fürchteten, drangen endlich darauf, dass er entfernt würde. Am Anfang ließ er sich das auch wirklich gefallen. Schon nach der ersten Nacht aber fing er an zu toben und schrie, dass man seine Frau, von der er behauptete, sie wäre ihm im Traum erschienen, lebendig begraben wolle. Er wütete dabei dermaßen, daß man ihn festhalten und in eine Zwangsjacke einschnüren mußte. So lag er 36 Stunden, bis er endlich ruhiger wurde, oder seine Kräfte doch so aufgerieben waren, um sich nicht weiter rühren zu können. Die Zwangsjacke wurde ihm dann allerdings wieder ausgezogen, aber Wochen vergingen doch noch, ehe ihn die Ärzte für so weit wiederhergestellt erklärten, die Anstalt verlassen zu können. Er reiste augenblicklich nach Hause, und seine Schwester, die indessen sein Haus verwaltete, fand ihn wohl noch niedergeschlagen und ernst, aber doch sonst ruhig und selbst gefasst. Er erkundigte sich nach dem Begräbnis, wie es gehalten worden, und ob Mutter und Kind zusammen begraben wären, fragte, ob die Ärzte auch in der Tat jedes Mittel angewandt hätten, sich von dem wirklichen Tode der Dahingeschiedenen zu überzeugen, und schien sich, als ihm alle diese Fragen genügend beantwortet worden, vollständig beruhigt zu haben. Er aß zu Mittag, trank seinen Kaffee und sagte dann seiner Schwester, daß er hinaus auf den Kirchhof gehe und die Gruft, in der sein Weib und Kind ruhten, besuchen wolle. Seine Schwester wollte ihn allerdings begleiten, aber er lehnte es ab. Er wünschte allein, mit seinem Schmerz zu sein, und wenn er sich da draußen ordentlich ausgeweint, werde ihm schon besser und leichter werden. Es war im Januar und bitter kalt, und der Kirchhof lag etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Mein Ohrheim hatte dort ein Erbbegräbnis, ein ziemlich tiefes und geräumiges Gewölbe mit einem eisernen Gitter darüber, in dem die Särge aus der Familie beigesetzt wurden. Den Schlüssel dazu trug er bei sich, die Kirchhofstür selber war über Tag offen, denn die Totengräber wohnten draußen in der Nähe. So verging der Nachmittag, und es wurde Nacht, und mein Ohrheim kehrte nicht zurück. Seine Schwester ängstigte sich und wartete bis zu später Stunde auf ihn, doch umsonst. Bei Tagesanbruch aber, als er bis dahin immer noch nichts hatte von sich hören lassen, bat sie einen Mann aus dem Hause hinauszugehen und sich bei dem Totengräber nach dem Vermissten zu erkundigen. Großer allmächtiger Gott, wie sollten sie ihn wiederfinden? Der Totengräber ging mit dem Boten zur Gruft, deren Tür nur angelehnt war, und der Anblick, der sich hier ihnen bot, muß fürchterlich gewesen sein, ließ aber auch nicht den geringsten Zweifel über das, was hier vorgefallen. Der Sargdeckel, unter dem meine Tante damals hinausgetragen worden, war abgeworfen. Der Sarg leer, und an der einen Ecke des Gewölbes, die kleine Leiche des Kindes fest in das eigene Leichentuch gehüllt, wie, um es gegen die furchtbare Kälte zu schützen, kauerte der erstarrte Körper, der jedenfalls lebendig beigesetzten. Bald nach dem Begräbnis mußte sie wieder zu sich gekommen sein, und war nicht mehr imstande gewesen, ihr Gefängnis, ihr Grab wieder zu verlassen. Nur vor dem Sarge war sie geflüchtet, soweit sie konnte, und dort hatte sie, das bleiche Haupt an die eisbedeckte Wand gelehnt, der Tod ereilt. Neben ihr aber, die Arme in wilder Verzweiflung um die erstarrten Glieder der Gattin und des Kindes geschlagen, lag mit durchschnittenen Adern, angefroren an den Boden und die Leichen mit dem eigenen Blute, »mein Ohrheim!« »All erbarmer!« rief Marie, »das ist ja fürchterlich!« Der Famulus aber fiel wieder in seine wilden, tollen Weisen ein und nickte dazu, während er sich fast ganz dem Fenster zutrete, in einem Fort mit dem Kopfe, der auf dem langen Halse ordentlich hin und her schwankte. »Entsetzlich ist es«, fuhr Helene langsam fort, »wenn man sich in die Lage der Unglücklichen denkt. Sie war nun wieder zum Leben erwacht, in grauenvollster Weise, alle Schrecknisse des Todes noch einmal durchzumachen.« »Merkwürdig bleibt es doch«, sagte Marie, »dass der Mann vorher den warnenden Traum gehabt.« »Großer Gott! Die Frau lebendig begraben und der Gatte, der ihr zur Hilfe eilen will, ins Irrenhaus gesperrt und in die Zwangsjacke geworfen. Kein Wunder, dass sich der Unglückliche das Leben nahm, als er das Elend, den Jammer begriff. Er muß da wirklich wahnsinnig geworden sein.« Die Töne der Violine wurden hier so furchtbar grell und laut und klangen so wie Spott und Hohn zwischen die heraufbeschworenen Bilder des Entsetzens, daß die beiden Mädchen den Famulus bestürzt ansahen. Dem aber schienen mit der Erzählung ähnliche Seiten in seiner eigenen Erinnerung berührt zu sein. Jedenfalls hatte er die Gegenwart anderer neben sich ganz vergessen. Das Gesicht dem Tische zugedreht, warf er das rechte Bein über das linke Knie und ging plötzlich, nach einem kurzen Vorspiel seines Instruments, dessen Töne jetzt in der Tat wie Worte klangen, in eine seiner barocksten Melodien über. Herüber und hinüber zuckten diese wie springende Gnome und erreichten ihren Zweck, wenn sie den gehabt, auch bald vollkommen, denn seine Zuhörerinnen wurden dadurch ordentlich gewaltsam von dem Schreckensbilde abgezogen, daß Helenens Erzählung vor ihrem inneren Auge heraufbeschworen. Am Anfang lauschten sie nur dem sonderbaren, aber nie unmelodischen Gewirr von Tönen und vergaßen endlich, was eigentlich diesen Sturm von Klängen hervorgerufen, in der Bewunderung über die erstaunliche Fertigkeit, ja Kunst des Spielenden. Träume, sang da plötzlich Schwibus in einer so wilden, heiser, knarrenden Stimme, daß die Mädchen, wie sie ihr wenige Takte gelauscht, und trotz der schaurigen Stimmung, in der sie sich noch vor wenigen Sekunden befunden, kaum das Lachen unterdrücken konnten. Überrascht schauten sie dabei zu dem langen, fahlen Gesicht des Singenden auf, der die wunderlichsten Krimassen dazu schnitt, und den ungeschickten Oberkörper, wie um den Takt zu halten, den er auch zugleich mit dem rechten, übergeworfenen Beine begleitete, von einer Seite zur anderen warf. Träume, Träume, sitzen am Bett, die närrischen Burschen und lachen, wissen wohl, wie es drüben steht, wissen nicht, wie sie es machen. Tanzen, tanzen können sie wohl, werfen die schattigen Beine, kriechen ins Hirn, wie der Haas in den Kohl, dünken sich hernder alleine. Plaudern können sie, geben nicht Ruh, haben schon manchen betrogen, necken und quälen, und greift ihr dann zu, hui, sind sie blitzschnell verflogen. »Aber ich habe ja gar nicht gewußt, daß sie singen können, Schwibus«, lächelte Helene, als er die Strophen beendet und zum Schluss die neckische Melodie durch ein ganzes Chaos von Tönen führte. »Kann ich auch nicht«, sagte der Famulus trocken, »ich mache nur eine Art von Spektakel, den manche Menschen, die es eben nicht besser verstehen, für Gesang halten.« »Nun, schmeicheln tun sie auch nicht«, lachte Helene, »da ist wahrhaftig ihr Rabe galanter. Der sagt doch jedes Mal, wenn ich zu ihm hinüberkomme, »kluge Frau, kluge Frau«. »Er wird es eben auch nicht besser verstehen«, lächelte Marie, und der Famulus, der keinesfalls die Worte gehört hatte, nickte ganz in Gedanken mit dem Kopf dazu. Die Mädchen mußten jetzt wirklich laut darüber lachen. »Ja, ja«, sagte aber der Famulus. Ernsthaft dabei vor sich hin nickend. »Lacht nur, lacht nur, solange ihr noch jung seid, und keine weiteren Sorgen, keine Gedanken habt, die euch quälen und peinigen dürfen. Die Zeit, wo das anders wird, kommt doch noch früh genug.« »Aber es braucht ja nicht anders zu werden, Herr Schwibus«, sagte Marie freundlich. »Wie vielen Menschen hat nicht Gott ein glücklich, friedlich Los beschieden, dem stillen Wasser gleich, das aus sanfter Ebene unter Blumen hin der Ewigkeit entgegenquillt. Warum sollen wir das nicht auch für uns erhoffen dürfen, und uns die schönen Tage jetzt mit Sorge und Not nutzlos verkümmern? Es geht uns gut auf der Welt, das wollen wir also mit dankbarem Herzen genießen und die finsteren traurigen Gesichter denen überlassen, die eben Ursache haben, traurig zu sein, und welchen allen wir ja doch nicht helfen können.« »Marie hat recht«, bat auch Helene. »Lassen Sie die trüben Bilder,« Schwibus, »machen Sie wieder ein freundliches Gesicht und erzählen Sie uns etwas Lustiges, aus Ihrem eigenen Leben vielleicht. Sie haben es mir schon lange versprochen, und heute Abend hätten wir so trefflich Zeit. Halten Sie Ihr Wort.« »Etwas Lustiges aus meinem Leben?« sagte der Famulus achselzuckend. »Wäre nicht übel, möchte nur wissen, wo ich's gleich hernehmen sollte.« »Etwas Lustiges vom Famulus Schwibus, Famulus beim Doktor Hetzelhofer?« Er sprach den letzten Namen mit leiser, scheuer, kaum hörbarer Stimme. »Oh, Sie wissen gewiß etwas«, bat Helene, »wenn Sie sich nur recht besinnen wollen. Ich selbst könnte Ihnen etwas angeben.« »So«, sagte der Famulus, und sein Gesicht zog sich wieder in jene Tausendfalten, in denen man nie imstande war zu erkennen, ob er lache oder weine. Denn selbst Tränen wären in jenen zahllosen Gruben spurlos verschwunden. »Sie also wüssten etwas Lustiges aus meinem Leben?«, wiederholte er nach kleiner, nachdenklicher Pause. »Gut, so nennen Sie's, Fräulein Helene, und wenn ich's nicht vergessen habe, will ich's erzählen.« »Gewiß«, rief Helene rasch und streckte ihm die Hand zum Einschlagen entgegen. »Gewiß«, sagte der Famulus, ihr selber neugierig dabei ins Auge schauend. »Gut«, rief Helene, der Freundin zublinzelnd, »dann erzählen Sie uns heute Abend, Schwibus, wie Sie mit meinem Bruder bekannt wurden.« Der Mann zuckte zusammen, als ob er von einem elektrischen Schlage getroffen wäre, und sein Blick flog rasch und unstet von dem Antlitz der vor ihm stehenden nach dem Fenster hinüber und wieder zurück. Als er aber die Augen Helenes in jubelnder Lust, ihn so weit überlistet zu haben, auf sich ruhen sah, war es fast, als ob ein eigener wilder Humor über ihn komme. Er griff den Bogen wieder auf und schaute mehrere Minuten lang still und schweigend vor sich nieder. Dann lachte er aber plötzlich so laut und hell auf, dass die beiden Mädchen ordentlich zusammenfuhren. So herzlich hatten sie ihn noch nie lachen hören. Und doch lag auch wieder etwas gar so Unheimliches in dieser wilden, fast unnatürlichen Fröhlichkeit. »Und weshalb glauben Sie, meine Damen, dass das etwas Lustiges ist?« sagte er endlich, nachdem er seinen förmlichen Lachkrampf überwunden hatte und wieder zu sich gekommen war. »Wer hat Ihnen überhaupt je davon erzählt?« »Erzählt?« »Eigentlich noch niemand«, sagte Helene, »aber mein Bruder hat schon mehrere Male, selbst wenn Sie dabei zugegen waren, darauf angespielt und dann jedes Mal so herzlich dabei gelacht.« »Herzlich gelacht, so«, sagte der Famulus, jetzt wieder vollkommen ruhig, indem er die aufs Knie gelegte Violine dabei stimmte. »Also herzlich gelacht hat er darüber.« »Ist ein lustiger Mann, der«, der Doktor Hetzelhofer. »Und wollen Sie es uns erzählen?« fragte Marie. »Ob ich will?« »Gewiß will ich«, lachte der Famulus wieder. »Habe ich es Fräulein Helene nicht in die Hand versprochen?« »Ich halte immer mein Wort.« »Das tut ja sogar mein Rabe.« »Und ich werde mich doch nicht etwa gar vor dem beschämen lassen.« »Aber es wird ein wenig lang werden, das Märchen. Die ganze Geschichte ist auch überhaupt weiter nichts«, setzte er, still und heimlich vor sich hin lachend hinzu, »und habe sie wahrscheinlich nur irgendwo einmal geträumt.« »Desto besser, Schwibus«, rief Helene, der Freundin vergnügt dabei zunickend, denn nun verging ihnen der Abend gewiß rasch und angenehm. »Aber ich begreife nur nicht, wie es ein Märchen sein kann«, sagte Marie. »Kein Märchen«, wiederholte der Famulus kaum hörbar, und sah momentelang still und stier vor sich nieder. Sein Gesicht war dabei womöglich noch fahler geworden, und die Augen lagen ihm tief in ihren Höhlen. Das dauerte aber nicht lange. Er legte sein Instrument neben sich nieder, bog sich im Stuhl zurück, stützte den linken Ellenbogen auf das Fensterbrett und den Kopf in die Hand, daß sein Blick zuweilen die Sterne draußen suchen konnte, und begann dann mit leiser, aber vollkommen deutlich ruhiger Stimme. Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5 – Die Geschichte des toten Famulus Draußen im Walde wohnen die Träume. Kleine, winzige, luftige Dinger, in Felsenspalten und Bergesschlucht, in hohlen Bäumen und einsamen Klüften, wie der Adler seinen Horst sucht, still und allein. Aber nachts kommen sie hervor. In Scharen und Schwärmen, die der blöde Wanderer gewöhnlich für Schwaden und Nebel hält, verlassen sie Berg und Wald und suchen Schlafende. Mit deren Geist plaudern sie dann und führen ihn mit sich fort in Gedankenschnelle, weit über die Welt hinaus, bis er ebenso wie sie zum Traum wird. Husch sind sie hier, husch sind sie da! Und was für Schätze breiten sie da dem staunenden Blicke nicht aus in Gold und Demanten, köstlichen Speisen und Gewändern, was das Herz wünschen könnte und begehren. Und Zauberstäbe haben sie, Zauberkäppchen, Tischchen decke dich und Zepter und Kronen, Flügel für den, der durch die Lüfte zu ziehen wünscht, Flossen für den Schwimmer, und weit auf werfen sie die Pforten ihrer Berge, die Eingänge zum Muschelsaal und dem Mandenwald, dem neugierigen Schwärmer ein herzliches Willkommen entgegenrufend. Nur mitnehmen darf er nichts, wenn er sie verlässt. Ob er's geschenkt bekommen oder selbst genommen, unter den Händen schwindet's ihm wieder fort in Luft und Hauch. Die Flügel versagen ihm den Dienst, das Wasser speit ihn aus, der Berg drängt ihn zurück, und die Erinnerung nur bleibt dem Geiste mit ihren bunten, schillernden Farben, gerade wie das Bild, das der Sonnenstrahl auf glatte Fläche wirft und auf ihr hält, anscheinend fest und deutlich und doch nur wie ein Duft darüber hingehaucht. Der Geist des Menschen ist frei und kann streifen und schweifen, wohin er will, wachend oder schlafend. Nicht an die Materie gebunden, sattelt er sich sein zauberschnelles Roß, den Gedanken, und fliegt damit weit über Berg und Tal, über Land und Meer. Geist und Traum sind deshalb auch wackere, tüchtige Spielgefährten, nicht so die Seele. Die sitzt daheim, an den Körper gebunden, und sorgt und sinnt und grübelt und rechnet und sehnt sich hinaus ins Freie dabei, in die Luft zu fliegen mit dem Ahr, in die Tiefe des Meeres zu tauchen, wie es der Geist kann, der wilde, unruhige Gesell. Umsonst, das Band, das sie an den Körper fesselt, ist wohl zerreißbar, kann aber dann nicht wieder geknüpft werden mit Menschenhänden, und aus ihrer Hülle vorzeitig gerissen, müßte sie durch das Nichts schweifen in Ewigkeit, durch das öde, entsetzliche Nichts. Er hielt schaudernd einen Augenblick inne und griff, fast wie unwillkürlich, nach dem Instrumente, ließ es aber neben sich liegen und fuhr nach einer kleinen Pause wieder vollkommen ruhig fort. Draußen im Berge wächst eine Kraft, die Menschen nennen sie Gift, die ist imstande, die Seele von dem Körper zu trennen, und keine menschliche Kunst wäre imstande, sie zurückzuführen. In der Tag- und Nachtgleiche aber, wenn die Sonne gerade über dem Äquator steht, schießt hier und da über Nacht in einzelnen Felsspalten ein dünner, blutroter Halm auf, und welkt und verdorrt, wenn nicht gepflückt, wie ihn der erste Sonnenstrahl bescheint. Die Träume, rastlose Burschen, die herüber und hinüber streifen und alle Winkel und Ecken kennen, wissen die Plätze wohl, und wem sie gut sind, dem zeigen sie geheime Kraft und führen den Geist, der mit ihnen um ihre Spielplätze kreist, zu den geweihten Stellen. In irgendeiner Stadt Deutschlands, der Name und ob sie uns nahe oder fern liegt, tut nichts zur Sache, denn lange Jahre sind seitdem entschwunden. Lebte einst ein junger Bursche so froh, so glücklich in den sonnigen Tag hinein, so überselig in dem Genusse alles dessen, was diese Erde uns armen Sterblichen zu bieten imstande ist, daß er, natürlich zuletzt übermütig wurde und mehr verlangte. Die Träume waren dabei seine besten Freunde, und wenn er am Tage des Glückes Horn erschöpft und sich am Abend auf sein Lager warf, freute er sich schon im Voraus auf die wilde Bahn, die er mit ihnen weit hinaus ins Freie ziehen konnte, und er blieb keine Nacht daheim. Aber das waren und blieben doch immer nur Träume, und die genügt nehmt zuletzt nicht mehr. Er wollte und verlangte Wirklichkeit, und härmte und quälte sich ab, wurde traurig und niedergeschlagen, und sein alter Vater grämte sich nicht allein darüber, sondern er selber versündigte sich auch dadurch an Gott. Die Träume aber, selber seelenlose Geschöpfe, wurden des mürrischen, kopfhängerischen Spielgefährten müde und sannen auf Mitte, ihn zu zerstreuen. Seiner Seele drang, konnte ihnen auch nicht auf die Länge der Zeit Geheimnis bleiben. Wie sie ihn deshalb erst getrieben, sich von der lästigen Bürde zu befreien, zeigten sie ihm zuletzt die Stelle, wo der rote Halm keimte, zur rechten Stunde. Noch schrak er zurück vor dem entscheidenden Schritte, aber in der nächsten Tag- und Nachtgleiche suchte er doch und fand den Schatz, der ihn zum Herrn machte über Raum und Zeit, weil er die Bande jetzt lösen und knüpfen konnte, die ihn an das Irdische fesselten, und er pflückte den Halm. Von dem Augenblick an, fuhr der Famulus fort und strich sich mit der langen, bleichen Hand über die heiße Stirn, war der sonst so lebensfrohe, glückliche Mann ein anderer Mensch geworden. Die wundervolle Welt um ihn her existierte nicht mehr für ihn, nicht des Himmels blau, nicht der Erde pracht, selbst seinen Träumen wurde er fremd, und nächtelang saß er auf in dumpfem Brüten, in Unentschlossenheit, den Schritt zu tun, zu dem es ihn gezogen und gedrängt, und der ihn jetzt in eine neue, gefürchtete Welt einführen sollte, ihn, den fremden Eindringling. Der Famulus barg Stirn und Augen in beiden Händen und blieb eine ganze Zeit lang schweigend sitzen. Marie wurde aber darüber ganz bestürzt, denn wie sie sich bis jetzt in das Märchen hineingedacht, sah sie den sonst so stillen, ruhigen Mann jetzt so gewaltig bewegt, als ob er von sich selbst das Furchtbarste erzählte. Und konnte diese Abscheidung der Seele von dem Körper nach Willkür des Menschen denn überhaupt Wahrheit sein? Der Famulus fantasierte jedenfalls. »Es ist doch ein eigentümliches Gefühl«, fuhr dieser da plötzlich wieder fort, indem er in seine frühere Stellung zurückfiel und nur einen scheuen, flüchtigen Blick aus dem Fenster warf. »Es ist doch ein eigentümliches Gefühl, neben sich selber zu stehen und den eigenen Körper zu sehen, der bleich, kalt, tot, eine Leiche vor uns liegt.« Noch wunderlicher aber ist dann das Bewusstsein unserer Selbst, ein Nichts und doch bewußt, ein Hauch und doch bewegungs, lebensfähig. Wie der schüchterne Schatten, der sich ängstlich hinter den Körpern birgt und dem Lichte, wo es ihn treffen könnte, scheu entweicht, zittert das Neue selbst vor dem fremden All, das es umgibt, und wagt nicht, die alte Wohnung zu verlassen. So zögert und zaudert es, kehrt zurück und zwingt aufs Neue sich zu dem Entschlüsse, bis es den letzten Zweifel, die letzte Furcht von sich geworfen und nun plötzlich in jubelnder, jauchzender Lust frei, frei und ungehindert hinausschweift in die unendlichen Räume, in nie geahnter, unbegriffener Seligkeit, durch ein ganzes Meer von Licht und Leben. Doch es ist nicht möglich, das zu beschreiben. Worte fehlen da, wo die Seele selbst das unermessliche Glück nicht fassen konnte und schwindelnd zurückkehrte in den alten Bau, der ihr von da an morsch erschien und lebensmatt. Es ist aber bei allem dem eine gefährliche Geschichte, setzte er plötzlich mit ganz veränderter, trockener Stimme hinzu, eine ganz gefährliche Geschichte, auf solche Wanderungen zu gehen und lange auszubleiben. Die Menschen, ungeduldige Wesen, die es sind, nehmen keine Rücksicht auf derlei Ferien und machen sich manchmal den Spaß und begraben den Körper indessen, wenn sie ihn finden, und das ist fatal. Hiernach erklären sich auch die Fälle des dann und wann vorkommenden lebendig Begrabenwerdens, was aber ein ganz falscher Ausdruck ist. Der Körper ist in der Zeit, in der er begraben wird, keineswegs mehr lebendig, sondern wirklich nach allen Regeln und Gesetzen tot. Nur die noch nicht abgerufene Seele hat sich absentiert und steckt irgendwo, wohin sie nicht gehört. Und wenn sie dann zurückkehrt? Zu spät! Wieder hielt der wunderliche Erzähler inner und stützte, während sein ganzer Körper zitterte, das Gesicht in die Hände. Aber Herr Schwibus, sagte der schüchtern Marie, Sie erzählen ja das alles, als ob es einem Menschen wirklich begegnen könne, als ob es Ihnen begegnet sei. Das ist auch ein unheimlich schauerlicher Text zu einem Märchen, und Sie hatten uns doch eigentlich etwas Lustiges versprochen, worüber wir lachen könnten. Lachen, sagte der Famulus, und aus den plötzlich wieder in tausend und tausend Falten gelegten Zügen blitzte der alte, tolle Humor des Mannes hervor. Lachen? Sie hätten einmal hören sollen, wie der Dr. Hetzelhofer damals über die Geschichte gelacht hat. Er wollte sich gar nicht wieder zufrieden geben, und die Tränen liefen ihm ordentlich über die Backen nieder. Aber es war auch spaßhaft. »Schwibus hat eine wunderbare Fantasie, liebe Marie«, sagte Helene, Mariens Hand ergreifend und nach dem sonderbaren Manne hinüberlächelnd. »Mitten im einfachen Erzählen geht die manchmal mit ihm durch, in voller Flucht. Kehrt er dann zu der vorher begonnenen Erzählung wieder mit ruhiger, nüchterner Stimme zurück, so ist es einem fast, als ob man das ganze tolle Zwischenspiel gerade nur geträumt hätte, und jetzt wieder mit ihm selber aufgewacht sei zu wirklichem Leben.« Marien aber tanzten die heraufbeschworenen Bilder vor der eigenen Seele wirr durcheinander. Die alte Erinnerung an den früheren Traum tauchte ebenfalls wieder auf, und unwillkürlich fast bei der Behauptung, daß die Seele den Körper verlassen und zu ihm zurückkehren könne, schien es ihr ordentlich, als ob ihr selber das schon geschehen und, was sie eben nur für Traum gehalten, doch jetzt am Ende Wirklichkeit gewesen wäre. Schon der Zweifel daran beunruhigte sie, und sie fragte mit schüchterner Stimme, »Und glauben Sie denn wirklich, Herr Schwibus, daß die Seele, unabhängig von dem Körper und während dieser Tod oder bewusstlos zurückbleibt, einen anderen Ort besuchen, andere Räume durchfliegen könne, Räume vielleicht, wo sie nie imstande wäre, mit dem Körper hinzudringen?« »Ob ich das glaube,« sagte der Famulus mit einem leichten, fast wehmütigen Lächeln, »weshalb erzähle ich Ihnen denn jetzt die Geschichte?« Es gibt aber allerdings auch Fälle, wo die Seele ihrem Körper durch menschliche Kunst auf kurze Zeit entzogen wird. Der Mensch hat sich dazu die Natur dienstbar gemacht und benutzt ihre Kräfte, ist aber nur imstande, die Seele auf Stunden oder Minuten zu verdrängen, nicht förmlich zu trennen. Der Körper bleibt warm, und der Geist, von dem Äther betäubt, schlummert darin fort. »So wäre auch meine Seele damals, als ich den Äther bekommen,« rief Marie schnell und fast erschreckt, »wirklich in dem alten Hause gewesen und hätte wirklich alles das erlebt, was mir die anderen sagten, daß ich es nur geträumt und jene Wesen beständen in den alten Räumen?« Der Famulus zuckte die Achseln und warf wieder einen scheuen Blick nach dem alten Hause hinüber, dann aber, nach kurzer Pause, in der er die Lippen fest zusammengebissen und sich die Hände gerieben hatte, sagte er trocken, fast mürrisch, »Ich bin der Famulus Schwibus, und was die da drüben treiben, geht mich nichts an. Ich weiß auch nichts davon, und wenn sie mich wirklich einlüden, weiß ich auch noch nicht einmal, ob ich hinüberginge.« »Sie sollen uns nicht zu fürchten machen,« Schwibus, rief Helene, der es nicht entging, welchen peinlichen Eindruck die geheimnisvollen Worte auf Mariens Reizbarkeit machten. »Lassen Sie den häßlichen Scherz und erzählen Sie uns lieber ihre Geschichte?« Der Famulus nahm die Geige wieder auf und fuhr ein paar Mal in grellen, scharfen Strichen mit dem Bogen über die Seiten. Als ob das aber nicht recht zu den Gedanken passe, die ihm jetzt Brust und Hirn durchzogen, legte er sie wieder auf ihren alten Platz, faltete seine Hände über dem rechten Knie, schloß die Augen, um ganz abgeschieden von der Außenwelt zu sein, und begann aufs Neue. Es war ein wundervoller, freundlicher Abend, an dem der schon vorerwähnte junge Mann sich seine Lieblingsstelle, ein tief verstecktes, schattiges, fast unzugängliches Plätzchen tief in einer Waldesschlucht aufsuchte, um seinen Körper dort zurückzulassen, während die Seele wieder hinaus schweifte in die Weite. Es sollte das letzte Mal sein, daß er den kühnen Schritt wagte, aber sein Herz hatte ihm dieses Mal noch einen Streich gespielt und ließ ihn nicht ruhen noch rasten. Ein wunderliebliches Frauenbild, das er in früheren Jahren kennen und lieben gelernt, und dessen Spur er dann verloren, wollte er nämlich wieder aufsuchen, ihr Herz, von keinem Körper behindert, erlauschen, und war sie ihm wirklich hold, dann, ja, dann wollte er ganz ernst und ehrbar zu ihr gehen und bei ihrer Frau Mutter um ihre Hand anhalten. Er war reich, jung, schön, drei sehr gute Empfehlungskarten und zweifelte deshalb auch gar nicht an einem günstigen Erfolg. Seine damalige Reise oder der Zug seiner Seele, wie wir es besser nennen könnten, geht die Erzählung hier nichts weiter an. Aber die Seele muß sich vortrefflich amüsiert haben, denn sie blieb länger aus, als sie ihm anfange beabsichtigt, und als sie endlich zurückkehrte, als sie voll glühender Hoffnung den Körper wieder belieben wollte, den sie jetzt zu Glück und Liebe führen konnte, war er nicht mehr da, die Stelle leer und öde und keine Spur von dem Entführten aufzufinden. Die Seele befand sich damals in einer äußerst unangenehmen Situation, vor der Famulus nach kleiner Pause sich langsam dabei die Hände reibend fort. Die Damen haben ja wohl schon einmal etwas von Seelenangst gehört, ein Zustand, wo die Seele vogelfrei, ihrer Qual und Angst preisgegeben ist. Die Strafen der Verdammten müßten ungefähr Kinderspiel dagegen gewesen sein. Die Situation war auch wirklich eigentümlich genug. Daß einem Körper die Seele abhanden kommt, fällt alle Tage vor, aber umgekehrt, davon können sich nicht alle Menschen eine bestimmte Idee machen. »Hahaha!« lachte Helene, »der Gedanke ist wirklich zu komisch.« Der Famulus blickte rasch und scharf nach Helene hinüber, aber er teilte die Fröhlichkeit nicht, wenn nicht das Zucken seiner Lippen vielleicht ein verstecktes Lachen war. »Und wo fand jene unglückliche Seele den Körper wieder?« fragte Marie. »Das Ganze konnte ja doch nichts anderes als ein toll erfundenes Märchen sein, und dennoch schoss ihr ein eigenes schmerzhaftes Gefühl dabei durch die Brust, dem sie nicht Ursache zu geben wußte.« »Wo sie den Körper wiederfand?« sagte der Famulus, indem er die Augenbrauen hoch in die Höhe zog und den Mund auf seine gewöhnliche, eigentümliche Art dazu spitzte. »Wo?« »Bei dem Herrn Doktor Peregrinus Hetzelhofer. Aber wie? »Hie, es sah schon ordentlich komisch aus, wie der Kopf oben in einer weißen, noch offenen Glasflasche stand und Arme und Beine, teils schon präpariert, teils noch des Skalpells gewärtig, in Kasten oder auf den Tischen umherlagen, und der Doktor dazwischen saß, sein Werk mit augenscheinlicher Zufriedenheit betrachtend.« »Ach, Schwibus, das ist ja eine schreckliche Geschichte!« rief Elene zusammenschaudernd, indem sie von ihrem Stuhl emporsprang. »Sie versprachen uns, etwas Lustiges zu erzählen, und nicht solche Schreckensgeschichte aus des Bruders Zimmer. Was für Freude sie darin nur suchen, solche schauerlichen Dinge zu erfinden!« »Erfinden?« wiederholte der Famulus. »Hm, wessen Kopf steht denn da, gleich links neben dem Mittelfenster, auf dem langen Glasschrank, in dem das Gerippe des Raubmörders aufgestellt ist?« »Aber das wollen wir ja gar nicht wissen,« wehrte Elene ab. »Es gibt Unglück und Elend genug in der Welt und in unserer unmittelbaren Nähe, weshalb daher das Schrecklichste von allem zur Unterhaltung heraussuchen.« »Von sich selber sollten sie erzählen und haben das auch versprochen.« »Erzählen sollen sie, wie sie mit dem Bruder bekannt geworden, nicht aber von einem anderen unglückseligen Menschenkinde, das seinen Körper ausgezogen hatte wie einen unbequemen Rock, den man ihm dann, während es spazieren gegangen, gestohlen. Darauf läuft doch der ganze entsetzliche Scherz hinaus.« »Sobald sie das einen Scherz nennen,« sagte Schwibus, »wenn man von seinem eigenen in Spiritus gesetzten Kopfe spricht, so haben sie recht.« »Aber sie waren doch nicht jener schöne, junge, reiche Mann,« rief Elene von der Idee erfasst wieder lachend. »Allerdings war ich der,« flüsterte rasch und leise der Famulus, und der scheue Blick, den er dabei im Zimmer umherwarf, der ängstliche Ausdruck in seinen Zügen hatte etwas gar so Wildes und Unheimliches. Selbst Helene wagte nicht zu lachen und schwieg erschrocken still, denn zum ersten Male stieg jetzt in ihr der Gedanke auf, daß der wunderliche Famulus, an dessen Eigentümlichkeiten sie sich fast gewöhnt, doch am Ende im Kopf irr sein könne, jedenfalls seine fixen tollen Ideen habe, die sich in seinem Hirn so festgesetzt, bis er sie selber glaubte.« Schwibus indessen, der die Gegenwart der beiden Mädchen fast ganz vergessen zu haben schien und, den Blick starr in die Ecke des Zimmers geheftet, ganz seinen Erinnerungen oder Fantasien hingegeben blieb, fuhr mit vollkommen ruhiger Stimme fort. »Meinen Kopf nahm ich natürlich gleich wieder in Besitz, und der Doktor erschrak allerdings etwas, als ich ihn von dem Schranke aus anredete und meinen verstümmelten Körper von ihm zurückverlangte.« Er nahm die Sache aber doch viel kaltblütiger, als ich im Anfang erwartet hatte, ja, wollte sich sogar totlachen, als ich mit meinem Bericht zu Ende war. Zuletzt versicherte er mir jedoch, daß es ihm allerdings ungemein leidtue, mich in eine so unangenehme Lage versetzt zu haben, daß er indessen wohl Glieder voneinander trennen könne, jedoch nicht verstehe, sie wieder zusammenzusetzen. Wenn ich also nicht so herumgehen wolle, und er gab zu, daß die Situation viel Unbequemes haben müsse, so wolle er mir einen anderen Körper überlassen, den er gerade bekommen habe und in den ich allenfalls, wenn ich mich ein wenig strecke, passen werde. »Ich möchte nicht gern weitläufig sein,« fuhr der Famulus jetzt nach einer kleinen Pause in vollkommen gleichgültigem, ruhigerzählendem Tone fort, und will deshalb die dazwischenliegenden Debatten und praktischen Versuche einer solchen unnatürlichen Übersiedlung wie die Bedingungen, denen ich mich dabei unterwerfen mußte, überspringen. Ebenfalls gehört nicht hierher, wie ich längere Zeit genötigt war, mich in der Studierstube des Doktors aufzuhalten und dort nicht allein viel lernte, sondern auch zu gleicher Zeit viel sah, mehr vielleicht, als uns beiden gut gewesen wäre, wenn wir uns wieder hätten trennen sollen. Ich bekam also die jetzigen Gliedmaßen und wenn ich auch, was das Äußere betraf, einen sehr schlechten Tausch gemacht, so habe ich mich doch nun mit der Zeit in meine neue Schale eingewöhnt. Aber guter Schwibus, sagte Helene, während Marie still und schweigend dem Ganzen zugehört. Wie können Sie sich nur solche tolle, unglückliche Gedanken in den Kopf setzen? Das tue ich ja gar nicht, mein verehrtes Fräulein, erwiderte ihr freundlich der Famulus. Ich nahm die Sache ungemein leicht und nur zweimal, in zwei Fällen, war ich, war ich ein klein wenig in Verzweiflung, aber auch nur ein ganz klein wenig. Das erste Mal, wie ich nach jener Stadt zurückkam, in der ich, Sie brauchen mich deshalb nicht auszulachen, meine Damen, denn es war nur eine Schwäche, die ich jetzt gern eingestehe und auch vollkommen überwunden zu haben glaube. Nach jener Stadt also, in der ich jenes weibliche Wesen wiedergefunden und dann auf so fatale Weise verloren hatte. Ich vergaß da meinen neuen Körper und wußte nicht gleich, weshalb sie so entsetzlich an zu lachen fing, als ich ihr, möglicherweise etwas ungeschickt, zu Füßen fiel. Es war gut, daß mir ein gegenüberstehender Spiegel in dem Augenblick meine Gestalt zeigte, und mit einiger Geistesgegenwart wickelte ich mich noch ziemlich gut aus der Affäre heraus. Ich gelangte wenigstens wieder auf die Straße, ohne die Hilfsleistung der durch einen Klingelzug herbeigerufenen Dienerschaft in Anspruch genommen zu haben. Der zweite Fall war ganz anderer und, eigentlich könnte man sagen, entgegengesetzter Art, denn eine alte, würdige Frau fiel mir plötzlich auf der Straße um den Hals und nannte mich unter Freudentränen ihren, dem Grabe wieder erstandenen und ihr vom lieben Herrgott zurückgegebenen Sohn. Glücklicherweise rührte sie vor Freude gleich auf der Stelle der Schlag, und ich hatte die Beruhigung, sie den dritten Tag selber auf den Kirchhof begleiten zu können. Übrigens bin ich mit meinem jetzigen Körper vollkommen zufrieden. Er spielt leidlich die Violine, stopft vortrefflich Vögel aus, ist soweit gesund und außerdem noch ungemein geschickt in allerlei anderen kleinen Arbeiten, von denen meine Seele früher keine Ahnung hatte. So hoffe ich denn auch, daß wir uns noch eine Reihe von Jahren miteinander vertragen werden. Sie sind ein wunderlicher Kauzschwibus, sagte Helene kopfschüttelnd und doch auch wieder lächelnd. Manchmal wird man wahrhaftig ganz irre an Ihnen und weiß gar nicht, ob Sie Scherz oder Ernst machen, wenn Sie sich nur nicht einen gar so entsetzlichen Stoff zu Ihren Erzählungen wählten. Man begreift gar nicht, welch Vergnügen Sie daran finden. Und dann können Sie wieder so lustig, so wirklich komisch sein. Ich möchte nur wissen, ob hinter dem, was Sie von Traum und Seele äußerten, ein tieferer Sinn noch liegt, sagte schüchtern Marie. »Es freut mich, daß Sie sich dabei amüsiert haben,« meinte der Famulus, mit dem früheren, trockenen, ausdruckslosen Gesicht, ohne auf die letzte Frage weiter einzugehen. Helene war übrigens jetzt vollkommen darüber beruhigt, daß der Famulus nur wirklich einen Scherz gemacht und keineswegs selber den Unsinn glaube, also auch nicht geistesverwirrt sei. Darauf also eingehend rief sie lachend, »Das müssen Sie uns aber noch sagen, Schwibus, wer eigentlich die schöne junge Dame war, vor der Sie auf die Knie gefallen und die Sie nachher so unfreundlich aufgenommen hat. Nicht wahr? Sie machen uns zu Vertrauten, denn ich fange an, Verdacht zu schöpfen, daß der Teil der Geschichte wirklich passiert sein könnte.« »Und was würde Ihnen das helfen?« fragte der Famulus ruhig. »Nun, ich würde suchen, einen neuen Anknüpfungspunkt für Sie zu finden, wenn ich ihr nun die ganze Sache auseinandersetzte, wie sie wirklich ist, und Sie ihr dann noch einmal vorführte.« »Sollte ich mich noch einmal lächerlich machen?« fragte der Famulus leise, aber es lag eine so bittere, tiefe Wehmut in dem Tone, daß die Mädchen wirklich bestürzt zu ihm aufsahen. Schwibus jedoch richtete sich von seinem Stuhl empor und sein Instrument aufgreifend setzte er lächelnd hinzu. »Verruhigen Sie sich übrigens darüber, meine Damen, die Sache ist schon sehr lange her und die junge Dame alt und grau geworden und gestorben und begraben. Es war Ihre Großmutter, Fräulein Helene.« »Meine Großmutter, Schwibus?« Draußen klingelte es in diesem Augenblick an der Vorsaaltür und der Famulus sagte freundlich, »Fräulein Marie wird wahrscheinlich abgeholt werden, wünsche Ihnen angenehme Ruhe, meine Damen.« Und mit tiefer Verbeugung gegen die Mädchen verließ er rasch das Zimmer, um in seine eigene Stube zurückzukehren. Marie wurde in der Tat nach Hause gerufen und Helene blieb allein in der Stube zurück. Sie nahm ein Buch, sich zu zerstreuen, es war noch zu früh, schlafen zu gehen, aber sie konnte ihre Gedanken nicht dazu sammeln. Sie setzte sich ans Klavier, aber die wehmütigen Weisen, die ihren Fingern entquollen, stimmten sie eher noch trüber. Sie ging im Zimmer auf und ab und blieb einmal selbst mit einem leisen Angstschrei auf den Lippen am Fenster stehen, denn sie hätte in dem Augenblick darauf schwören wollen, daß sie einen Lichtstrahl zwischen den Gardinen des gegenüberliegenden alten Hauses gesehen. Wie sie den Blick aber fester und forschend darauf heftete, fand sie, daß es nur der Widerschein eines Sternes gewesen, der gegen die matten und schon lange grün angelaufenen runden Glasscheiben des alten Fensters seinen Strahl geworfen. »Es ist auch recht häßlich von dem alten Schwibus,« murmelte sie leise vor sich hin, »daß er es ordentlich darauf anlegt, solche grausliche, haarsträubende Geschichten zu erzählen. Was er nur dabei hat. Ich will ihn aber auch nicht ein einziges Mal wieder darum bitten. Er soll seine Abscheulichkeiten für sich behalten.« Sie war ordentlich böse auf den Famulus geworden und ärgerte sich dabei über sich selber, daß sie die albernen Märchen nicht gleich wieder vergessen konnte und sich wieder ihren Willen so von ihnen aufregen ließ. Trotz der frühen Stunde beschloss sie auch, zu Bett zu gehen, sah noch einmal, wie es einer sorgsamen Hausfrau zukommt, nach allen Schränken und Türen, und ging dann den schmalen Gang an des Doktors Zimmer vorüber ihrem eigenen Schlafzimmer zu. Aber warum schauderte sie unwillkürlich zusammen, als sie an der verschlossenen Tür des Studierzimmers vorüber schlüpfte? Schwibus tolle Erzählung von dem abgeschnittenen Kopf hatte ihr doch die Nerven erregt. Sie fürchtete sich. »Unsinn!« murmelte sie leise und ärgerlich vor sich hin, indem sie stehen blieb und wie herausfordernd nach der Tür sah. »Wie kann ein vernünftiger Mensch auch nur für einen Augenblick solchen tollen Gedanken Raum geben? Wenn ich auch die häßlichen und schrecklichen Sachen da drinnen nicht sehen mag, fürchte ich mich doch auch nicht davor. Und wenn ich meinen Willen darauf setze...« Sie hob den rechten Arm und krümmte den Finger, als ob sie anklopfen wolle. Aber wie Fieberfrost rieselte es ihr den Nacken hinunter, und sie floh raschen Schrittes in ihre Kammer, deren Tür sie hinter sich verschloss. Über den Gang aber tönten jetzt, von der anderen Seite her, aus dem Zimmer des Famulus der Violine Töne, weich und schmelzend, wie aus tiefbewegter Brust, und dann wieder stürmisch wild und klagend, wie trotzig gegen das ankämpfend, was ihm am Herzen nagte. Helene hatte ihn so noch nie spielen hören, und war sie im Anfang auch wirklich böse auf ihn gewesen, seiner grässlichen, abscheulichen Geschichten wegen, so überkam sie bei diesen weichen, wehmutvollen Klängen doch auch wieder ein eigentümlicher, stiller Schmerz, dessen Ursache sie nicht ergründen konnte. Sie barg ihr Antlitz in den Kissen, und erst der Schlaf trocknete ihr leise die Tränen von den Augen. So vergingen wieder mehrere Wochen und der Prozess der quetzlinbergischen Erbschaft näherte sich seinem entscheidenden Termine. Advokat Hechner, der Bruder des Regierungsrates, war dabei der Bevollmächtigte des jungen Herrn Schierling, des angeblichen Erben und Nachkommen jenes bestrittenen Adoptivsohnes des alten Herrn Quetzlinberger. Und dieser hatte seinen Anwalt ersucht, ihm für die Dauer seines Aufenthaltes in Hellburg einen Privatlogis womöglich in der Nähe des bestrittenen Hauses auszumachen, da er das Leben im Wirtshaus nicht liebe und so viel wie möglich vermeide. Advokat Hechner hatte hierauf seinen Bruder, der mit dem mutmaßlichen Erben des alten Hauses überhaupt in freundliche Beziehungen zu kommen wünschte, dazu vermocht, den jungen Gast auf einige Zeit bei sich einzuquartieren und ihm den Aufenthalt indes, schon des Bruders wegen, so angenehm als möglich zu machen. Der Regierungsrat erklärte sich auch dazu in aller Unschuld und in dem schlichten Glauben bereit, daß es bei ihm weiter keine großen Umstände machen und sogar eine freundliche Abwechslung in sein stilles Hauswesen bringen würde. Außerdem wurde er dann gleich selbst mit dem jungen Schierling, der überdies weiter Reisen gemacht haben sollte, näher bekannt, und wer wußte, ob er dann das Nachbarhaus, was ja schon seit so langen Jahren sein Wunsch gewesen, nicht doch noch unter billigen Bedingungen an sich bringen konnte. Außer seinen bewohnten Stuben hatte er in seiner Etage zwei allerliebste und jetzt unbenutzte Fremdenstübchen und dem augenblicklichen Einzug des willkommenen Gastes stand also gar nichts im Wege. Darin hatte er sich aber doch geirrt. Die Frau Regierungsrätin als ordnungsliebende Hausfrau war nämlich keineswegs gewillt, den vornehmen und ehrenvollen Besuch so ohne weiteres in ihr verwohntes und durch den Winter unscheinbar gewordenes Haus einziehen zu lassen, ohne wenigstens vorher alles zu tun, was in ihren Kräften stand, die Wohnung wieder menschlich und anständig herzurichten. Darunter verstand sie vor allen Dingen ein gründliches Scheuern und Reinmachen des ganzen Hauses, von der Flur unten an bis unter das Dach hinauf, mit den dazugehörigen frischen Gardinen und Überbezügen, neues Bewerfen und Malen der Küche und Treppe wie der Hausflur natürlich eingerechnet. Ja, sie gab sogar nicht undeutlich zu verstehen, dass das Fremdenstübchen selber einer neuen Tapete so notwendig wie nur irgendetwas bedürfe, wie denn ein Teppich zu solch kalter, unfreundlicher Winterzeit jedenfalls hineingelegt werden müsse. Der Regierungsrat erschrak, als er die Folgen überblickte, die sein leichtsinniges Versprechen über ihn heraufbeschworen, und suchte jetzt wenigstens bei der kalten, nebligen Witterung, das Scheuern und Reinmachen eben nur auf die beiden betreffenden Zimmer zu beschränken, in welche ihr junger Gast einquartiert werden sollte. Frauen lassen sich aber bei irgend genügender Entschuldigung selten die Gelegenheit entgehen, eine stille, friedliche Familienwohnung zeitweilig unter Wasser zu setzen, und die Frau Regierungsrätin machte denn auch keine Ausnahme von dieser Regel. So fest und hartnäckig bestand sie darauf, ihr Logis endlich einmal in Ordnung zu bringen, eine Drohung, die sechs volle Tage zur Ausführung brauchte, dass ihr Gatte zuletzt jede weitere Einsprache in Verzweiflung aufgab. Ja, er räumte seiner Frau sogar vollkommen das Feld, um diesem entsetzlichen Zustande selber zu entgehen, und setzte sich auf die Post, einige Geschäfte, die ihn nach der Residenz riefen, in dieser Zeit abzumachen. Selbst sein Studierzimmer musste er auf Gnade und Ungnade übergeben, und trotz der verschlossenen Bücherschränke wusste er recht gut, daß indessen des Schlossers krummwärtige Dietriche rücksichtslos angewandt werden würden, sie zu öffnen. Jedes im Haus befindliche Brett, wo es sich auch befand, mußte gescheuert werden. Selbst das Versiegeln half hiergegen nicht, das er sogar in früheren, glücklichen Jahren der Täuschung einmal versucht. Die Frau Regierungsrätin hatte allerdings in einer instinktartigen, halb unbewussten Scheu, das Siegel nicht zu verletzen gewagt, aber die Rücken aus den Schränken herausnehmen lassen und die Bücher nachher auf die feuchten, abgescheuerten Bretter sämtlich verkehrt wieder hinaufgestellt. Wie nun der Regierungsrat, er war damals noch Assessor, zurückkehrte und mit selbstzufriedenem Blicke das Siegel löste, bekam er bald den Tod vor Schrecken, als ihm aus seinen Schränken heraus in buntem, entsetzlichem Gemisch die gelben, grünen, blauen, roten und marmorierten Schnitte der Bände ordentlich unheimlich entgegenstarrten. Nach solcher Erfahrung gab er natürlich jeden Verteidigungsversuch vollständig auf. Es lässt sich denken, wie gemütlich es in dem sonst so stillen Hause des Regierungsrates die Woche herging. Kein Stuhl stand mehr auf seinem alten Platz, kein Tisch, kein Schrank. Die Fenster waren ausgehoben, die Türen geöffnet, eine unbestimmte Anzahl von alten Frauen mit einem fatalen Seifengeruch zogen ein und aus, das ganze Gebäude dampfte von heißem Wasser und selbst Marie, die sonst mit allerlei Arbeiten gern von der etwas ängstlichen Mutter verschont wurde, hatte, sobald Treppen und Stuben nur aus dem Gröbsten gewaschen waren, alle Hände voll zu tun bekommen. Neue Gardinen mussten aufgesteckt, die Überzüge von Federkissen und Sofapolstern gewechselt werden, und hier und da fand das kritische Auge der Hausfrau doch noch einzelne Stellen, die von den nachlässigen Dienstboten beim Reinigen übersehen oder absichtlich flüchtig übergangen waren. Die Leute konnten nun einmal nichts ordentlich machen, wenn man ihnen nicht fortwährend und ununterbrochen auf den Dienst passte. Der feuchte, dunstige Geruch, der auf dem Hause die letzten Tage wie ein ungesunder, trüber Nebel gelegen, hatte sich übrigens durch häufige Wacholderbeerräucherungen ziemlich verloren oder war wenigstens lange nicht mehr so auffällig, als der jetzt von seiner Reise zurückgekehrte Regierungsrat hartnäckig behaupten wollte. Auch die Zimmer des erwarteten Gastes, des jungen Herrn Schierling, standen blank und sauber wie aus der Schachtel genommen und waren schon seit zwei Tagen tüchtig geheizt worden. Wer konnte wissen, wie verwöhnt der junge Herr bei ihnen eintraf, und die Wohnung sollte er denn doch wenigstens durchwärmt finden. Gegen das Bett, das wie ein wahrer, von schneeweißem Linnen überzogener Federberg sein erwartete, ließ sich außerdem nichts einwenden. Marie hatte sich die letzte Woche besonders wohl und kräftig gefühlt. Die Erzählung des wunderlichen Schwibus war ihr allerdings in den nächsten Tagen nicht von der Seele gewichen, und die Bilder, die er vor ihrem lebendigen Geiste heraufbeschworen, die Gedanken, die seine tolle Fantasie wieder in dem Herzen des unedies reizbaren Mädchens erweckt hatte, füllte sie, sie mochte sich dagegen sträuben, so viel sie wollte, wieder auf eine kurze Zeit mit all den früheren, wie sie glaubte, schon längst besiegten und vergessenen Schauern. Das rege Leben aber jetzt im Hause, die viele auf sie einstürmende Arbeit, ließen ihr keine Zeit, weiter darüber nachzukrübeln, und wenn sie jetzt an jenen Abend zurückdachte, schüttelte sie nur noch manchmal still vor sich hin lächelnd den Kopf, daß es Menschen gab, die in ihrem Gehirn solch tolle, wunderliche Sachen ausbrüten. Und wie ernsthaft hatte der Famulus das alles erzählt, gerade als ob er es selber glaube, und sie, wie ein kleines Kind, hatte sich davor gefürchtet. So standen die Sachen, als am 28. Februar morgens um 10 Uhr plötzlich ein fröhliches, hell klingendes Posthorn, sein jubelndes »So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage«, durch die noch verhältnismäßig stillen Straßen der Stadt schmetterte. Der arme Postillon blies das vielleicht in schmerzlicher Ironie auf sein monotones Leben vom Bock nieder, aber die Bewohner von Hellburg, die rasch an die Fenster fuhren, nahmen es für bare Münze und sahen durch die gefrorenen Scheiben wie eine leichte Extrapostschäse von ein paar flüchtigen Rappen gezogen, über das etwas holprige Pflaster die Straße niederrasselte. An der Wohnung des Regierungsrates donnerten sie übrigens vorüber und hielten jetzt unter dem Zusammenlaufen einiger Straßenjungen wie mehrere alter Frauen und junger Mädchen dicht vor der Tür des alten Hauses, von dessen stillen und öden Fenstern die schmetternden rufenden Töne des Horns gar wild und unheimlich zurückklangen. Ein junger Mann, der einen kleinen Lederkoffer in der Hand trug, sprang zu gleicher Zeit mit einem Satz aus dem Wagen und an die Tür, deren Klopfer er ergriff und ihn fest und mit allen Kräften dreimal auf die eingerostete Metallplatte niederschlagen ließ. Hai, wie das schalte und dröhnte in den alten verlassenen Räumen. Der Fremde aber bog sich zur Tür nieder, an die er das Ohr presste und schien seltsam erstaunt, als er den wunderlichen, unheimlichen Tönen da drinnen lauschte. Vor der Haustür des Regierungsrates Hechner war es indessen aber auch lebendig geworden. Die beiden Dienstmädchen, die hinuntergesprungen waren, das Gepäck des erwarteten Fremden in Empfang zu nehmen, standen mit etwas erstaunten Gesichtern auf der Schwelle und winkten dem ihnen freundlich zunickenden Postillon, umzukehren und bei ihnen vorzufahren. Der Regierungsrat selber aber, in Schlafrock und Pantoffeln, wie er aus seiner Parterre liegenden Studierstube aufgesprungen, drängte sich jetzt zwischen ihnen durch und rief lachend dem jungen Fremden zu, »Hieher, junger Freund, hieher, wenn ich bitten darf! Sie sind in der Türe irre und dürfen dort lange pochen und klingeln, ehe jemand aus dem Hause sie hören würde.« »Hehehe«, lachten zur gleichen Zeit ein paar teilnehmende Straßenjungen, »der hat am alten Hause gepocht, dem wird's die Nacht gut gehen!« Der junge Fremde, der sich rasch nach dem Ruf umschaute, warf nur noch einen Blick zu den dicht verhängten öden Fenstern hinauf und eilte dann, während der Postillon ebenfalls umlenkte, mit raschen Schritten auf den Regierungsrat zu, der ihm beide Hände entgegenstreckte und ihn auf das herzlichste begrüßte. »Hieher, mein junger Freund«, wiederholte er dabei, »hier ist das rechte Quartier, Nummer 96, wie Sie hier über der Tür als Bestätigung lesen können. Nun aber kommen Sie rasch hinauf, wo Sie eine Tasse heißen Kaffee und die Frauen finden. Hier unten ist überdies eine abominable Kälte.« »Mein bester Herr Regierungsrat, bitte, um Gottes Willen, keine Komplimente jetzt. Da, Rieke, nimm dem Herrn einmal den kleinen Koffer ab und das andere Gepäck stell nur indes hier unten zu mir in die Stube. Der Hausmann mag es nachher mit hinauftragen helfen. Lieber Himmel, mein bester Herr Schierling, Sie müssen ja halb erfroren sein. Wo sind denn Ihre anderen Sachen?« »Ich habe nichts weiter bei mir, bester Herr Regierungsrat«, lachte der junge Mann. »Hier, liebes Kind, der Koffer enthält alles.« »Weiter keine Koffer, keinen Reisesack«, rief der Regierungsrat erstaunt, denn er hatte für seine drei Tage Abwesenheit nach der Residenz siebenunddreißig Pfund Überfracht gehabt. »Sie wollen doch nicht heute schon wieder fort?« »Sie werden mich noch satt bekommen«, lächelte der junge Mann. »Auf den Monat März richten Sie sich nur ein.« »Nun denn, Ihre Hutschachtel wenigstens, Stock, Regenschirm, Pelz.« »Nichts dergleichen«, lautete die Antwort, und die Mädchen fingen indessen selbst an, miteinander zu kichern. »Der kleine Koffer hier ist alles, was ich bei mir führe, und wenn ich dem Schwager erst ein Trinkgeld gegeben, denn er hat mich gefahren, als ob wir geflogen wären, stehe ich ganz zu ihren Diensten.« Das war rasch geschehen, und der Postillon mußte auch mit dem Geschenk sehr zufrieden sein, denn er blies sein schönstes Lied, als er mit dem leeren Wagen nach dem Postgebäude hinüberrasselte. Der junge Herr Schierling wartete aber indessen auf keine weitere Einladung und flog, immer drei Stufen auf einmal nehmend, in raschen Sprüngen die Treppe hinauf, daß ihm der etwas schwerfällige Regierungsrat kaum zu folgen vermochte. »Eile mit Weile, mein junger Freund«, rief er diesem nach. »Wenn Sie erst in meine Jahre gekommen, werden Sie wohl auch jede Stufe einzeln nehmen, wie es der Baumeister bei der ersten Anlage beabsichtigte. Nun sehen Sie, lieber Himmel, ich bin ganz außer Atem. Jetzt müssen Sie doch warten, bis ich nachkomme. Aber Sie sind wohl ordentlich durchgefroren und werden sich nach der warmen Stube sehnen. Der junge Fremde hatte auf dem Treppenabsatz, auf dem sich die zugemauerte Tür befand, auf den Regierungsrat gewartet und rief jetzt lachend, »Ich? Nein, ich bin Kälte gewohnt und befinde mich nie wohler als im Winter. In den heißen Sommermonaten sehne ich mich fast nach dem hohen Norden hinauf.« »Na, da danke ich«, sagte der Regierungsrat, »da reisen Sie ja mit den Schneegänsen. Aber jetzt sind wir gleich oben. So, mein lieber Herr, treten Sie hier ein, wenn ich bitten darf, und seien Sie uns herzlich willkommen in unserem Hause.« Seinen Gast dabei an der Hand ergreifend, führte er ihn in das Wohnzimmer, wo ihn die Frau Regierungsrätin ebenso herzlich und gastfrei empfing. »Aber wo ist Marie?« fragte der Regierungsrat, sich nach der Tochter umsehend. »Sie war doch noch den Augenblick im Zimmer.« »Marie muß das Frühstück besorgen, entschuldigte sie die Mutter. Der Herr Schierling ist uns doch etwas schneller gefahren, als wir eigentlich geglaubt. Die Wege sind aber freilich jetzt gut und hart gefroren, da laufen die Pferde rasch darüber hin und die Wagen rollen von selber hinterdrein.« »Und die Masse Gepäck, die der Herr Schierling mitgebracht hat?« lachte der Regierungsrat, der noch immer nicht über den kleinen Koffer wegkommen konnte. »Mich wundert's nur, wie die zwei Rappen imstande waren, es zu schleppen. Es ist erstaunlich.« »Das sehe ich nicht ein,« rief seine Frau, die ihrem Gast da glaubte, beistehen zu müssen und die Ironie für bare Münze nahm. »Wenn du reisest, nimmst du auch viele Sachen mit. Wenn der Mensch seine Bequemlichkeit haben will und die will der Mensch haben, so versteht es sich von selbst.« »Aber er hat gar nichts mit,« lachte der Regierungsrat laut heraus. »Nicht viel mehr, wenigstens als ich in meinen Hut packen könnte. Ohne Mantel, nur mit dem leichten, dünnen Überzieher da, saß er im Wagen.« »Es ist erstaunlich,« sagte die Frau Regierungsrätin, die Hände zusammenschlagend. »Da müssen Sie ja halb erfroren sein, lieber Gott!« Ihre Hand war auch so kalt wie Eis. »Aber da kommt Marie, und nun wird auch das Frühstück nicht mehr lange auf sich warten lassen.« »Meine Tochter Marie, mein bester Herr Schierling.« »Mein Fräulein,« sagte der junge Mann mit einer verbindlichen Verbeugung, »es freut mich herzlich, Sie begrüßen zu können. Ich muß nur von vornherein bedauern, Ihnen, wie es mir scheint, so viel Unruhe in Ihrer Häuslichkeit verursacht zu haben.« Marie wurde blutrot und stammelte einige verlegene Worte, während ihr Blick, wie festgebannt, auf den Zügen des jungen Fremden haftete. »Aber ich bitte Sie, mein lieber Herr Schierling,« fiel ihm hier die Regierungsrätin ins Wort. »Wie können Sie nur glauben, dass Sie uns Unruhe gemacht?« »Als wenn Sie mit zur Familie gehörten, haben wir's angenommen, und die Zimmer, die Sie bewohnen, haben schon das ganze Jahr fix und fertig gestanden. Nicht wahr, Hechner?« »Nicht die mindeste Unruhe, bester Herr Schierling,« sagte, so gewissermaßen gewaltsam zum Zeugen aufgerufen, der Regierungsrat, aber doch nicht ohne einen leisen, kaum unterdrückten Seufzer, denn er mußte unwillkürlich an die gezwungene Reise in die Residenz denken. »Nicht die mindeste Unruhe.« »Das geht hier alles so im alten Gleise fort, und unser einziger Wunsch ist nur, dass Sie sich hier bei uns auch gerade wie zu Hause fühlen und nicht die geringsten Umstände machen. Aber jetzt zum Frühstück. Da drinnen, sehe ich, ist schon alles aufgetragen, und da wollen wir Ihnen nicht noch länger die nötige Erholung vorenthalten.« Der junge Herr Schierling bot sehr artig der Frau Regierungsrätin den Arm und führte sie, während ihr Mann selber in seine Stube schlüpfte, um den Schlafrock mit einem anständigen Kleidungsstücke zu vertauschen, zum Frühstückstisch. Marie aber wankte wie in einem Traume zur Tür hinaus und in ihr eigenes Zimmer, welches sie hinter sich abschloss und wo sie auf ihr eigenes kleines Sofa sank, um erst wieder zur Besinnung zu kommen und sich zu fassen. Der Fremde, wie die beiden Eltern, durften um keinen Preis erfahren, wie sie erschrocken war und was in ihr vorging. Träumte sie denn oder wachte sie? Der Kopf wirbelte ihr plötzlich, und sie wußte nicht, was sie davon denken, was sie sagen sollte. Das war ja Gundelrebe, dieser junge Herr Schierling, Gundelrebe, so wahr und leibhaftig, wie sie ihn je gesehen, je mit ihm gesprochen. Nur um so viele Jahre älter, denn natürlich mußte er in der Zeit aufgeschossen und männlicher geworden sein. Und kannte er sie denn nicht wieder? Er hatte eine so höfliche, so kalte Verbeugung gegen sie gemacht. Sie bag die Stirn in den Händen und mußte sich wirklich erst einige Minuten sammeln, ihre Gedanken auf den einen Punkt zu bringen und dort zu halten. Gundelrebe, dieselben dunklen Augen und Brauen, dasselbe lange schwarze Haar, die weiße Hautfarbe und selbst, wenn die erste Überraschung sie nicht getäuscht, sogar die schmale, blaue Narbe an dem linken Schlaf. Aber wo kam er her? Was wollte er hiermit unter den Erben des alten Hauses? Und war vielleicht der alte Herr Quetzlinberger? Wie mit Fieberfrost überlief es sie jetzt bei den Gedanken an jene Nacht, deren Traumbilder wirklich anfingen, ins Leben zu treten, und gewaltsam mußte sie die Gedanken in ihr Herz zurückbannen und dass sie nicht wieder mit erneuter Starke um sich griffen? »Marie, Marie!« rief es in dem Augenblick über den Gang herüber. Es war der Mutterstimme, und sie durfte sich nicht länger dem Gaste, der vielleicht mit dem Frühstück auf sie wartete, entziehen. Nur die Haare strich sie sich glatt und suchte vor dem Spiegel, so rasch als möglich jede Spur der gehabten Aufregung zu vertilgen. Mit diesem ersten Sieg über sich selbst kehrte aber auch ruhigere Besinnung zurück, und sie schalt sich jetzt selbst ein törichtes Kind, dem ersten Eindruck solche Macht über sich gegeben zu haben. Konnte das nicht überhaupt bloß eine flüchtige Ähnlichkeit mit ihrer Traumgestalt sein, oder hatte sie nicht etwa diesen jungen Mann als Knaben früher irgendwo einmal gesehen, und war er ihr dann nicht danach unter dem fremden Namen in der wunderlichen Umgebung im Traume erschienen? Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6 Teil 2 Fort mit den tollen Gedanken, die der alte hässliche Schwibus nur erst recht wieder aufgerührt und erregt hat. Es war jetzt heller, lichter Sonnenschein, und dabei getraute sie sich schon jedem etwaigen Spruk getrost ins Auge zu schauen. Nur die erste Überraschung hatte sie bewältigt, mit den gesammelten Gedanken war sie aber auch wieder vollkommen ruhig und besonnen geworden und nahm sich jetzt vor, ganz mit kaltem Blute die beiden Gestalten, jenes Trugbild aus früheren Zeiten und den jetzigen lebendigen Herrn Schierling sorgfältig miteinander zu vergleichen, wo sich dann ihre überspannte Idee bald in nichts auflösen mußte. Nachher war sie aber auch fest entschlossen, ihrem jungen Gaste den Traum selber zu erzählen und mit ihm herzlich über die Ähnlichkeit zu lachen. »Marie! Marie!« »Ja, doch!« Was die Mutter für Eile hatte, und mit flüchtigen Schritten eilte sie vorn ins Frühstückszimmer, um die ihrigen nicht länger auf sich warten zu lassen und noch ungeduldiger zu machen. Und es war doch Gundelrebe. Mit Gewalt mußte sie ihr Auge fortzwingen von der Gestalt, die wie aus dem Rahmen ihrer Erinnerung herausgetreten schien. Vor ihr, sie mochte sagen, was sie wollte, stand Gundelrebe, nur größer und älter war er geworden, aber dieselben dunklen Augen glühten ihr entgegen wie in jener Zeit. Die langen, dunklen Haare beschatteten noch immer die weiße Stirn, und an dem feinen, fast durchsichtigen Schlaf, heilige Mutter Gottes, die Knie zitterten ihr in jehem Schrecken, und sie fühlte, wie bleich sie wurde, lief auch die feine blaue Narbe quer von der Stirn nieder dem Ohr zu. Aber, Mariechen, wo hast du denn nur die Gedanken, rief ihr die Mutter in diesem Augenblick zu. Hier der Herr Schierling hat schon seinen Kaffee in der Tasse wieder kalt werden lassen, aus purer Höflichkeit für dich. Er wollte absolut nicht eher trinken, bis wir alle beisammen wären. Sie dürfen uns nicht immer davonlaufen, mein Fräulein, sagte der junge Fremde jetzt mit einem bittenden Blick auf das Mädchen. Es schmeckt mir sonst nicht halb so gut. Nicht immer davonlaufen, die Worte klangen ihr wie ein leiser Vorwurf aus früherer Zeit entgegen, und sie wußte kaum, was sie tat, als sie sich neben den rätselhaften Fremden niedersetzte. Dieser aber langte jetzt tüchtig und ganz unbefangen zu und erzählte so lebendig, allerdings aber auch so gleichgültig über irgendeine Vergangenheit von seiner Reise auf der Post und seinem letzten Aufenthalt in Berlin, daß auch Marie zuletzt, als sie sich nicht mehr beobachtet wußte, zuversichtlicher wurde. An dem Gespräch freilich vermochte sie noch immer keinen Teil zu nehmen, aber sie konnte sich doch wenigstens sammeln und fing an, ruhiger um sich zu schauen. Über Tisch warf sie nun auch manchmal, sobald das unbemerkt geschehen konnte, den Blick nach ihrem Nachbarn hinüber. Es war doch am Ende nicht Gundelrebe. Der Mund schien ihr bei dem Fremden kleiner und anders geschnitten, die Nase selbst hatte der im Traume gesehene Knabe nicht so gerade und regelmäßig gehabt, und in dem Auge lag jedenfalls etwas Fremdes, das sie nicht kannte und fest überzeugt war, in Gundelrebes Auge nicht gefunden zu haben. Dessen Blick hatte damals frei, offen, ja herzlich auf ihr gehaftet, während der junge Schierling etwas Keckes und Verstecktes darin nun und nimmer verleugnen konnte, ja, wie es ihr fast vorkam, auch gar nicht verleugnen mochte. Nur die Narbe, der schmale, blaue, kaum bemerkbare Streifen über die Stirn, das ließ sich nicht wegleugnen, und welch ein wunderbares Zusammentreffen hätte das sein müssen, das einem fremden Menschen mit der Ähnlichkeit die Narbe gab und ihn zugleich als Miterben des alten Hauses auftreten ließ. Es war doch wahrhaftig, Gundelrebe, und wieder tanzten vor ihrem inneren Auge die geisterhaften, wunderlichen Gestalten jener Nacht. Das Frühstück ging so rasch vorüber, sie wußte selber kaum wie. Gleich danach wurde der junge Fremde aber schon durch ihren Ohrheim abgeholt und durch die Erbschaftsvergleichung vollkommen in Anspruch genommen. Um elf Uhr schickte er sogar der Frau Regierungsrätin einen Boten, ja nicht mit dem Essen auf ihn zu warten, da er heute durch dringende Geschäfte abgehalten unmöglich zu Tisch kommen könne. So unglücklich nun aber auch die Frau Regierungsrätin über diesen Strich durch ihre Rechnung war, der sie mit einem sorgfältig hergerichteten Diner bis auf den Abend hinaus schob, so zufrieden schien Marie damit. Vollständige Zeit bekam sie ja dadurch, sich von ihrer ersten Überraschung zu erholen, und mit der dadurch gewonnenen Ruhe konnte sie nicht umhin, das Törichte einer so wild und bunt aufgebauten Idee, das Verfolgen eines bloßen, inhaltlosen Traumes einzusehen. Den besten Einfluß übte auch der stille, lichte Tag auf sie. Der Nähe des unheimlichen Fremden enthoben, mit dem hellen, klaren Sonnenlicht, das in ihr Zimmer strömte, begann sie ruhig und kaltblütig zu überlegen und konnte zuletzt sogar lachen über ihre tolle Fantasie, die ihr da fast wieder einmal einen recht häßlichen und wunderlichen Streich gespielt. Waren nicht schon lange Jahre seit jenem Traume verflossen und konnte sie überhaupt in der Erinnerung das Traumbild jenes Knaben, das ihr ja doch auch nur in flüchtigen Umrissen, in raschen, Schlag auf Schlag folgenden Szenen vorübergeschwebt, so genau bewahrt haben, um ihn jetzt noch wieder zu erkennen? War es dabei nicht möglich, daß es noch viele Menschen unter den Millionen des Erdballes gab, die dem ähnlich sahen und konnte nicht gerade einer von diesen zu ihnen kommen? Daß das gerade wegen des alten Hauses geschah, ja, daß er als der Erbe desselben Auftrat war, wie sie recht gern eingestehen wollte, ein Zufall, ein merkwürdiger Zufall, aber doch wahrhaftig noch immer kein Beweis einer wirklichen Tatsache, und an die mußte sie sich doch jetzt als vernünftiges erwachsenes Mädchen einzig und allein halten. Hin und her überlegte sie sich das, mit allen Gründen, die ihr der sonst gesunde Sinn nur bieten konnte, bis der Vater mit dem Fremden zurückkehrte. In der Zeit hatte sie sich aber auch wirklich so vollständig beruhigt und von der Torheit solcher Ideen selbst überzeugt, daß sie dem jungen Manne sogar mit freundlichem Gruß entgegenzugehen vermochte. Nur erst, als seine Augen zum ersten Male lang und forschend auf ihr hafteten, trat ihr das Blut für einen Moment zum Herzen zurück. Es war aber auch wirklich nur ein Moment. Als sie bald darauf wieder im Familienzimmer um den großen Tisch saßen, von dem aus die breitmächtige Lampe ihr mildes Licht über das Zimmer warf und das Feuer im Ofen so traulich flammte und knisterte, fand sie die Ähnlichkeit gar nicht einmal mehr so auffallend. Je mehr sie sich dabei in den Gedanken ihres wunderlichen Irrtums hineindachte, desto unbefangener, freier fühlte sie sich und schloß sich bald nicht minder lebhaft als die übrigen der Unterhaltung an. Der junge Schierling war übrigens eine höchst interessante Persönlichkeit und wohl im Stande, die Aufmerksamkeit der stillen, zurückgezogen lebenden Familie einer kleinen Provinzialstadt zu fesseln. Jung und von angenehmem Äußeren, mit einem gewissen unbefangenen, sicheren Benehmen, wie es der längere Aufenthalt in einer großen Stadt wohl gibt, hatte er schon große Reisen gemacht, hatte vieles gesehen und wußte, eine sehr wichtige Eigenschaft für das gesellige Leben, angenehm und unterhaltend davon zu erzählen. Schon zweimal war er dabei, einfach um der Sonnenhitze zu entgehen, wie er versicherte, nach dem Nordpol hinaufgefahren und schien auf dem Walfischfang und beim Robbenschlagen oder beim Walross und Eisbär schießen wie zu Hause. Schon seine Schiffsausdrücke wurden zu ebenso vielen angenehmen, unlösbaren Rätseln, und wenn er von den himmelhohen Eisbergen und schwimmenden Eisfeldern erzählte, auf denen die Walrosse und Eisbären, die Robben und Eidergänse herumgingen wie in einer Menagerie, schlug die Frau Regierungsrätin ein über das andere Mal die Hände zusammen und meinte, es sei doch schön auf der Welt und herrlich für den, der so frank und frei draußen herumziehen und sich Gottes Wunder nach seiner Bequemlichkeit beschauen könne. Das ganze Leben und Treiben jener fernen wilden Zone bot übrigens Stoff genug für höchst interessante Betrachtungen. Die langen Salzwasserfahrten auf großen, allein vom Wind abhängigen Schiffen, die derben Matrosen, mit denen man es da fortwährend zu tun hatte, das Nordlicht jener Breiten und der lange nicht endende Tag, das alles hatte einen unbeschreiblichen Reiz für die Landbewohner. Von der Mitternachtssonne, deren Pracht er mit glühenden Farben schilderte, musste er wohl allein eine volle Stunde erzählen, und als er auf seine eigene Lebensgefahr kam, wollte die Familie gar nicht mehr zu Bett. Durch die Unvorsichtigkeit des Kapitäns waren sie nämlich auf der letzten Reise mit ihrem Schiff auf ein Eisfeld hinaufgejagt und dann zwischen zwei riesigen Schollen dermaßen hineingeraten und festgeklemmt worden, dass ihr Fahrzeug wie eine hohle Nuss voneinander barst und die Mannschaft sich in die Boote retten mußte. Die fortwährende Gefahr, in der sie dabei geschwebt, bis sie das feste Land wieder erreichen konnten, der Überfall dort von feindlichen Indianern, von denen sie entdeckt gefangen gefangen genommen wurden, der kecke Mut der Mannschaft dabei, die unerschrocken dem Tode wohl hundertmal ins Auge sahen und alle Schwierigkeiten mit fast unglaublicher Ausdauer und Geduld besiegten, das alles schilderte der junge Schierling so frisch und lebendig, so treu und warm nach dem Leben, dass es besonders auf die Sinne des jungen Mädchens einen unwiderstehlichen Reiz ausübte. Ja, sie begleitete in Gedanken den jungen Fremden, der ihr nun doch einmal trotz allem Sträuben dagegen wie ein alter Bekannter vorkam, in all den Fährlichkeiten mit klopfendem Herzen und in fast atemlosem Schweigen. Die Frau Regierungsrätin hatte dabei eine Bohle Glühwein gemacht, den sie vortrefflich zu bereiten verstand, und bis spät in die Nacht saßen sie so, erzählend oder vielmehr zuhörend, denn der junge Schierling führte das unbestrittene Wort. Nur der Regierungsrat war, durch die heutige ungewohnte Bewegung in der kalten Luft, die jetzige Zimmerwärme und drei oder vier Gläser seines Lieblingstrankes müde geworden und, trotz der lebendigen spannenden Schilderung, mitten in einer sehr heiß geführten Walfischjagd sanft eingeschlafen. Erst als sich der junge Schierling selber erhob und dadurch das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gab, wurde er wieder munter, richtete sich plötzlich rasch und steif empor und gab mit einigen unpassenden Worten seine völlige Beistimmung zu allen gemachten Propositionen. Er war jedenfalls im Geiste bei der morgenden Verhandlung gewesen. Der junge Herr Schierling machte dazu eine so ernste und feierliche Verbeugung, dass die Frau Regierungsrätin in die größte Verlegenheit kam und wirklich im ersten Augenblick nicht wusste, ob es der Fremde selber so ernsthaft aufgenommen oder den aus jungen Schlaf geweckten nur zum Besten haben wollte. Ihre Sorge um die Bequemlichkeit des ihr anvertrauten Gastes gewann aber rasch wieder die Oberhand. Die Lampe in seinem Zimmer war schon angezündet, ein anderes Licht wurde noch dem Mädchen gegeben, ihm voran hinauf zu leuchten und mit der Versicherung, dass sein Schlafzimmer ordentlich durchwärmt und auch sonst alle Vorkehrungen getroffen wären, ihn das Eismeer mit all seinen Schrecknissen in Hellburg wenigstens vergessen zu machen, wurden die Gute-Nacht-Wünsche auf das Herzlichste gewechselt. Wenige Sekunden später betrat der junge Fremde sein, schon mit jeder irdischen Bequemlichkeit ausgestattetes Schlafgemach, in dem Vorrichtungen getroffen waren, selbst einem Winter von Spitzbergen kühn die Stirn bieten zu können. Wenn er nur warm genug liegt, sagte die Mutter, als sie noch vorschlafen gehen, die zum anderen Morgen nötigen Wirtschaftsgegenstände herausgegeben hatte, und jetzt ebenfalls Anstalten machte, ihr Lager zu suchen. Ich hätte große Lust, Marie, ihm noch ein Deckbett hinüber zu schicken, wenn er es auch nicht haben will, er kann es ja auf die Füße legen, die sind nie zu warm. Aber, liebe Mutter, er hat doch einen ordentlichen Berg von Betten und könnte ersticken, wenn du noch mehr darauf häuftest. Überdies scheint er gar nicht so frostig zu sein und ist doch sicher auch an ein kälteres Klima gewöhnt. Nicht frostig, sagte die Mutter, seine Hand fühlt sich immer an wie Eis. Nun, auf deine Verantwortung, denn, also du glaubst, dass er genug zudecken hat? Übrig genug, und das Zimmer ist ordentlich durchwärmt, wie ein Backofen, Mütterchen, wenn er nur keine kalten Füße bekommt. Aber, beste Mutter, du hast ihm ja noch außerdem die große Wärmflasche in eine dicke wollene Decke gewickelt ins Bett setzen lassen. Wenn er die auspackt, kann er sich die ganze Nacht die Füße daran wärmen. Die Frau Regierungsrätin seufzte tief auf. Sie mußte sich allerdings für diese Nacht beruhigen, trotzdem war es ihr immer, als ob man den Fremden morgen früh halb erfroren in seinem Bette finden würde und sie sich nachher die bittersten Vorwürfe zu machen hätte. Glücklicherweise war übrigens das Zimmer nur von innen zu heizen. Sie hätte sonst sicherlich eines der Mädchen angestellt, die ganze Nacht draußen nachzulegen und das Schlafgemach des jungen Mannes in steter Glut zu halten. Das ging nun allerdings nicht an und sie mußte dem Schicksal seinen Lauf lassen. Die Familie zog sich jetzt in ihre verschiedenen Schlafstätten zurück und das Haus lag bald in tiefer ungestörter Ruhe. Am nächsten Morgen war der junge Herr Schierling schon vor Tag aufgestanden und hatte dem Mädchen, das er nach Waschwasser angerufen, da seines eingefroren schien, gesagt, er werde vor dem Kaffee noch einen kurzen Spaziergang machen. Der Regierungsrat indessen, der sich nicht so leicht aus seiner Ruhe bringen ließ und vor allem kein Freund von frühem Aufstehen war, hörte, als er noch im Bette lag, ein ungewohntes hin- und Ausrufe des Staunens und Mitleidens, daß es ihn endlich nicht länger im Bette litt. Er sprang auf und fuhr in seine Kleider, um sich selber nach dem jedenfalls geschehenen Unglück zu erkundigen. Sonderbarerweise hatte er eine dunkle Ahnung dabei, daß jemand die Treppe hinunter gefallen wäre und den Hals gebrochen hätte, und ein leises Zittern flog ihm durch die Glieder, als er den Namen seines Gastes draußen auf dem Gange Das ganze Haus war übrigens in der Tat in Aufregung und er fand sämtliche weibliche Bevölkerung seiner Etage vor der weit geöffneten Thür des jungen Schierling vor der sie trotz der dort herausströmenden Kälte in eifriger Debatte verharrten. Was um Gottes Willen ist vorgefallen rief der Regierungsrat wirklich erschreckt aus Ist ihm etwas passiert Mein Gott warum spricht niemand Wenn vorher niemand wenigstens nicht zu ihm gesprochen so suchten sie das jetzt alle auf einmal nachzuholen und es dauerte eine geraume Zeit bis er heraus bekam um was es sich hier eigentlich handele vor allen Dingen mußten übrigens die Fenster des offenen Zimmers geschlossen werden und der Regierungsrat wurde dann mit dem allerdings außergewöhnlichen Bericht seiner Ehehälfte überrascht dieser lautete wie folgt Herr Schierling hatte sein Bett einen wahren Himalaya von aufgetürmten daunen weichen herrlichen Federn gar nicht angerührt die schneeige unzerknitterte Leinwand der Überzüge sah ordentlich glasig in der schneidenden Kälte des Zimmers aus damit aber nicht zufrieden schien er vor allen Dingen das Fenster geöffnet und die Wärmflasche aus der wollenen Decke genommen zu haben in die Decke ganz allein eingewickelt hatte er dann jedenfalls die Nacht bei offenen Fenstern und in einer Temperatur zugebracht in der das Wasser in Krügen und Flaschen fest und hart gefroren war und die letzteren auch gesprengt hatte das Stubenmädchen behauptete dabei sie sei fest überzeugt der entsetzliche junge Herr habe die wollene Decke auch noch erst eine Weile aus dem Fenster gehängt ehe er sich hineingewickelt und sie möchte nur wissen in der scharfen morgenkälte wo andere menschen noch in ihren warmen betten lagen nur mit dem dünnen unwattierten überzieher bekleidet spazieren so ein mensch war ihnen doch noch nicht vorgekommen zum frühstück fand sich der junge schirling übrigens ganz frisch und munter ein nur etwas bleich sah er aus die hausfrau überhäufte ihn aber hier mit den zärtlichsten vorwürfen seines leichtsinnigen betragens hätte er ja können die nacht haben vor zug und kälte und in der spinnweb dünnen wollenen decke auf dem harten sofa wäre ja eine flasche wasser zu eis gefroren ihr gast lachte aber nur zu all den vorstellungen und schob seinen längeren aufenthalt am nordpol als einzige entschuldigung vor er sei dort so die kälte gewohnt worden und sein blut habe sich vielleicht dermaßen dort verdickt daß er den begriff frost kaum noch kenne und in einem warmen zimmer etwa dasselbe gefühl empfinde wie andere menschen die an einem kalten wintertage ins freie gingen nachts aber besonders sei er nicht im stande warm oder gar in federn zu liegen und er ersuche deshalb auch seine freundliche wirtin im statt der vielen sonst prächtigen betten nur eine einfache matratze mit der wollenen decke in der er die nacht vortrefflich geschlafen zu seinem lager zu gestatten übrigens sollte sie sich nicht die mindeste sorge seinethalben machen wenn er sich nicht vollkommen behaglich fände würde er es ihr frei und offen sagen ihr das auch gleich an ort und stelle zu beweisen bäte er sie noch einmal darum sein schlafzimmer abends nicht wieder heizen zu lassen die frau regierungsrätin schüttelte freilich den kopf darüber an der sache selber ließ sich aber doch weiter nichts ändern und da die männer bald darauf durch die wichtigen geschäfte dieses tages abgezogen wurden so ging die sorgsame wirtin ohne weiteres daran das bett wie verlangt her zu richten der ganze feder berg ein einziges deckbett ausgenommen daß er doch noch vielleicht bewogen werden konnte auf die füße zu legen wurde beseitigt und nur eine anzahl wollener decken auf einem stuhl zu fuß des bettes aufgestapelt um dort zum bedarf wenigstens bereit zu sein wollte ihr gast dann absolut einen eiszapfen aus sich machen nun gut so konnte sie es nicht ändern und hatte wenigstens ihre schuldigkeit getan Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 7 Teil 1 Die Konferenz der Erben des Quetzlinbergerschen Hauses hatte übrigens auch noch viele andere Fremde nach Hellburg gezogen und ganz besonders sollte Helene des Doktor Hitzelhofer Schwester mit einem Gaste überrascht ja förmlich überrumpelt werden Ohne ihr nämlich vorher auch nur eine Silbe davon zu sagen hatte der Doktor am Abend vor der Konferenz einen fremden Herrn mit nach Hause gebracht der mit Sack und Pack eintraf und in das leerstehende fremden Stübchen ohne die geringste weitere Vorbereitung untergebracht wurde ja das vorhanden sein desselben erfuhr Helene wirklich erst am nächsten morgen beim Frühstück wo er ihr als Doktor Quetzlinberger aus Berlin vorgestellt wurde Doktor Quetzlinberger ein weitläufiger Verwandter des alten Testators war ein ältlicher sehr hagerer und sehr langer Mann mit weißen Haaren und einer blauen Brille mit Seitengläsern die Züge scharf und hart geschnitten die Nase lang dünn und gebogen mit einer kleinen Warze oben auf dem Rücken derselben von der Natur gleichsam zum Tragen und Halten der Brille von vornherein bestimmt Sein 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 ganzes Äußeres machte übrigens beim ersten Anblick einen keineswegs angenehmen Eindruck und nicht liebenswürdiger wurde er wenn er in seinen kurz abgestoßenen heiseren Tönen sprach fast jetzt indes seine ganze geistige Tätigkeit in Anspruch zu nehmen schon zum Kaffeetische brachte er ein großes Paket Akten und Briefe mit in denen er Ehe Doktor Hitzelhofer das Zimmer betrat wühlte und las und Helene die auf ihn zuging und ihn als Hausfrau in ihrer kleinen Wirtschaft begrüßte beachtete er gar nicht weiter als ihr höchstens einen Flüchtigen Guten Morgen zu bieten selbst bei des Doktors Eintritt der ihr auf dem Fuße folgte ließ er sich nicht dem mindesten in seiner Beschäftigung stören und teilte seine Zeit so gleichmäßig zwischen Lesen Schnupfen und Kaffee trinken daß wenig übrig blieb Doktor Hitzelhofer selber war eine eigentümliche Persönlichkeit die ich dem Leser jedenfalls mit ein paar Worten vorführen muß gerade das Gegenteil von seinem langen hageren Gaste war er kurz und dick mit einem Kugelkopf und roter höchstbelebter Gesichtsfarbe der Ausdruck seiner Züge würde auch wie das meist dicken Leuten eigen ist etwas gutmütiges gehabt haben hätten nicht die kleinen grauen rastlosen Augen das wider Lügen gestraft unter den dünnen kaum sichtbaren hellblonden brauen schossen sie ihre Blicke scharf und stechend vor und hafteten nie an dem Blicke dessen mit dem ihr Eigentümer gerade sprach sondern schienen stets wie scheu und ungeduldig an ihm herum zu suchen der so froh waren seine patienten gewöhnlich wenn sie seiner gegenwart enthoben wurden Papiere als ob er das Gespräch abzubrechen wünsche wenn es sie geniert sagte da Helene so werde ich ihn heute bitten daß er's unterlässt schwebus ist sehr gefällig und es wird ihm unendlich leidtun wenn er erfährt daß er jemand es nachtruhe gestört hat schwebus sagte der fremde durch einen ordentlichen wald von augenbrauen oder borsten wieder über die brille nach dem doktor hinaufsehend heißt dein famulus schwebus ja du kennst ihn fragte dieser rasch in den alten akten hier spielt ja ein schwebus die hauptrolle aber der ist tot nun dann ist dieser nicht wieder über den alten vergilbten kaum noch leserlichen schriften helene hatte in ihrem ganzen leben keinen so wunderlichen mann gesehen damit war das gespräch für jetzt abgebrochen der gast ging auch bald darauf in sein zimmer daß er von da an nicht wieder verließ selbst das mittagessen ließ er sich sehr zu helenes ärger auf die stube bringen wo er sich in den alten akten und papieren vergraben hatte und nur manchmal kurze konferenzen mit dem doktor selber hielt bis der zur versammlung bestimmte morgen anbrach die nacht vorher arbeitete er durch morgens brachte ihm helene selber den kaffee aber er erwiderte nicht einmal ihren freundlichen gruß und schien so vertieft in sein nachdenken und so eingehüllt in eine wolke von blauem tabaks qualm daß er selbst nicht hörte wie etwa eine halbe stunde später wieder leise an die tür geklopft und diese dann als kein antwortendes und einladendes herein ertönte langsam geöffnet wurde es war schwiebus der mit dem wunderlichen manne bis jetzt noch nicht ein einziges mal zusammengekommen ihn jetzt in einem auftrage des doktor hitzelhofer aufzusuchen hatte wie er übrigens das rauchgefüllte zimmer betrat und durch den qualm die hagere ineinander gedrückte gestalt des fremden entdeckte blieb er einen augenblick an der tür stehen und beobachtete mit leisem kopfschütteln den fremden der mann war ihm in mancher hinsicht interessant erstlich hieß er quetzlinberger und helene hatte bis jetzt noch stets beobachtet daß der name einen besonderen eindruck auf den famulus ausübe dann aber hatte er sich gleich als erstes entrée in das haus sein violinspielen verbitten lassen schwibus betrachtete diese sache rein vom musikalischen standpunkt aus und wenn irgendeine seite seines herzens empfindlich genannt werden konnte so war seine fertigkeit auf dem instrumente mit mit wahren angst hatte er deshalb auch das zimmer des fremden betreten er fürchtete einen scharfen kunstkenner in ihn zu finden dessen ohr durch die schwächen seines spiels beleidigt worden darüber beruhigte ihn aber bald das äußere des ihm gegenüber sitzenden fremden der man sah nicht so aus als ob er sich für die kunst begeistern könne und auf seiner Stirn standen wenn etwas zahlen und buchstaben aber wahrlich keine noten geschrieben auch gab es wohl kaum etwas unharmonischeres auf der weiten gotteswelt als die in sich zusammengedrückte gestalt mit den vorstehenden backenknochen den grauen borstigen augenbrauen und dem schmutzigen verschossenen schlafrock und ein leises fast mitleidiges lächeln stahl sich bei dem anblick über die fatalen züge des famulus die türklinke die er bis dahin noch immer festgehalten ließ er jetzt los rieb vorsichtig seine hände in der gewohnten art zusammen und trat dann mit völlig geräuschlosen schritten zu dem tische an dem der fremde über seinen schriften brütete hier stützte er beide arme auf bog sich ein wenig nach vorn und sagte mit seiner freundlichsten aber darum nicht weniger heiseren stimme und scharfe betonung des letzten wortes Herr Doktor Quetzlinberger ha sagte der Doktor und rasch und fast etwas erschreckt emporfahrend schaute er erstaunt in die dicht zu ihm niedergebogenen Züge des Famulus der dem Blicke fest und ruhig begegnete wer zum Henker sind sie was wollen sie und wo kommen sie überhaupt auf einmal her durch die thür erwiderte der Famulus ruhig die letzte Frage zuerst beantwortend ferner im Auftrag des Doktor Hetzelhofer ihn zu entschuldigen daß ihn plötzliche Geschäfte auf ein oder zwei Stunden abgerufen hätten drittens bin ich der Famulus Schwiebus Schwiebus rief der Fremde und sprang mit einem Satz von seinem Stuhle auf Schwiebus setzte er gleich darauf langsamer und ruhiger hinzu das ist merkwürdig Sonderbares Zusammentreffen Schwiebus doch ein ganz eigentümlicher Name und kommt nicht häufig vor aber der Schwiebus ist tot so sagte der Famulus bedauernd tut mir unendlich leid haben sie das Vergnügen gehabt ihn zu kennen vergnügen gehabt ihn zu kennen wiederholte der Doktor erstaunt über das ernsthafte Gesicht das der Famulus bei der Frage zog woher wissen sie überhaupt daß es ein Vergnügen gewesen wäre hm langsam das Kinn streichend ohne jedoch den Blick auch nur einen Moment von dem Doktor zu wenden wie alt sind sie fragte dieser jetzt in einen neuen Gedankengang geratend während er die vor ihm stehende Gestalt scharf und prüfend mit den Augen maß wie alt wiederholte Schwiebus und ein leises fast unheimliches Lächeln stahl sich über seine Züge wie alt wäre schwer zu bestimmen habe mein Taufschein und meine Backenzähne verloren und was war ihr Vater mein Vater fragte der Famulus rasch oh sie meinen den alten Schwiebus nun hoffentlich doch ein Ehrenmann aber wenn ich fragen darf setzte er dann langsamer hinzu weshalb interessieren sich denn der Herr Doktor so liebhaft für die Familie Schwiebus Schwiebus verfluchter Name sagte der Fremde jetzt wieder in seinen Stuhl aus denen er auch wirklich nur durch den Namen war herausgehoben worden habe mich den ganzen Morgen damit beschäftigt ist eine nichtsnutzige Kanalie gewesen hm sagte Schwiebus und warf unwillkürlich einen Blick in den ihm gegenüberliegenden Spiegel er hat etwas derartiges im Ausdruck wer rief der Doktor schnell und überrascht zu ihm emporschauend wer wiederholte der Famulus nun der Name Name Unsinn brummte der Fremde wie kann ein Name etwas im Ausdruck haben was hat Quetzlin Berger nichts dem ich fünf Tal erborgen möchte sagte der Famulus trocken der Fremde warf wieder einen unsicheren Blick nach dem Famulus hinauf und schien nicht recht zu wissen ob der wunderliche Kauz Spaß oder Ernst oder sich gar am Ende über ihn lustig mache der Name Schwibus mußte ihn aber doch in diesem Augenblicke mehr interessieren denn er sagte nach kleiner Pause in der er wie ungeduldig den Kopf schüttelte bah bah Unsinn nichts als Unsinn blanker toller Unsinn lassen sie uns ein Wort vernünftig miteinander reden Freund schön sagte der famulus und ließ sich ohne weiteres auf einen dem tische gegenüber stehenden stuhl nieder der fremde seien etwas überrascht an er wurde augenscheinlich aus dem wunderlichen Kauz nicht klug und fuhr dann sich ein paar Aktenstöße zurechtrückend langsamer fort die Ursache kann ich Ihnen mit wenigen Worten sagen mir ist der Name hier in den Papieren auf allerdings nicht besonders ehrenvolle Art vorgekommen steht aber jetzt in so enger Verbindung mit dem präsumtiven Erben des alten Nestes da drüben daß mir alles daran liegt nähere Auskunft über ein solches Individuum das früher mit diesem Namen in der Welt herumgelaufen ist zu bekommen Sie mögen deshalb eine Frage dahin entschuldigen die vielleicht einen ihrer Vorfahren betrifft manche der Unsrigen sind ebenfalls nicht besser gewesen falls sie selber den vielleicht etwas Bestimmtes über die Verhältnisse älterer Familienmitglieder wüßten würde den rechtmäßigen Erben des Quetzlinbergerschen Nachlasses ein großer Dienst geleistet wenn sie uns das mitteilen wollten jener Schwibus also die nichtsnutzige Kanalie fragte der Famulus trocken er ist tot und nicht gehängt was wollen sie mehr sagte der fremde mit dem kopf herüber und hinüber schaukelnd man müßte unbescheiden sein wenn man mehr verlangen wollte erwiderte der Famulus ruhig und fuhr sich mit dem zeige und mittelfinger der rechten hand durch die schwarzseidene halsbinde jener Schwibus also fuhr der fremde etwas ärgerlich über die unterbrechung fort soll vor einer langen reihe von jahren man vermutet kurz vor dem tode des alten herrn quetzlinberger einen jungen menschen den schwestersohn des alten herrn namens schierling ermordet haben der junge mensch auf dessen namen falls der rechte sohn nicht wieder aufgefunden würde auch das ganze testament lautet blieb von der zeit an verschollen sein tod obgleich nie vollständig bewiesen war allgemein geglaubt bis er plötzlich brieflich ohne sich ein einziges Mal persönlich zu zeigen in der erbschaftsangelegenheit wieder auftauchte dadurch wurde natürlich die ganze geschäftsordnung gestört verwirrt und in die länge gezogen und die erben sind jetzt endlich einmal hier in hellburg sämtlich zusammengebracht nicht allein die sache zu regulieren sondern auch mehr fast noch den sauberen herrn universal erben wenigstens den jungen burschen der sich jetzt dafür ausgibt von angesicht zu angesicht kennenzulernen hier bis jetzt allein gesträubt und ein junger mensch taucht da plötzlich gott weiß woher auf der im besitz der rechtmäßigen bis jetzt noch gar nicht produzierten papiere allerdings die meisten ansprüche haben würde wenn er nur überhaupt beweisen könnte daß er wirklich existiert und der ist für den er sich ausgibt sehr gut sagte schwiebus jetzt als der doktor schwieg gleichsam wie um seine antwort abzuwarten wenn der junge schierling also damals und er muß am leben geblieben sein sonst hätte er keine nachkommenschaft haben können so scheint mir die sache mit jenem schwiebus auch vollständig erledigt wenn der junge schierling am leben geblieben ist kann er ihn nicht ermordet haben wäre auch klar rief der doktor rasch wäre auch klar oder dürfte wenigstens nicht bezweifelt werden hätten wir nicht gerade das geständnis jenes schwiebus hier in den akten der wurde nämlich damals gefänglich eingezogen verschwand aber auf die rätselhafteste weise aus seiner haft und blieb trotz allen nachforschungen spurlos verschwunden und was hat jener schwiebus gestanden daß er den knaben auf veranlassung eines anderen den er aber nie nannte und wie es sehr wahrscheinlich ist für einen blutgeld nur in der absicht überfallen habe ihn zu binden und auf ein nach Ostindien bestimmtes Schiff zu der knabe soll sich aber gewehrt und ihn vorzüglich in den linken arm gebissen haben wodurch er denn in schmerz und wut ja in notwehr für den eigenen leib wie er erklärt ein gerade dort liegendes handbeil aufgriff und dem jungen burschen eins damit über den schädel gab die narbe an seinem arm das heißt die merkmale der angebissenen zähne sind dem protokoll angegeben so gar ist das blutige beil als corpus delicti vorgelegt worden schwiebus hatte dem kurzen bericht in wirklich peinlicher spannung gelauscht und wie unwillkürlich dabei die rechte hand auf seinen linken unterarm gelegt und diesen fest und krampfhaft gehalten er schwieg auch noch eine ganze weile als dr quetzlinberger schon lange geendet hatte und in seinen papieren wahrscheinlich noch ein beleg des oben erzählten suchte endlich aber nahm er sein taschentuch heraus trocknete sich damit die hellen klaren schweißtropfen die ihm auf der stirn standen ab und das tuch dann wieder einsteckend begann er sich auf seine alte Art die Hände zu reiben Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 7 Teil 2 Nun sagte Dr. Quetzlinberger nach längerer Pause Nun wiederholte Schwibus mit dem ruhigsten unbefangensten Gesichte von der Welt Hm sagte der Doktor wieder der durch das anscheinend vergnügte Händereiben des Famulus schon Hoffnung geschöpft hatte der Mann wisse wirklich etwas von der Sache und jener frühere Schwibus sei keine fabelhafte Person gewesen Des Famulus Gedanken schienen aber einen anderen Lauf genommen zu haben oder er ließ auch die Sache als völlig begründet gelten und fragte jetzt selber mit fast schüchterner vorsichtig gedämpfter Stimme aber was wurde aus dem aus dem anderen anderen welchen anderen nun dem der ihn gekauft haben sollte wen den Mörder Schwibus nickte mit dem Kopfe ja den hat man nie herausbekommen sagte der Doktor ärgerlich der Schuft wollte nicht gestehen und wenn auch der Verdacht gegen einen jungen sehr geschickten Arzt vorlag der damals in genauer Verbindung mit dem Quetzlinbergerschen Hause gestanden haben soll so scheinen die Beweise doch nicht ausreichend gewesen zu sein ihn namhaft zu machen oder gar zu fassen möglich ja sogar wahrscheinlich ist es aber auch daß der dem Mörder zur Flucht geholfen hat sonderbare Geschichte das sagte der Famulus kopfschüttelnd sehr sonderbare Geschichte sollte eigentlich streng verboten sein jemandem einen Rock zu verkaufen dessen gestorben oder gehängt ist Blattern gestorben wer spricht denn jetzt von an Blattern gestorben brummte der Doktor also von einem derartigen Subjekt aus ihrer Familie wissen sie nichts es versteht sich von selbst daß wir die strengste Diskretion beobachten würden der Famulus schüttelte nachdenkend mit dem Kopfe haben sie schon den Doktor Hitzelhofer gefragt sagte er endlich leise Doktor Hitzelhofer gewiß was soll der denn davon wissen nun ich meine nur wäre ja doch möglich also der weiß nichts nichts als was ich ihm selber aus den Papieren mitgeteilt habe und was sagte er dazu fragte der Famulus lauernd hm er lacht und nimmt die Sache sehr ungeschäftsmäßig auf die leichte Achse sagte der fremde an dem wirklichen Tode des damaligen Erben zweifelt er übrigens keinen Augenblick und besteht deshalb ebenfalls darauf daß sich dieser junge Schierling hier vor allen Dingen erst einmal zu legitimieren habe das übrige finde sich nachher von selber legitimiert er sich wirklich nun dann ist auch die Geschichte mit jenem Schwibus eine Fabel denn wenn jener Knabe herangewachsen ist und Enkel hinterlassen hat kann er nicht erschlagen sein läßt sich nicht leugnen sagte Schwibus aber der biß welcher biß nun der in den arm erwiderte der Famulus wieder seinen eigenen linken arm ergreifend Unsinn brummte der Doktor wenn er ihn nicht totgeschlagen mit der ihn auch nicht gebissen haben schlechtes vergnügen in faules fleisch zu beißen der Doktor war ärgerlich aus dem Famulus nichts herausgebracht und seine Zeit nutzlos an ihn verschwendet zu haben er sah nach der Uhr nahm seine Brille ab schob sie in das Futeral und stand von seinem Stuhle auf besondere Kennzeichen jenes besagten Schwibus fragte da der Famulus dessen Augen indessen an den Lippen des Fremden hafteten sind also wohl nicht weiter im Protokoll angegeben Kennzeichen wiederholte der Doktor seine Papiere dabei zusammenpackend verächtlich die kaufe ich nicht teuer Kennzeichen allerdings wie sie aber auf der Polizei angegeben werden alles mittel und gewöhnlich was nicht gerade als auffällig in die Augen springt graue Augen und dünne Haare Gestalt hager niedere Stirn etc. etc. eine Beschreibung die ebenso gut auf sie wie auf tausend andere paßte auf mich fragte der Famulus leise schmunzelnd und fing an sich wieder die Hände zu reiben ja wäre mir lieb und dann muß man bedenken setzte der Doktor hinzu wie erbärmlich in jeder Zeit die Verbindungs Wege und überhaupt die ganzen polizeilichen Verhältnisse waren wenn jemand flüchtig werden wollte und nur in irgendeine andere Stadt ging war er beinahe gar nicht wieder zu bekommen und wo soll das vorgefallen sein fragte Schwibus die Akten hier sind von Hamburg erwiderte der Doktor aber ich habe schon zu lange meine Zeit mit ihnen vertrödelt setzte er dann auf seine alte ziemlich barsche Weise hinzu hier dieses Paket Papiere seien sie so gut mir in etwa einer Stunde mit jener einmal durchblittern fällt ihnen dann noch etwas ein was auf jene Geschichte Bezug haben könnte setzt er mit einem bedeutungsvollen Blicke hinzu sind sie vielleicht gar im Besitz alter Familien Papiere oder Briefe die im Stande wären das Dunkel aufzuhellen so soll es ihr schade nicht sein sie können sich wohl denken daß uns viel daran liegt darüber Gewißheit zu haben Familien Rücksichten sind allerdings in den meisten Fällen zu nehmen und auch so weit ehrenwert aber nun sie verstehen mich schon und werden sich die Sache überlegen dr Quetzlinberger hatte indessen in der festen Überzeugung daß Schwibus mehr wisse als er für jetzt geraten finde sich merken zu lassen und allein schon zu einem besseren Entschlüsse kommen werde seine Pantoffeln ab und in die Mitte der Stube geworfen er fuhr dann in seine Stiefel hinein streifte ebenso nachlässig seinen alten Schlafrock von den Schultern den er halb über die Lehne seines Stuhles halb auf die Erde fallen ließ zog einen schon für ihn bereit gelegten dicken Flausruck an den er sich bis oben hin zu knöpfte stülpte sich seine weite Pelzmütze bis über die Ohren auf den Kopf steckte sein Brillenfutteral in die Tasche und verließ mit einem Vergessen Sie nichts das auch zu gleicher Zeit als Abschiedsgruß zu dienen schien das Zimmer Schwibus blieb allein zurück und viele Minuten lang auch genau in derselben Stellung in der ihn Dr. Quetzlin Berger verlassen hatte zufällig befand er sich dabei gerade dem im Zimmer hängenden großen Spiegel und fast unwillkürlich davor zusammenschrag nichtsdestoweniger blieb er ruhig stehen überflog aber seine eigene Gestalt in dem Glase mit scharfen forschenden Blicken schüttelte dann wie keineswegs befriedigt mit dem Resultate langsam den Kopf und setzte sich die ihm von dem Doktor bezeichneten Papiere vor sich entfaltend endlich in den Lehnstuhl nieder wo er mit allem Eifer die Dokumente nachlas diese mußten aber für ihn ein ganz besonderes Interesse haben denn je weiter er darin vorrückte desto mehr blitzten und funkelten seine sonst nichts weniger als lebendigen Augen wie ungeduldig klopfte dabei sein rechter Fuß den Takt zu irgendeiner bewußtlosen Melodie und er hielt die Unterlippe so fest eingeklemmt zwischen den scharfen Zähnen daß das Blut vollständig daraus zurückwich und sie um die schmale niedergepresste Oberlippe herum weiß und toten ähnlich erscheinen ließ kein Wort murmelte er dabei kein laut verriet was gerade in ihm arbeitete nur ein leises kaum bemerkbares Kopfnicken mit dem er zuletzt fast mechanisch den rechten Fuß begleitete schien die Bestätigung irgendeiner gehegten Vermutung oder eines geweckten Verdachtes zu bringen endlich hatte er das Manuskript oder doch wenigstens den Teil der für ihn ein besonderes Interesse haben mochte beendet er stand auf legte die Papiere wieder zusammen steckte sie in die Mappe die er mit einem grünen breiten Bande fest umschlang legte sie dann auf den Tisch strich sich die Haare langsam aus der Stirn zog sich den Rock etwas gerade wie um sich jemand Fremden vorzustellen und trat dann als er seine Toilette dermaßen flüchtig beendet gerade und dicht vor den Spiegel hin hier blieb er stehen und betrachtete sich erst eine kurze Zeit mit einem keineswegs freundlichen Ausdruck in dem Glase und nickte endlich die brauen immer fester zusammenziehend langsam mit dem Kopfe ja ja sagte er dabei leise flüsternd und nur eben laut genug daß es das Spiegelbild etwa hätte hören können das hab ich mir so ungefähr gedacht so etwas mußte vorgefallen sein und so kommt man jetzt endlich hinter deine Streiche Schwibus hinter deinen nichtswürdigen schurkischen Streiche er schwieg einen Augenblick und sah sein Spiegelbild etwa gerade so an als ob er dessen Erröten abwarten wollte da das aber ausblieb fuhr er langsam fort dürfte ich mich denn jetzt wohl beklagen wenn sie dich faßten und dir mit einem Stricke die total unschuldige Seele aus dem Halse der nicht einmal mehr dir gehört hinaus drückten wie wie man aus einer reifen Kirsche schießt? Es wäre mir auch eine ordentliche Freude, wenn es geschehe, und ich hätte gar nicht übel Lust, selber hinzugehen und einem hochweisen Rat die ganze Geschichte von A bis Z zu erzählen, wenn nur nicht... Hm, ist doch ein verfluchtes Ding. Und Ehrgefühl hat er auch nicht mehr, keine Miene verziert er bei der ganzen Bescherung. Ja, er schämt sich nicht einmal, sagte er, jetzt fast laut und sich halb umwendend dem Zimmer, als ob er zu einem dritten Rede und dessen Bestätigung verlange. Hier aber schaute er plötzlich in das hochrote, lachende Gesicht des Dr. Hetzelhofer, der indessen die Tür leise geöffnet hatte und hereingetreten war, um ein stiller, aber nichtsdestoweniger sehr vergnügt aussehender Zeuge fast des ganzen Gespräches zu sein. Er ist ein verstockter Sünder, Schwibus, sagte derselbe jetzt mit dem Kopf verernsthaft dazu nickend, während ihm das Gesicht vor verbissenem Lachen nur immer höher und röter anschwoll. Er ist ein hartnäckiger, unverbesserlicher Sünder und Hopfen und Malz rettungslos an ihm verloren. Das Beste wäre auch, wir hängten ein Tuch über das Glas und ließen ihn gar nicht mehr hinaus an die frische Luft und Sonne. Schwibus' Gesicht verließ, als er den Dr. Hetzelhofer so plötzlich vor sich sah, auch die letzte Farbe. Ohne sich aber irre machen zu lassen, blieb er in seiner Stellung, begegnete fest dem auf ihm haftenden Blicke des Doktors und sagte dann mit wohl unterdrückter, aber nichtsdestoweniger fester und ruhiger Stimme, »Wollen Sie einmal die Papiere dadurch lesen, Dr. Hetzelhofer?« »Die dort oben auf, meine ich, in der braunen Mappe. Fänden vielleicht manches darin, was interessant wäre, aus früheren Zeiten.« »Kenne die Geschichte durch und durch, Schwibus«, lachte der Dr., sich innerlich schüttelnd und ohne sich im Mindesten außer Fassung bringen zu lassen. »Kenne die Geschichte durch und durch und habe mich oft genug dabei gelangweilt. Ist ein Namensvetter von Ihnen, hä? Ha, 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 ha!« »Namensvetter? Ja«, sagte der Fahmundus schaudernd und mit kaum hörbarer Stimme. »Ein Namensvetter, mit dessen passe ich mit größter Bequemlichkeit in der Welt umherreisen könnte. Wenn ich nicht vielleicht hier und da aufgehalten und gehängt würde. Angenehmer Namensvetter. Möchte doch eigentlich einmal einen Advokaten darum fragen, was man mit einem solchen Namensvetter am besten macht.« »Unsinn«, brummte aber jetzt der Doktor und schüttelte halb lachend, halb ärgerlich den Kopf hin und her. »Lassen Sie die alten Geschichten, Schwibus, und werden Sie endlich einmal vernünftig. Im Hause lasse ich mir's allerdings noch immer gefallen. Es hört's eben hier niemand, und wir beide haben es untereinander und können darüber lachen. Wenn Sie's aber hinaustragen und anderen vernünftigen Menschen ihre tollen Ideen ebenfalls vorerzählen, dann sagen die Leute nachher einfach, der Schwibus ist verrückt und der Doktor Hitzelhofer muß auch keinen großen Verstand haben, daß er sich einen verrückten Famulus hält.« »Wenn ich Ihnen aber die Beweise brächte«, sagte der Famulus leise, den Doktor dabei scharf fixierend, während die kleinen grauen Augen in einem ordentlich unheimlichen Lichte funkelten. »Wenn andere Sachen ans Licht kämen und andere Personen.« »Wenn Sie Ihr Leben absolut in einem Narrenturm beschließen wollen, Schwibus«, sagte der Doktor, »jetzt plötzlich ganz ernst werdend.« »So kann natürlich niemand anderes etwas dagegen einzuwenden haben. Sie brauchen's nur zu sagen.« »Dann rate ich Ihnen aber wohlmeinend, ziehen Sie vorher in eine größere Stadt, denn die Bequemlichkeiten hier in der Anstalt sind eben nicht besonderer Art.« Schwibus erwiderte keine Silbe, knöpfte aber jetzt, keinen Blick dabei von dem Doktor verwendend, seinen linken Rockärmel langsam und bedächtig auf, streifte ihn dann mit dem Hemd in die Höhe und hielt den bloßen Unterarm, auf dem deutlich die Narben eines Bisses sichtbar waren, jenem entgegen. »Hahaha!« lachte aber dieser jetzt gerade hinaus. »Hahaha!« »Das ist zu komisch! Das ist wahrhaftig zu komisch! Schwibus! Ha! Schwibus! Sie sind ein kostbarer Mensch! Und man könnte sich... Ha! Ha! Wenn man sich nicht vorher erstickte, wahrhaftig... Ha! Man könnte sich wahrhaftig tot bei Ihnen lachen!« »Und dürfte ich den Herrn Dr. Hetzelhofer vielleicht fragen,« sagte Schwibus ernst und ohne eine Miene zu verziehen, »was er hierbei so unendlich komisch findet?« Der Doktor konnte sich aber im ersten Augenblick wirklich nicht fassen. Er warf sich in den am Tisch stehenden Lehnstuhl, hielt sich mit beiden Händen den Bauch und lachte, daß ihm die großen hellen Tränen an den Zinnoberroten Backen niederliefen. Der Famulus streifte indessen seinen Ärmel wieder hinunter, knöpfte ihn zu und blieb vollkommen regungslos und ohne eine Miene dabei zu verziehen, neben dem Tische stehen, anscheinend ganz geduldig, den Paroxysmus seines Prinzipals abzuwarten. Dieser brauchte auch wirklich mehrere Minuten, bis er wieder zu sich kam, und rief dann, sich die Tränen aus den Augen wischend, »Hören Sie auf, Schwiebus, Sie sind noch mein Tod! Ich sterbe, ich berste vor Lachen, wenn ich noch einmal anfangen muß!« »Hm, ja«, sagte der Famulus, »die Sache ist doch merkwürdig komisch, ungeheuer komisch!« »Die Idee ist aber vortrefflich«, rief der Doktor wieder und drohte in einen neuen Lachkrampf zu verfallen. »Himmlische Idee, daß einen alten Hundebiß als Entschuldigung für temporären Wahnsinn, gewissermaßen ein Attest berechtigter Tollheit, mit herumzutragen und bei vorkommenden Fällen zur Legitimation aufzuzeigen, Schwiebus, Sie sind wirklich unübertrefflich!« »Danke Ihnen«, sagte Schwiebus, seinen linken Arm vorhaltend. »Also das war ein Hundebiß?« »Nun muß ich Sie etwa noch daran erinnern, daß Sie vor, ich weiß nicht mehr wie viel Jahren, von meiner Bulldogge gebissen wurden, die Ihrem Raben zu Leibe wollte?« »Soviel ich weiß«, sagte Schwiebus, »war der nicht in den linken Arm, sondern in das rechte Bein.« »Und den Arm, Schwiebus«, lachte der Doktor wieder. »Aber ich vertrödel hier meine Zeit mit Ihnen. Alle Wetter, es ist schon elf Uhr vorüber, und um halb elf Uhr hat die Verhandlung begonnen. Was soll denn mit den Papieren da geschehen? Hat die der Doktor vergessen?« »Ich soll sie ihm hinüberschicken, werde sie ihm aber wahrscheinlich selber bringen. Bin doch neugierig, den Kongreß des Quetzlinbergerschen Hauses mit anzusehen und den eigentlichen Erben kennenzulernen«, sagte der Famulus. »Ja, ja, Schwiebus, kann ich mir denken«, nickte ihm der Doktor zu, »ist wenigstens leicht erklärlich. Aber«, setzte er mit einem scharf auf den Famulus gehefteten, halb lachenden, halb lauernden Blick hinzu, vor dem Schwiebus in sich selbst zusammenzuckte, »vergessen Sie die tollen Ideen, Schwiebus, und das je eher, desto besser. Eine Zwangsjacke ist eine höchst unbequeme Tracht, und es gibt doch noch unbequemere.« Damit, ihm freundlich zunickend, verließ er das Zimmer und Schwiebus packte, fast mechanisch, die Mappe zusammen, sie ihrem Bestimmungsorte zuzutragen. Ende von Abschnitt 10 Der Wirth zur Krone in Hellburg hatte seinen kleinen Saal sowohl für diesen Tag als für alle späteren Verhandlungen der Konferenz zur Verfügung gestellt. Hier war denn auch schon an diesem Morgen eine ziemlich zahlreiche und lebendige Gesellschaft versammelt, die teils aus den verschiedenen Verwandten und sonstigen sich berechtigt glaubenden Erben des quetzlinbergerschen Nachlasses teils aus den verschiedenen Advokaten bestand. Den letzteren waren kleine Tische mit Schreibmaterialien eingeräumt, wo sie teilweise emsig beschäftigt saßen, ihre Schriften zu ordnen, teils auch mit ihren Klienten sich unterhielten. Die übrigen Gruppen plauderten zusammen, gingen hier und da zu Zweien und Dreien im Saale auf und ab, oder saßen auch einzeln in schweigender Gravität, das Resultat der Zusammenkunft zu erwarten und sich durch voreilige Freundlichkeit mit einem der anderen vorgeblichen Erben nichts zu verderben. Jedenfalls hatte die ganze Gesellschaft einen bestimmten Zweck, den langen, unerquicklichen Prozess endlich einmal zu einem Schluss zu führen und zum ersten Mal die Überreste dessen zu überblicken, was Gerichtskosten und Advokaten von einem früher ziemlich bedeutenden Vermögen übrig gelassen haben mochten. Das Ganze war bis jetzt auch in einem höchst geschäftsmäßigen, steifen Tone betrieben worden. Die verschiedenen Verwandten, von denen sich hier die meisten zum ersten Male sahen, konnten aus ihren früheren Korrespondenzen oder Verhandlungen überhaupt keine besondere Neigung zueinander gefasst haben und kamen sich deshalb wohl sehr höflich, aber auch sehr kalt entgegen. Ja, selbst die Freundlichkeit Einzelner nahm man nur misstrauisch und abwehrend auf. Das Verhältnis der Erben war übrigens insofern eigentümlicher Art, da es in drei Klassen zerfiel, von denen Dr. Hetzelhofer laut testamentarischen Papieren, wie schon erwähnt, die Verlassenschaft des ältesten Sohnes beanspruchte und darin von jenem sehr entfernten Verwandten des quetzlinbergerschen Hauses, dem Dr. und Notarquetzlinberger unterstützt wurde. Man vermutete natürlich dabei, und wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass er diesem für solche Unterstützung bedeutende Vorteile in Aussicht gestellt haben mußte. Ihm gegenüber stand der junge Schierling als Nachkomme des Adoptivsohnes, der durch sein Erscheinen Dr. Hetzelhofers Ansprüche in den Hintergrund drängte. Der Doktor konnte nämlich nicht beweisen, dass der junge Eduard Quetzlinberger, der eigentliche legitime Sohn des alten Testators, nach dem Tode dieses wieder zum Vorschein gekommen sei und für den Fall galt der Adoptivsohn, wie schon erwähnt, als Universalerbe. Eine Zeit lang war aber auch dieser völlig verschollen gewesen, und Dr. Hetzelhofer hatte seinen Prozeß gegen die anderen Erben und Verwandten des quetzlinbergerschen Hauses schon fast zu Ende geführt, als der Adoptivsohn Schierling plötzlich wieder, wie es hieß, gerade von einer Walfischfahrt zurückgekehrt, auftauchte, dem Prozeß dadurch eine neue Wendung und vollkommen frische Nahrung gab und des Doktors Ansprüche aufs Neue unsicher machte. So waren die verschiedenen Ansprüche im Laufe der Zeit auf die verschiedensten Namen und Familien übergegangen. Nur die beiden Haupterben schienen den Ihrigen von ihren Vorfahren mitgeerbt zu haben, und Dr. Peregrinus Hetzelhofer stand noch immer den Ansprüchen des Konrad G. Schierling so hartnäckig entgegen, wie es seine Vorfahren vor fast neunzig Jahren getan hatten. Der Vergleich übrigens, den der junge Schierling den übrigen Erben angeboten und der den Doktor veranlasst hatte, seine Zustimmung wenigstens zu dem Versuche zu geben, war umso annehmbarer, je größere Ansprüche der junge Mann auf das Ganze hatte. Er enthielt in der Tat das sehr uneigennützige Anerbieten des jungen Schierling, den übrigen Erben sämtliche Grundstücke wie überhaupt die ganze Erbschaft zu überlassen, mit einziger Ausnahme des alten, gewiß schon baufälligen und jedenfalls aber unbenutzbar gewordenen Hauses und benachbarten Grundstückes, unter der Bedingung jedoch, dass es ihm, wie es da stand, übergeben wurde, und kein Mensch weiter, selbst kein Gerichtsbeamter, den er nicht selbst hineingeführt, das Recht haben solle, es zu betreten, ebenso müsse es einzig und allein ihm überlassen bleiben, wie er es zu verwenden oder zu benutzen gedenke. Dem grode Erben hätte allerdings nichts Wünschenswerteres kommen können, die Hauptansprüche an den Nachlass in so billiger Weise befriedigt zu finden. Das alte Haus war jedenfalls das geringste wertvolle Stück der Nachlassenschaft, in dem es die meisten Kosten verlangte, wiederhergestellt zu werden. Außerdem standen die Ansprüche des Dr. Hetzelhofer, sobald die Rechte des jungen Schierling anerkannt waren, ebenfalls in sekundärer Stelle da. Er durfte dann nicht mehr die Universalerbschaft für sich in Anspruch nehmen, ja, bei einem Vergleiche nicht einmal höhere Ansprüche machen als sie selber, und wo sehr viele von ihnen schon in Verzweiflung die letzte Hoffnung auf Erfolg aufgegeben hatten, lässt es sich denken, dass die Stimmung im Ganzen unter den Verwandten eine sehr günstige, besonders dem jungen Schierling geneigte war. Der einzige in der Tat, dem ein solcher Vergleich mit den früher erhobenen Ansprüchen nicht angenehm sein konnte, war Dr. Hetzelhofer und durch ihn Dr. Quetzlinberger. So wenig sich der Erstere aber etwas derartiges merken ließ und seine ungewöhnliche trockene Ruhe der erwarteten Entscheidung gegenüber beibehielt, so mürrisch und unzufrieden zeigte sich sein Verbündeter und Notar, der alle an ihn gerichteten Fragen, wenn überhaupt nur grob und kurz beantwortete und seinen Sitz im Saale auch dicht am Ofen und so in eine Ecke getränkt eingenommen hatte, dass er imstande war, sich lästige Gesellschaft so viel als möglich fernzuhalten. Dr. Hetzelhofer dagegen ging mit auf den Rücken gelegten Händen langsam im Saale auf und ab, sprach mit jedem, der ihm in den Weg kam, ohne sich jedoch mit irgendjemandem lange einzulassen und schien mehr die Stimmung zu erforschen, die unter den Erben herrsche, um seine eigenen Maßregeln danach zu nehmen. Seine eigenen Ansichten über die Sache behielt er dabei für sich und gab, wenn direkt darum befragt, immer nur ausweichende Antworten. Die Gesellschaft der Erben gehörte übrigens zu den gemischtesten. Den aristokratischen Teil derselben bildete aber ein altes Stiftsfräulein aus einem hannuverschen Stift, das mit einem großen Paket Papiere angekommen war und diese jetzt allen Advokaten der verschiedenen Parteien, die sich ihrer kaum mehr erwehren konnten, vorzulesen wünschte. Neben ihr stand ferner eine verwitwete Frau Kreisrätin Ohlekamp mit ihrer unverehelichten Tochter Fräulein Siegelinde Ohlekamp. Dann ärgerte besonders ein Schneider-Quetzlinberger aus Bärenburg den Doktor und das Fräulein Ohlekamp, die er fortwährend Herr Vetter und Frau Base nannte. Auch noch ein paar arme Verwandte waren zugegen, deren Familien der Prozess bis jetzt wahrscheinlich weit mehr gekostet hatte, als sie je wieder hoffen durften, daraus zu ziehen. Diese hielten sich schüchtern zurück und dankten heute vielleicht zum ersten Male Gott für den Besitz eines Advokaten, der sie wenigstens dem enthob, selber sprechen zu müssen. Noch eine andere Persönlichkeit hatte indessen den Saal betreten. Es war Schwibus, der mit den Papieren des Doktor Quetzlinberger herübergekommen war und jetzt, nachdem er sie abgeliefert zurückblieb, die einzelnen Gruppen mit einem eigentümlichen, teilnehmenden Blicke zu betrachten. Er stand, beide Hände tief in die Taschen seines großen braunen Rockes hineingeschoben, die Mütze, die er gewöhnlich trug, unter den linken Arm gedrückt, unfern der Türe, durch welche eilfertige Kellner jetzt Bouillon und Glühwein und Flaschen und Gläser herbeitrugen, um nachzuhelfen, was der eine Ofen in dem großen Zimmer noch nicht vermocht hatte, zu leisten. Da wurde plötzlich die Saaltür weit aufgerissen, und ein junger Mann mit bloßem Halse und offener, freier Stirn, dem die weichen, braunen Locken voll unter der Seemannsmütze hervorquollen, blieb darin stehen und überschaute mit lachenden, fast etwas kecken Augen das wunderliche Gemisch von Personen, das sich hier im Boot. Dicht neben Schwibus, der ihn jetzt seinerseits mit scharfen, fast misstrauischen Blicken betrachtete, stand er, die Arme in die Seite gestemmt, den einen Fuß etwas vorgeschoben, als ihm die warme Luft des Saales, die sich dem geöffneten Eingange zuzog, entgegenströmte. Da riss er sich plötzlich die Mütze vom Kopf und die Haare aus der Stirn streichend rief er aus, Walrosse und Seeschlangen, was für ein lustiges Leben hier und eine Hitze, ha, daß sie einem den Atem fast versetzt, um des Himmels Willen meine Herrschaften, halten Sie denn das aus? Mit zwei Sätzen war er dabei, ehe nur irgendjemand eine Ahnung von dem hatte, was er beabsichtigte, auf den nächsten Stuhl und Tisch gesprungen, drehte die oberen Fensterwirbel auf und öffnete eines der hohen Fenster, durch das die kalte Winterluft mit eisiger Schärfe ins Zimmer zog. »Heiland der Welt!« schrie das Stiftsfräulein, das gerade am nächsten unter dem Zuge stand. »Sind Sie wahnsinnig, Herr, daß Sie bei zwölf Grad Kälte die Fenster aufreißen? Himmel, mein Rheumatismus!« »Um Gottes Willen machen Sie das Fenster zu!« rief es aber auch gleichzeitig fast von allen Seiten. »Es ist so schon eine Hundekälte, hier im Saale.« »Na, das fehlte auch noch!« »Kellner, noch ein Glas Grock!« »Aber so heiß, wie Sie es haben!« »Und mir auch eines!« »Herr, machen Sie nur das Fenster zu!« »Und mehr Steinkohlen darauf!« »Das Feuer muß ja ganz ausgegangen sein!« »Segne, meine Seele, der Mensch ist rein toll!« »Wer ist das eigentlich?« klangen die verschiedenen Ausrufe meist laut und wirr durcheinander, und der junge Herr Schierling stand indessen noch lachend oben an dem offenen Fenster, dem Toben, das er heraufbeschworen, horchend. Der Regierungsrat Hechner, der dicht hinter ihm das Zimmer betrat, hatte indes wenigstens rasch die Tür zugeworfen, um aus dem furchtbaren Zuge zu kommen, während ein paar Kellner ebenfalls auf die Tische sprangen und, dem allgemeinen Notschrei gehorchend, das Fenster wieder schlossen. »Aber, mein bester Herr Schierling,« rief der Regierungsrat dabei, »sind Sie denn rein des Teufels, dass Sie uns alle in den Tod hinein erkälten wollen? Wir sind hier ja doch keine solche Eisbären-Naturen, dass wir erst über dem siebzigsten Grad norderbreite anfangen, uns wohl und heimisch zu fühlen.« »Gut, gut!« rief der junge Mann achselzuckend, indem er von dem Tische wieder hinunter in die Stube sprang und den Kellnern das Feld räumte. »Wenn Sie denn absolut in dieser dunstigen Atmosphäre ersticken wollen, habe ich auch nichts weiter dagegen einzuwenden. Aber, wetter noch mal, das ist ja die ganze Werte Verwandtschaft. Oh, Hechner, haben Sie doch die Güte, mich einmal vorzustellen.« Der Advokat Hechner, ein Bruder des Regierungsrates und der Rechtsanwalt des jungen Schierling, der ebenfalls seinen Sitz an einem der kleinen Tische hatte, war schon aufgestanden, ihn zu begrüßen. »Mit Vergnügen«, rief er dabei, »Mine Herren und Damen, ich habe hiermit die Ehre, Ihnen meinen werten Klienten, Ihren lieben Verwandten, den Herrn Konrad G. Schierling, vorzustellen, in dessen Auftrag ich bis jetzt eben die Unterhandlung geführt und dessen Vorschläge zu einer gütigen Ausgleichung des langen Prozesses ich die Ehre hatte, Ihnen zu bringen.« »Herr Schierling, hier ist Herr Dr. Peregrinus Hetzelhofer, der Herr da am Tisch, Herr Dr. und Notar Quetzlinberger aus Schmalkalden, hier die Frau Kreisrätin Justine Ohlekamp mit Fräulein Tochter, ferner hier das gnädige Stiftsfräulein von Ohlekamp aus Hildesheim, ferner hier der Herr Schneidermeister Quetzlinberger aus Bärenburg. »Freut mich recht sehr, Herr Vetter, Ihre werte Bekanntschaft zu machen. Donnerwetter, haben Sie kalte Hände,« sagte Herr Quetzlinberger aus Bärenburg, zu dem jungen Schierling durchdringend und seine Hand nehmend. Diese schüttelte er übrigens herzhaft und schien gar nicht übel Lust zu haben, sie für den Verlauf des Tages zu behalten. »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite,« sagte Herr Schierling verbindlich, machte sich aber doch zur gleichen Zeit von dem neu gefundenen Vetter frei und wandte sich an die Damen, gegen die er fortfuhr, »aber ich muss, wie ich sehe, tausendmal um Verzeihung bitten, des Fensters wegen. Die Damen sind alle so in Pelzkrägen und Muffs eingepackt, dass sie keineswegs meine Ansicht über die hier herrschende Temperatur zu teilen scheinen. Es sollte mir unendlich leid tun, ihnen irgendeine Unbequemlichkeit verursacht zu haben.« Er drehte sich dabei halb um, zu sehen, ob vielleicht noch andere Damen hinter ihm ständen. Da fiel sein Blick auf den hier postierten Schwibus, der allen Bewegungen des jungen Mannes bis dahin mit der gespanntesten Aufmerksamkeit gefolgt war und nur zusammenzuckte, als er ihn Schierling nennen hörte. »Schwibus«, sagte der Famulus da, wie er die Augen des jungen Fremden auf sich gerichtet sah, sich gewissermaßen dadurch selber vorstellend. »Famulus Schwibus«. »Alle Wetter«, rief da der junge Schierling rasch und drehte sich jetzt gegen den Famulus um. »Alte Bekannte, he?« »Nicht wahr?« »Wir sind uns schon einmal im Leben begegnet.« »In Hamburg, wenn ich nicht irre.« »Erinnern Sie sich meiner noch?« Der Famulus begegnete starr dem Blicke, und als der Fremde die Hand nach der seinen ausstreckte und sie ergriff, zitterte bei der Berührung sein ganzer Körper wie Espenlaub. Er öffnete auch den Mund, wie um etwas zu entgegnen, aber kein Wort kam über seine Lippen. »Bitte, mein bester Herr Schierling«, unterbrach da das Stiftsfräulein das kaum begonnene Gespräch der beiden Männer. Mit einem lang gefalteten, sehr geschäftsmäßig aussehenden Aktenstück hatte sie sich dabei bis zu ihm durchgedrängt und berührte jetzt leise und entschlossen den Arm des langsamen nach ihr Umschauenden. »Dürfte ich Ihre Zeit wohl einmal nur auf wenige Minuten in Anspruch nehmen, um Ihnen eine höchst wichtige Mitteilung aus diesen Papieren zu machen?« »Eine Mitteilung zu machen«, sagte der junge Schierling, Schwibus Hand dabei loslassend, »nur etwas vorzulesen, das sich auf unsere früheren Familienverhältnisse – bitte tausendmal um Entschuldigung«, unterbrach sie aber der junge Mann, das drohend gegen ihn angehaltene Papier mit komischem Schrecken von sich während »Ich verstehe auch nicht das geringste von Geschäftssachen, und Herr Notar Hechner wird Ihnen da mit Vergnügen für mich jede gewünschte Auskunft geben.« »Aber ich habe Herrn Notar Hechner schon viermal vergebens ersucht«, sagte das Stiftsfräulein beleidigt. »Gnädiges Fräulein haben mir die bezüglichen Stellen schon verschiedene Male genannt«, berichtigte freundlich der Advokat, »aber ebenso viele Male habe ich Ihnen auch erklärt, dass Sie nicht das Mindeste mit unserem speziellen Falle zu tun haben, sondern sich vollkommen in dem Gesamtvergleich der Erben erledigen.« »Wenn ich vielleicht dem gnädigen Fräulein Base in irgendetwas behülflich oder dienlich sein könnte, mischte sich hier Herr Quetzlinberger aus Bärenburg mit einer zierlichen Verbeugung in das Gespräch. »Es würde mir eine besondere Ehre sein, meiner Verwandtschaft mit irgendetwas aus der Verlegenheit zu helfen. Nur nicht mit Geld. Geld ist bei mir immer das wenigste, Fräulein Base, immer das wenigste.« Das Stiftsfräulein durfte unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht gerade grob werden, aber sie dachte auch gar nicht daran, sich mit dem allzu dienstfertigen Verwandten, dessen Verwandtschaft sich nun doch einmal nicht ableugnen ließ, näher einzulassen, als die Verhandlungen hier unumgänglich erforderten. Sie schob deshalb ihr Manuskript, sehr zur Beruhigung des Herrn Notar Hechner, in einen riesigen Strickbeutel, den sie am Arme trug und der, seiner Länge nach zu urteilen, wirklich nur für derartige Aktenstücke gearbeitet schien und zog sich mit einer leise dankenden, aber auch entschieden ablehnenden Verbeugung gegen Herrn Quetzlinberger aus Bärenburg in den entgegengesetzten Teil des Zimmers zurück. Jedenfalls suchte sie dort ein anderes Opfer. Schwibus hatte indessen keinen Blick von dem jungen Schierling verwandt, der aber jetzt von Dr. Hetzelhofer angeredet und beschäftigt gehalten wurde. Nichtsdestoweniger drehte er sich mehrmals nach der Stelle um, auf der Schwibus noch immer unbeweglich, wie in den Bodengewurzel stand und nickte ihm zweimal sogar ganz freundlich und vertraut zu. »Ein merkwürdiger Mann, der junge Herr Schierling,« Schwibus, sagte jetzt Regierungsrat Hechner, der das freundliche Nicken desselben ebenfalls bemerkt hatte, indem er zu dem Famulus trat. »Wußte übrigens gar nicht, dass sie mit ihm bekannt waren. »Hm, der scheint gar kein Blut im Leibe zu haben.« »Kein Blut im Leibe,« rief der Famulus rasch und erschrocken. »Bildlich, natürlich,« lächelte der Regierungsrat. »Ihr Ärzte nimmt alles gleich in der wörtlichen Bedeutung.« »Der Mensch friert aber auch gar nicht und schläft jetzt nachts bei offenem Fenster unter einer einzigen dünnen, wollenen Decke. Meine Frauen zu Hause sind ganz außer sich. Wo haben sie denn einander kennengelernt?« »Gott weiß es«, sagte der Famulus und schüttelte, stier und gedankenvoll vor sich niedersehend, den Kopf. »Ich glaube, unsere Wege haben sich schon mehrere Male gekreuzt, aber es muss vor meiner Zeit gewesen sein.« »Vor Ihrer Zeit? Ehe Sie hierher nach Hellburg kamen, meinen Sie?« sagte der Regierungsrat. Schwibus nickte leise mit dem Kopfe, als er sich plötzlich am linken Arme gezupft fühlte. Rasch drehte er sich dorthin um und sah hier niemand anderes, als das gnädige Stiftsfräulein vor sich stehen. Mit glücklicher Umgehung des jetzt gerade am anderen Ende des Saales beschäftigten, Herrn Quetzlinberger aus Bärenburg, hatte sich dieselbe wieder zu Herrn Dr. Schwibus, wie sie gehört, dass sein Name sei, durchgearbeitet, und er suchte jetzt den Herrn Doktor, das vorliegende kleine Dokument mit ihr durchzugehen, um seine Meinung über zwei wichtige Punkte darin zu erfahren. Schwibus war ein viel zu gefälliger Mensch, irgendeiner Seele eine Bitte abzuschlagen. In diesem Augenblick wußte und verstand er aber nicht einmal, was von ihm verlangt wurde, und während sein Geist draußen im Weiten schweifte, das verträumte Bild des jungen Fremden wieder aufzufinden und zurückzubringen, ließ er sich willenlos von dem alten, hartnäckigen Fräulein zu dem nächsten Tische führen. Hier begann dasselbe denn auch ohne weiteres und nur vorher einen flüchtigen, triumphierenden Blick nach dem Notar Hechner hinüberwerfend, dem lautlos daneben sitzenden Schwibus, das ganze Dokument mit begleitenden Bemerkungen von vorn bis hinten langsam vorzulesen. Schwibus hatte dabei glücklicherweise weiter nichts zu tun, als ruhig zuzuhören, und nur dann und wann, bei irgendeinem stark betonten Worte oder fragenden Blicke oder bei irgendeiner Pause mit dem Kopfe zu nicken. Das tat er denn auch, rein mechanisch, bis sie geendet hatte, das geheftete Aktenstück dann wieder zusammen und ihre beiden Hände darauf legte und mit einem selbst überzeugten Blick zu ihm schauend rief, »Nun, Herr Doktor, habe ich nicht recht? Ist der Fall nicht trotz allen Advokaten der Welt so klar wie ein Kron-Diamant?« »Welche Diamanten sie als eine besondere Spezies zu betrachten schien?« »Da nun allerdings«, erwiderte in seiner Unschuld und Geistesabwesenheit Schwibus eben nicht ganz passend. »Wenn ich nur wüßte, wen er gemeint hat, den Kern oder die Schale?« »Die Schale?« rief das Stiftsfräulein, erschreckend zu ihm aufschauend. »Von was um Himmels Willen sprachen sie denn eben?« Es war ein Glückwischwibus, das gerade in diesem Moment die Tür aufging und ein Bote aus des Doktors Hause ihn rasch zu einem Patienten rief. In dem dunklen Gefühl dabei, der Dame gegenüber irgend etwas Verkehrtes gesagt oder getan zu haben, denn von dem ganzen Dokumente hatte er keine Silbe gehört, viel weniger verstanden, erhob er sich rasch, griff seine Mütze auf und verließ mit einer ziemlich linkischen Verbeugung gegen das entrüstete Stiftsfräulein eilig den Saal. Der junge Schierling war indessen ebenfalls, ganz wider seinen Willen, durch die beiden Doktoren Hetzelhofer und Quetzlinberger in ein geschäftliches Gespräch hineingezogen worden, aus dem ihn aber die Frau Kreisrätin Ohlekamp glücklich befreite. Die Frau Kreisrätin war erst gestern Abend in Hellburg eingetroffen, hatte sich aber schon vorher ein möbliertes Logis bestellt und beabsichtigte, den Sommer hier ihren Aufenthalt zu nehmen. »Sie entschuldigen, wenn ich Sie störe,« sagte die Frau Kreisrätin Herrn Dr. Quetzlinberger ohne weiteres, mit einem freundlichen Lächeln beiseiteschiebend und des jungen Schierling handergreifend. »Aber mein Herz, junger Mann, zieht mich zu Ihnen. Ich war die intimste Freundin Ihrer seligen Mutter und sehe die herrliche Frau wahrlich wieder vor mir, wenn ich in diese lieben Bekannten, ihr ganz angehörenden Züge schaue.« »Aber, beste Frau Kreisrätin,« unterbrach sie hier etwas ungeduldig, der Dr. Hetzelhofer, »das ist alles sehr schön und gut, nur ein kleines Viertelstündchen möchten Sie uns noch gestatten, unsere Geschäfte zu regulieren.« »Bitte, meine Herren, machen Sie das alles mit Herrn Hechner ab,« rief aber der junge Schierling, vor so wohlfeilen Kaufes einer langweiligen und vielleicht auch unangenehmen Auseinandersetzung entzogen zu werden.« »Aber zum Donnerwetter, Herr,« platzte da Dr. Quetzlinberger heraus, »wir sind eben hier zusammengekommen, um die Hauptsache zu regulieren, Ihre eigene Legitimation.« »Herr Hechner hat meine unbedingte Vollmacht,« unterbrach ihn der junge Schierling. »Überdies scheint sich die Sache hier zu vereinfachen, und wir brauchen am Ende gar nicht einmal die Zeugin, die ich Ihnen für mich vorgeschlagen habe, zu inkommodieren. Hier, die Frau Kreisrätin erklärte mir eben, dass sie eine intime Freundin meiner seligen Mutter gewesen und wird gewiß gern dem Sohne ihrer Jugendfreundin bestätigen, helfen, dass er überhaupt existiert.« Ein leichtes Lächeln glitt oder zuckte dabei über das Antlitz des jungen Mannes. Während er sich aber mit einer halben Verbeugung der genannten Dame zuneigte, war es auch eben so rasch wieder verschwunden, um dem alten, offenen Ausdruck in seinen Zügen Platz zu machen. Keinesfalls hatte die Frau Kreisrätin etwas davon bemerkt. Diese Dame war nämlich ganz unbewußt und in aller Unschuld in ein Thema geraten, dass sie jetzt, wenn das möglich gewesen wäre, gern unberührt gelassen hätte. Mutterliebe mochte dazu die Ursache gewesen sein, den Jungen, jedenfalls sehr reichen Vetter, nämlich auf geschickte Weise mit ihrer Siegelinde bekannt zu machen und ihn auf vertraulichem Fuße in ihr Haus zu führen. Siegelinde war Dichterin und schwärmte, gereimt und ungereimt in Lyrik und Prosa, und war erst ein Anknüpfungspunkt gefunden, so hoffte die Mutter, leicht und glücklich darauf weiterbauen zu können. Natürlich hatte sie nicht daran gedacht, dass eine so einfache Bemerkung und eigentlich nur höfliche Redensart die Folge haben könne, gleich damit vor Gericht gezogen zu werden, um sie zu beschwören. Die Frau Kreisrätin ahnte übrigens noch immer nicht die Tragweite ihrer Bemerkung und begriff für jetzt nur, dass man sie eben beim Wort nehmen wolle, etwas, das die wenigsten Menschen vertragen können. Sie hatte dabei in der Tat keine Idee, wer des jungen Herrn Schierling Mutter überhaupt gewesen und wo sie gelebt haben mochte. Was konnte sie aber jetzt tun, sich aus dieser fatalen Lage zu ziehen, ohne zugleich zu gestehen, dass sie gelogen hatte? Jede Möglichkeit für eine nähere Berührung mit dem jungen, liebenswürdigen Erben wäre dann jedenfalls rettungslos verloren gewesen. Was die meisten Menschen deshalb in ihrem Falle und an ihrer Stelle getan haben würden, tat sie ebenfalls. Durch jedes Wort nämlich, das sie mit vor Verlegenheit stotternder Stimme und mit hohem Erröten herausstieß, um Zeit für einen klugen Rückzug zu gewinnen, ritt sie sich nur noch immer tiefer hinein, bis sie unerreichbar fest saß. Oh, mit dem größten Vergnügen, wenn es verlangt würde, stammelte sie. Eine so liebe Frau, so viel Seele und, und so früh sie zu verlieren, dieser Verlust. Hochverehrte Frau, sagte der junge Schierling und drückte ihr, wie von innerer Rührung übermannt, die Hand. Dr. Hetzelhofer warf den Kopf herüber und hinüber, als ob er ihn sich abschlenkern wollte, und Dr. Quetzlinberger nahm in Gedanken eine Prise nach der anderen. Meine Tochter Siegelinde, brach sich da die Frau Kreisrätin durch alle im Wege liegenden Schwierigkeiten Bahn, die verschämt an ihrer Seite stehende junge Dame dem Vetter präsentierend. Ich schätze mich unendlich glücklich. Siegelinde spielt reizend Klavier, Sie müssen uns einmal die Ehre geben. Aber Mama, ich bitte dich. Nein, wirklich, mein Kind, wenn man die Wahrheit sagt, darf man auch von seinen Vorzügen sprechen. Nicht wahr, Herr Schierling? Es wäre eine Sünde, wenn wir sie der Welt entzögen, entgegnete der junge Mann mit einem freundlichen und ermunternden Blicke auf die Tochter. Ich bin übrigens selber dilettant auf diesem Instrument und würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir einmal den Genuß gestatteten, sie zu hören. Das Gesicht der Frau Kreisrätin leuchtete ordentlich vor Seligkeit bei diesen Worten, und Fräulein Siegelinde, eine junge Dame in dem unbestimmten Alter der Zwanziger, welches, wie die böse Welt von ihr sagte, der Erinnerungen so Liebe für sie hatte, dass sie sich noch immer nicht von ihm trennen konnte, schlug verschämt die Augen nieder. Sie stammelte dabei einige unzusammenhängende Worte von großer Freude und schwachen Talenten, die jedoch erbarmungslos in einem furchtbaren Niesen des Dr. Quetzlinberger eine Folge der unmäßig eingestampften Prisen verloren ging. Der junge Schierling aber, dem besonders daran gelegen schien, den langweiligen, geschäftlichen Auseinandersetzungen zu entgehen, fand in der sich jetzt erst entwickelnden Rätseligkeit der Frau Kreisrätin eine vortreffliche und geschickt genutzte Gelegenheit dazu, sodass sich die beiden Doktoren sehr zu ihrem Ärger und trotz allem protestieren, mit dem ihnen vorgeschobenen Notarhechner begnügen mussten. Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 9 Teil 1 Die Konferenz war vorüber. Advokat Hechner hatte das Zeugnis der Frau Kreisrätin zu Protokoll genommen und der junge Schierling noch außerdem eine andere Frau in der Stadt als seine Amme und Wärterin angegeben, die ohne weitere Schwierigkeit seine Identität beweisen konnte. Die übrigen Notare schienen auch vollkommen mit dem Resultate zufrieden und eine Protestation des Dr. Quetzlinberger gegen den Vergleich bis dahin, dass die wirkliche Abstammung des jungen Schierling von dem früheren Adoptivsohn des alten Herrn Quetzlinberger sicher und über allen Zweifel erwiesen sei, wurde durch die Majorität der Stimmen entschieden abgelehnt. Am nächsten Tage sollte die alte Wärterin des jungen Mannes allerdings noch gerichtlich vernommen, dann aber dem gütlichen Vergleich auch keine weitere Schwierigkeit in den Weg gelegt werden. Die Leute hatten das Prozessieren satt und verlangten diesmal entschieden, die Sache abgemacht und ausgeglichen zu sehen, wie auch genau zu wissen, was sie aus der Erbschaft zu erwarten hätten. Dauerte der Prozess jetzt noch fort, so bekamen sie überdies nichts mehr heraus. Einige Tage vergingen so mit der Aufstellung der Erbschaft, dem Inventarium des noch vorhandenen Besitzes, dem Nachsehen und Kontrollieren der Rechnungen, und der junge Schierling hatte indessen einen nicht geringen Teil seiner Zeit im Hause der Frau Kreisrätin Ohlekamp zugebracht, wo er mit Sigelinde nach Herzenslust musizierte und, wenn nicht die Tochter, jedenfalls die Mutter von sich bezaubert hatte. Die Frau Regierungsrätin Hechner bekam indessen die ewigen Geschäftsverhandlungen herzlich satt, denn an eine regelmäßige Tischzeit durfte schon gar nicht mehr gedacht werden. Bald fehlte der Regierungsrat selber, der mit zum Schiedsrichter bei der Regulierung des Prozesses ernannt war, bald ihr Gast, und auch heute wieder, es waren vier Tage seit jener ersten Konferenz verflossen, hatten sie mit dem Essen schon eine reichliche Stunde gewartet, ehe der Regierungsrat und dann noch allein nach Hause kam, indem er den heute bei der Frau Kreisrätin eingeladenen jungen Schierling in dessen Namen entschuldigte. Er, der Regierungsrat, mußte selber gleich nach Tische wieder fort, um heute in einer Schlusssitzung den Endbescheid mitzufassen. Heute morgens war nämlich, wie der Regierungsrat über Tisch erzählte, die frühere Amme und Wärterin des jungen Schierling, die hier in der Stadt seit etwa zwölf Jahren ansässige und genugsam bekannte Frau Bause vor Gericht erschienen und eidlich vernommen worden. Sie hatte denn auch, ohne Zögern, die Identität des jungen Schierling beschworen und mit dem vorhergegangenen Zeugnisse der Frau Kreisrätin außer allem Zweifel gestellt. Heute nachmittags sollte ihm der von ihm selbst bedingte Teil der Erbschaft, das alte Haus mit dem daran stoßenden Grundstück, zugesprochen werden und er selber war um vier Uhr auf das Rathaus beschieden worden, den Beschluss zu vernehmen. Die ganze Sache war in der Tat jetzt nur noch eine nicht gut zu umgehende Formalität, da sich schon alle über das Resultat geeinigt hatten. Mit dem letzten Bissen im Munde stand der Regierungsrat auch schon wieder vom Tische auf, trank seine Tasse Kaffee rasch, schon mit dem Hut auf dem Kopfe und eilte auf das Rathaus hinüber, wo sich seine übrigen Kollegen ebenfalls bald versammelten. Die Frau Regierungsrätin war, dem Berichte ihres Mannes gegenüber, sehr einselbig gewesen. Sie wußte eigentlich selber nicht recht, warum. Daß ihr Gast sie im Stich gelassen? Was hatte er denn auch immer bei der alten gezierten Kreisrätin zu tun, die hier in Hellburg, wie es den Anschein beinahe hatte, neue Sitten und Gebräuche einführen wollte, und wenn sie nun auch aus der Residenz kam? Und die altertümliche Siegelinde, das antike Wunderkind? Die sonst so gutmütige Frau wurde ordentlich boshaft und verließ endlich das Zimmer, um der eigenen Wirtschaft nachzusehen, fast ebenso böse über sich selbst als jemand anderes. Marien klang indessen nur der eine Name in den Ohren, die Frau Bause, die Frau Bause, Amme und Wärterin Gundelrebes, und Gundelrebe der Erbe des alten Quetzlinbergerschen Hauses, in dessen geheimnisvolle Räume er vielleicht schon in den nächsten Tagen einziehen würde. Träumte sie denn schon wieder ihren alten Traum, oder war das hier Wirklichkeit, Leben, Tatsache? Traten nicht die alten, schon halb vergessenen Bilder aus ihren Rahmen heraus, und fehlte denn nicht von allen nur noch der alte Herr Quetzlinberger aus dem Hause daneben? Bis jetzt hatte sie sich gescheut, eine Silbe von jener merkwürdigen Ähnlichkeit der Freundin mitzuteilen. Mußte sie denn nicht fürchten, von dieser ausgelacht zu werden? Aber jetzt, wo auch die alte Margeret den Schauplatz mitbetrat und in das Rätsel ihres Lebens einzugreifen drohte, jetzt, wo ihr Zweifel und Staunen das Herz erfüllten, den Sinn verwirrten und sie ernstlich fürchtete, ihren alten Einbildungen und Träumen wieder anheim zu fallen, beschloss sie Helenen aufzusuchen, ihr alles zu entdecken und in ihrem ruhigen Urteil und reiferen Verstande Trost und Hilfe zu finden, brauchte sie doch beides. Leider traf sie Helenen, als sie rasch Hut und Mantel aufgegriffen hatte und hinübergeeilt war, nicht zu Hause. Helene war ausgegangen, einige notwendige Einkäufe zu machen, wurde aber bald zurückerwartet. Marie verließ das Haus wieder und da die Sonne jetzt eben warm und freundlich schien, so kehrte sie noch nicht in ihre eigene Wohnung zurück. Wenn sie einen kleinen Spaziergang machte, konnte sie sicher darauf rechnen, auf dem Rückwege Helenen anzutreffen. Langsam ging sie die breite Straße hinauf, dem nächsten Tore zu, um dort die öffentliche Promenade der Stadt zu erreichen. Hier aber fand sie den Weg durch eine zusammengelaufene Volksmenge gesperrt. Es war ein Wagen durchgegangen, der Kutscher vom Bocke gestürzt und das Gespann der wild gewordenen Pferde dann hier gegen den steinernen Brunnen gerannt und aufgefangen worden, und die Leute standen jetzt dicht gedrängt an der Stelle, besahen die Blutspuren und die Stücke des zertrümmerten Wagens und besprachen sich teils über das geschehene Unglück, teils über das, was durch den Brunnen war, verhütet worden. Marie suchte dem dichten Menschen Knäuel auszuweichen und bog in die nächste, rechtsausführende Straße ein, durch welche sie die Promenade ebenfalls, nur etwas später, erreichen konnte. Langsam, ihren eigenen Gedanken nachhängend, ging sie die ziemlich menschenleere Straße, die außerhalb des eigentlichen Geschäftsbezirkes lag, entlang, als ihr Auge plötzlich auf ein kleines gelbes Schild fiel, auf dem mit großen schwarzen Buchstaben der einzelnen Name »Margarete «, als ob das kleine Schild wie ein Magnet auf sie wirke und sie nicht von der Stelle lasse. Aber gerade mitten auf der Straße wollte sie doch auch nicht stehen bleiben und in dem halbklaren unangenehmen Gefühle, daß die Nachbarn dort sie ansehen und erkennen und dann auch wissen müßten, weshalb sie eigentlich so erschreckt sei, obgleich das eben gar kein Mensch hier wissen konnte, trat sie zu dem kleinen Ladenfenster hin, das eine Masse der verschiedenartigsten Artikel dem Auge der vorübergehenden ausgestellt bot. Fischhaken und auf wettergebräuntem Papier aufgereihte Stahlfedern, schmutzige Puppenköpfe und in Strahlen aufgesteckte Stricknadeln, Büchschen mit Pomade und Ölen à la Milfleur wie à la Vanille, Päckchen mit Papilloten und Streichhölzchen, kleine Gläser mit verschlossenen Bonbons und staubigem Gerstenzucker, lackierte Schnupftabaksdosen und Brillenfuterale, Licht- und Augenschirme etc. etc. Alles war hier zu haben. Selbst die schmale Glastür, zu der drei von Eis freigehaltene und sorgfältig mit Asche bestreute Stufen hinaufführten, war inwendig mit angefrorenen Dochten und Garn- und Bandproben behängt. Marie kämpfte mit einem eigenen Entschlüsse. Sie wollte eintreten in den Laden und dadurch ihren törichten Ideen und Träumen gleich ein Ende machen. Ein Vorwand war ja leicht gefunden, brauchte sie doch nur nach ein paar Stecknadeln, einem Fingerhut oder sonst einer unbedeutenden Kleinigkeit zu fragen. Und doch wieder fürchtete sie sich und mochte und mochte sich nicht eingestiehen, weshalb. Da ging die Tür neben ihr so plötzlich auf, daß sie einen leisen Schrei kaum unterdrücken konnte. Die freundliche Anrede aber, die in der Gestalt der Frau Bause auf der Schwelle erschien, machte ihrem weiteren Zaudern ein rasches Ende. Aber, mein liebenswertestes Fräulein Hechner, hab ich denn auch einmal das Vergnügen, sie wiederzusehen und wie groß und hübsch sie geworden sind. Aber so treten sie doch nur einen Augenblick herein. Als kleines Kind und ehe sie krank wurden, wo sie dann gar nicht mehr in die weite Schule gingen, sind sie ja so oft bei mir eingesprochen und haben sich ein Bonbon oder ein Stückchen Gerstenzucker geholt. Lieber Gott, werden doch die alte Frau Bause in den paar Jahren nicht ganz vergessen haben. Und während die Frau das mit freundlicher Stimme sprach und die schmale Tür weit dabei geöffnet hielt, bimmelte ein silberreines Glöckchen, das oben an einer eingebogenen Feder befestigt war, in einem Fort, und so vergnügt, als ob es sich selber freue, hier draußen eine alte Bekannte begrüßen und gleich auch bewillkommenen zu können. Marie stand keines Entschlusses fähig vor der Frau. Ihr erster Gedanke war freilich, mit kurzem Gruß ihrem Laden den Rücken zu kehren und die gefährliche Stelle so rasch als möglich zu meiden. Aber die Frau sprach gar so freundlich mit ihr, und wenn sie auch in der Tat selber nicht recht wußte, wie sie dahin gekommen, fand sie sich doch wenige Sekunden später in der engen Tür, indes die kleine Glocke über ihr einen wahren Sturm Marsch von Seligkeit jubelte. »Nein, meinem Selhechner, das freut mich ja ganz unmenschlich, sie auch einmal wieder bei mir zu sehen, rief dabei die Frau, des jungen Mädchens hand ergreifend und dieses Meer nach der Mitte des kleinen Ladens von der Tür wegführend. Ich hatte es doch bald aufgegeben, sie je wieder bei mir zu sehen. Ja, lieber Gott, wie die Zeit vergeht!« Marie konnte noch nicht antworten. Es war, als ob ihr die Worte in der Kehle stecken blieben, und nur ihr Auge schweifte rastlos über die Gestalt der vor ihr stehenden hin, nach den Fächern des Ladens hinüber und dann zu jener zurück. Der kleine laufenden Fächern alle drei Wände einahmen und für die in das neben Stübchen führende Tür nur eben den allernotwendigsten Raum übrig gelassen hatten. Und schmunzelnd und nicken stand die Frau Bause dazwischen dieselbe hohe spitze Mütze auf, in der Marie schon als Kind sie in ihrer Lade Tür hatte sitzen sehen. Die weißen, breiten, sauberen Bänder waren unter dem etwas spitzigen Kinn in einen sorgfältigen Knoten zusammengebunden und das etwas gelbliche Gesicht stach scharf gegen die schneeige Einrahmung derselben ab. Sie trug dabei und Marie erschrak fast als sie die Farbe sah ein schwefelgelbes wollenes Umschlage Tuch über einer ebenso farbigen Jacke und darunter einen blau und rot gestreiften Rock mit einer schneeweißen und so breiten Schürze daß sie fast drei vier Teile des letzteren bedeckte. Und was für ein niedliches Kindchen sie damals waren, fuhr die Frau fort. Sie sind noch niedlich, Mamselchen, aber doch jetzt natürlich viel ansehnlicher geworden. Aber damals, nein, gar so ein Liebesherzchen und meine Rosenbonbons, die schmeckten ihnen nun vor allem anderen gut. Wissen sie wohl, daß ich aber wer nicht mehr kam, war natürlich das Mariechen. Marien schwamm es vor den Augen. Die Traumgestalt und die wirkliche Frau Bause fingen an, sich vor ihren Augen zu drehen. Die Haubenzipfel zuckten wieder in Strahlen aus, wie zu jener Zeit, und der Laden mit all seinen Gläsern und Büchsen und Päckchen und Schachteln sog sich voll von dem grellen Gelb des Tuches und der Jacke und flimmerte und glitzerte vor ihren Augen. Sie mußte sich an den Ladentisch anhalten, um nicht schwindelig zu werden, und fühlte dabei ordentlich, wie das Blut ihre Wangen verließ. Jesus, meine Güte, rief da die Frau Bause und sprang zu, sie zu halten. Sie sehen ja kreideweiß aus, Mamselchen. Ich danke, lächelte Marie verlegen, Das macht die heiße Luft hier im Laden, sagte die Frau gutmütig, indem sie eine ihrer Hände faßte und streichelte. Der rasche Übergang von der Kälte draußen greift die Kopfnerven an und erregt Schwindel. Das wollen wir aber schon wieder verbessern, setzte sie dann geschäftig hinzu, indem sie nach ihrem unter der Schürze hängenden Schlüsselbunde griff, das wollen wir bald kurieren und Bonbons kann ich dem Mamsellchen doch nicht mehr vorsetzen, dazu ist sie mir ja viel zu groß geworden. Mit emsiger Geschäftigkeit drückte sie sich dabei durch die etwas enge Passage hinter dem Ladentisch, öffnete hier ein kleines schmales Fach und nahm eine Flasche und ein Glas heraus, mit dem sie zurück zu Marien kam. Hier sagte sie, indem sie den Stöpsel dabei öffnete und einen dunkelfarbigen und aromatisch duftenden Madeira in das kleine Glas schenkte, hier, mein liebes Mariechen, sie dürfen nicht böse sein, wenn ich sie noch so nenne, denn ich meine es ja gut, das trinken sie nur getrost auf einen Schluck hinunter, es ist alter, echter Madeira und nur für solche Gelegenheiten bestimmt, der geht ihnen wie frisches Feuer und Lebensblut Raumgestalt durch das Hirn. Sie sah jene Margeret vor sich, wie sie mit der weißen Schürze und der angerichteten Schüssel in die Stube getreten war und sie zuletzt gewarnt hatte, nichts zu genießen, weil sie sonst da bleiben müsse und nie wieder hinüber dürfe zu ihren Eltern. Und wenn sie jetzt nun hätte hier bleiben müssen in der Gewalt der Frau sie hielt das Glas noch zögernd in der Hand. Das dürfen sie trinken, sagte die Frau Bause, ihr mit den Augen zublinzelnd, als ob sie ihre Gedanken erraten hätte. Es hat keine Gefahr, Sälchen, reineren Wein gibt's nicht auf der Welt und kein besseres Getränk für schwache Nerven. Marie faßte das Glas fast krampfhaft, aber sie fühlte auch, daß sie der Stärkung bedürfe und schallte, und nun sollen sie einmal sehen, ob ihnen nicht im Handumdrehen besser ist. So, mein Kindchen, geben sie mir nur das Glas, die alte Pause hat es noch immer gut mit ihnen gemeint. Ich danke ihnen, sagte jetzt Marie, den dargebotenen Stuhl benutzend und sich darauf niederlassend, und glaube wohl, daß mir der Wein gut tun wird. Es war nur eine augenblickliche Schwäche, wahrscheinlich, wie Sie sagen, von der raschen Veränderung der Luft herrührend. Von weiter nichts, mein bestes Mamselchen, von weiter nichts, sagte die alte Frau gutmütig, sollte mir aber doch auch erschreckend leid getan haben, wenn sie nach so langer Zeit endlich einmal wieder ihre alte Frau Pause aufgesucht hätten und bei ihr krank geworden wären. Oder wollten sie gar nicht zu mir hereinkommen und war es nur im Vorübergehen, daß ich mir die Freude gemacht habe, sie aufzufangen? Ich bin allerdings nur zufällig durch die Straße gekommen, sagte Marie leicht errötend, aber wie ich ihr Schild sah und wieder erkannte, mochte ich doch nicht vorbeigehen. Das ist brav von Ihnen, mein liebes bestes Mariechen, das ist recht brav, sagte die alte Frau, und jetzt wollte ich wüßte ich nur etwas, daß ich Ihnen zu gefallen tun könnte, um Ihnen zu beweisen, wie große Freude sie mir gemacht haben, und beinahe werden wir noch dazu Nachbarsleute geworden, setzte sie lächernd hinzu. Nachbarsleute? fragte Marie rasch und erstaunt. Nun ja, der junge Herr Schierling, so ein braver rechtschaffender Mensch, wie nicht weiter auf Gottes Erde lebt, und wird doch wieder in das alte Haus hineinziehen, daß ihm die Gerichte endlich zugesprochen haben, und da wollte er mich gern als Haushälterin zu sich nehmen. Sie, Frau Bause? Nun ja, habe ich ihn doch auf diesen Armen herumgetragen, wie er noch so klein war, und ihn genährt viel lange Monate durch, wie seine Mutter, Gott habe sie selig, dem schweren Wochenbett erlegen war, »Sie ziehen hinüber?« fragte Marie, kaum der Worte bewußt, die sie sprach, und nur bemüht, der Frau die Bewegung zu verbergen, die nicht allein ihre Rede, nein, schon ihr Anblick in ihr hervorgerufen. »Doch wohl nicht, mein schönes Mamselchen,« sagte die Frau kopfschüttelnd, »erstlich habe ich hier mein Auskommen und bin nun einmal daran gewöhnt, frei und unabhängig in der Welt schon manche Jahre verflossen. Es freut einen allerdings, wenn man sieht, daß einen noch andere Leute haben wollen, aber ich habe es hier doch gut, und mein Geschäft mit dem, was ich daneben verdiene, nährt und erhält mich vollkommen. Aber nicht wahr, sagte Marie und fühlte dabei, wie ihr das Blut, sie wußte selber eigentlich nicht, warum, in Stirn und Schläfe stieg, nicht wahr, was die Leute von ihnen sagen, daß sie aus Karten und Bleiguß ihre künftigen Schicksale prophezeien, ist doch nicht wahr. Und warum nicht, mein schönes Mamsellchen, lächelte die Frau Bause und nahm dabei in einer Art Gewohnheit ein altes Tuch, das neben ihr lag, die ihr zunächst stehenden Glaskasten abzuwischen und vom Staube zu befreien, warum nicht? Manche spotten freilich darüber, wie ich recht gut weiß, beredet wird man ja doch in der Welt, man mag tun oder lassen, was man will. Und glauben sie wirklich, daß Gott uns in bunten Blättern, denen wir unsere eigene Deutung geben, die Zukunft offenbaren würde? fragte Marie. Die Frau Bause zuckte die Achseln und erwiderte, es ist manches wunderbar in der Welt, mein gutes Mamsellchen, manches sehr wunderbar, und es passieren Sachen, setzte sie mit einem eigentümlichen Blicke hinzu, die sich manche Menschen nicht einmal träumen lassen. Übrigens erfahren wir auch eben nicht viel mehr von unseren künftigen Schicksalen, als uns gerade gut ist, und das ist meist ungemein wenig, und dann zeigt sich das auch oft als ein sehr mißliches Geschäft. Nicht allen Menschen läßt sich Gutes prophezeien, und spricht »Aber heißt es nicht friefeln?« sagte Marie mit leiser, kaum hörbarer Stimme, »wenn wir durch irgendeine geheime Macht das zu erlangen suchen, was uns Gott in seiner allweisen Güte selbst verhüllt?« Sie dachte dabei der Worte, die jene Margarethe im Traume damals zu ihr gesprochen, und das Herz klopfte ihr stärker, als der Gedanke in ihr aufstieg, die Frau zu fragen, rasch, »Frieveln? Nein, mein gutes Mamselchen, friefeln können sie das nicht nennen. Sagt denn die Bibel nicht selber, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan? Und wenn man nun einmal mit leisem Finger an der Zukunft Pforte an pochte, wäre es doch nicht gefrievelt. Die Antwort steht jenen Mächten ja frei, und manchmal verweigern die sie auch. Alle Menschen können das aber auch nicht vertragen, und Ihnen, mein gutes Mamselchen, setzte sie plötzlich hinzu, prophezeite ich zum Beispiel schon gar nicht, und wenn sie mir Gott weiß, was dafür geben wollten. Mir nicht, sagte Marie und stand rasch von dem Stuhle auf. Sie fühlte, wie sie bei den Worten erblich. Nein, mein gutes Mariechen, Sie haben viel zu schwache Nerven und sehen Wer nicht einen ganz starken Geist hat, den nimmt's doch manchmal zu sehr mit, und er setzt sich auch vielleicht nachher Dinge in den Kopf, die da gar nicht hinein gehören. Darf ich Ihnen vielleicht noch ein Schlückchen von dem alten Wein anbieten? Nein, ich danke tausendmal, sagte Marie rasch, und der Boden brannte ihr dabei ordentlich unter den Füßen. Ich muß auch fort, Mutter wird zu Hause auf mich warten, und ich bin so schon zu lange weg geblieben. Sie hätten sich doch noch ein wenig länger ausruhen sollen. Es ist nicht möglich, rief Marie, der es den Atem zu versetzen begann, und die sich nach der frischen Luft sehnte. Vielen Dank, liebe Frau, für Ihre Freundlichkeit. Ach, was Dank, Mamselchen, sagte die Frau, ihre Schürze wieder zurückstreichend und die gegen sie ausgestreckter Hand Mariens nehmend und leise klopfend. Es ist mir ja eine Ehre und Freude gewesen, sie einmal bei mir zu sehen. Habe ich sie ja doch schon als kleines Schulkind gekannt und gern gehabt. Adieu, Frau Bause. Empfehle mich ihnen gehorsamst und bitte grüßen sie mir den Herrn Schierling recht hübsch. Wenn er im alten Hause eingezogen ist, Abschnitt 13 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9 Teil 2 Marie war schon auf der Straße und die frische Luft und der helle Tag taten ihr unendlich wohl. Es war auch, als ob sie eine Last von der Seele geschüttelt hätte, als sie das kleine, enge, dunstige, helldunkle Zimmer hinter sich ließ, und sie lief mehr, als sie ging dem väterlichen Hause wieder zu. Wie er sie aber erst gedrängt hatte, Helenen zu sehen und zu sprechen, so war es ihr jetzt nicht mehr möglich, sie aufzusuchen. Zu viel des Neuen, des Unbegriffenen drängte sich in ihr Herz und Hirn zusammen, zu viel wilde, verworrene Gedanken waren wieder durch dieses halb zufällige Begegnen mit der bis dahin vermiedenen Frau in ihr wachgerufen. Das alles mußte erst gesichtet und geordnet werden, sie mußte erst mit sich selber im Klaren sein, ehe sie einen fremden Blicke verstatten konnte, in dieses Chaos hineinzuschauen. So erreichte sie ihre Wohnung und ihr stilles Stübchen, wo sie sich wenigstens sammeln konnte, und die Dämmerung war eingebrochen, ehe sie zu ihrer Mutter hinüberging. Um acht Uhr war bei Helchners die Teestunde, und Herrn Schierling, der sich mit seinen Geschäften nicht immer an eine bestimmte Zeit binden konnte, war gesagt worden, daß man zu jener Zeit trinken würde, wenn er bis dahin nicht zu Hause wäre. Käme er dann später und hätte nirgend anderswo zu Abend gegessen, so könnte er immer noch kalte Küche und eine Tasse Tee bekommen. Er war dadurch in seinen Abenden völlig unabhängig geworden. Der Regierungsrat selber hatte sich heute etwas früher eingefunden und unten in seiner Studierstube noch einige Briefe geschrieben, wie einige zu ihm kommende Leute abgefertigt. Dann schloss er sein Zimmer ab und ging hinauf zu den Seinen, um mit ihnen, wie er das gern tat, in stiller Abendstunde die Erlebnisse des Tages zu übersprechen. Und ein gemütliches Plätzchen war es in der traulich warmen Stube der Regierungsrätin, wo die Teemaschine auf dem blau glimmenden Spiritusfeuer summte und zischte und die breite, bunt beschirmte Lampe ein nettes, aber wohltätiges Licht über die elegante, trauliche Umgebung warf. Die Frau Regierungsrätin saß auch schon an ihrem Ehrenplatze hinter der Maschine, ihre Schwägerin, die Frau des Advokaten Hechner, ein junges, blühendes Weibchen neben ihr und Marie war an der anderen Seite des Tisches ebenfalls mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt. Die Stiche daran tanzten ihr freilich noch immer vor den Augen herum und fuhren ihr so wild verworren durcheinander wie die Gedanken. Das Gespräch der Eltern diente ebenfalls nicht dazu, sie die Begegnisse des heutigen Tages vergessen zu machen, denn es drehte sich ja auch um das alte Haus und den jetzigen Besitzer desselben, den jungen Schierling. Destowohler schien sich der Regierungsrat zu fühlen, der, als er ins Zimmer gekommen war, seine Lampe ausgedreht und auf einen Seitentisch gestellt und sich selber in den für ihn bestimmten Lehnstuhl behaglich ausgestreckt hatte, mit einem leisen Seufzer behaglichen Wohlbefindens ausrief, So, das war einmal heute ein bewegter Tag und der Tee soll mir vortrefflich schmecken, Lenchen. Wenn nur unser junger Freund hier wäre, hat er sich nicht heute nachmittags bei euch sehen lassen. Heute nachmittags nicht, sagte die Frau, aber heute morgens, als er fortging, versprach er mir ganz fest, daß er jedenfalls heute abends zum Tee hier sein würde. Dann kommt er auch noch, sagte der Regierungsrat, sich vergnügt, die Hände reibend, dann kommt er auch noch auf jeden Fall. Wenn ihn die Frau Kreisrätin fortläßt, sagte etwas pikiert die Regierungsrätin. Oh nein, Wort hält er, verteidigte ihn der Regierungsrat. Also das Haus hat er Kinder. Fest und zugesprochen, riefen die Frauen zu gleicher Zeit, während Marie rasch und fragend von ihrer Arbeit zu dem Vater aufsah, ohne jedoch ein Wort über die Lippen zu bringen. Fest und sicher, bestätigte der Vater. Seine alte Wärterin, die Frau Bause, hat, wie ihr wisst, ihr Zeugnis abgelegt, und mit seinen Papieren, die ihr vorgewiesen, unterliegt es nicht mehr dem geringsten Zweifel, daß er der rechtmäßige Erbe des alten Quetzlinberger sei. Ja, ich bin fest überzeugt, daß er seine Ansprüche als Universalerbe durchsetzen könnte, und der Franz hat ihm schon, Gott weiß wie sehr, zugeredet, daß er es tun soll, aber er will nicht. Er behauptet, er habe so viel und mehr als er brauche, und wolle nicht seiner ganzen Verwandtschaft in der ersten Begegnung so feindlich gegenüber treten. Viele sind auch wirklich dabei, die es notwendig genug brauchen, und denen selbst mit einem kleinen Teile geholfen ist. Aber der Doktor Hetzelhofer wird dann den größten Nutzen dabei ziehen, rief Luise, die Frau von Franz Hechner, und der ist doch außerdem auch reich genug. Mit Doktor Hetzelhofers Ansprüchen sieht es noch sehr windig aus, meinte der Regierungsrat, die Augenbrauen in die Höhe ziehend. Nach den Papieren, die der junge Schierling vorgelegt hat, und welche wir nicht die mindeste Ursache haben, als echt zu bezweifeln, da sich viele sehr gut gekannte Handschriften des alten Quetzlinberger dabei vorfinden, sind die von Doktor Hetzelhofer vorgezeigten Papiere einer neuen Untersuchung unterworfen worden, und die Handschrift des jungen, damals verschollenen Quetzlinberger zeigt sich danach, wenn auch nicht gerade ganz bestimmt als falsch, doch als sehr verdächtig. Ja, aber das ist doch gar nicht möglich, rief Luise Hechner. Warum nicht, sagte aber rasch die Frau Regierungsrätin, dem Menschen traue ich alles zu. Wenn es je eine Physiognomie auf der weiten Welt gegeben hat, die mir unbehagen, ja Schauder einflößt, so ist es die des Doktor Hetzelhofer, und wäre Helänchen nicht ein gar so liebessanftes Wesen, ich hätte nie meine Einwilligung dazu gegeben, daß Marie hinüberging, sie zu besuchen. Liebes Kind, sagte der Regierungsrat, mit dem Kopf langsam herüber- und hinüberschaukelnd, während er die Fingerspitzen der beiden Hände gegeneinander brachte, der Doktor ist mein Mann gerade auch nicht, und ich will gern gestehen, daß es viele Gesichter mit einem angenehmeren Ausdruck gibt. Das weiß Gott, bestätigte seine Frau. Aber darum, fuhr er fort, kann er doch in diesem Falle unschuldig sein, selbst wenn die Unterschrift des jungen Quetzlinberger durchaus gefälscht sein sollte. Von den Papieren hat er die wenigsten produziert, die meisten sind mit dem Prozess von seinen Eltern und Großeltern auf ihn vererbt worden. Übrigens scheint er seiner Sache sehr gewiß zu sein, denn er hat gegen die von uns gefällte Entscheidung feierlich protestiert und, da ihm das nichts half, etwas verlangt, was wir ihm allerdings nicht gut versagen konnten, ein Aufschub der Überlieferung des Hauses von acht Tagen, während welcher Zeit er noch Gott weiß was ins Werk zu setzen gedenkt. Aber warum begnügt er sich nicht mit dem Vergleiche? fragte Luise Hechner. Franz hat mir oft gesagt, daß alle Parteien ganz außerordentlich damit zufrieden sein könnten. Ja, lachte der Regierungsrat, alle, die etwas bekommen. Wenn aber der Adoptivsohn des alten Herrn auf solche Art anerkannt wird und dann auch noch Zweifel gegen seine eigenen Papiere aufsteigen, dann ist es sehr die Frage, ob er sich nicht auf einmal von der ganzen Erbschaft vollkommen ausgeschlossen sieht und daß er dagegen jetzt mit Händen und Füßen anzuarbeiten sucht, kann ich ihm eigentlich nicht verdenken. Und dann bekommt jener schmutzig aussehende Doktor Quetzlinberger am Ende auch nichts davon, lachte Luise Hechner. Woher kennst du den? fragte der Regierungsrat. Oh, er war gestern einmal bei meinem Manne. So, sagte der Regierungsrat lächelnd, das dachte ich mir ungefähr. Habe um den Sachen in diesem Augenblicke stehen, hat er vielleicht als entfernter Verwandter des Testators mehr Aussichten wie als Doktor Hetzelhofers Genosse. Irre ich mich nichts, so neigt er sich auch schon sehr stark der Ansicht zu, und der Besuch bei Franz scheint mir das nur noch mehr zu bestätigen. Ich will aber nichts gesagt haben, rief Luise Hechner. Oh Gott bewahre, lachte der Regierungsrat. Es ist doch merkwürdig, was bei einem solchen Prozess für verschiedene Leute zusammenkommen, sagte die Regierungsrätin, indem sie einen frischen Aufguss machte und dabei einen etwas ungeduldigen Blick nach der Uhr warf. Aus allen Teilen Deutschlands kommen sie hergeschneit. Und du hättest nur in der ersten Versammlung sein sollen, rief ihr Mann, das war wirklich interessant, aber da habe ich vergessen, meine Stiefel auszuziehen, und die Pantoffeln stehen noch unten in meiner Stube. Ich will die Rieke danach schicken, lieber Vater, sagte Marie. Nein, ich danke dir, mein Kind, ich muß selber gehen, sagte der Vater, indem er sich seufzend in seinem Stuhl aufrichtete. Ich habe meinen Schlüssel zum Geldschrank unten stecken lassen und möchte nicht gern, daß die Mädchen das gerade sehen, so ehrlich, wie sie auch sein mögen. Dann bitte laß mich gehen, Papa, sagte Marie, ich besorge dir es schon. Danke, mein Kind, danke, hier ist der Schlüssel, zünde dir aber erst ein Licht an, die Pantoffeln stehen unter dem Ofen, und bitte, ziehe auch gleich den Schlüssel von meinem Schrank ab und bringe ihn mir mit herauf. Jawohl, liebe das frühere Gespräch wieder aufnehmend. So viel ich weiß, nein, erwiderte ihr Mann. Und daß die Frau Bause da noch als entscheidende Zeugin aufgerufen werden mußte, lachte Luise. Apropos Marie, kam die nicht damals in deinem tollen Äthertraum vom alten Hause ebenfalls mit vor? Die Frau Bause, jawohl, lachte die Mutter, aber es ist doch merkwürdig, daß die jetzt, wie es sich herausstellt, die Wärterin von dem Erben des selben alten Hauses war. Ein Glück, daß wir das damals nicht gewußt haben. Ich bin gleich wieder oben, Väterchen, sagte Marie, rasch durch die Tür verschwindend. Sie mag es noch immer nicht gern hören, wenn man von ihrem früheren Traume spricht, sagte lächelnd die junge Frau Hechner. Ach, ich weiß nicht, meinte die Mutter, es Tagesgespräch gebracht hat und der Name Quetzlinberge einem entgegenschallt, wohin man auch kommt, ist es mir beinahe so, als ob ihr jene Zeit doch mehr als gut wieder ins Gedächtnis gekommen wäre. Nun, das wird sich schon geben, wenn nur erst einmal die Sache vorbei und das Nachbarhaus wieder von vernünftigen lebendigen Menschen bewohnt ist. Aber wo unser junger Erbe heute Abend bleibt, möchte ich auch wissen, setzte sie dann nach einer kurzen Pause jetzt wirklich ungeduldig werdend hinzu. Den hat gewiß die Frau Kreisrätin und ihre Siegelinde nicht wieder losgelassen und er muß dort ihr langweiliges Klavier geklimper mit anhören. Mir war es eben beinahe, sagte der Regierungsrat, als ob unten die Haustür ging. Ich glaube, ich habe die Klingel gehört. Nun, da käme er gerade noch recht, sagte seine Frau, den Deckel von der Teekanne nehmend und hineinsehend. Diese Männer haben wirklich nur von Zeit einen Begriff, wenn sie in ihr Geschäft gehen. Das Geschäft der Frau erkennen sie gar nicht an und betrachten es einzig und allein als Nebensache. Mein liebes Kind, sagte der Regierungsrat, du mußt auch bedenken, daß Ja, was war das, unterbrach er sich, rasch vom Stuhl auffahrend, aber auch die Frauen waren von ihren Sitzen emporgesprungen und die Mutter rief rasch und erschreckt, das klang wie ein Schrei, das war Mariens Stimme und eilte mit den Worten nach der Tür. Marie hatte, froh, einem Gespräch zu entgehen, daß ihr, wie sie recht gut fühlte, das Blut in die Schläfe trieb, rasch das Zimmer verlassen und war die Treppe hinuntergeeilt, dem Vater das Verlangte zu holen. Die Pantoffeln fand sie auch an der bezeichneten Stelle, schloß dann den Geldschrank und nahm den Schlüssel zu sich und wollte eben wieder zurückgehen, als draußen die Haustür klingelte, wieder zugeworfen wurde und rasche Schritte hörbar wurden. Das war Herr Schierling, sie kannte ihn am schnellen Gange, und während sie schon an der noch angelehnten Tür stand, wartete sie einen Moment, um ihn erst vorüber und auf die Treppe zu lassen, bis sie ihm folgte. Die Treppe hatte er bald erreicht, und sie hörte, wie er, mehrere Stufen auf einmal nehmend hinaufsprang. Dann öffnete sie die Tür, die sich geräuschlos in ihren Angeln drehte, und trat hinaus. Aber in demselben Augenblicke stockte ihr auch das Blut, der Atem, denn auf der Treppe, gerade unter der Laterne und neben der zugemauerten alten Tür, zu der er sich niederbog und mit dem gebogenen Finger daran klopfte, stand Gundelrebe, und mit leisen, triumphierenden, aber doch in jeder Silbe zu ihr herüberdringenden Worten rief er dabei, »Jetzt seid ihr mein, ihr alten Räume, jetzt komme ich hinüber zu euch in die stillen, heimlichen Stuben, und nun wirst du mir wohl die Pforte öffnen, alter Herr Quetzlinberger!« Mehr hörte sie nicht, die Sinne schwanden ihr, und mit einem scharfen, gellenden Schrei brach sie bewußtlos auf der Schwelle zusammen. Schierling, der sich rasch danach umdrehte, sah nur noch, ehe das zu Boden stürzende Licht erlosch, die niedersinkende Gestalt, sprang in flüchtigen Sätzen wieder Trepp ab, hob sie in seine Arme und trug sie eben den Stufen zu, als oben an der Treppe die Frauen mit dem Regierungsrat erschienen und mit vor Schrecken und Angst zitternden Gliedern den Aufsteigenden erwarteten. Auch die Mädchen waren oben schon mit Lichtern herbeigerannt, und ihren Händen wollte der junge Mann, noch zu sehr außer Atem, irgendeine Erklärung abzugeben, eben seine schöne Last überlassen, als Marie die Augen aufschlug, das dicht über sie gebeugte Gesicht des Fremden sah, und mit dem schmerzlich herausgestoßenen Wort »Gundelrebe« die Augen wieder schloß. Der junge Schierling hatte mit wenigen Worten erzählt, unter welchen Umständen er das Ohnmächtig Werden Mariens gesehen, die Mutter aber zugleich den nur leise gehauchten verhängnisvollen Namen gehört, der Mariens Lippen entfloh. Sie wußte jetzt, daß irgendein mit dem unglückseligen Traume in Verbindung stehender Zufall sie wieder ergriffen und erschüttert haben mußte, und fürchtete mit zitterndem Herzen einen Rückfall jener trüben Zeit. Was die Ursache sei, konnte sie sich freilich noch nicht erklären. Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 10 Teil 1 Marie hatte sich von jenem Unfalle bald erholt, war aber schwindel- und Kopfwehvorschützen früh zu Bett gegangen. Ihre Mutter indes, der Schrecken und Sorge schwer auf dem Herzen lasteten, sprach sich dem Manne, der Schwägerin und selbst ihrem jungen Gaste gegenüber, über alles aus, was sie fürchtete und dachte. Der junge Schierling war ja doch auch kaum noch ein Fremder, und als Zeuge der Ohnmacht hätte er ja sonst Gott weiß was davon denken können. Dass er sich für das Erzählte interessierte, lässt sich denken, stand doch sein Erbstück damit im genauesten Zusammenhange. Allerdings hatte ihm der Regierungsrat auch schon früher von der jetzt vermauerten Tür gesagt, und welcher Aberglaube darüber herrsche, und er schien es ein paar Mal auf den Lippen zu haben, den Frauen, nach den jetzt erhaltenen Aufschlüssen, sich selbst als die wahrscheinliche Ursache von des jungen Mädchens Ohnmacht anzuklagen. Aber er unterließ es, hatte auch vielleicht ganz andere Sachen im Kopf. Er war zerstreut, gab ein paar Mal auf an ihn gerichtete Fragen ganz verkehrte Antworten und ging ebenfalls früh zur Ruhe. Eine volle Woche war seit jenem Abend verflossen, und Marie hatte sich schon längst vollkommen wieder erholt. Aber ihre Wangen sahen nichtsdestoweniger bleich aus, die Augen lagen ihr tief in den Höhlen, und es war fast augenscheinlich, dass irgendein Schmerz, ob wirklich, ob eingebildet, an ihrem Herzen nage. Helene hatte sie indes öfters besucht, und ihr freundliches Wort sie aufgemuntert, sich ihr zu vertrauen. Marie wagte es aber nicht. Selbst den zärtlichsten Bitten und Fragen ihrer Mutter wich sie aus. Es schien fast, als ob sie nur eine kurze Frist gewinnen wolle gegen sich selbst, und wunderbarerweise hatte bei ihr in der Tat die feste Überzeugung Raum gewonnen, dass mit der Eröffnung des alten Hauses auch ihr eigenes Schicksal entschieden werden müsse. Ob zum Guten, ob zum Bösen, war ihr selbst noch nicht klar, aber sie zitterte vor der Stunde, während sie zugleich alles getan haben würde, was in ihren Kräften stand, sie zu beschleunigen. Dr. Hetzelhofer hatte indessen in der Stadt viel von sich reden machen. Er war mit seinem Advokaten, dem Dr. Quetzlinberger, vier Tage lang fort gewesen. Niemand wusste wohin, dann aber schienen die beiden sich über irgendetwas überworfen zu haben. Im Hause selber mussten heftige Auftritte zwischen ihnen stattgefunden haben, und es hieß sogar, dass Dr. Hetzelhofer seine Ansprüche wolle fallen lassen. Wie dem auch sei, von ihm selber hatte wohl schwerlich irgendjemand etwas darüber erfahren, denn seit sich die Sache mit dem Prozess gegen ihn zu wenden begann, verkehrte er fast mit niemandem, kam fast gar nicht mehr aus seinem Zimmer heraus und ließ Schwibus seine Patienten ganz allein besuchen. Am Vorabend der Übergabe war er allerdings noch einmal auf dem Rathause gewesen und hatte dorthin einige neue Papiere mitgenommen. Diese schienen aber doch von keiner so großen Wichtigkeit gewesen zu sein, den einmal gefassten Beschluss des Schiedsrichteramtes aufzuheben. Wenigstens war in der Stadt noch nicht das Mindeste bekannt geworden, dass die Übergabe des alten Hauses, auf die sich besonders die Jugend freute, aufgeschoben werden würde. Aber selbst den alten Leuten in der Stadt war es ein Ereignis, die Räume, die sie seit frühester Kindheit nur geheimnisvoll geschlossen kannten, dem Licht und der Luft freigegeben zu sehen, und viele, die den alten Aberglauben daran mit der Muttermilch eingesogen, wollten selbst jetzt noch nicht daran glauben. Der alte Quetzlinberger leidet es nicht, sagten sie, hartnäckig auf ihrem Sinne beharrend. Der sitzt noch immer hinter den alten gelben Gardinen, wie er die langen Jahre dagesessen hat, und so viel ich weiß, ich möchte der Erste nicht sein, der die alte Treppe wieder beträte und die Hand auf die Klinke legte. Sehr still und zurückgezogen hielt sich auch der junge Schierling in den letzten Tagen. Er schrieb viele Briefe abends auf seinem Zimmer, wobei er zum Entsetzen der Frau Regierungsrätin gar nicht einheizen ließ und widmete selbst der Frau Kreisrätin weit weniger Zeit als früher. Marien aber hatte er seit jenem Abend gar nicht wiedergesehen, da sie nicht bei Tisch erschien und meist ihr eigenes Zimmer hütete. Marie war nicht mehr krank, und der Arzt hatte ihr sogar jede mögliche Zerstreuung und Unterhaltung angeraten, aber sie bat nur noch um einige Tage Ruhe und versprach sich dann allem willig zu fügen, was man ihr raten würde. Dass in der Stadt das Gerücht ging, der junge Schierling werde Fräulein Siegelinde Ohlekamp heiraten, wußte sie. An diesem Tage war bei der Frau Kreisrätin Ohlekamp großer Tee, wie man munkelte Tee dansant, um Siegelindes Geburtstag sowohl wie die glückliche Beendigung des Prozesses zu feiern, und Regierungsrat Hechner mit Frau und Tochter waren sowohl wie Herr Schierling dazu eingeladen worden. Marie ließ sich natürlich entschuldigen, ihr waren die Leute außerdem verhasst und ihre Mutter wäre ebenfalls gern zu Hause geblieben, hätte das der Vater gelitten. Dieser aber wußte eine Menge Gründe anzugeben, weshalb man die Freundlichkeit gerade nicht ausschlagen konnte. Kurz, sie hatten zugesagt und abends um sieben Uhr hielt der bestellte Wagen vor der Tür. Der junge Schierling, der nach Verabredung denselben mitbenutzen sollte, kam übrigens herüber, sich zu entschuldigen, da er noch ein paar, die morgende Übernahme betreffende ganz notwendige Briefe zu schreiben hätte. Er würde kaum im Stande sein, vor acht oder halb neun Uhr nachzufolgen, Regierungsrats mussten also allein fahren. Der Wagen hatte eben die Tür verlassen und das dumpfe Rollen desselben war auf dem etwas holprigen Pflaster der Straße verhallt, als die Haustür unten wieder geöffnet wurde und gleich darauf das Stubenmädchen in Marie ins Zimmer trat und Herrn Famulus Schwibus anmeldete, der nach dem Befinden des Fräuleins Fragen sie aber unter keinen Bedingungen stören wolle. Marie erschrak. Jene entsetzlichen Bilder, die jener Mann damals vor ihrer Seele herauf beschworen, tauchten wieder und lebendiger vor ihr auf. Schwibus hatte sich aber, besonders gegen sie, stets so herzlich und teilnehmend gezeigt und war gerade in der letzten Zeit, wie ihr Helene mitgeteilt, so namenlos niedergeschlagen und elend herumgegangen, dass sie ihn nicht kränken wollte. Sie ließ ihn bitten einzutreten. Schwibus folgte der Einladung auf dem Fuße und ein flüchtiges Rot belebte, als er das Zimmer betrat, die bleichen eingefallenen Züge und gab dem Blicke des Unglücklichen einen sanfteren, milderen Glanz. Sie dürfen mir nicht übel nehmen, mein Fräulein, sagte er, auf Marien zugehend und ihr die Hand entgegen reichend, dass ich so spät noch zu ihnen herüberkomme. Den den ganzen Tag bin ich aber von einem Kranken zum anderen gehetzt worden und wie ich heute abends höre, dass sie wieder kränker geworden wären und das Zimmer hüten müßten, litt es mich nicht länger und ich beschloss wenigstens den Versuch zu machen, sie zu sehen. Ich danke ihnen, Herr Schwibus, sagte Marie freundlich, das Gerücht hat mich aber wohl kränker gemacht, als ich Gott sei Dank bin. Nur zwischen vergnügte Menschen passe ich noch nicht und bin daher heute zurück und zu Hause geblieben. Das freut mich wahrhaftig recht von Herzen, sagte Schwibus und ließ sich auf den Stuhl nieder, den ihm Marien ihr gegenüber bezeichnete. Das freut mich recht von Herzen und es gibt wenig jetzt in der Welt, worüber man sich gerade von Herzen freuen könnte. Und geht es Helenen gut? Ich hatte gehofft, sie heute Abend bei mir zu sehen. Sie wäre so gern gekommen, sagte Schwibus, aber der Doktor ist mit dem langen Störenfried dem alten Advokaten zurückgekommen und dreht die Wohnung drüben von unterst zu oberst. Doktor Hetzelhofer ist in einer Laune Brunnen zu vergiften, sagte der Famulus, sich dabei wie vor innerem Behagen die Hände reibend. Mit seinen Ansprüchen an die Erbschaft steht es, glaube ich, so viel ich wenigstens gehört habe, nicht besonders. Er hat lange darauf gewartet, sagte der Famulus, und ein eigenes, fast dämonisches Lächeln zuckte über seine Züge, und jetzt lässt ihn sein Kompanion doch noch im Stiche. Der Doktor Quetzlinberger noch ein anderer, murmelte der Famulus, noch ein anderer. Es sollte mir leid tun, wenn es sogar widrig für ihn ausfiele und er es sich sehr zu Herzen nehme, sagte Marie freundlich, und doch ist es auch wieder ein Glück, dass dieser lange Streit endlich in Frieden geendet wird. Aber Sie sehen selber leidend aus, Herr Schwibus, sind Sie auch krank gewesen? sagte der Famulus, der die letzte Frage überhört zu haben schien. Frieden, wie man sagt, soll ja der alte Herr Quetzlinberger zu Frieden eingehen, wenn das alte Haus wieder an seine rechtmäßigen Erben fällt. Hat jetzt eine lange, lange Zeit hinter den alten gelben Gardinen darauf gewartet. Marien gab es bei den Worten einen Stich durchs Herz, aber sie faßte sich gewaltsam und sagte lächelnd, lassen sie den alten Herren, Herr Schwibus, und erzählen sie mir lieber von sich selbst. Spielen sie noch fleißig auf ihrer Violine? Ich habe mich ordentlich danach gesehnt, sie wieder einmal zu hören. Die Violine? sagte der Famulus kopfschüttelnd. Fragen sie den langen Störenfried, der kann sie nicht leiden und hat sich das Spielen verbeten. Ich habe einmal, ich Higienen und Haifische keine Musik vertragen könnten, sie haben zu schwache Nerven. Aber der wird nicht immer bei ihnen bleiben, lächelte Marie, und dann sind sie ja wieder ungestört. Ungestört? Gewiß, sagte der Famulus rasch, morgen schon. Also wird er morgen schon abreisen? Wer, der Lange? Das weiß ich nicht, und das kümmert mich auch nicht, lachte der Famulus, aber ich ziehe aus. Sie, rief Marie rasch, so wollen Sie den Doktor verlassen? Ei, die rechtmäßigen Erben nehmen ja morgen das alte Haus in Besitz, rief Schribus, wissen Sie denn das nicht? Und da beziehe ich doch jedenfalls mein altes Stübchen wieder. Es ist eine schmerzlich lange Zeit, daß ich nicht drüben war. Im alten Haus? rief Marie erschrocken. Im alten Haus, sagte der Famulus mit dem Kopf vernickend, während sein Blick den Boden suchte und er mehr mit sich selber als mit der Jungfrau sprach. Im alten Vaterhause. Oh, wie lange treiben wir uns doch draußen weit in der Ferne umher, glauben, das Glück da zu erjagen, glauben, die Seligkeit da zu finden, und am Ende liegt es doch nur daheim, nur in dem engen Raume, der mehr und mehr zusammenschrumpft, bis zuletzt ein paar schmale tannene Bretter, dem rastlosen Geiste genügen. Es ist doch eine wunderliche große Sache um das Heimweh, und wenn die Heimat das Grab wäre. Sie fallen in ihre alten Träume, Schwibus, sagte Marie rasch und ängstlich. Ich bitte sie um Gottes Willen, verschonen sie mich nur heute damit. Ich wäre vielleicht nicht im Stande, den Gedanken zu ertragen. Träume, sagte Schwibus kopfschüttelnd, die Träume sind hoffentlich vorbei, und wer es gut mit sich meint, sollte sie nie Macht über sich gewinnen lassen. Aber wenn sie doch kommen, wenn sie sich gewaltsam ins Hirn drängen, ja, wenn sie lebendig werden und uns entgegentreten im hellen, klaren Sonnenlichte, rief Marie, vor deren regem Geiste die Worte wieder all die wirren Bilder ihrer Fantasie heraufbeschworen und die nicht mehr vermochte, sie zurückzuscheuchen. Ja, wenn sie lebendig werden, sagte der Famulus, der ihr erstaunt ins Auge gesehen, mit einem stillen, unheimlichen Lächeln, dann bleibt uns freilich nichts übrig, als ihnen gerade ins Auge zu sehen und sie bei der Hand zu nehmen. Und doch sind's schlimme Burschen, und gut verkehren ist nicht mit ihnen. Sie sollen mich nicht furchtsam machen, Schwibus, sagte Marie, die noch einmal gegen die vor ihr aufsteigenden Schreckbilder ankämpfte. Ich weiß, sie lieben solch tolle Laune, und ihre Fantasie beschwört ihnen zu jeder beliebigen Stunde tausend dienstbare Geister, aber ich bin jetzt krank und könnte wahnsinnig werden, wenn ich mich solchen Gedanken hingebe. Ich bitte sie um Gottes Willen verschonen sie mich nur heute damit. Sie haben recht, Fräulein Marie, sagte der Famulus, langsam von seinem Stuhl aufstehend und seinen Hut wieder ergreifend, fort mit den Gedanken, und wenn ich den Bach wüßte, wo man Vergessenheit alles Geschehenen trinken könnte, ich wandelte Monate, jahrelang, um ihn zu erreichen. Es ist eine verwünschte Geschichte, so ein gutes Gedächtnis, setzte er dann plötzlich wieder in seiner gewöhnlich trockenen und kurz abgebrochenen Weise hinzu. Eine ganz verwünschte Geschichte, besonders für den Famulus beim Doktor Hetzelhofer. Und Sie wollen schon fort? Es ist mir eine große Freude gewesen, erwiderte der Famulus, Sie weit wohler gefunden zu haben, Fräulein Marie, als ich drüben hörte. Seien Sie mir nicht böse, dass ich Sie gestört habe, und ich hoffe, wir werden auch künftig gute Nachbarschaft halten. Sie wollen wirklich mit in das alte Haus ziehen? fragte Marie, und sonderbarer Weise war es ihr als ob gar kein anderer Mensch dazu ein Recht habe, wie eben jenes geheimnisvolle Wesen. Aufgefordert hat mich allerdings noch niemand dazu, lächelte Schwibus vor sich hin, aber ich kenne Hausgelegenheit, und wenn die anderen Frieden bekommen, setzte er so leise hinzu, dass die Worte kaum zu Marie ins Ohr drangen, will ich auch nicht allein zurückbleiben, draußen, in dem Falschen, abgetragenen Gehäuse. So, gute Nacht, Fräulein Marie, Fräulein Helene wird morgen früh, sobald sie sich nur einen Augenblick Zeit abstehlen kann, selbst zu ihnen herüberkommen. Schlafen sie recht ruhig. Mit mit einem freundlichen Kopfnicken, aber einem unendlich wehmütigen Zug um die bleichen, dünnen Lippen, verbeugte sich der Mann vor dem jungen Mädchen und verließ rasch das Haus. Marie blieb allein in ihrem Zimmer, allein mit ihren Gedanken, denen schon Schwibus erscheinen, wieder eine neue, wilde Richtung gegeben, und rasch in dem kleinen Raume zuerst eine Zeit lang auf- und abgehend, suchte sie durch die schnelle Bewegung die trüben Bilder, wenn nicht zu verscheuchen, doch in den Hintergrund zu drängen. Aber auch das ging nicht. Sie waren zu mächtig, und wieder trat Gundelrebes Gestalt vor allen anderen aus dem dunklen Rahmen heraus. Sie sah ihn aufs Neue dort unten an der Treppe stehen, wo der schmale dunkle Gang in das alte Haus führte. Sie hörte die Worte, die er jubelnd hinein zu ihnen rief. Zu ihnen? Nein, war er selbst nicht draußen und die Margarete und saß der alte Herr nicht jetzt allein da drinnen? Zu ihm allein hatte er ja auch nur gesprochen und dass es Gundelrebe wirklich war, wie hätte sie noch einen Moment auch nur daran zweifeln können. Sein ganzes rätselhaftes Auftreten dabei im Hause, seine Bekanntschaft mit Frau Bause, mit Schliebus sogar, der ebenfalls so geheimnisvoll über die alten Räume sprach und doch hatte sie nicht gewagt ihn deshalb zu fragen. Ebenso war des jungen Schierling Vorname ihr noch ein Geheimnis geblieben. Geheimnis? Und kannte sie denn nicht die Bedeutung des Geh hinter dem auf seiner Karte und seinem Koffer stehenden Konrad? Konrad, Geh, Schierling? Und weshalb verheimlichte er das Gundelrebe? Ihretwegen? Doch wohl kaum. Und wie fremd hatte er die ganze Zeit gegen sie getan? Die Gedanken quälten sie mehr und mehr. Sie bereute schon fast der Einladung nicht lieber gefolgt zu sein, wenn sie ihm auch dort begegnen mußte. Das Durcheinanderdrängen einer so großen Gesellschaft hätte sie doch zerstreut. Und wollte er wirklich sie gelindet zum Altare führen? Es gab ihr einen Stich ins Herz. Sie wußte selbst nicht weshalb, denn lieben konnte sie doch nicht ein Wesen, das dieser Erde gar nicht angehörte und nur wie ein Fremdling im Sonnenlichte wandelte. Nein, nein, fort mit diesen Bildern, rief sie, zusammenschaudernd mit leiser Stimme vor sich hin. Ich will und muß mich zerstreuen. Selbst des famulus geisterhaften Nähe wäre besser als solche Einsamkeit. Mit diesem Entschlusse fasste sie ihre Lampe auf und eilte in das Mittel- oder Gesellschaftszimmer, in welchem das Pianoforte stand, entzündete dort die Lichter und suchte in der Musik Hilfe und Schutz gegen die wilden Misstöne, die ihrem Herzen entquollen. Selber wild und stürmisch wie ihr eigener Geist waren am Anfang diese Melodien, aber wie Öl über die erregte Flut zogen die Töne bald weicher und schmelzender über das tobende Meer ihrer Gedanken und in melodischen Akkorden löste sich endlich der herbe Schmerz zu leisen Tränen auf. Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10 Teil 2 Fräulein Marie Wie von einem elektrischen Schlage getroffen fuhr sie von ihrem Stuhle empor und so je zitterte der Schrecken durch ihre Nerven daß er nicht einen Schrei zum Ausweg fand. Vor ihr stand Gundelrebe schlank und groß wie er ihr fast noch nie erschienen aber totenbleich als ob er so eben erst dem Grabe entstiegen wäre. Herr Schierling fand sie endlich die Worte die sich ihr widerstrebend aus den Lippen rangen Wo kommen sie her sind sie denn Eltern eingeladen und ist das hier was jetzt vor mir steht zürnen sie mir nicht sagte mit freundlicher bittender Stimme der junge Mann in meinem Zimmer dicht nebenan noch mit einigen wichtigen Briefen beschäftigt hörte ich ihr seelenvolles Spiel und war ein stiller tief ergriffener Horcher und sie sind nicht eingeladen allerdings bei der Frau Kreisrätin sagte der junge Schierling lächelnd und auch gezwungen wenigstens auf kurze Zeit dort zu erscheinen aber ich bin kein Freund von solchen langweiligen Gesellschaften und werde so spät als möglich gehen Marie Marie lauschte den Worten deren Sinn sie kaum verstand nur die Töne weckten lang verträumte Klänge in ihrem Herzen und sie zitterte wenn sie der Quelle nachdachte aus der sie entsprangen das Alleinsein mit dem Fremden war ihr auch unheimlich mit den freundlichen Zügen vor sich um deren Lippen nur ein leiser Schmerz zu spielen schien wollte es ihr fast die Angst vor etwas übernatürlichem Verscheuchen und doch auch wieder waren es Gundelrebes Augen wie sie hell und stechend aus dem bleichen Antlitz nach ihr herüberschauten Gundelrebe ein leises Frösteln lief über ihren Körper und fast unwillkürlich griff sie nach dem neben ihr stehenden Lichte um sich zu entfernen Fräulein Marie sagte da plötzlich Schirling und es war fast als ob er sich nur gewaltsam zum Sprechen zwinge sie werden vielleicht böse auf mich werden sie können das was ich ihnen jetzt sage als Vermessenheit als Zudringlichkeit ansehen aber die letzte Woche in der ich ihnen nicht nahen durfte hat mich über manches Fremde aufgeklärt und da vielleicht der günstige Augenblick wie ich ihn heute getroffen nie wiederkehrt gestatten sie dass ich ihn benutze ich verstehe sie nicht sagte Marie und seine Worte klangen ihr in der Tat fremd und wunderbar hätte Gundelrebe so mit ihr gesprochen darf ich reden reden sie so verzeihen sie denn wenn ich einen früheren jugend einen traum fuhr schieling fort als ob er fühle dass jedes zögern die peinliche spannung der jungfrau nur vermehren müsse wilde fantasien denen sich dem kinde zu früh eingepflanzter abergläubischer spuk beimischte verwirrten ihren geist und ließen sie vom äther betäubt einen traum träumen der so lebhaft gewesen sein muß daß er selbst beim erwachen kaum wieder weichen wollte ein traum fragte marie und ihr blick haftete starr und fest auf den bleichen aber doch belebten zügen des jungen mannes und woher wissen sie auf die natürlichste weise von der welt lächelte der junge man durch ihre mutter selbst die neulich abends nach dem unfälle der sie vielleicht gar durch meinen übermut betroffen in ihrer herzensangst dem fremden das geheimnis ihres hauses gab sie mir auch möglicherweise die mittel an die hand ihnen zu helfen ich fand dadurch den schlüssel nicht allein zu dem wunderlichen namen den sie mir entgegen riefen als sie in meinen armen die augen öffneten sondern wie ich glaube auch die richtige spur hierdurch kann ich mir denn auch erklären wie in diesen letzten Wochen jene schon fast verblichenen Traumgebilde in neuer Schärfe und Lebendigkeit vor ihre Seele traten ich begreife sie nicht sie sollen es bald sagte Schierling entschlossen der name den sie mir unverkennbares entsetzen in den bleichen zügen entgegen riefen gehörte jenem knaben den sie in ihrem Traum erblickten und er ist nicht der ihre rief marie und ihre augen schienen das wort ehe es gesprochen von den lippen des mannes erhaschen zu wollen nein erwiderte dieser und schüttelte lächelnd dabei den kopf sie heißen nicht gundel rebe rief marie und es war ihr fast als ob der name wie eine zauber formel das schreck gespenst ihrer seele in voller kraft und furchtbarkeit herauf beschwören müsse schierling begegnete dem wort aber mit derselben stillen ruhe ich heiße nicht gundel rebe und mehr noch ich gehöre nicht in das dunkle geisterreich hinüber sondern hier auf gottes freie schöne erde deren sonnenschein doch hoffentlich noch viele jahre auf meinen lebens weg scheinen soll kann sie das beruhigen sie heißen nicht gundel rebe sich selber als zu dem jüngling redend erstaunt und irre gemacht marie denn in dem einen wort war sie jetzt die langen jahre her gewöhnt gewesen das alles zu hegen und zu pflegen und mit grausam sorgender fantasie sich groß und stark zu ziehen was ihr das herz gequält und fast den frieden ihrer seele auch geraubt nicht gundel rebe aber ihr vorname fuhr sie dann rasch auf und sah ihm wieder scharf in die augen das g vor ihrem namen ist gustav lächelte der junge schierling genügt ihnen jetzt die versicherung gustav wiederholte marie den namen wie in einem traume redend so leicht war aber der verdacht nicht weggescheucht ja ängstlich fast klammerte sie sich jetzt daran da man ihr rauben wollte was nun die langen jahre ihr alleiniges eigentum gewesen gustav und die frau bause setzte sie dann fast ebenso leise hinzu merkwürdig ist allerdings daß sich auch die frau bause mit in ihren traum verwebt hat lächelte schierling wenn auch wohl begreiflich da sie ihnen ja als kind nicht fremd und öfters freundlich war die alte margaret ist aber eine der wenigen personen die meine jugend freundlich bewachten und für die ich in meinem herzen auch eine liebe erinnerung bewahrt habe meine eltern starben früh kaum erinnere ich mich noch meines vaters meine mutter habe ich nie gekannt und der arme alleinstehende knabe wurde zwischen fremden umhergestoßen wir wohnten zu jener zeit in hamburg und die einzigen personen die damals einen selte treue wärterin und ein mann den ich zufällig ebenfalls hier in hellburg wieder getroffen habe der sich aber kaum wenn wirklich nur noch dunkel meiner zu erinnern scheint der famulus des doktor hetzelhofer schwibus ja sie kennen ihn ja wohl er wohnte in demselben hause das meinem vormund gehörte und wir kinder denen er mit stets gleichbleibender freundlichkeit immer die wunderbarsten herrlichsten geschichten erzählte hingen mit unglaublicher liebe an ihm wenn wir uns auch ein wenig vor ihm fürchteten marie strich sich mit der hand über die stirn sie schloss die augen um das eben gehörte überdenken prüfen zu können und sie wieder öffnend fiel ihr blick auf die narbe an dem linken schlaf des ihr gegenüberstehenden und jene narbe sagte sie mit leiser fast tonloser stimme in dem sie langsam den arm danach hob wenn ich wirklich geträumt wenn nicht an jenem furchtbaren abend meine seele wirklich den bewusstlosen körper verließ und jetzt in seiner gemeinschaft mit jenen unirdischen wesen der erde kaum mehr ganz angehört wie kam es dass ich jene narbe sah narbe sagte schierling indem er erstaunt und fast unwillkürlich nach seiner stirn griff auf die des mädchens blick geheftet schien welche narbe die an ihrem linken schlaf die aus den haaren quer über nach dem linken ohr hin läuft schierling errötete leicht und sagte dann lächelnd das ist keine narbe mein fräulein wenn sie das beruhigen kann fremd in der welt und allein schon in früher jugend mir selber überlassen habe ich mich fast an zur see und in fremden welt teilen umher getrieben der norden hatte dabei für mich die größte anziehungskraft und ein nordamerikanischer indianer an der küste der bering straße der mir einst das leben rettete und mich später lieb gewonnen hat mir zum andenken hier diese rohen zeichen seiner kunst die sich von der stirn auf brust und nacken aus dehnen eingegraben nach einem sprachgebrauche der südsee nennen wir es tatouieren wunderbar wunderbar stöhnte marie aber mit all diesem zusammentreffen setzte der junge schierling freundlich ihr fast herzlich hinzu mit einer ähnlichkeit vielleicht die sie zwischen mir und jenem knaben gefunden zu haben glaubten kann ich mir jetzt recht gut erklären wie sie erschraken als ich an jenem Abend an die Wand klopfte die mich nur noch von meinem künftigen eigentum trennte ihr vater hatte mir erst an dem tage selber alle die alten abergläubischen sagen mitgeteilt die von dem hause in umlauf waren und meine eigene fantasie mit aufgeregt das mag mich entschuldigen dass ich mich dieser auf einen augenblick hingab und den jugendlichem übermut vielleicht die von dem aberglauben des volkes hineingezauberten bewohner des nachbarhauses anrief mehr aber noch wurde ich auf das alte haus gespannt als ich dann später ihren traum vernahm ja das gebäude selber das ich bis jetzt nur allein zu erwerben gesucht die stuben die der wohltäter meines großvaters und dieser selber bewohnt nicht in fremde hände fallen zu lassen gewann durch diesen umstand einen eigentümlichen reiz für mich ich gebe ihnen mein wort ich zähle jetzt die stunden schon wo ich morgen jene stillen seit einem jahrhundert fast nicht betretenen räume als eigentümer betreten soll an dieses aber mein liebes fräulein setzte er nach einer kleinen pause hinzu während er eine eigene scheu oder schüchternheit noch zu überwinden suchte möchte ich eine bitte knüpfen nicht meinet nein auch ihretwegen selber und die betrifft sagte marie die sich noch nicht in den gedanken hineinleben konnte ihrem so gefürchteten wie geliebten fantasiegebilde auf immer lebewohl zu sagen schaute sie ja doch auch noch immer zweifelnd in die ihr so bekannten züge des jungen mannes und dass er selber jetzt über jene räume sprach war das nicht auch beweis für ihre träume sie waren krank sagte da ermutigt und entschlossen der junge man ihr zarter körper durch längeres leiden angegriffen ihre fantasie übermäßig gereizt und erregt hatte in einer art nerven schwäche jene bilder vor ihrem geiste herauf beschworen die einer späteren zeit in der sich der körper entwickelte und kräftigte weichen mußten jene zeit scheint aber wenn auch in ihren abdrücken geschwächt doch noch nicht ganz vergessen gewesen zu sein und wie der zufall gerade in einer periode in der das gespräch über das alte haus wieder lebendig werden und eigentümlicherweise manches sich dem anzupassen scheint manches von ihnen selber gewaltsam dazu gezwungen wird wacht was bis dahin nur in ihrer seele geschlummert wieder zu voller schärfe auf und droht sie aufs neue zu verstricken und mit fortzureißen dagegen aber gibt es ein einfaches mittel das praktische leben selbst dem solche wesen wie sie uns ein traum beschert nicht stich halten können die lichte helle sonne ist das beste mittel gegen solche selbst täuschung die wahrheit die wir finden muss uns die lüge mit der wir uns selbst einst betrogen oder wenigstens die täuschung um ein milderes wort zu nehmen verjagen helfen ich selber bin unverschuldeter weise die ursache gewesen ihnen schmerz zu bereiten die alten wunden ihres geistes aufzureißen erlauben sie mir jetzt auch dass ich sie heile er schaute ihr mit seinen dunklen augen recht ernst und treuherzig in das bleiche antlitz und da er hier ihrem fragenden blicke begegnete fuhr er mit lebhafter bewegter und inniger stimme fort morgen übernehme ich wie sie wissen den besitz des nachbar hauses erlauben sie mir dass ich sie dort vor allen anderen in mein eigentum einführe begleiten sie mich in jene räume und überzeugen sie sich dann selbst wie ein neckisches spiel der fantasie ihnen dinge vorgegaukelt die nicht existieren wenn ihnen dann in mir der geträumte gundel rebe verschwindet wenn die alten räume da drüben das nicht sind was sie zu finden erwarten dann werden sie den dunklen zauber der sie bis dahin gefangen hielt abschütteln und auge schauen können ich soll mit ihnen morgen früh das alte haus betreten fragte marie und tiefe röte schoss in diesem augenblick in das antlitz der jungfrau ich bitte sie herzlich darum flehte der junge man wie kann ich besser hoffen sie von dem trüben geiste zu befreien der ihren reinen sinn in banden hält und morgen früh schon so früh als möglich jede minute wäre diesem träumerischen schmerze hielt glauben sie mir einmal davon befreit und lust und leben werden in ihre seele wiederkehren nicht wahr sie willigen ein ihren vater ihre mutter werde ich noch heute abend um erlaubnis fragen und gern gern werden die eltern wo es gilt dem lieben kinde zu helfen die sie geben hat sie doch selbst ihr leiden arg zu boden gedrückt darf ich also schaute ihm still und ernst ins auge und so treuherzig blickte er sie dabei an und streckte ihr seine hand zum einschlag entgegen dass sie ihm endlich schweigend auch die ihrige reichte es ist das beste sagte sie dabei sie haben recht ich will wahrheit wie sie auch ausfallen möge und dann wird mir wohler werden also darf ich kommen Dank tausend Dank rief er dann als sie ihm leise zunickte oh sie glauben nicht wie glücklich ich mich fühlen werde die trüben wolken wieder zu verscheuchen die wie ich fast fürchte meine gegenwart allein über ihren lebens himmel herauf beschworen aber jetzt muss ich fort brach er kurz und tief aufseufzend ab lieber Gott gerade jetzt zwingt mich mein gegebenes Wort in eine der langweiligsten fadesten Gesellschaften zu gehen die ich mir denken kann so früh als möglich kehre ich aber von dort zurück und morgen löse ich mein versprechen gute nacht marie hauchte er mit leiser kaum hörbarer stimme und drückte die hand die er noch immer in der seinen hielt rasch aber ehrfurchtsvoll an die lippen marie stand als er schon durch die in sein zimmer hinüberführende tür verschwunden war noch lange regungslos da und selbst wie ein traum kam ihr das eben erlebte vor endlich drehte sie sich langsam ab löschte die lichter schloß das piano und ihre lampe wieder aufgreifend kehrte sie in ihr eigenes gemach zurück Ende von Abschnitt 15 Abschnitt 16 von das alte Haus von Friedrich Gerstecker diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 11 Welch ein Sturm von Gedanken wogte an dem Abend durch ihre Seele Die alten Träume drohten in ihr nichts zurück zu sinken Denn die Gestalten gerade die sie aufs Neue ins Leben gerufen verleugneten sich selbst lösten sich ab von dem schattigen Hintergrunde und traten in das wirkliche praktische Leben ein Wie neugeboren kam sie selbst sich dabei vor Es war als ob jemand sie mit starker Hand gewaltsam von einem finsteren Abgrund zurückgezogen hätte und doch der Abgrund lag noch da sie sah die düstere Tiefe neben sich ob sie das Haupt auch wandte sie fühlte die Gefahr und wußte nicht ob sie auch sicher überstanden sei Ihr Leben hätte sie darauf gelassen daß es Gundelrebe sei als er damals das Haus betrat und tausend kleine Züge seitdem dienten nur dazu sie mehr und mehr in ihrem Glauben zu befestigen und jetzt warf er das alles mit einem Worte zu Boden so treuherzig sah er dabei aus so lieb und wahr und seine Hand hätte sie dabei ergreifen und halten mögen wie es das Kind in jenem Traume getan sie zu schützen vor dem Schauerlichen was sie zu gleicher Zeit umgab und war es Wahrheit äffte sie nicht aufs Neue ein fremder Spuk wollte sie jenes Wesen halb Traum halb Leben nicht am Ende doch bloß sicher machen um sie so viel gewisser in seinem Garne zu Ungewißheit und Zweifel in Glauben und Misstrauen und sie konnte den morgenden Tag kaum erwarten der ihr ja alle Rätsel lösen sollte sie wußte dabei welchen entscheidenden Einfluß das erste Betreten jenes alten Hauses auf sie ausüben mußte kannte genau die Gefahr der sie sich preis gab wenn sie die Räume gerade so wider fand wie sie fürchtete und dennoch harte sie der Stunde war doch alles besser als diese furchtbare Ungewißheit dieses Zittern und Bangen vor einer vielleicht ja doch nur eingebildeten Gefahr lieb war es ihr jetzt heute Abend ungestört zu sein und den Eltern nicht Red und Antwort stehen zu müssen aber auch die eigenen Gedanken peinigten sie zuletzt sie hatte aufbleiben und die Mutter erwarten wollen um halb elf Uhr aber als diese noch nicht zurückgekehrt suchte sie ihr Lager und müde vom Denken und Sinnen entschlief sie bald wie lange sie so gelegen wußte sie nicht ihr kam es vor als ob es nur ganz kurze Zeit gewesen als ein kleines Klopfen an ihre Tür sie weckte erst hörte sie es nur wie im Traume aber immer lauter und deutlicher wurde es und erschrocken richtete sie sich zuletzt empor in ihrem Zimmer brannte eine konnten sich kaum den Lippen entringen wer ich gundelrebe oder wenn sie wollen gustav schierling haben sie ihr versprechen schon vergessen es ist zwölf uhr vorbei der heutige tag hat begonnen und ich habe das recht mein eigentum zu betreten wollen sie mir nicht folgen jetzt in der nacht rief marie warten wir bis zum tage sagte die stimme draußen dann ziehen wir morgen mit einem ganzen lachsbeamten polizeidienern und neugierigen hinein und möchten sie in deren gegenwart den ort zum ersten mal betreten nein nein sagte marie rasch indem sie sich von ihrem lager erhob aber jetzt fürchten sie sich vor mir fragte die stimme wieder so weich so herzlich so bittend ich komme gleich erwiderte marie und begriff in dem augenblicke selber nicht woher sie den mut bekam und dunkelheit zu folgen und alle schrecken jener gespenstigen räume noch einmal durchzuleben rasch warf sie dabei ihren warmen morgenrock über nahm aus dem wandschrank der durch eine tapetentür verschlossen war ihren mantel setzte die kapuze auf zündete an der nachtlampe das auf dem tische stehende licht an und öffnete dann die zimmertür sind sie entschlossen fragte schierling der sie hier geduldig sagte marie führen sie mich in gottes namen seinem schutze vertraue ich mich an er mag uns leiten sagte der junge mann ernst das haupt neigend und nun hinüber setzte er dann mit heiterer miene und stimme hinzu aber wozu nehmen sie das licht der mond scheint so hell auf unseren pfad daß wir dessen nicht bedürfen lassen sie es mir bat marie ich ich fürchte mich vielleicht vor dem dunklen gange setzte sie lächelnd hinzu durch den können wir ja leider nicht gehen sagte schierling hat ihr vater den nicht mit jener dicken mauer verbauen lassen wir müssen heute einen weiten umweg machen trepp auf fragte marie erstaunt als er sich dorthin wandte allerdings sagte ihr führer der jetzt voranschritt ohne sich nach ihr umzuschauen das bis die gerichte dabei sind da wir aber darauf nicht warten wollen so müssen wir uns einen anderen eingang suchen wissen sie da oben nicht bescheid als kind bin ich oft auf dem boden gewesen sagte marie schüchtern und habe von dort nur mit heimlichen schauder die düsteren blinden dach fenster des nachbarhauses angesehen gehen wir da hinauf ihr führer nickte nur mit dem kopfe und stieg rasch die steinerne treppe hinan so leise trat er dabei auf daß sie seinen schritt nicht einmal hörte dabei fiel ihr auf daß die treppenlampe noch brannte waren denn ihre eltern noch nicht aus der gesellschaft zurück bei deren heimkehr wurde sie sonst stets ausgelöscht aber sie behielt keine zeit darüber nachzudenken denn die gegenwärtige situation nahm ihre aufmerksamkeit viel zu sehr in anspruch totenstille herrschte im hause in dem alles im tiefen schlafe lag und sie brauchten nicht zu fürchten gestört zu werden dabei schien der mond durch die nach dem hofe zu angebrachten fenster überall auf die treppe und machte das licht das marie aber trotzdem in der hand trug fast unnötig so stiegen sie drei treppen hoch und betraten gegen hause abgeschiedenen aber nicht verschlossenen boden diese tür war nur angelehnt und marie erinnerte sich jetzt wieder des ganzen weges den sie als kind oft genug gelaufen seit der zeit aber noch nicht wieder betreten hatte den boden entlang schritt ihr schweigsamer führer und ihr licht flackerte plötzlich als sie der zug eines offenstehenden dach fensters traf entweder hatte es die nachlässigkeit eines der mädchen offen stehen lassen oder auch der wind aufgeworfen der in voriger nacht ziemlich stark von südwesten her gewieht hatte eine kleine treppenleiter lehnte daran die man dahingestellt um noch nicht wieder abgenommene wäscheleinen zu befestigen ihr führer stieg ohne weiteres hinaus und drehte sich erst da nach ihr um ihr die hand zu reichen marie zögerte über das dach sagte sie erschrocken und furchtsam müssen wir dort hinaus es gibt keinen anderen weg erwiderte schierling aber fürchten sie sich nicht nur wenige schritte auf festem steingesimms sind es hinüber und ich halte sie fest und sicher vertrauen sie sich mir marie ich würde sie wahrlich an keinen ort bringen wo auch nur die mindeste gefahr für sie zu fürchten wäre reichen sie mir ihre hand marie stand noch einen augenblick zögernd an der treppe der mond schien ihr dabei voll und hell in das bleiche angesicht aber sie war zu weit gegangen um jetzt noch zurück zu können das geheimnis das an ihrem leben zehrte lag vor ihr bereit sich ihr zu erschließen ein kühner schritt und sie brachte es in ihres blickes Bereich und selbst im überlegen hob sie schon fast hinaus dessen sie sich recht gut aus früherer zeit erinnerte die luft war warm fast sommerlich der südwestwind der schon seit zwei tagen geweht hatte den letzten winterschnee von den dächern geschmolzen und kein lüftchen regte sich still und ruhig lag die stadt zu ihren füßen und die düsteren dächer der häuser die sich vor ihr ausdehnten glichen einem weiten meere Gottes Hand da fest gebrannt und gehalten im Überstürzen sie wußte dabei selber kaum wie sie hinauf auf den schmalen Fenstersims kam so rasch stand sie oben aber des jungen Mannes Hand hielt und unterstützte sie und leitete sie sicher auf der schmalen aber festen kaum zehn Schritte langen Bahn hin die nach dem nächsten aber verschlossenen Dachfenster des alten Hauses führte sehen sie nur nicht in den Hof hinab Marie flüsterte ihr dabei der Führer zu sie könnten sonst schwindelig werden hier treten sie her sie hätten das Licht zurück lassen sollen und doch können wir es vielleicht drüben auf der dunklen Treppe brauchen so sehen sie hier sind wir schon nun halten sie sich nur an dem Rande hier fest so jetzt haben wir unser Ziel erreicht jesus meine güte schrie in diesem augenblicke tief unter ihnen eine frauenstimme aus einem der häuser herüber und Marie sah sich rasch und erschrocken danach um es ist nichts lächelte ihr aber der Führer zu irgendeine alte Frau die der Schimmer ihres weißen Kleides oder der Schein des Lichtes erschreckt hat und die jetzt ein Gespenst zu sehen glaubt folgen sie mir nur mit den Worten verschwand er vor Mariens Augen in das Dachfenster ohne daß sie jedoch gesehen hätte wie er es öffnete ja als sie ebenfalls die Hand danach ausstreckte war es noch scheinbar fest verschlossen wie komme ich hinein sagte sie mit doch etwas erschrockener Stimme es kam ihr unheimlich vor da draußen so allein zu stehen und durch die altersblinden Scheiben konnte sie im Innern auch nicht das Mindeste erkennen drücken sie nur leise dagegen lachte Schierlings Stimme der dicht dahinter stehen mußte das alte Zeug ist ja so morsch und wurm zernagt daß es schon dem geringsten Drucke weicht Marie hatte ihre Hand auch in der Tat kaum gegen das Fensterkreuz gestemmt als es ihrem Drucke nachgab das morsche Holz brach und der ganze rechte Flügel stürzte nach innen klappernd und klirrend zu Boden so lachte Schierling das war rasch geschehen nun aber hinab denn die ganze Nachbarschaft braucht doch eben auch nicht auf uns aufmerksam zu werden und wieder ihren Schwung von dem niederen Gesims auf den Boden herab half ihr über das niedergestürzte Fenster und anderes Geröll das dort herumlag hinweg und schritt dann mit ihr rasch den dunklen Gang entlang über den jetzt nur Mariens Licht einen ungewissen zitternden Schimmer warf Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von das alte Haus von Friedrich Gerstecker diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 12 Am Morgen des selben Tages an welchem Frau Kreisrätin Ohlekamp ihren Tee d'Anson angesagt hatte um dabei einen großen Teil der quetzlin bergerschen Erben um sich zu versammeln auch vielleicht um noch andere Zwecke zu fördern waren Dr. Hetzelhofer und Notar Quetzlinberger wieder von ihrer Reise aber allem Anschein nach keineswegs in guter Laune zurückgekehrt Helena hatte das Mittagsmahl bereitet das beide ohne ein Wort dabei miteinander zu wechseln verzehrten nach Tische jedoch als sie das Speisezimmer wieder verlassen hörte sie wie die beiden Männer harte Worte miteinander wechselten und des alten Quetzlinberger Stimme besonders rau und scharf daraus hervortönte dieser griff endlich seinen Hut und Stock auf und verließ Zimmer und Haus während sich Dr. Hetzelhofer in seine Studierstube einschloss und ohne irgendjemanden zu sich zu lassen drinnen auf und ablief und mit sich selber redete Schwibus war ein stiller aber deshalb nichts weniger als gleichgültiger Zeuge der letzten Szene gewesen und ging jetzt in seinem eigenen kleinen Gemach wohin ihm heute Helene in der allgemeinen Verwirrung sein Essen geschickt die Hände vergnügt zusammenreibend und die kleinen Augen in einem ganz eigenen Feuer und Leben erglühend hin und her Manchmal pfiff er vor sich hin und hielt nur dann und wann in diesen Äußerungen heimlicher Freude einen Augenblick inne um an seinem Fenster stehen zu bleiben und nach dem gegenüberliegenden alten Hause hinüber zu nicken Es tut einem wenigstens wohl ein einziges vergnügtes Gesicht im Hause zu haben sagte da plötzlich Helene die ohne dass er es bemerkt hatte zu ihm ins Zimmer getreten war Ihnen Schwibus scheint doch heute wohl und leicht zu sind zu sein Die anderen sehen aus als ob sie Stecknadeln verschluckt oder ein Verbrechen begangen hätten Wem nickten sie denn da drüben ebenso freundlich zu Dem alten Herrn Quetzlinberger Fräulein Helenchen entgegnete Schwibus der sich bei den letzten Worten rasch nach ihr umgedreht hatte dem alten Herrn Quetzlinberger Dem sagte Helene erstaunt seit wann sind sie beide denn so gute Freunde wohl weil er ihnen das Violinenspiel verleidet hat Sie meinen den Doktor sagte Schwibus und es war fast als ob sich sein Gesicht zu einem Lächeln verziehen wollte wenn das aber seine Absicht gewesen erstarb es im ersten Versuch die graue Vogelscheuche nein Gott sei Dank aber welchen denn nun den alten Herren da drüben im alten Haus den wir doch mitsammen morgen besuchen werden Unsinn sagte Helene mit dem Kopf schüttelnd wird denn das alte Haus wirklich morgen geöffnet dazu braucht man weiter keinen Barometer als Dr. Hetzelhofers Gesicht sagte Schwibus ruhig ich könnte dabei die Minute vorher bestimmen der unglückselige Prozess seufzte Helene mir hat noch nie etwas Gutes daraus geahnt und wie hat sich mein armer Bruder schon dabei geärgert Schwibus warf einen flüchtigen Seitenblick auf Helene hinüber griff ganz unwillkürlich nach der dicht neben ihm hängenden Violine ohne sie jedoch vom Nagel zu nehmen und sagte dann mit einem merkwürdigen Ausdruck um die bleichen zitternden Lippen der arme Dr. Hetzelhofer mich wundert nur dass es die Advokaten noch gutwillig zu Ende gebracht haben fuhr Helene fort wie viele von ihnen haben wie mein Bruder sagt eine ordentliche Versorgung davon gehabt nun Dr. Quetzlinberger ist nicht fett dabei geworden sagte Schwibus trocken so viel ist sicher aber ist denn jemand draußen auf dem Gange ich dächte doch ich hörte sprechen das ist mein Bruder in seiner Stube sagte Helene unruhig zur Tür hinaus horchend ich wollte die ganze hässliche Geschichte wäre vorbei er wird sich mit dem kurzen Gerippe im Glaskasten unterhalten meinte Schwibus ruhig der dem das gehörte war halb taub und da schreien ich begreife nicht wie sie über so etwas noch ihren scherz haben können Schwibus sagte Helene wandte sich unwillig von ihm ab und verließ das zimmer scherz murmelte Schwibus halblaut hinter ihr her wer sagt ihnen daß ich überhaupt scherz gemacht habe es ist eben nicht so besonders spaßig ein solches Zwiegespräch und den Rücken möcht's einem eiskalt hinab laufen wenn man es anhören muss aber was geht's mich an setzte er nach einer kleinen Pause hinzu indem er langsam dabei seinen Hausrock aus und ein besseres Kleidungsstück dafür anzog mein Dienst hier hat die längste Zeit gedauert und wenn mich der Doktor mit Gewalt etwa wieder in eines seiner Gläser zwingen will er hielt inne die kleinen grauen Augen sprühten Feuer und die Zähne bis er fest und entschlossen dabei aufeinander Torheit unterbrach er sich selbst Narrenpossen er weiß besser was ihm gut ist und seit ich sein Geheimnis in Händen habe aus jener Zeit seit die Akten selbst von jenem Falle in diesen Mauern sind darf er es nicht wagen seine teuflischen Mittel gegen mich anzuwenden warten sie nur mein guter Herr Doktor lachte er dabei still vor sich hin während er den Hut vom Nagel nahm und mit dem rechten Rock Ärmel abstrich warten sie nur mein guter Herr Doktor Hetzelhofer unsere Rechnung ist überhaupt noch nicht abgeschlossen und wenn ich von da drüben erst das Material in Händen habe wollen wir schon sehen wie die Sachen stehen Schwibus Famulus Schwibus jawohl das klingt ihm gut und dabei kann er sich ins Fäustchen lachen aber die Zeit kommt auch noch wieder wo wir den Namen ändern und die alte faule Schale abwerfen können Wetter noch einmal ich glaube wahrhaftig der zankt sich da drinnen mit dem Gerippe oder er ist vielleicht auch mit dem Zwerg den er unter dem Tische in Spiritus stehen hat zusammen geraten wäre mir lieb denn er sieht gerade aus als ob er Haare auf den Zähnen hätte er blieb einen Augenblick in Gedanken stehen und fuhr dann wieder kopfschüttelnd fort schade dass er den Dr. Quetzlinberger heute nicht die Treppe hinunter geworfen hat nun vielleicht tut es noch heute Abend möchte das doch erst noch mit ansehen und seinen Hut aufsetzend ging er auf den Gang hinaus rieb sich als er noch wie scheu an des Doktors Tür rasch vorüber glitt schadenfroh die Hände und stieg dann etwas langsamer und wieder in seinem gewöhnlichen Schritte die Treppe hinunter um seinen Geschäften nachzugehen Doktor Hetzelhofer war später ebenfalls ausgegangen und kehrte gegen Abend noch mürrischer und bleicher zurück als er fortgegangen war er fragte nach Quetzlinberger und Schwibus keiner von beiden war noch eingetroffen und Helene ging in Todesangst in ihr Stübchen so hatte sie ihren Bruder noch nie gesehen endlich kam Schwibus und wurde von dem Doktor augenblicklich wieder auf das Rathaus geschickt dort einige Schriften zurück die er aber nicht bekam und Hetzelhofer schloss sich dann wieder in sein Zimmer ein aus dem bald ein Geruch von verbrannten Papieren auffällig heraustrang erst gegen zehn Uhr kam Doktor Quetzlinberger nach Hause und begann ohne weiteres seinen Koffer zu packen seine Papiere zu ordnen und sich dem Anschein nach mit seiner allernächsten Abreise zu beschäftigen Anderthalb Stunden mochte er in solcher Art bald still an seinem Tische mit Schreiben beschäftigt bald im Zimmer aufräumend und zusammensuchend gewirtschaftet haben als Doktor Hetzelhofer bei ihm eintrat Als er des Doktors Beschäftigung sah blieb er in der Tür stehen schaute ihm eine Weile zu und sagte dann endlich mit langsamer Stimme und schlecht verhielter Bitterkeit im Tone Also sie wollen fort Quetzlinberger Wie sie sehen brummte dieser ohne selbst den Kopf nach der Stimme umzudrehen Hm es ist ein altes Sprichwort dass es ein schlechtes Zeichen für ein Schiff ist wenn auch Hetzelhofer fuhr der Notar bei diesen Worten in die Höhe verdammt wenig ist an ihnen zu nagen gewesen ich dächte das müssten sie doch am besten wissen aber meinetwegen lassen sie auch den Vergleich gelten er hat etwas Ähnlichkeit setzte er nach kurzer Pause hinzu ich glaube wahrhaftig das Schiff ist leck der Rat oder vielmehr das Schiedsgericht will die Papiere nicht wieder herausgeben etwas zu erwidern konnte ich mir denken sagte Quetzlinberger ruhig indem er auf dem tische einen rock in die richtigen falten zu bringen suchte hat auch ganz recht wären esel wenn sie es täten dr hetzelhofer fragte nicht warum sondern legte die hände auf dem rücken zusammen und ging mit langsamen schritten im zimmer auf und ab in dem Augenblick klopfte es draußen sich diese und schwiebus zeigte sich darin nun sagte hetzelhofer augenscheinlich unzufrieden über die störung und sah ihn wie er in seinem marsche gerade stehen geblieben mit halb über die schulter gedrehtem kopfe an was gibt's daß sie noch um mitternacht auf den füßen sind nichts besonderes guten abend meine herren erwiderte schwiebus aber mit einem so ganz ungewöhnlichen leichten fangenen tone wie ihn dr hetzelhofer noch nie an ihm gewohnt gewesen dieser machte auch erstaunt und rasch gegen ihn front rief er und zog die augenbrauen in die höhe nichts besonderes im allgemeinen meine ich ergänzte schwiebus indessen im besonderen dagegen eine ganze menge da sie doch wahrscheinlich morgen früh wieder lange schlafen dr hetzelhofer und ich eben hörte daß sie noch aufwehren dachte ich es wäre bequemer gleich heute abend von ihnen abschied zu nehmen noch eine ratte sagte dr quetzlin berger ohne von seiner arbeit aufzusehen abschied nehmen rief rief hetzelhofer wollen sie fort morgen früh und wohin da mein altes logis da drüben wieder frei wird erwiderte schwiebus ruhig so werde ich die gelegenheit benutzen von da drüben wird den herrn doktor quetzlin berger jawohl mein violinspiel nicht beunruhigen wohin wollen sie ziehen ins alte haus rief dieser rasch und drehte sich nach ihm um er ist verrückt sagte hetzelhofer ruhig gehen sie zu bett schwiebus und schlafen sie aus das ist das beste was ich ihnen raten kann verschonen sie uns heute abend mit ihren albernheiten wir haben andere sachen im kopfe und mehr zu denken danke ihnen herr doktor sagte schwiebus ohne sich aus erfassung bringen zu lassen mitzunehmen werde ich dabei nicht viel haben meine violine und den raben trage ich selber und meinen koffer lasse ich morgen mittag durch einen arbeiter holen nur um meinen kopf möchte ich sie noch bitten um ihren was rief quetzlinberger und sah den famulus mit offenem munde an um meinen kopf wiederholte schwiebus mit dem größten gleichmute herr doktor hetzelhofer weiß schon welchen ich meine als verzierung ist er doch in einem zimmer nicht passend und für mich hat er immer wie sie mir zugestehen werden das meiste interesse schwiebus sagte der doktor heute eben nicht in der laune auf irgendeinen vorschlag seines famulus einzugehen welcher art dieser auch sein mochte sie wissen was ich ihnen schon früher einmal gesagt habe nehmen sie sich vor der zwangsjacke in acht übrigens tun sie was ihnen gut dünkt wollen sie meinen dienst verlassen meinetwegen ich habe dann einen Narren weniger zu füttern und dass ich ihre dienste entbehren kann werden sie mir zutrauen jetzt seien sie aber so gut und lassen sie mich zufrieden denn ich habe ihnen schon einmal gesagt ich will heute abend von ihren albernheiten nichts mehr hören sie sie versprechen brauchen er er tritte dabei wie unwillkürlich den kopf dem fenster zu und sah nach dem alten hause hinüber dessen düstere front gegen das helle vom monde beschienene dach nur noch mehr und auffallender abstach wer mich brauchen kann entgegnete schwebus den die unverschämte frage des überdies verhassten fremden doch zu sehr traf um sie unerwidert einzustecken da fragen sie nur den herrn doktor hetzelhofer ich glaube der wird ihnen darauf die beste antwort geben können er hat sich wenigstens eine geraume anzahl jahre damit beschäftigt übrigens ist meiner meinung nach ein guter famulus immer noch nützlicher als ein schlechter advokat alle wetter sagte da plötzlich der doktor quetzlinberger der die letzte bemerkung entweder gar nicht gehört oder vollkommen missachtet hatte jetzt hätte ich aber auch darauf schwören wollen dort drüben im alten haus in der ersten etage ein licht gesehen zu haben merkwürdige täuschung das und wahrhaftig jetzt ist wieder da wo rief dr hetzelhofer und schritt rasch zum fenster während schwibus denn die sache ebenfalls interessierte die tür verließ und nach der anderen seite der stube hinüber ging sich hinter quetzlinberger zu stellen bah sagte hetzelhofer nachdem die drei männer aufmerksam und schweigend ein paar minuten hinunter nach den gegenüberliegenden dunklen fenstern gesehen hatten das sieht alles so schwarz aus wie die nacht vielleicht hat sich der schimmer einer vorbeigetragenen laterne in den alten blinden scheiben matt abgespiegelt dort ist es wieder rief da plötzlich quetzlinberger seine vorige aussage damit bekräftigend im ersten fenster rechts vom erker jetzt ist es wieder fort ich kann nicht sehen sagte hetzelhofer noch immer ungläubig mit dem kopf schüttelnd wer weiß was ihnen vor den augen herumblitzt wie sollte auch heute licht da drüben hinkommen denn morgen früh ist erst die übergabe heute früh wenn der herr doktor erlaubt sagte schwebus ruhig immer noch dabei die fenster drüben mit festem blick fixierend es hat schon eine ganze weile zwölf uhr geschlagen da jetzt kommen sie hier herüber rief quetzlinberger rasch und eifrig jetzt können sie es von hier aus sehen ich sehe es von hier jetzt ebenfalls sagte hetzelhofer mit dem kopf dabei schüttelnd ohne jedoch die augen davon zu nehmen das ist jedenfalls der widerschein eines auf dieser seite vom monde beschienenen fensters obgleich es täuschend so aussieht als ob das licht im inneren hinter den gardinen brenne wenn das jetzt der alte nachtwächter auch sähe wie wir dann hätten wir morgen in der stadt wieder die schönste gespenster geschichte widerschein sagte schwebus axel zuckend ich habe das licht eben gesehen wie es durch einen riß in den gardinen blitzte der alte herr da drüben wird sich heute noch zum letzten mal etwas zugute tun wollen und hat absichtlich keine gesellschaft gebeten um ungestört allein zu sein morgen wird desto wilder da drüben zu gehen es ist holst der teufel ein licht rief jetzt quetzlin berger und drehte den fensterflügel auf an dem er stand da unten in der straße sind sie es ebenfalls schon gewahr geworden und sammeln sich vor dem hause denn dort stehen wenigstens zehn oder zwölf menschen im alten hause spukt rief in dem augenblick eine stimme von unten nach dem geöffneten fenster herauf es ist licht drüben dann ist auch jemand drüben eingebrochen rief hetzelhofer rasch oder ha quetzlin berger wenn da drüben jemand ehe das gericht ein recht hat die zimmer zu betreten nach papieren suchen sollte was es auch ist rief quetzlin berger der sich jetzt vollkommen von der identität des geschehenen überzeugt hatte aber da drüben in dem verschlossenen hause trägt irgendjemand ein brennendes licht herum das muss augenblicklich die polizei untersuchen und den dort jedenfalls gewaltsam eingebrochenen arretieren in dieser stunde hat noch niemand wäre es auch sei das recht jene räume zu betreten selbst der nächste erbe nicht und hat sich der allenfalls gelüsten lassen da drüben eine voruntersuchung zu bewerkstelligen so kann ihm die sache schlecht bekommen gehen sie mit doktor fragte er diesen während er selbst seinen hut ergriff ja sagte hetzelhofer nach kurzem besinnen ich bin doch selber neugierig zu sehen was da drüben getrieben wird die beiden männer verließen rasch das zimmer und eilten die treppe hinunter während schwiebus noch mehrere minuten allein am fenster zurückblieb und hinüber nach dem alten hause schaute hm sagte er dabei und schüttelte nachdenkend den kopf der alte herr da drüben scheint gar nicht erwarten zu können dass er endlich von seiner langen wacht erlöst werden soll und fängt mit dem glockenschlag zwölf an zu wirtschaften und aufzuräumen glaubst dass es wild genug bei ihm aussehen mag nun mir ist's desto lieber und wenn da drüben jetzt schon aufgemacht wird komme ich hier jedenfalls schon viel früher fort und der kopf nur geduld schwebus den wirst du dir schon holen damit schritt er langsam zur tür gegenüber den vorsaal in sein eigenes kleines zimmer und kam von dort nach einigen minuten mit aufgesetztem hut und unter dem linken arm die violine auf der rechten schulter den ängstlich und erstaunt umherschauenden Raben zurück wie er eben die klinke der treppentür ergriff öffnete sich am anderen ende des ganges helenens tür und diese schaute im nachtkleide heraus aber schwebus was um gottes willen ist denn vorgefallen rief sie als sie den famulus erblickte brennt es irgendwo in der stadt hier im hause läuft ja alles fort und unten auf der straße ist zu unruhig wollen sie auch gehen wo ist denn mein bruder drüben im alten hause ist illuminiert sagte der famulus und wir sind alle eingeladen gehen sie mit fräulein helene ach schwebus jetzt ist doch keine zeit zum scherzen rief helene ich bin hier in todes angst wo wollen sie denn hin ich und mein jakob ziehen aus fräulein helenchen sagte der famulus ohne sich irre machen zu lassen morgen früh komme ich aber jedenfalls noch einmal herüber abschied zu nehmen gute nacht schlafen sie wohl aber was haben denn die leute unten auf der straße ein licht im alten hause gesehen sagte schwebus und darüber sind sie erstaunt das wird ihnen noch oft passieren aber nun komm jakob wir haben keine zeit zu verlieren und damit stieg er rasch die treppe nieder auf der straße war es aber in der tat unruhig und lebendig geworden zuerst hatte der nachtwächter wieder den lichtschein hinter den gardinen entdeckt aber eine ganze zeit lang nicht gewagt einen der noch hier und da vorübergehenden darauf aufmerksam zu machen er war die letzten male so darüber ausgelacht und verhöhnt worden dass er sich dem nicht wieder aussetzen wollte und doch hatte er bis jetzt noch nicht einen augenblick gezweifelt dass er auch früher recht gesehen und das licht sich zu verschiedenen zeiten in den öden räumen gezeigt habe hier hatte er jetzt die bestätigung nicht lange brauchte er zu warten so erkannte er es so deutlich dass es keinen zweifel mehr unterworfen blieb und der erste vorübergehende den er darauf ein paar gesellschaften die in verschiedenen teilen der stadt gegeben waren und ihre späten gäste gerade in dieser zeit nach hause schickten verursachten dadurch mehr leben als man sonst eigentlich zu so später stunde in den straßen von hellburg zu finden gewohnt war wie ein lauffeuer schoss das gerücht dabei im alten hause ist licht es spukt darin von straße zu straße und als die beiden männer quetzlinberger und hetzelhofer unten aus dem hause traten mochten vielleicht schon dreißig oder vierzig personen sogar mehrere damen darunter dort versammelt sein das endresultat abzuwarten die polizei war natürlich auch dabei und konsultierte mit dem nachtwächter was zu beginnen niemand hatte aber für einen solchen fall instruktionen und die nach dem jour habenden aktuar eiligst abgeschickten diener der gerechtigkeit waren noch nicht zurückgekehrt hetzelhofer mischte sich nun augenblicklich unter die zuschauer um zu hören was bis jetzt hier bemerkt worden während quetzlinberger ohne sich auch nur einen moment bei unnützen fragen aufzuhalten nach der nicht sehr entfernten polizei eilte mehrere wagen waren indessen die straße heruntergekommen und ebenfalls halten geblieben das alte haus war in der ganzen stadt ein viel zu sehr besprochener gegenstand um irgend jemanden bei einem so außergewöhnlichen falle gleichgültig zu lassen das interesse sollte aber noch steigen denn das licht in den zimmern oben das bis jetzt nur matt und düster und kaum erkennbar herausgeklimmt hatte wurde heller und deutlicher jetzt zündet der alte quetzlinberger seine kronleuchter an flüsterte einer aus dem schwarm halb in spott halb mit einem eigenen schauer den rücken hinunter wie das hell da drinnen wird ob sie wohl auch tanzen ich glaube wahrhaftig es ist feuer sagte ein anderer aber nur halblaut zu seinem nachbarn als ob es die da drinnen hören könnten wie es rot und glühend wird wenn es feuer wäre erwiderte ein dritter so würden auch die gardinen vor allem anderen aufflackern und verbrennen teufelsspuk ist's am letzten abend ehe wieder gute christen da einziehen sollten in die spukzimmer ich möchte keinen fuß hineinsetzen so viel weiß ich und der rat sollte es eigentlich von gerichts wegen niederreißen und der erde gleich machen lassen da kommen sie rief ein anderer wieder als sich einige männer in uniform von mehreren bewaffneten begleitet durch den immer mehr anwachsenden menschen schwarm drängten eine patrouille schritt zu derselben zeit die straße nieder und besetzte den holzplatz der das alte haus auf der westseite begrenzte mit dieser zugleich rollte ein anderer wagen herbei und hielt vor hechners tür eine dame und zwei herren stiegen dort aus und einer der letzteren eilte rasch der tür des alten hauses zu gegen die gerade während das volk noch etwas scheu von der stelle mehr zurückdrängte der erste schlag geführt worden war um sie zu öffnen halt was geht hier vor rief schierling denn niemand anderes war der letztgekommene wer darf mitten in der nacht in mein eigentum brechen an dem noch die siegel des gerichtes kleben herr schierling sagte quetzlinberger doch etwas überrascht gerade diesen hier draußen zu finden herr dr quetzlinberger rief aber auch der junge mann erstaunt als er den advokaten unter dem trupp erkannte was fällt ihnen ein wir haben hier keine lange zeit zu erklärungen rief dieser rasch und es ist ein glück daß der zufall sie gerade in diesem augenblick hierher geführt hat oben im alten hause ist licht vielleicht sogar feuer sie können den hellen schein schon jetzt von hier aus da oben sehen beim ewigen gott rief schierling einen schritt zurückspringend während die polizeidiener indessen mit einigen kräftigen schlägen das schloß von der ebenfalls altersschwachen tür gesprengt hatten worte und vermutungen waren auch hier nicht mehr am platze und schierling in seinem tätigen abenteuerlichen sehleben ein rasches und entschiedenes handeln gewöhnt nahm einem der polizeidiener das handbeil das er trug einem anderen die große ziemlich hell brennende laterne ab und sprang den anderen voran in den öden düsteren hausflur hinein aus dem ihm eine dicke unheimliche luft entgegenwehte die polizeidiener ließen das auch ganz ungehindert geschehen über das alte haus waren solange sie denken konnten zu wilde unheimliche gerüchte verbreitet gewesen als daß sie es noch dazu unter solchen umständen hätten sehr gern betreten sollen wenn sie deshalb auch ihre pflicht taten und dem voranspringenden folgten so war doch keiner unter ihnen der einen besonderen ehrgeiz gezeigt hätte der erste zu sein wie die schritte so schauerlich in dem öden haus wieder tönten und was für eigene wilde schatten das fremde licht an die düsteren wände warf der junge mann der sich ihnen zum führer aufgeworfen lief ihnen fast gar zu schnell aber allein lassen durften sie ihn ja auch nicht und mussten folgen und behielten kaum zeit dabei mit flüchtigem blick die wunderlichen dicht mit staub und spinnengeweben bedeckten schnörkel und schnitzereien an sich vorüber gleiten zu sehen die das innere des hauses und das treppengeländer zierten und denselben geschmack zu verraten schienen als die steinernen fratzen und larven draußen am hause der korporal mit sechs mann wache war ebenfalls gefolgt die verschiedenen ausgänge und die treppen zu besetzen und andere blieben indessen als posten vor der tür unberufene abzuhalten die neugierigen draußen schienen aber keine besondere lust zu haben dem unheimlichen geheimnis zu nah auf den leib zu rücken und waren leicht zurückzuhalten nur drei oder vier von ihnen hatten sich gleich dem ersten trupp der polizeidiener mit angeschlossen unter ihnen schwiebus und hetzelhofer Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 13 Wir haben Marien verlassen, als sie mit ihrem Begleiter die Dachkammer des Nachbarhauses erreicht hatte. Ein eigenes Grauen zitterte ihr durch die Glieder, als ihr Fuß den geheimnisvollen, gefürchteten Raum betrat, und doch staunte sie auch wieder über den Mut, mitten in der Nacht dem Führer gefolgt zu sein, dem sie doch noch selbst misstraute. Einen Ort wollte sie, das schüchterne, furchtsame Mädchen, aufsuchen und erforschen, an den sich vielleicht kein Mann in ganz Hellburg um Mitternacht gewagt hätte. Und doch, wenn ihr das Herz auch ängstlich schlug, fühlte sie nicht die mindeste Furcht. Ja, eine Art peinlicher Spannung trieb sie sogar rascher und rascher ihrem unheimlichen Ziel entgegen. Unheimlich war dabei aber selbst die Art, in der sie vorwärts schritten, denn ein dicker, weicher Teppich von Staub und Moder lag auf den Planken und ließ den Fuß ihn völlig lautlos berühren und darüber hineilen. So still war es in dem weiten, öden Boden, daß sie das Schlagen ihres eigenen Herzens hörte und das leise Rauschen ihres Mantels sie mehrmals rasch und scheu umschauen machte. Wie ein paar Geister glitten die beiden Gestalten unter dem Dach entlang bis zur Treppe, die ihnen schwarz und hohl entgegengähnte. Wie gut ist es, daß ich das Licht mitgenommen habe, flüsterte sie hier mit leiser Stimme, denn sie scheute sich, diese Grabesruhe zu stören. Die blinden Scheiben der Fenster lassen keinen Mondenstrahl mehr ein, und dort unten sieht es aus, als ob wir in einen bodenlosen Abgrund hinabstiegen. Was zögern Sie, Herr Schierling, sehen Sie etwas? sitzte sie hastiger und fast ängstlich hinzu. »Nichts, was dich beunruhigen könnte, Marie«, sagte da der junge Mann, sich halb nach ihr umdrehend und lächelnd ihre Hand ergreifend, um sie jetzt die Treppe hinabzuführen. »Aber um eines bitte ich dich«, setzte er dann ernster, aber fast herzlich hinzu, »nenne mich hier nicht Sie und Herr Schierling, sondern Gundelrebe, wie in alter Zeit. »Jahre liegen dazwischen, aber wir sind ja wieder an dem alten Orte zusammen, und der kalte Name hier in den alten, bekannten Räumen tut mir weh.« »Gundelrebe«, sagte Marie erschrocken und fühlte, wie ihre Hand in der des Führers zitterte. »So sind Sie doch.« »Nicht Sie sollst du mich nennen, Marie«, bat der junge Mann, »nur hier nicht, solange wir in diesen Mauern zusammen sind. Kommen wir wieder hinaus in die kalte, unfreundliche Welt, zu den steifen, gelenklosen Gliederpuppen der Gesellschaft und ihren Konvenienzen und Moden, dann magst du es wieder machen, wie du willst, und wenn du es verlangst, werde ich selber tun, als ob ich dich gar nicht kennte.« »Gundelrebe«, flüsterte Marie leise vor sich hin, und ein eigener Schauer rieselte ihr durch Mark und Bein, vom Kopfwirbel bis in die große Zehe nieder. Es war fast, als ob eine fremde Hand, ohne sie zu berühren, ihr hoch über Antlitz und Brust niederstreiche. Ehe sie sich aber dieser Empfindung recht klar wurde, nickte ihr auch ihr Führer freundlich und ermutigend zu und leitete sie jetzt, ohne weiter ein Wort zu sprechen, die ziemlich steile Stiege nieder. Gleich unten daran erreichten sie jedoch die volle, steinerne Treppe, die bis zum dritten Stock des Hauses führte, und jetzt hatten sie hier hinab verhältnismäßig leichteren und bequemeren Weg. Neugierige Blicke warf Marie hier umher, denn wie hatte sie sich danach gesehnt, diese lang verschlossenen Gänge, Treppen und Zimmer zu schauen, und jetzt endlich trat ihr Fuß den geheimnisvollen Boden. »Und ist es denn nicht, wie ich es mir gedacht«, flüsterte sie dabei leise vor sich hin, »deckt denn nicht dicker Staub wie ein weicher Teppich den Boden? Und sieht denn nicht alles so wild und vermodert aus, als ob es jeden Augenblick über unseren Köpfen zusammenbrechen könnte? So war das andere doch zuletzt ein Traum.« »Ein Traum«, setzte sie dann rasch und scheu hinzu, »aber führt mich denn nicht hier ein Bild gerad aus jenem Traum? Und träume ich denn jetzt etwa auch, wo ich den Staub, den mein Fuß aufstört, zwischen den Zähnen knirschen fühle, und feuchter häßlicher Moderduft mir den Atem fast erstickt? Wenn das auch ein Traum wäre, was wäre da wachen?« Ob sie die letzten Worte unwillkürlich so laut gesprochen, daß Gundelriebe sie verstanden, er drehte sich aber lächelnd und mit dem Kopf verschüttelnd nach ihr um und sagte, »Ein Traum? Sind die alten steinernen Treppengeländer hier mit den eingeschnittenen Geierklauen und Löwenköpfen auch ein Traum? Dann ist es ein merkwürdig lebendiger, denn die stehen da schon vielhundert Jahre lang. »Oder träumst du das auch?« sagte er und zeigte auf eine Tür, an der sie jetzt vorbeischritten, und aus der ein Getäfel herausgefallen war, daß man in das düstere Gemach hineinschauen konnte. »Da, wirf einen Blick da hinein, ob man das träumen kann.« Marie trat mit dem Licht an die Öffnung und blickte hinein, aber sie schauderte unwillkürlich zurück, als sie die furchtbare Öde von dort kalt und grabesfeucht entgegenwehte. »Entsetzlich!« stöhnte sie. »Ich glaube, glaube fast, ich fange an, mich zu fürchten.« »An meiner Seite?« lachte Gundel Rebe. »Weißt du noch, wie damals der Zahnarzt hinter der drein wollte und wir ihm die Tür vor der Nase zuschlugen?« »Damals fürchtetest du dich auch, aber du warst auch noch ein Kind.« »Heute bist du zur lieblichen Jungfrau herangeschossen, und wer so wie du in Unschuld durchs Leben schritt, glaube mir, Marie, der braucht sich vor nichts zu fürchten.« »Der alte Herr da droben, wie auch sein Name sein mag, schützt dich schon.« »Aber komm«, setzte er dann wieder weniger ernst hinzu, »bleib nicht hier vor der alten, zerbrochenen Tür stehen.« »Bei Nacht ist zäßlich, am Tage aber, wenn sich das Sonnenlicht nur soeben matt und trübe da hineinstiehlt, habe ich oft schon stundenlang der öden Wirtschaft in den Stuben hier zugeschaut.« »Es sieht wunderlich aus, sage ich dir, wie die alten Kanapies von Motten und Staub zerfressen, ineinander gedrückt, wie riesige graue Spinnen auf der Lauer liegen und die großen Lehnstühle dabei faul und schläfrig mit ihren geschnitzten Rücken an den Wänden stehen. Aus dem alten Teppich ist dabei ein neuer, von grauem, sammetartigen Staub heraufgewachsen, und wenn ein voller Sonnenstrahl ja einmal durch irgendeine der kleinen, zerbrochenen, runden Scheiben hereinscheint, malt er funkelndes Licht in tausend schillernden Farben auf der glatten Rinde. Früher gab's auch noch Mäuse und Ratten in den Zimmern, und manchen fröhlichen Tanz hatten die mitsammen auf den weiten, ungestörten Spielplätzen. Da war Leben und Lust, und Krieg spielten sie, und Hochzeit über Tische und Stühle fort, über Treppe und Vorsaal. Jetzt freilich haben sie sich ein anderes Quartier gesucht. Was an nagbaren Gegenständen noch zurückgeblieben, hatten sie bald verzehrt. Und wie auch der Kleister hinter den Tapeten abgefressen war, zogen sie aus. Wie das raschelt und rauscht da drinnen, sagte Marie, als sie eine Etage tiefer an den Stubentüren vorbeiglitten, und das dumpfe Murmeln, als ob Leute dort mitsammensprächen. »Das ist ein Wagen draußen auf der Straße«, sagte er Führer, mit dem Arm da hinüberdeutend. »Durch die dicht verhängten Fenster und Türen schallt das nur so sonderbar.« »Aber da singt jemand«, rief Marie erschrocken, und blieb den Fingern die Lippen legend stehen. »Nicht hier im Hause«, lachte Gunde Rebe, »das ist auch unten vor der Tür auf der Gasse. Hier im Hause, Marie, ist der fröhliche Laut singender Menschenstimmen lange, lange nicht gehört worden. Nicht allein seit des alten Herrn Quitzlinberger Tode, nein, auch lange vorher schlug kein frohes Herz in diesen Räumen, und schwere Sorge drückte die einsamen Bewohner zu Boden nieder. Jetzt wird das vielleicht anders, wenn Gottes Sonne wieder herein auf junges Leben schaut. Der alte Schmerz ist gebüßt und begraben, oder wird es noch diese Nacht, und wenn du nur wolltest, könnte bald wieder Lust und Freude diese Mauern mit Blumen schmücken, an denen jetzt nur Nachtgewürm und Moder klebt.« »Ich«, sagte Marie erstaunt, »was kann ich wollen?« »Ich sage es dir nachher, Marie«, erwiderte ihr Führer herzlich, und nahm wieder die Hand, die sie ihm vorher entzogen. »Jetzt sind wir gleich unten, und wir möchten den alten Herrn sonst stören.« »Den Herrn Quetzlinberger«, rief Marie erschrocken, »aber wie ist mir denn? Da wäre ja doch der tolle Spuk mit jeder Silbe wahr gewesen, und wir...« »Gehen jetzt bloß hinunter, dem alten Herrn unsere Abschiedsvisite zu machen«, sagte Gundelrebe, ihr dabei freundlich zunickend. »Lieber Gott, er hat jetzt die ganze Zeit recht einsam und allein sitzen und horchen müssen, und wird sich danach sehnen, einmal auszuschlafen von der langen Wacht.« Marien schnürte es das Herz zusammen. Traum und Wachen schmolz ihr hier ineinander, und sie schaute nach Hilfe umher, sich aus diesem Labyrinthe hinaus zu finden. Aber es blieb ihr keine Zeit mehr, länger zu überlegen. Sie hatten ihr Ziel erreicht, die Tür des Wohnzimmers in der ersten Etage, und doch sah hier jetzt alles anders aus als früher. »Du kennst den Platz hier nicht mehr?« lächelte Gundelrebe Marien an. »Ja, das glaube ich wohl. Das vorige Mal kamen wir durch den kleinen, engen Gang herauf, der von eurem Haus herüberführt, und fort warst du wieder, uns auf einmal unter den Händen weg, und hast dich auch selber damals nicht umgesehen. Weißt du noch, wie der Onkel so böse über den Spaß war, den die Margarete mit dir machte?« »Aber jetzt still! Öffne nur die Tür hier, sie führt uns durch die Küche in das große Zimmer.« »Aber ich glaubte, alle Stuben hier im Hause wären fest verschlossen,« sagte Marie erstaunt. »Alle, die von unten heraufführen,« lautete die Antwort. »Wir selber sind aber jetzt die kleine Seitentreppe niedergekommen, und dadurch gleich von oben im Innern der Wohnung gewiesen.« »Siehst du, Marie, hier ist die Küche. Nimm dich in Acht, daß du da nicht in die Scherben trittst. Es sieht wild hier aus, nicht wahr?« Marie leuchtete erstaunt mit dem Lichte umher. Der Raum hatte jedenfalls einmal früher zur Küche gedient, denn der Herd mit dem Kamine zeigte das deutlich genug. Auch befanden sich da noch heute einige Fächer dort, auf denen leichtes, aber ebenfalls dicht mit Staub und Spinngeweben überzogenes Geschirr stand. Viele von den Regalen waren indessen heruntergebrochen, zerbrochenes Geschirr lag überall umhergestreut und krachte unter dem darauf tretenden Fuß noch mehr zusammen. »Nicht wahr, das sieht hier böse aus,« sagte Gunderiebe. »Ja, seit die Margarete in die Stadt gezogen ist und hier nicht mehr gewirtschaftet hat, seit der Zeit ist alles eigentlich ein bisschen drunter und drüber gegangen. »Aber komm, falle nicht über das tolle Zeug, das wird eine Arbeit geben, das alles wieder reinzumachen und zu säubern. Was meinst du, Marie, wenn deine Mutter die Räume hier zu einem fremden Stübchen einrichten sollte?« Marie hätte fast bei dem Gedanken gelächelt, aber ihr Führer glitt in dem Augenblicke durch die halb offenstehende Küchentür in ein kleines, enges Zimmer hinein, in dem drei große, riesige Nussbaumkleiderschränke standen. Die Schnitzereien waren ebenfalls überall mit Staub bedeckt, an der glattpolierten, dunklen Fläche der Türen aber hatte er nicht haften können, und diese stachen mit ihren braunen Backen, in denen sich das Licht matt spiegelte, wunderlich ab gegen den grauen Rahmen, der sie überall umgab. Aber auch dies konnte sie nur flüchtig im Vorüberstreifen erkennen, denn Gundelriebe, der noch immer ihre Hand festhielt, zog sie rasch hinter sich her, der nächsten Tür zu. »Tritt hinein!« flüsterte er dabei, mit den Worten war er ihr aber auch unter den Händen weg verschwunden, und während sie im Augenblicke noch geglaubt hatte, seine Hand zu fassen, fühlte sie jetzt, daß die Ihre auf der Türklinke des fremden Zimmers ruhte. Unschlüssig schaute sie einen Moment umher, aber zu unheimlich wurde es ihr, hier allein zu stehen. Drinnen im Zimmer glaubte sie dabei, Stimmen zu vernehmen. Oder war das auch wieder auf der Straße? Nein, da hinein war ja Gundelriebe verschwunden, wohin er sie wohl auch hätte mitnehmen können, und dort mußte sie ihn wiederfinden. Festentschlossen drückte sie auf die Klinke, preßte gegen die Tür, die unten durch irgendetwas, vielleicht durch den Teppich, gehalten wurde, öffnete sie mit Mühe und betrat das große, düstere Gemach. Es war vollkommen dunkel darin. Sie starrte ringsumher, und es kam ihr vor, als ob das Licht selbst nur einen ganz kleinen Teil der es umgebenden Luft beleuchtete, so, daß diese wie eine mattflimmernde Kugel in dem öden, grenzenlosen Raume frei und unabhängig schaukelte. Erst nach und nach vermochte ihr Blick, die einzelnen Teile zu unterscheiden und voneinander zu trennen. Und auch hier Staub und Moder? Nein, das war nicht möglich. Ein silbergrauer Teppich dickte den Boden, so weich, daß sich der Fuß fast darein vergrub. Von den Wänden hingen breite Festents ineinander geschlungener, seidener Stoffe nieder, mit dazwischen geflochtenen Quasten und Troddeln und künstlichen Ziraten nachgeahmter Blumen und Federn. Oder waren das nur zerrissene, niederhangende Tapiten? Nein, wie voll und schwer hingen die gelben Gardinen noch vor den Fenstern nieder, gerade wie damals, als Margarete mit dem Lichte hereinkam und sie enger zusammenzog, damit der Nachtwächter unten nicht den Schein der Kerze erkennen sollte. Wie still das jetzt war! Drunten auf der Straße konnte sie einzelne harte Schritte auf dem Pflaster hören. Jetzt war es still. Der dort unten gegangen, mußte stehen geblieben sein. Ob der alte Herr Quetzlinberger wohl auf ihn hinuntersah? Und daß die Margarete gar nicht kam, sie zu begrüßen? Die Margarete? Ja, die wohnte ja doch eigentlich in der Stadt drinnen und gar nicht mehr im Hause. Und weshalb war sie selber denn eigentlich hier herübergekommen, mitten in der Nacht? Hatte sie denn nicht Gundelrebe? »An was denkst du, Marie?« sagte die leise, freundliche Stimme ihres Führers dicht neben ihr. »Du siehst dich so scheu hier um. Fürchte nichts, alles, was uns schmerzen und ängstigen könnte, liegt nun hinter uns, und frei und rosig scheint von nun an die Sonne auf unseren Pfad.« »Und haben sie dich freigegeben?« fragte Marie, ihm erstaunt ins Auge sehnt. »Der Zauber ist gelöst, der uns hier bannt,« flüsterte Gundelrebe. »Wir sind jetzt frei und dürfen uns draußen im Leben das Glück nun selber suchen, das uns ein hartes Geschick so lange, lange Jahre vorenthielt.« »O Marie«, fuhr er dann leidenschaftlicher fort, indem er ihre Hand ergriff und auf ein Knie zu ihren Füßen niedersank, »stoße du mich jetzt nicht freundlos und allein zurück in mein altes Elend, in meine alte Einsamkeit. Ich werde von jetzt an dieses alte Haus bewohnen, in diesen Zimmern leben und schaffen und das Sonnenlicht wieder hereinlassen in die alten, lieben Räume.« »Wird deine Augenlicht dann diese neue Heimat mit Glück und Glanz erfüllen, deine holde Nähe sie segnen, deiner leichten Schritte Klang mit lieblicher Musik die Räume füllen?« »O wende dich nicht ab von mir! Seit jener Zeit, wo du dich zum ersten Mal in meinen Schutz begabst, seit jener Stunde gehörte mein Herz ja dir, und zurückdrängen und bändigen mußte ich es mit Gewalt, als ich dich draußen unter den fremden Menschen wieder sah.« »Du schweigst, Marie! Hast du mich gar nicht lieb? Du hast den armen Knaben wohl ganz vergessen, den es seit jener Stunde mit seines Herzens feinsten Fasern zu dir hinüberzog, bis er der Sehnsucht nicht länger widerstehen konnte.« »Vergessen«, sagte Marie, traurig mit dem Kopf verschüttelnd, »nur zu viel habe ich an dich gedacht, und weh genug hat es mir getan, als du an jenem Morgen zuerst unser Haus betratest und mich gar nicht wieder kennen wolltest. Ich hatte dich den Augenblick erkannt.« »Du holder Engel«, flüsterte Gundel Rebe leise und herzlich und drückte einen leichten Kuss auf die Hand, die er noch immer in der Seinen hielt. »Und darf ich den Onkel da rufen, daß er unseren Bund vor seinem Scheiden segne? Ist er denn hier?« »Gewiß, Marie, und die Margarete ebenfalls. Drüben im anderen Zimmer stehen sie und warten schon so lange auf uns.« »Drüben im anderen Zimmer? Und die vielen Menschenstimmen, die ich da unten höre? Das sind die Gäste, die ich zu unserer Verlobung geladen habe. Bist du mir bös darüber, Herz?« »Die Gäste?« »Hörst du nicht die Wagen unten rollen? Wir wollen ihnen entgegengehen, sie zu empfangen.« Rasch schritt er ihr voraus durch die nächste Tür, welche nur mit einem nach rechts und links zurückgeschlagenen Vorhange verhängt war. Auf der einen Seite hatte sich derselbe aber aus dem Haken, der ihn gehalten, herausgeschoben und hing tief über die Tür hinüber. Marie mußte ihn mit der Hand aus dem Wege heben, um hindurch zu können, und streifte mit dem Lichte daran. »Wie dunkel und dumpf, daß ihr überall in den Stuben ist,« sagte Marie, unwillkürlich zusammenschaudernd. »Nicht wahr? Das macht die so lange hier eingeschlossene dumpfe Luft. Das wird schon besser werden. Aber die Margarete soll Lichter bringen und die Fenster öffnen. Komm wieder zurück ins Zimmer. Dort liegt auch allerlei Gerät, und du könntest dich stoßen. Siehst du, du wärst beinahe gefallen.« Marie trat zurück und horchte wieder hinunter nach der Straße. Da fiel ihr Blick auf die Mitteltür. »Hab ich da nicht den Vorhang angebrannt?« sagte sie leise. »Ich dächte, ich sähe es glimmen.« »Das ist das neue kupferne Geschirr, das die Margarete uns in unsere junge Wirtschaft bringt,« flüsterte ihr Gunde Rebe zu. »Siehst du, wie das funkelt und blitzt?« »Aber das putzt sie wohl mit brennendem Spiritus,« sagte Marie. »Sieh nur, wie die glühenden Tropfen daran niederfallen.« »Es ist ein närrisches Frauenzimmer,« lachte Gunde Rebe. »Aber jetzt wird's hell, jetzt bringen sie die Lichter, und da kommt auch die Gesellschaft.« »Sieh nur, wie der Onkel seinen Staatsfrack angezogen hat, von gelber, flammender Seide. Sieht das nicht aus wie helles, loderndes Feuer? Und wie sein Gesicht strahlt von innerer Seligkeit. Jetzt zünden sie auch die Kronleuchte an, nun wird's hier lustig. Wie trüb und öde sah es vorhin aus.« »Wie dicht unter der Decke sie mit den Fackeln hinfahren,« sagte Marie. »Die Mutter würde sich ängstigen, wenn sie das sähe. Hörst du den Lärm da unten und das Knistern und Rascheln? Ah, da kommt auch die Frau Kreisrätin mit ihrer schönen Tochter. Die wird uns den ganzen Abend nun Klavier vorspielen, und der alte Herr Quitzlinberger mag dann dazu tanzen.« Wie sich das jetzt drängte und schob in das Zimmer herein, Kopf drückte an Kopf, und eine Menge bekannter Gesichter waren darunter. »Aber was wird da draußen geklopft und gehämmert? Was ist das für ein Lärm?« »Die Kisten werden aufgeschlagen,« sagte Gundelrebe, »in denen mein neues Theegeschirr ist. Was hier im Hause war, ist ja alles verdorben die langen Jahre hindurch, und ich habe Neues anschaffen müssen.« »Wie warm das hier im Zimmer wird!« Sieh, wie der alte Herr Quitzlinberger noch so frisch tanzen kann in seinem gelben, flammenden Frack! Hallo! Jetzt klettert er wie der Blitz so rasch an der Gardine hinauf. Hei, wie das zuckt und glüht! »Feuer! Feuer!« Tönte von unten herauf der Schrei, und wie ein Donnerschlag prasselte es in dem Augenblicke gegen die Tür. Das waren die Kisten mit dem neuen Porzellan und Geschirr, die draußen aufgeschlagen werden. Wie das zuckte und zischte um sie her und tausend Funken knisterten. »Herrgott!« rief Marie fast unwillkürlich, denn ein zweiter Schlag schmetterte auf die ihr nächste Tür, und wie das morsche Holz zusammenbrach, stand mit einem Beil in der rechten, die Haare wild um die bleiche Stirn flatternd, die Augen stier und entsetzt auf sie und nur auf sie allein geheftet. »Gundelrebe! Ein zweiter! Und wo war der andere?« »Marie!« schrie die Stimme in Angst und Entsetzen. Das Mädchen stand regungslos einen Moment. Sie hob die Arme, als ob sie sich stützen wollte. Der Leuchter, den sie noch immer bis dahin festgehalten, entfiel ihrer Hand, und während die Flammen im Zimmer mit dem durch die gesprengte Tür hereindringenden Luftzuge wild und hoch empor loderten, stürzte sie lautlos zu Boden nieder. Schierling stand allerdings einen Moment auf die Schwelle gebannt, als hätte er einen Geist gesehen. Es war aber auch nur ein Moment. Das Beil, das er noch in der Hand trug, warf er mit der Laterne von sich, sprang mitten in das gluterfüllte Zimmer hinein, griff das Mädchen vom Boden auf, warf ihr die Kapuze ihres eigenen Mantels über den Kopf, ihr Antlitz zu verbergen, und floh mit ihr ins Freie die Treppe hinunter. Erschrocken und staunend sahen ihn die in dem noch halbdunklen Vorsaale stehenden Männer an, aber während die jetzt aus dem Zimmer mit furchtbarer Kraft herausschlagende Flamme ihre Aufmerksamkeit dorthin lenkte, und ehe sie nur irgendeine feste Vermutung fassen konnten, war der junge Fremde mit seiner geheimnisvollen Last auch schon ihren Augen entschwunden und unten im dunklen Hause auf der Straße. Ein Teil von ihnen drängte allerdings noch langsam vorwärts, aber es fehlte ihnen ein Führer, und keiner mochte auch so recht gern zuerst in die unheimlichen Zimmer hinein. »Rettet euch, es ist Pulver im Hause!« rief da plötzlich eine Stimme. Niemand wußte woher, niemand sah sich aber auch danach um, und froh vielleicht, einen solchen Vorwand gefunden zu haben, drängte die Schar, weit rascher als sie heraufgekommen war, wieder Trepp ab. Die Spritzen rasselten indes schon von den nächsten Spritzenhäusern herbei, aber das Gerücht von dem Pulver lief auch zu gleicher Zeit wie ein Lauffeuer durch die unten versammelte Menge, die scheu und ängstlich von dem Hause fortpreßte, der neu heraufbeschworenen Gefahr, so viel als möglich auszuweichen. Nur zwei Männer blieben oben in dem Zimmer zurück. Der eine von ihnen, der Dr. Hetzelhofer, der die List mit dem Pulver gebraucht hatte, um lästige Zeugen zu entfernen. Der andere war der Famulus Schwibus, der, als die anderen in wilder Flucht an ihm vorbeirasten, unbekümmert stehen blieb, und jetzt, von dem Doktor gar nicht bemerkt, ruhig in die Tür hinein und diesem etwas erstaunt zuschaute. Der Doktor nämlich hatte das am Boden liegende Beilauf gegriffen und rasch damit einen Sekretär geöffnet, der an der Wand des vom Feuer kaum ergriffenen Zimmers stand. Jetzt wühlte er, bei dem Schein der Flammen, in den vor ihm liegenden Papieren, riß die Fächer heraus und suchte jedenfalls nach irgendeiner vielleicht versteckten Schublade. Eine Hand lag auf seiner Schulter und mit einem nur halb unterdrückten Aufschrei fuhr er empor. »So fleißig, Doktor?« »Hach, ach, Sie, Schwibus, wo zum Teufel kommen Sie her?« »Gerade daher, Doktor.« »Das feige Gesindel ist fortgelaufen,« rief dieser, der sich rasch gesammelt hatte. »Wir müssen wenigstens retten, was wir können.« Schwibus hörte ihn nicht mehr. Sein Auge haftete an einem großen Bilde, das über dem Sekretär an der Wand hing. Es stellte einen jungen Mann in dunkler Kleidung dar, und das bleiche, helle Gesicht schaute, von den hereinzüngelnden Flammen wunderbar beleuchtet, wie lebendig aus dem vollkommen dunklen, fast schwarzen Hintergrunde heraus. »Hier, Schwibus, nehmen Sie die Papiere. Und hier, wahrhaftig, ich glaube, dahinter ist noch ein heimliches Fach. Geben Sie mir noch einmal das Beil her.« Der Famulus, der unter dem linken Arme noch die Geige trug, hörte den Befehl wohl kaum. Nur den rechten Arm hob er langsam empor, bis der ausgestreckte Finger auf das Antlitz an der Wand deutete. »Das ist er!«, flüsterte er leise. »Das Beil, Schwibus, geben Sie mir das Beil!« »Das Beil?« »Ja, das den Schädel des Kindes traf, nicht wahr?« rief da der Famulus plötzlich, und seine Augen, die fast aus ihren Höhlen zu dringen schienen, sprühten Feuer. »Der Mörder kommt! Er hebt schon den Arm empor!« »Gehen Sie zum Teufel!«, knurrte der Doktor zwischen den Zähnen durch, indem er sich selber nach dem, nicht weit von ihm am Boden liegenden Beile bückte und es aufhob. Schwibus sah sich bei der Bewegung rasch und fast unwillkürlich nach ihm um. Er blickte aber kaum die Waffe in seiner Hand, als er emporzuckte, die Violine fallen ließ und mit dem mehr durch die Zähne als laut ausgestoßenen Schrei »Mörder!« auf den Doktor zusprang. So plötzlich war der Angriff gewesen, daß sich der Überraschte kaum halb nach ihm umdrehen konnte, als er auch schon die dürren, knochigen Finger seine Kehle mit furchtbarer Gewalt umspannen fühlte. »Lassen Sie mich los, Wahnsinnige!« schrie der Doktor mit schon halb erstickter Stimme, indem er sich dem Griffe des Famulus zu entwinden suchte. »Teufel! Sie erwürgen mich!« »Mörder!«, tönte aber die gellende Stimme des, seiner Sinne nicht mehr mächtigen, durch den Glut erfüllten, lodernden Raum. »So nimm denn, was du haben willst!«, knirschte der Doktor, dem die geschwellten Adern das Antlitz schon dunkelrot färbten. »Da!«, und mit dem Rufe hob er das Beil und führte von der Seite mit voller Kraft einen Schlag gegen des Famulus Schlaf. Dieser aber begegnete der nach ihm gerichteten Waffe mit der linken Hand, wandte sie ihm nur aus dem kraftlosen Griffe des Gegners, und mit der rechten, die Kehle des Unglücklichen nur noch fester umkrallend, schrie er mit wilder, fast dämonisch klingender Stimme. »Hab ich dich! Hab ich dich endlich, Doktor Hitzelhofer! Hast du mir meinen Kopf herausgegeben? Hey! Hast du mich nicht gepeinigt und gequält fast ein Jahrhundert lang, und faß ich dich nun endlich in meines Vaters Hause? Hilfe! Hilfe! Ich ersticke!«, ächzte der Doktor. »Hilfe! Hilfe! Erst meinen Kopf heraus! Mörder! Meinen Kopf will ich! Hast du mich gehört?« Der Doktor vermochte schon nicht mehr zu antworten, die Sehnen erschlafften ihm, und er brach in die Knie. »Beten hilft dir nichts!«, jauchzte aber der Famulus im wilden Triumphe. »Meinen Kopf heraus! Hörst du! Meinen Kopf will ich! Seelenvertauscher! Meinen Kopf!« Der Doktor knickte unter dem verzweifelten Griffe seines Mörders bewußtlos zusammen. In diesem Augenblicke leckte er aber die Flamme mit voller, gieriger Zunge in das Zimmer herein, und ihm nu stand das ganze Getäfel, das schon vorher bis zum Zunder erhitzt war, in voller Blut. Schwibus fühlte, wie es ihm die Haare senkte. Er ließ den Doktor los, der auf den Boden sank, und griff seine Geige wieder auf. »Hehe!« lachte er dabei, »wie hell es in dem alten, dunklen Hause wird! Das ist recht, Kameraden! Zündet die Fackeln an, dem neuen Herrn zu seinem Einzuge zu leuchten! Mehr Licht! Immer mehr! Ja, da muß ich ja hinauf und die Rede halten!« Und mit raschen Sätzen das Zimmer verlassend, aus dem die Flamme wie eine gierige Schlange hinter ihm dreinschoß, floh er die hell erleuchtete Treppe hinauf, an deren Geländer die Glut schon fraß, und war bald in dem Dunkel, das noch oben lagerte, verschwunden. Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von »Das alte Haus« von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 14 »Es ist Pulver im Hause!« lief der Schrei von Lippe zu Lippe. Man fragte nicht, wer hat es gesagt, wer konnte es wissen, wer hätte in der Aufregung auch fragen können, wer antworten mögen. Es ist Pulver im Hause, und im Triebe der Selbsterhaltung drängte alles fort von dem doppelt furchtbaren Orte. Schierling hatte allerdings, als er das Haus mit seiner schönen Last verließ, dem wachthabenden Offizier unten zugerufen, zu retten, was möglich sei. Dieser aber, der ebenfalls den Ruf von dem verborgenen Pulver gehört, wußte natürlich nicht, ob er seine Leute einer solchen Gefahr einiger vermoderten Möbel wegen aussetzen dürfte, und zog die Wache ebenfalls, als das Publikum nach rechts und links sich die Straßen hineinrettete, von dem unheimlichen Orte zurück. Die Keksten unter den Neugierigen wagten sich nur bis dicht an die gegenüberstehenden Häuser und sahen hier, wie die Flammen schon einzelne Fenster durchfressen hatten und, von der frischen Luft genährt, wild nach außen legten. Die ganze erste Etage, zwei Fenster ausgenommen, vor denen die Gardinen noch hingen, stand in hellen Flammen, und nur der untere Teil des Hauses lag schwarz und öde mit eingeschlagenen Fenstern da, aber niemand dachte an Retten, wo eine gedrohte Explosion ihnen das Haus über dem Kopfe hätte zusammenwerfen können. Da rasselten ein paar Spritzen die Straßen nieder, mit Wasser fuhren hinterher. Neue Mannschaft folgte, und wenn dieser auch der blinde Pulverlärm ebenfalls warnend zugeschrien wurde, kehrten sie sich nicht daran. Dicht vor dem Hause machten sie Front. In demselben Augenblicke traf ein gellender Hülfeschrei, der gerade aus der Flamme herauszukommen schien, ihr Ohr. »Das ist der alte Quetzlinberger!« lief es dumpf und unheimlich durch die Menge. »Vorwärts, ihr Leute!« rief aber der Spritzenmeister, und der helle, blitzende Wasserstrahl schoß gegen die Glut an und brach sich zischend Bahn. Wieder der dumpfe Schrei, und wieder das scheue Grausen durch die Menge. »Das ist ein Menschenleben!« rief da der Spritzenmeister von seiner Spritze nieder. »Wagt sich niemand hinauf?« Aber er wagte es selber nicht. Die alte Furcht vor dem geheimnisvollen Treiben des alten Hauses, die rätselhafte Art, wie das Feuer dort im Innern ausgekommen sein könnte, die Gestalt sogar, welche man herausgetragen, und welche das wild anwachsende Gerücht schon zu einem verhüllten Gerippe und was sonst noch anwachsen ließ, der wilde, geisterhafte Schrei dabei, das alles kam zusammen, das Herz der sonst Mutigsten mit furchtsamer Scheu zu füllen. Der Verdacht des Pulvers bot ihnen dabei die beste Entschuldigung, nicht selber in das alte Gebäude einzudringen. Dafür aber, und um das gewissermaßen wieder gut zu machen, arbeiteten sie mit um so größerem Eifer draußen. Mit jeder nur möglichen Anstrengung suchte man des Feuers Herr zu werden oder es doch wenigstens auf das eine Gebäude zu beschränken, und das schien bei dem windstillen Wetter nichts Unmögliches. Außerdem war das alte Haus durch eine sehr starke Brandmauer von dem Nachbargebäude getrennt und lag nach Westen zu vollkommen frei. In diesem Nachbargebäude ging es indessen ebenfalls wild genug durcheinander, und während die Mägde laut weinend und schreiend und vollkommen ratlos hin- und herrannten, war der Regierungsrat, sobald er die Feuersgefahr erkannte, in seine Stube gestürzt, vor allen Dingen die notwendigsten Papiere herauszusuchen und in Sicherheit zu bringen. Die Frau Regierungsrätin, überhaupt ein wenig ängstlich und unruhig, hatte bei dieser plötzlich über sie hereingebrochenen Gefahr den Kopf denn auch richtig verloren. Sie lief aus einem Zimmer in das andere, in dem dunklen Gefühle, irgendetwas Unbestimmtes retten zu wollen, und erst da, als sie, wirklich zufällig, ihre Tochter, ihre Marie, vermisste und in stummer Angst jetzt durch die Zimmer flog, richtete sich ihre Sorge, ihr ganzes Entsetzen auf einen bestimmten Gegenstand. Schierling indessen, mit einer dunklen Ahnung, wie alles gekommen sein könne, und in der Furcht, das Geheimnis durch irgendein fremdes Auge verlachend zu sehen, sah kaum, als er in Hechners Haus hineinschlüpfte, des Regierungsrates Tür aufstehen und Licht in dessen Zimmer, als er hineinsprang und die Tür hinter sich zudrückte und verriegelte. Dort legte er das immer noch bewusstlose Mädchen auf das Sofa, flüsterte dem erstaunten und bestürzten Vater mit wenigen Worten seinen Verdacht zu und eilte dann, mit praktischem Sinne wohlbegreifend, was jetzt vor allem nötig sei, die Treppe hinauf, Mariens Mutter zu beruhigen und besonders den Dienstleuten der Tochterabwesenheit zu verbergen. Hier kam er übrigens genau zur rechten Zeit. Die Regierungsrätin stürzte ihm, kaum ihrer Sinne mehr mächtig, schon an der Tür entgegen und schrie, »Mein Kind, mein Kind!« »Ach, das Fräulein, das Fräulein«, wimmerten dabei die Mädchen. »Ihre Fräulein-Tochter?« rief Schierling, rasch gefaßt und wie erstaunt. »Wissen Sie, wo sie ist, um Gottes Willen!« »Unten bei Ihrem Herrn Vater«, sagte Schierling, »Sie hilft ihm die Papiere in Ordnung bringen.« »Marie ist unten?« »Wohl und gesund und in voller Arbeit.« Die Mutter hörte nicht mehr. Sie eilte, so rasch ihre Füße sie trugen, schnell die Treppe hinunter, und die Mädchen wollten ihr neugierig folgen. Diesen trat aber Schierling schnell entgegen, schickte die eine ab, um nach den in den verschiedenen Zimmern zerstreuten Lichtern zu sehen, damit nicht hier ein ähnliches Unglück geschehe, und gab der anderen auf, die Wohnung zu bewachen. Eine Menge fremder Menschen drang jetzt in das Haus, und unter den wirklich Helfenden konnte sich auch leicht schlechtes Gesindel mit einschleichen, das solche Zeit der Verwirrung überhaupt für seine Zwecke gern benutzt. Eine große Anzahl von Spritzenläuten und Feuerwachen rannte nämlich jetzt, von anderen gefolgt, die Treppen hinauf, ein paar Schläuche durch das ganze Haus aufs Dach zu tragen und von dort aus das aufquellende Feuer zu dämpfen oder wenigstens am weiteren Herüberdringen zu hindern. Laternen wurden dabei verlangt und Eimer oder sonstige Wassergefäße, und die Mädchen durften nicht mehr daran denken, den Vorsaal zu verlassen. Schierling eilte indessen, sobald er Marien im Schutz ihrer Eltern wußte, wieder auf die Straße hinaus, des Feuers womöglich mächtig zu werden und zu sehen, wie die Gefahr für das Nachbarhaus gewachsen war. Glücklicherweise regte sich kein Lüftchen, das die ausbrechende Glut hätte weiter peitschen können. Das ausgedörrte Holzwerk im Innern des alten Hauses brannte aber trotzdem wie Zunder, und schon züngelte an den Fenstern des zweiten Stockes die Flamme, wo hinauf sie sich jedenfalls durch die Decke gefressen hatte. Das Gebälk um die Treppe her stand ebenfalls in hellen Flammen, und brennende Holzstücke konnte man im Innern niederstürzen sehen. Die Löschmannschaften waren indessen eifrig beschäftigt, das auf dem freien Platze neben dem Hause aufgeschichtete Bretterwerk zu entfernen, und als hier rasch Bahn gemacht war, hatten von dort auch die Spritzen weit freieren Zutritt und konnten nun die im Rücken des alten Hauses lehnenden, ziemlich brennbaren Gebäude besser und wirksamer schützen. »Dort ist ein Mensch! Da steht der alte Quetzlinberger!« schrien plötzlich einzelne Stimmen aus dem wieder mehr und mehr vor dem Hause zusammendrängenden Volke. »Wo, wo ist er?« riefen wieder andere Stimmen. »Dort droben im Fenster, in dem einzelnen Fenster im dritten Stock. Er winkt, er kann nicht herunter. Leitern her, Leitern!« »Das ist der Gott sei bei uns, der den alten holt!« kreischte da eine Stimme. »Da oben fliegt schon sein Vogel!« Und in der Tat flatterte jetzt der dunkle Schatten eines Raben nach dem Fenster zu, als ob er hinein wollte, scheute sich aber vor der aufzüngelnden Flamme, beschrieb einen Bogen und flog wieder auf das gegenüberliegende Dach, auf dem er sitzen blieb. »Schwibus!« schrie da Schierling, der ihn erkannt hatte, durch die Menge. »Schwibus! Um Gottes Willen! Wie kommen Sie da hinauf? Leitern her, ihr Leute! Hundert Taler dem, der den Unglücklichen rettet!« Es war wirklich Schwibus, der das Fenster geöffnet hatte und mit seiner Violine in der linken Hand, den Bogen in der rechten, unheimlich von den Flammen beschienen, die rechts unter ihm schon aus den Fenstern und nach oben leckten, in dem brennenden Hause so still und ruhig stand, als ob er sich auf sicherer Erde befände und nicht einen flammenden Boden unter sich hätte, der jeden Augenblick mit ihm in den kochenden Krater zusammenbrechen konnte. »Nach der Treppe, Schwibus! Nach der Treppe!« schrie ihm jetzt Schierling zu, der fürchtete, die Leitern könnten zu spät kommen, ihn von da aus zu retten. Der Angerufene schien etwas zu erwidern, aber man konnte es unten nicht verstehen, und Schierling, nicht imstande, den Mann da oben verderben zu sehen, ohne wenigstens einen Versuch zu seiner Rettung zu machen, rief den ihm nächststehenden zu, ihm zu folgen, und sprang ohne Besinnen in die offene Haustür der Treppe zu. Einzelne, die sich doch schämten, jetzt noch zurückzubleiben, folgten, wenn auch nicht so rasch als der ihnen vorangegangene. Auf der Mitte der ersten Treppe holten sie ihn aber schon wieder ein, denn dort hatten von oben niederstürzende, brennende Balken den Aufgang verrammelt. »Einen Schlauch hierher, daß wir den Weg freimachen können!« schrie Schierling zurück, aber fast mit dem Wort prasselte neues Gebälk von oben nieder, und Funken und brennende Splitter überdeckten die allzu kühnen. Zu gleicher Zeit krachte auch die Decke über ihnen, und Funken und Schutt bröckelten auf die Hausflur nieder, so daß es Wahnsinn gewesen wäre, den noch möglichen Augenblick zum Rückzuge unbenutzt vorbeizulassen. In wilden, ängstlichen Sätzen floh auch alles aus dem Hause, und Schierling sah sich selbst zuletzt genötigt zu folgen. Die Treppe herunter war der Unglückliche nicht mehr zu retten, und die einzige Rettung blieb, wenn er nicht über den Boden das Nachbarhaus erreichen konnte, die Hilfe durch Leitern. »Der tote Famulus!«, ging unterdessen auf der Straße der Ruf von Mund zu Mund. »Der tote Famulus! Wie kommt der da hinauf?« »Seht ihr wohl, damals war doch etwas daran, als es hieß, er hätte ein Bündnis mit dem Bösen. Seht ihr den Galgenvogel, der um das Dach fliegt und nicht von ihm fort will? Der wartet auf ihn!« So gingen die einzelnen Ausrufe unter dem abergläubischen Volke umher. Schierling war indessen in wilder Flucht die Treppe in Hechners Haus hinauf und auf den Boden gestürzt, um womöglich von dort aus einen Eingang zu finden und den Unglücklichen, der sich ganz in sein Schicksal ergeben zu haben schien, zu retten. Unmöglich war es aber auch hier, über das Dach zu kommen. Ein schmaler, steinerner Sims führte allerdings hinüber, aber die Flammen hatten sich, dem Zug der Treppe folgend, schon hierher hinaufgefressen und nagten innen an den nächsten Dachfenstern, während die Spritzenleute, die bis hierher ihre Schläuche geleitet, wacker und erfolgreich dagegen ankämpften. Erfolgreich nämlich, daß sie sie nicht weiter herüberließen und in ihre Schranken wandten, aber im Innern hatten sie zu viel Nahrung, um anders gebändigt zu werden, als daß sie sich in sich selbst verzehrten. Da die Leute oben übrigens keine Gefahr für das Hechnersche Haus fürchteten, so sprang Schierling wieder die Treppe nieder und kam gerade zur rechten Zeit, die verlangten Leitern herbeibringen zu sehen. Zwei von diesen wurden rasch mit Seilen fest aneinander gebunden und durch dahinter befestigte Stangen gestützt. Als man sie aber mit vereinten Kräften hob und an das Haus lehnte, waren sie wohl um zehn Fuß zu kurz. Sie reichten kaum über die zweite Etage hinauf. Der tote Famulus und dieser Beinahme selbst füllte die Zuschauer mit Entsetzen und Grauen, wenn sie dachten, in wie wenigen Minuten er vielleicht wirklich in jenen Flammen begraben würde, schien die Gefahr, in der er sich befand, gar nicht zu ahnen, oder, wenn er es tat, sich auch nicht das Mindeste daraus zu machen. Ganz ruhig und unbefangen hatte er eben am Fenster, nur manchmal auf das Getümmel unter ihm herniederschauend, sein Instrument gestimmt, setzte es jetzt an die Schulter und strich mit dem Bogen langsam darüber hin. So unheimlich sah dieses Gleichgültige, dem Tode ins Auge schauen, dabei aus, daß keiner der Tausende, die sich jetzt nach und nach an der gegenüberliegenden Häuserreihe der ziemlich breiten Straße gesammelt hatten, auch nur einen Laut auszustoßen wagte und bloß das Klappern der Spritzen und das Zischen der aufschießenden Strahlen die Stille unterbrach. Weich und schmelzend schwammen da plötzlich der Violine Töne nieder, Töne, als ob sie aus einer innig frohen, jauchzenden Menschenbrust hinaus das Freie suchten. »Schwebus, schwebus!« rief Schierling, dem der Anblick das Herz zerriß. »Haben Sie gar nichts da oben, womit Sie sich bis zur Leiter niederlassen könnten?« Der Famulus hörte ihn gar nicht oder wollte ihn nicht hören, und weicher und seelenvoller entquollen die Töne seinen Seiten. »Strohsäcke her!« riefen indessen einzelne Stimmen. »Matratzen und Strohsäcke unten hin, daß er von oben darauf niederspringen kann!« Unfern davon war ein Gasthaus, in dem viele Frachtfuhrleute einkehrten. Von dort schleppte man in wilder Eile Schütten Stroh und Heubündel herbei und häufte sie unter das Fenster. Selbst ein verzweifelter Sprung aus solcher Höhe blieb ja besser als der sonst gewisse Flammentod. Aber trotz aller Zurufe und Aufforderungen stand der Famulus oben an seinem offenen Fenster und schaute still und ruhig zu den Sternen auf. »Schwibus, springen Sie herunter! Es ist heu genug, da Ihren Fall zu brechen! Sie sind des Todes, wenn Sie noch länger säumen!« schrie Schierling in furchtbarer Aufregung hinauf, und die Flamme leckte und züngelte schon bis zum Fenstersims und fraß und wühlte an dem Boden, auf dem er stand. Mit den Spritzen hatte man allerdings die Fenster des zweiten Stockes rasch durchbrochen und suchte mit deren Strahl die Decke so viel als möglich zu erreichen, aber überall konnten sie doch nicht hineinkommen, denn die Außenmauer des Hauses deckte den größten Teil und hinter dieser fraß das wilde Element mit furchtbarer, entsetzlicher Gier und Schnelle. Wieder tönte jene wunderbare Melodie nieder, die in das Herz der Hörer griff, als ob sie aus einer anderen Welt herüberklänge, und der Rabe flog dabei von dem gegenüberliegenden Dache ab, als ob er mit einem verzweifelten Versuche zu seinem Herrn dringen wolle. Wieder aber, und jetzt wilder als vorher, züngelte die Flamme empor und warf den funkensprühenden Rauch auf, daß der scheue Vogel ängstlich zurückflatterte und seinen sicheren Stand aufs Neue suchte. Noch befand sich der Spielende oben im Dunkeln, und nur die vorn ausschlagende Lohe warf ihr düsterflammendes Licht über die hagere Gestalt. Der Boden, auf dem er stand, war noch nicht durchgebrannt. Jetzt plötzlich fiel ein scharfes Streiflicht von der Seite auf ihn und Funken und Rauch wirbelten über ihn hin zum Fenster hinaus. »Heiliger Gott!« stöhnte Schierling und barg das Antlitz in den Händen. Oben die Violine jubelte in wilden, gellenden Tönen auf, wie Lust und Hohn klang es dem starren Tod ins Angesicht. Unten herrschte lautlose Stille. Selbst die Spritzen hörten in diesem furchtbaren Momente auf zu arbeiten, wo der nächste Atemzug schon das Schicksal des Unglücklichen entscheiden mußte. Jetzt endete die Melodie mit einem schrillen Tone, der wie ein Weheruf durch die Flammen drang. Der Famulus richtete sich hoch auf und deutete mit der rechten Hand, in der er den Bogen hielt, nach dem über ihm funkelnden Nordstern empor. Dicke rote Glut goß sich in dichter Flut wie ein Lavastrom durch das eine Fenster und sandte die Funken hoch und wirbelnd auf zum blauen Himmelsdom. Innen prasselte es und brach's, und wie die Flamme folgte und den Rauch verscheuchte, gähnte hinter dem leeren Fenster die wilde Glut zuckend und lodernd empor. Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15 Die Spritzen arbeiteten die ganze Nacht hindurch, des Feuers Herr zu werden. Wenn es sich aber auch in seine Mauern bannen ließ, von dem Einmal Erfassten gab es nichts heraus, und was es an Holzwerk da drinnen gab, das nagte und leckte es auf bis zum letzten Splitter hin, bis zum letzten morsch verfaulten Balken selbst. Wunderbare Gerüchte durchliefen dabei die Stadt. Den alten Herrn Quetzlinberger wollte man gesehen haben, wie er gerade um Mitternacht mit einer kleinen Flamme auf dem Kopfe in seinem gelben Schlafrock oben auf dem Dache getanzt habe. Das Volk war dabei unter sich bald einig, den Brand des Hauses auch nur seinem früheren Herrn und dessen teuflischen Helfershelfern zuzuschreiben. Dass er das Haus nicht gutwillig übergeben würde, dass nun so lange der Tummelplatz böser Geister gewesen, hatten Hunderte vorhergesagt. Der tote Famulus aber mußte ebenfalls mit im Bündnis gestanden haben, und seine Zeit lief mit dem alten Hause ab. Die Seele hatte der Rabe, der auf dem Dache auf der Lauer gesessen, mit fortgeführt. Aber was konnte der fremde Erbe des Hauses aus dem brennenden Zimmer herausgetragen haben? Niemand wußte es. Die einen behaupteten, es sei eine tote Frau gewesen, die anderen schworen zu einem Gerippe und sagten, sie hätten die weißen, gebleichten Knochen unter dem dunklen Tuche vorschauen sehen. Andere wollten wieder wissen, es sei ein Stuhl gewesen, den er aus dem Zimmer gerettet habe, um nur etwas zum Andenken davon zu besitzen. Das hatte wenigstens Schierling selbst ausgesagt. Selbst die Augenzeugen waren aber in jenem Augenblicke so in Aufregung und Spannung gewesen, irgendetwas Entsetzliches in dem alten Gebäude über sich hereinbrechen zu sehen, dass sie fast gar nicht darauf geachtet, und die verschiedenen Vermutungen, die sie selber äußerten, dienten nur mit dazu, die Verwirrung zu vergrößern. Ein anderes Ereignis schien die ganze Sache noch verwickelter zu machen und gab ebenfalls wieder tausend weiteren Gerüchten Raum. Der Dr. Hetzelhofer war nämlich in der Nacht verschwunden, und während das Volk, das sich selten eine Gelegenheit entgehen lässt, Beweise für seinen Aberglauben zu finden, den Brand dem alten Herrn Quetzlinberger zuschrieb und den Dr. Hetzelhofer, von dem man überhaupt schon munkelte, dass er falsche Papiere vorgezeigt hatte, einfach davonlaufen ließ, faßte der übrige, nicht an Geister glaubende Teil des Publikums einen anderen Verdacht. Wenn man den auch nicht gleich gerade aussprach, flüsterte man es sich doch bald heimlich zu, der Dr. Hetzelhofer habe, wie er gesehen, dass es mit seiner Erbschaftsangelegenheit schlecht stehe, das Haus heimlich angesteckt und sei selber in den Flammen umgekommen. Dass sein Famulus ihm dabei geholfen haben konnte, war mehr als wahrscheinlich und von Gewissensbissen gequält, suchte der dann selbst den Tod. Jedenfalls blieb Dr. Hetzelhofer verschwunden und als die Polizei, nachdem sich die Brandstätte etwas abgekühlt, den Schutt genau untersuchen ließ, wollten einige Ärzte nach den vorgefundenen Überbleibseln, der daraus hervorgewühlten und verkohlten Gebeine, behaupten, dass sie zwei Menschen angehören müßten. Bestimmtes ließ sich aber dabei immer nicht beweisen, und das Volk meinte, in dem alten Nest hätten wohl noch mehr als zwei Gerippe gelegen, und der alte Quetzlinberger habe es nicht umsonst selber angesteckt. Dass des Doktors Schwester übrigens, dessen sämtliche Hinterlassenschaft bald darauf verkaufte, und aus der Stadt, die der trüben Erinnerungen so viele für sie hatte, fortzog, mehrte, so natürlich es an und für sich war, nur noch den Verdacht. Das Haus des Regierungsrates Hechner war vielleicht das einzige in der ganzen Stadt, an dem all diese wilden Gerüchte und Vermutungen spurlos vorübergingen, denn trüb und schwer hatte die Familie an der Wirklichkeit zu tragen. Marie erwachte an jenem Abend erst wieder in den Armen ihrer Mutter, die ihr Mann, schon als sie das Zimmer betrat, beschworen hatte, sich zu sammeln und um Gottes Willen alles zu vermeiden, was jetzt sowohl die Aufmerksamkeit Fremder auf sie lenken, als auch die Tochter selbst vielleicht über ihren vergangenen Zustand aufklären könne. Durfte man ja doch vielleicht noch hoffen, dass das Ganze unbewusst an ihr vorübergegangen sei, wie ihn ja auch ihr Gast beruhigt hatte, dass niemand weiter als er selbst den wahren Vorgang des Geschehenen ahne. Der bei solchen Bränden ungeschickter Weise fast überall gemachte offizielle Lärm, der den Teil der Bevölkerung, der nicht wirklich durch das Feuer leidet, wenigstens halbtot, ängstigt, Fieberkranke zum Wahnsinn treibt und alle anderen ohne Ausnahme unbehaglich macht, verfehlte auch auf sie seine Wirkung nicht. Mitten in dem Toben, der noch dazu durch das eigene Haus polternden Feuerwehrläute, im Trommeln und Trompeten, Sturmläuten und Spritzenrasseln fuhr sie empor und umschlang die Mutter, welche sich in Todesangst über sie bog und fiel in einen Weinkrampf, der selbst auf kurze Zeit ihr Leben bedrohte. Glücklicherweise fand sich der Arzt von selber ein, der auf die Kunde vom Brande des alten Hauses rasch herbeigeeilt war, der befreundeten Familie vielleicht nützlich sein zu können. Den Zustand der Kranken stellte man jedoch ihm gegenüber als nur vom Schrecken her rührend dar und brachte die Kranke dann, sobald das Tunlich, in ihr Bett, von dessen Seite die Mutter nicht mehr wich. Für das Haus selber war, dank den getroffenen Vorsichtsmaßregeln, keine Gefahr mehr zu fürchten. Und manche lange, lange Nacht saß die treue Mutter an dem Schmerzenslager des Kindes. Manche bange Stunde lauschte sie mit blutendem Herzen den wilden Fantasien der Kranken, die in ihren Fieberträumen jeden in jener Unglücksnacht getanen Schritte aufs Neue ging. Wieder und wieder stieg sie da an Gundelrebes Hand über den schmalen Steinsims des Daches durch das zusammenbrechende morsche Fenster die staubbedeckte Treppe nieder. Noch einmal schaute sie durch die zerbrochene Tür in das dunkle, schauerliche Gemach hinein, hörte die Leute auf der Straße, sah das Feuer glimmen und wachsen, sah den alten Herrn Quetzlinberger im flammenden, gelbseidenen Schlafrock in der Stube herum und an den Wänden hinauftanzen, sah die hundert und hundert fremden Gesichter in das blendend helle Zimmer dringen, hörte das Zusammenbrechen der Tür und erkannte den zweiten Gundelrebe, der mit einem schmetternden Schlag den ganzen Raum mit Nacht und Dunkelheit füllte. Von da schweiften ihre Fantasien in wirren, unzusammenhängenden Bildern ab, in denen das Feuer, die Frau Bause, der Famulus Schwiebus wie die Frau Kreisrätin Ohlekamp mit ihrer Siegelinde fast gleichen Anteil hatten. Wochenlang kämpfte die Kranke solcher Art gegen das Fieber an, das sie aus seiner heißen, sinnzerstörenden Umarmung gar nicht lassen wollte. Endlich aber, in dem knospenden Frühling, der seine Blüten schon über Berg und Täler streute und die Luft mit Balsam füllte, schien sich Mariens Körper auch zu erholen und mit den jungen Säften, die draußen das Mark der Bäume füllten, neue Kraft und neues Leben zu gewinnen. Die Mutter konnte sich aber der Genesung doch kaum freuen. Wenn sie auch mit zärtlicher Sorge über der Kranken gewacht und, während das Kind im wirren Fieber lag, oft und oft im heißen, brünstigen Gebete zu Gott gefläht hatte, seine Hand über dem teuren Haupte zu halten, fürchtete sie doch jetzt fast ebenso viel von dem rückkehrenden Bewusstsein als früher von der Gefahr der Krankheit selber. Wenn sie sich nun im wachen, bewussten Zustande der Einzelheiten jener Nacht erinnerte, wenn sie begriff, wo sie gewesen, wie sie dahin gekommen und welches Unglück ihrer Spur gefolgt, wenn sie dem Gedanken nachhing, dort drüben allein, mitten in der Nacht, in jenen unheimlichen öden Räumen erwacht zu sein und dann, der Mutter selber schlug das Herz in fieberhafter Angst, wie sie das Bild vor ihrem Geiste heraufbeschwor. Als einen treuen, wackeren Freund des hechnischen Hauses bewies sich indessen der junge Schierling. Was den Brand betraf, so hatte er allerdings dadurch einen Teil seines beanspruchten Erbes, denn die Bauplätze blieben ihm ja noch eingebüßt. Er schien sich den Verlust aber wenig oder gar nicht zu Herzen zu nehmen. Die Regulierung des Prozesses ging indessen trotz Dr. Hetzelhofers Rätselhaftem Verschwinden ruhig fort und Dr. Quetzlinberger, der vielleicht seine Gründe hatte, über des Doktors Abwesenheit selber keine Auskunft zu geben oder auch in der Tat nicht wußte, was aus ihm geworden, erklärte, als Hetzelhofers Advokat, dessen Ansprüche fallen zu lassen, während er sich selber als Verwandter des Testators zu den übrigen Erben schlug. Schierling bekümmerte sich um das alles nicht, überließ die Regulierung der Angelegenheiten seinem Notar und betrieb indes, während er in Hechners Hause wohnen blieb und innigen Teil an dem Leiden der Eltern nahm, mit frischen Kräften und bedeutenden Mitteln den Neubau des niedergebrannten Erbes, zu dem noch das benachbarte und dazugehörende Grundstück genommen wurde. Marie war erwacht. Der Jubelruf lief durch das ganze Haus. Die Krankheit war gewichen, ihre Besinnung zurückgekehrt und zum ersten Mal hatte sie die Eltern, hatte sie ihre Umgebung wiedererkannt. Mit solcher Angst, wie sie nur ein Mutterherz für das Kind fühlen kann, hing dabei das Auge der armen Frau an den Lippen der Tochter. Fürchtete sie doch in jedem Wort, in jedem Schmerzzucken, das noch von der Krankheit übrig geblieben, das erste Aufblitzen jenes entsetzlichen Verdachtes, den elften furchtbaren Strahl in die wohltätige Nacht des Vergessens fallen zu sehen, die jetzt noch über ihr ruhte. Aber es kam nicht. Mit neugierigem Staunen hörte sie zuerst von dem Brande des alten Hauses, der auch in ihre Fieberfantasien seine Glut geworfen, und lächelte, als sie der wild verworrenen Sachen dachte, die sie die lange Zeit hindurch geträumt und die jetzt zu einem bunten, aber unentwirrbaren Chaos der Fäden durch ihr Gedächtnis schlangen. Tage vergingen, und ihr Zustand besserte sich mit jeder Stunde so, dass die Mutter endlich selbst dem jungen Schierling, der sie schon lange dringend darum gebeten, gestattete, sie zu besuchen. Es war die letzte entscheidende Probe, und Marie bestand sie. Sie streckte ihm freundlich die abgezehrte Hand entgegen und bat ihn mit einem gar so lieben, wenn auch noch schmerzlichen Lächeln ihr nicht böse zu sein, dass sie gerade ihm in ihren Träumen sonst so Unrecht getan. Jetzt erst habe ich einsehen gelernt, sagte sie, wie wild und toll man in der Krankheit träumen könne, und da das alte Haus daneben an, wie mir die Mutter sagt, ihr nicht einmal mehr besteht und neue lichter Räume an dessen Stadt aufsteigen, so hoffe ich, habe ich auch mit der eigentlichen Ursache jenes alten bösen Wahns, das alte Grauen, den kindlichen Aberglauben bezwungen, und mit dem nur erst gesundeten Körper soll das alles schon nie mehr wiederkehren. Die Erinnerung daran war freilich noch nicht ganz besiegt, und als sie von dem Tode des Famulus Schribus in den Flammen des alten Hauses hörte, war es fast, als ob noch einmal die alten trüben Bilder vor ihrer Seele aufstiegen und neuen Raum gewinnen wollten, aber nur für kurze Zeit. Wie sie zum ersten Male wieder ausging und mit dem neu erwachten Frühling im warmen Sonnenschein die Straße betrat, als sie selber das alte düstere Gebäude, das solchen furchtbaren Einfluß auf sie ausgeübt verschwunden und rüstige, lustig arbeitende und tätige Menschen beschäftigt sah, helle Mauern an dessen Stelle aufzuführen, da schwand der letzte düstere Schatten aus ihrer Seele, und ihre Besserung war von Tag zu Tag auffallender. Der junge Schierling leitete indessen selber die Arbeiten und ordnete an und trieb und zeigte sich außerordentlich ungeduldig den Bau, an dem er kein Geld sparte, zu beenden. Er hatte sich zu gleicher Zeit so bei Hechners eingewohnt, daß er ganz wie mit zur Familie gehörte. Auffällig fast vernachlässigte er dabei aber die Frau Kreisrätin mit ihrer Tochter Siegelinde und schien überhaupt nur wirklich Sinn für Maurer und Zimmerleute zu haben. Nach nicht ganz Fünffierteljahren endlich stand der Bau vollendet und das alte Haus war wie ein Phönix aus der Asche neu und jugendlich herausgestiegen als aber die innere Wohnung nun auch noch einfach aber höchst geschmackvoll eingerichtet worden und bezogen werden konnte da endlich löste der junge Mann sein Versprechen das er an jenem Abend vor dem Brande Marien gegeben und an seiner Hand zuerst betrat die wieder in voller Gesundheit und frische blühende junge Frau wenn auch nicht mehr das wirklich alte Haus doch das Eigentum des Gatten und ihre Heimat und all jene wilden Träume die ihre Jugendzeit getrübt schwanden in dem lichten Sonnenschein den Gott auf ihres Lebens Pfad gestreut Ende von Abschnitt 20 Ende von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker Gelesen von Karlsson und Hokuspokus Reich Sch 2 1 1 1 2 2 Vielen Dank.